Mit einer Ausnahme. Anders als die anderen sechs parteinahen Stiftungen, etwa die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung oder die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, erhielt die AfD-nahe DES bislang keine staatlichen Zuschüsse. Das Bundesverfassungsgericht sieht die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb gefährdet. Ein Ausschluss der DES sei verfassungswidrig, da die gesetzliche Grundlage fehle, also ein Parteienfinanzierungsgesetz. Allein Regelungen im Haushaltsplan und im Haushaltsgesetz reichten nicht aus, Fördergelder zu versagen. Das Urteil hat allerdings nicht automatisch zur Folge, dass die DES nun nachträglich staatliche Zuschüsse bekommt. Das Gericht stellte heute lediglich die Rechtsverletzung fest. Und es geht erst mal nur um das Jahr 2019, das einzige Jahr, für das die Desiderius-Erasmus-Stiftung fristgerecht staatliche Zuschüsse beantragt hatte. Das Bundesverfassungsgericht fordert also ein eigenes Gesetz. Der Rechtswissenschaftler Markus Ogorek hat für die Bürgerbewegung Kampakt einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der zeigt, wie die Finanzierung politischer Stiftungen reguliert werden könnte. Guten Abend, Herr Ogorek. Guten Abend. Ja, die AfD fordert Chancengleichheit. Ihr wurde eigentlich heute teilweise recht gegeben. Was bedeutet jetzt dieses Urteil für die Stiftung? Bekommt die jetzt rückwirkend Geld? Ja, das ist eine schwierige Frage. Und die ersten rechtswissenschaftlichen Stellungnahmen, die dazu veröffentlicht wurden, fallen sehr unterschiedlich aus. Teilweise wird gesagt, dass für das Jahr 2019 eine Geldzuwendung gar nicht mehr möglich sein kann, weil das Jahr ja abgelaufen ist, weil die Gelder bereits an die anderen politischen Stiftungen vergeben worden sind. Andere sagen, da macht man es sich zu einfach. Und die Desiderius Erasmus Stiftung muss zumindest für dieses Jahr das Geld erhalten. Da geht es jetzt nicht um die 70 Millionen Euro, die mal im Raum standen, für den kompletten Zeitraum, auf den sich die Klage bezog. Auf den sich die Klage bezog. Aber es geht immer noch um einen einstelligen Millionenbetrag. Also definitiv Geld erhalten. Interessant ist auch, dass parteinahe Stiftungen in Deutschland fast 600 Millionen Euro aus öffentlichen Töpfen erhalten. Das ist nicht wenig Geld. Warum hat es bis jetzt keine klare gesetzliche Regelung gegeben, was diese Stiftungsfinanzierungen betrifft? Tja, bekanntlich gibt es keine. Und die etablierten Stiftungen, beispielsweise die Naumann-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die profitieren ja alle von den finanziellen Zuwendungen. Deswegen musste niemand klagen. Die Situation hat sich geändert, als die AfD die Erasmus-Stiftung auf den Weg gebracht hat und diese Stiftung dann von der Finanzierung ausgeschlossen wurde. Vor dem Hintergrund stellte sich für das Bundesverfassungsgericht jetzt die Frage, kann man einfach so eine Stiftung ausschließen? Kann man diese Ungleichbehandlung eigentlich ohne eine gesetzliche Grundlage vornehmen? Oder braucht man vielleicht doch ein Stiftungsgesetz? Und Sie haben eben einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Wird es jetzt tatsächlich zu einem Gesetz kommen? Wird es das geben? Und was müsste da drinnen stehen? Die Entscheidung heute ist eine Grundsatzentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die Stiftungen zwar keine politischen Parteien sind, aber dass sie in einer Nähebeziehung zu den Parteien stehen und dass sie den demokratischen Diskurs ganz massiv beeinflussen. Wir reden hier von Zuwendungen in Höhe von 600 Millionen Euro, über 600 Millionen Euro. Und eine solch große Summe darf in einem so grundrechtssensiblen und für die Demokratie wichtigen Bereich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht vergeben werden, ohne eine rechtssichere gesetzliche Grundlage. Es wird also ein Gesetz geben müssen. Die AfD wird durch den Verfassungsschutz beobachtet. Die Stiftung ist aber sozusagen organisatorisch unabhängig von der Partei. Bedeutet das jetzt aber trotzdem, dass die Beobachtungssicht auf die Stiftungsfinanzierung auswirken sollte? Sie haben völlig recht. Die Erasmus-Stiftung ist personell und organisatorisch und auch rechtlich unabhängig von der AfD. Das heißt, auch in Situationen, in denen die nahestehende Partei seitens des Bundesamtes für Verfassungsschutz beobachtet wird, auch wenn es sich um einen Verdachtsfall handelt, kann nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass auch die nahestehende Stiftung verfassungsfeindlich ist oder dass sie suspekt ist. Oder dass sie suspekt ist. Das heißt, man wird genau hinschauen müssen zwischen der Stiftung einerseits und der Partei andererseits unterscheiden müssen und sich fragen, ob auch die Erasmus-Stiftung unter dem Gesichtspunkt Demokratie und Verfassungstreue bedenklich erscheint oder nicht. Schauen wir uns noch mal genauer an, womit sich eben die Desiderius-Erasmus-Stiftung in der Vergangenheit beschäftigt hat. Sie hat zum Beispiel Seminare angeboten mit dem Titel Was Deutschland von Ungarn lernen kann oder ob uns der Ukraine-Krieg etwas angeht. Wird da jetzt schon sozusagen gesetzlich eine Linie übertreten? Wie sieht das demokratiepolitisch aus? Ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn Seminare mit solchen Titeln angeboten werden, dann wissen wir ja noch nichts über die Inhalte. Das heißt, man wird sehr genau die Desiderius-Stiftung, die Erasmus-Stiftung jetzt in den Blick nehmen müssen. Man wird sich fragen müssen, ob beispielsweise Aussagen von Repräsentanten der AfD, auch der Stiftung zugerechnet werden können. Man wird sich die Satzung der Stiftung anschauen. Man wird sich anschauen, wer sitzt da eigentlich in den Gremien? Welche politischen Positionen werden seitens der Stiftung propagiert? Und man wird diese Informationen, diese Daten abklopfen müssen, daraufhin, ob das Ganze im Einklang steht mit dem Grundgesetz, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Herr Ogarek, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend noch. Ich danke sehr. Zehn Jahre gibt es die AfD schon und seit 2019 steht sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Vor allem online ist die AfD erfolgreich und wird auch die erste Facebook-Partei Deutschlands genannt. Online beim Surfen zufällig oder gezielt auf Informationen stoßen, das ist für junge Menschen selbstverständlich. Laut einer aktuellen Jugendstudie informieren sich junge Menschen über die NS-Geschichte, vor allem über YouTube, Instagram oder TikTok. Das Interesse ist dabei groß. 63 Prozent der 16- bis 25-Jährigen beschäftigen sich aktiv mit der NS-Vergangenheit. Mit den Fakten happert es aber noch. Jeder zweite Jugendliche nämlich kann laut Studie zum Beispiel den Zeitraum der NS-Herrschaft nicht korrekt benennen. Ihr Name kann hingegen schnell korrekt eingeordnet werden, Sophie Scholl. Heute vor 80 Jahren wurde sie zusammen mit ihrem Bruder Hans ermordet. Sophie Scholl dient vielen jungen Menschen bis heute als Identifikationsfigur. Der edukative Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl etwa erreicht eine halbe Million Menschen. Auch wenn einige davon nicht immer genau wissen, was Realität ist und was nachgestellt wurde. Auf Instagram wird Sophie Scholl von Luna Wedler verkörpert. Die Schweizerin ist auch in Margarete von Trotters Ingeborg-Bachmann-Drama Reise in die Wüste zu sehen, das auf der Berlinale vor drei Tagen Weltpremiere gefeiert hat. Überhaupt ist der deutsche Film beim diesjährigen Festival besonders stark vertreten. Vor wenigen Minuten startete die Weltpremiere des neuen Films von Christian Petzold. Roter Himmel heißt sein Film. Er ist einer von fünf deutschen Filmen im Wettbewerb um den goldenen Bären. Auch in unserem Berlinale Zoom stehen die deutschen Filme heute im Fokus. Gerald Giesecke. Es ist eine romantische Versuchsanordnung. Vier mehr oder weniger Wauke-Typen treffen aufeinander in einem Ferienhaus an der Ostsee. Irgendwo in der Gegend gibt es Waldbrände. Ansonsten mutet alles idyllisch an. Endlich mal ein luftiger Sommerfilm von Christian Petzold. Wir drehen einen Film von jungen Menschen, die nach der Corona-Zeit sich in einem Ferienhaus an der Ostsee betrügen, verlieben, küssen und kränken. Das hat mich interessiert. Thomas Schubert spielt Leon, die männliche Hauptfigur. Ein Nachwuchsschriftsteller mit diversen Hemmungen. Großartig. Seine wortkargen Kommentare, seine Minimal-Mimik. Felix hat mir erzählt, dass du Schriftsteller bist. Selten sieht man einen Schauspieler, der mit so wenig so viel erzählen kann. Schubert ist die Entdeckung im Film. Ein Treffen in Wien, seine Heimat, wo er als Laiendarsteller begann. Seine Kunst sei eigentlich nichts Besonderes. Also was immer hilft, ist, wenn man ganz große Gesichtspartien hat. Damit lasse ich einiges erzählen. Das ist schon ein großer Vorteil. Der ganze Film, die ganze Struktur des Films ist extrem poetisch. extrem auf Literatur aufgebaut. Und es ist einfach bebilderte Poesie. Was ist denn ihr Lieblingsgedicht? Ausgerechnet beim Besuch von Leons Verleger stiehlt ihm die von ihm heimlich verehrte Eisverkäuferin, gespielt von Paula Bär, die Show und verzaubert mit Heinrich Heine. Leon kotzt. Eines Abends trat die Fürstin auf ihn zu mit raschen Worten. Deinen Namen will ich wissen. Deine Heimat, deine Sippschaft. Und der Sklave sprach, ich heiße. Mohammed, ich bin aus Jem. Und mein Stamm sind jene Asra, welche sterben, wenn sie lieben. Gedichte könnten wie Songs sein. Sie sind nur von schlechten Deutschlehrern kaputt gemacht worden vielleicht. Aber sie könnten, und das ist ja ein Song. Petzols Film ist kunstvoll und voller Poesie. Es ereignet sich so manches. Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Auch am roten Himmel. Literatur und Liebe, ein starkes Thema im deutschen Kino. Auch im Wettbewerb ein Film der großen Margarete von Trotter. Über die Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Vicky Krips als Bachmann und Ronald Zerfeld als Frisch. Ingeborg Bachmann, eine bedeutende literarische Stimme des letzten Jahrhunderts. Und eine starke, rätselhafte Frau. Der Film blickt auf die vier Jahre an der Seite des berühmten Max Frisch, Schöpfer von Andorra und Homo Faber. Sie treffen sich 1958. Schnell sind sie ein Paar. Schnell streiten sie. Ich habe dein Tagebuch verbrannt. Streiten über das Schreiben und die Kunst, ihre Liebe. Er ist eifersüchtig. Sie hasst sein piefiges Zürich und seinen biederen Habitus. Es endet verzweifelt. Was du machst, ist Verrat. Verrat an diesem Vertrauen, am Anvertrauen, Verrat am Geheimnis. Dass die intellektuelle Schärfe, die sie hatte, sie war hochintelligent, die gleichzeitig nicht dafür schützt, in einen tiefen Gefühlsgraben zu fallen. Also diese Diskrepanz, das kann ich auch für mein eigenes Leben sagen. Und das ist eigentlich das, was mich an ihr interessiert hat. Leider kommt Trotter der komplexen Persönlichkeit Bachmanns nicht sonderlich nah. Mit ihren schicken Bildern, glatt und sogleich verschachtet. Der Film macht vor allem neugierig, mehr zu erfahren über diese Ingeborg Bachmann. Ein Highlight des deutschen Films verbirgt sich in der Nebenreihe Generationen, führt nach Schleswig-Holstein. Es muss schon speziell sein, wenn man aufwächst in einer psychiatrischen Klinik, deren Direktor dein eigener Papa ist. So erging es Erfolgsautor Joachim Meierhoff. Nun erscheint dessen Jugend auch verfilmt, im Kino. Der Geburtstag seines Vaters gerät zur Familienaufstellung im Großen Kreis. Und schon früh zeichnet sich ab, bei Papa und Mama ist es mit der Liebe wohl schon länger her. Wäre eigentlich auch mal witzig, so ne Cocktail-Paradie mit echten Gästen, so ganz normal. Die sind doch echt. Meine Eckmanns, Henkels, Jakobs. Ob die Henkels normal wären? Ich glaube, dass er sehr schwer verliebt in seine Frau ist und dass er seine Familie aufs höchste schätzt. Und dass er diese Konstellation auf jeden Fall unbedingt erhalten möchte und dafür kämpft. Aber er hat irgendwie dieses komische Attribut, dass er dann doch den Röcken ganz gern hinterher schaut. Also das Lachen musste in eine tiefe Emotion übergehen, dass uns wirklich was berührt und wir anfangen über unser eigenes Leben nachzudenken. Regisseurin Sonja Heiß erzählt von Joachim Meierhoffs Aufwachsen in drei zeitlichen Etappen. Mit Patientinnen wie der suizidgefährdeten Marlene zu leben, ist für ihn normal. Inklusive eines ersten, naja, Flirts. Was hast du eigentlich, Marlene? Ich habe versucht, mich umzubringen. Und wie hast du das probiert? Tabletten geschluckt. Wie viele denn? 40 oder so? Hm, 40. Ja, das ist schon viel. Aber nicht genug. Ja, oder die falschen. Fehlen tut mir natürlich unglaublich viel. Ist natürlich eine Verfilmung eines großen Romans. Und man muss einfach klar sagen, da kann einfach nicht alles rein, wenn es nicht Ben-Hur-artige Ausmaße nehmen soll und sechs Stunden dauert. Und da leidet man auch als Autor natürlich ein Stück weit. Frohe Weihnachten. Ein Walkman. Frohe Weihnachten. Ein Film so light wie lustvoll. Grandios. Schöne Bescherung. Und ich freue mich nun wieder mit Vivian Perkovic zu sprechen, unsere rasende Berlinale-Reporterin. Vivian, wir haben gerade eine filmische Perle aus der Nebenreihe gesehen. Wie ist denn die deutsche Ausbeute bei der diesjährigen Berlinale? Ja, fünf Filme im Wettbewerb, das ist natürlich der Wahnsinn. Und die Bandbreite da ist riesig in diesen fünf Filmen. Vom Kunstfilm, der einigermaßen kryptisch ist, bis zum Biopic, haben wir gerade im Beitrag gesehen, über Ingeborg Bachmann. Da gefällt mir die Ausstattung wahnsinnig gut. Also Tapeten, Möbel, natürlich Klamotten. Alles ganz genau getroffen und wunderschön. Inhaltlich ist es eher die wenig subtile Geschichte der patriarchalen Nachkriegszeit. Nachkriegszeit. Der Mann, Max Frisch, ist eifersüchtig auf eine Frau, die selbstständig ist und schlauer als er und besser schreiben kann. Und das ist aber nichts Neues. Das hat Max Frisch selbst quasi so gesehen. Und das wissen wir seitdem der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch 2011 zum ersten Mal veröffentlicht werden konnte. Und Petzold's Roter Himmel, da ist eigentlich die Überraschung, dass nicht Paula Bär im Mittelpunkt steht, die in den vorigen Filmen ja die Haupthauptrolle war, sondern eben der österreichische Schauspieler Thomas Schubert. Und der ist super, haben wir auch gerade im Beitrag gesehen. Aber ich finde vor allem ist es eine Ensemble-Leistung, weil bei Petzold sonst ja immer diese Zweier-Dialoge so intensiv waren. Jetzt ist es die Gruppe, da kommt gerade diese Leichtigkeit und der Humor raus. Und abgesehen vom Wettbewerb ist quasi die Schauspielergranate der Berlinale dieses Jahr mal wieder Franz Rogowski. Der spielt nicht in einem deutschen Film, sondern im Wettbewerbsfilm Disco. In zwei Filmen im Wettbewerb zu sein, in einem Jahr 2018 in Transit und inzwischen den Gängen und jetzt eben in einer internationalen Produktion. Und er ist großartig. Es gibt wie immer auch viele spannende Dokumentarfilme. Über Superbar haben wir schon Anfang der Woche geredet. Du hast auch Vergissmeinnicht gesehen, eine Doku über einen Klimaaktivisten, bevor wir jetzt gleich einen Beitrag darüber sehen. Und dein Gespräch mit der Regisseurin. Wie hat er dir denn gefallen? Ganz kurz. Ja, das ist ganz gut, dass das neben Superbauer steht. Also neben einem Co-Autoren, der vor allem sich in speziellen Situationen zeigt, tritt hier in Vergissmeinnicht die Autorin oder eine der Regisseurinnen ganz zurück hinter das Material, das sie hat. Und hinter die Menschen, mit denen sie spricht. Also die Aktivistin, denen sie in langen Interviewpassagen Raum gibt für tiefe Reflexion und auch für Ambivalenzen. Und das ist ja montiert eben mit dem Material von Steffen Main, dem Klimaaktivisten, der auch mittendrin war, eben bei den Klimaaktivisten im Hamburger Wald auf den Bäumen. Danke, Vivian. Und jetzt machen Beusche über Vergissmeinnicht. Und gleich im Anschluss das Gespräch mit Fabiana Fragerle. Die Kamera läuft noch. Doch der, der mit ihr filmte, stirbt. In diesem Moment. Ich hätte jetzt weggewerkt. Sollen die liegen bleiben oder was? Achso, die müssen sie von dem Kletterer, ne? Das ist wahrscheinlich. Das ist mir nicht runtergefahren. Steffen Main ist 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Kein Schrei war zu hören. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, vergebens. Vielleicht ist ja auch irgendwas dran. Der Medienstudent Steffen Main hatte mit seiner Helmkamera seit 2017 für eine Langzeitdokumentation in den Wipfeln des Hambacher Forsts gedreht. Dort hatten Aktivisten aus Protest gegen den Braunkohleabbau und die dafür nötige Waldrodung ein Dorf aus Baumhäusern errichtet. Aus seinem Filmmaterial ist diese Dokumentation entstanden. Hier schlafen drei Leute nachts. Sehr gemütlich. Ja. Ein Meter, 40 Matratze oder so. Also man kuschelt hart. Man kuschelt hart, ja. Hier oben lebten sie nun. Stritten, aßen, schliefen. Tschüss. Es ist sehr, sehr unaufgeräumt gerade. Genau. Und zwar, weil das ja hier ein sehr anarchistischer Ort ist. Deswegen schlafen dauernd neue Leute überall. Darunter auch Aktivisten aus anderen Ländern. Steffen Main gelangen seltene Innenansichten. Immer zwischen journalistisch distanzierter Neugier und Faszination für das Engagement der Klimaaktivisten. Es beginnt der wohl größte Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalen. Mitte September 2018 die Räumung. Am 19. September will Steffen Main über eine Brücke zu einem Baumhaus. Doch eines der Bretter gibt nach. Ein tragischer Unfall. Ohne Einwirkung der Polizei. Das zeigt sein Drehmaterial und trägt so zur Aufklärung seines eigenen Todes bei. Die Kinderinnen waren sehr geschockt und einfach blieben stumm. Und haben aber sein Material zusammengesammelt. Und haben dann ein paar Wochen später beschlossen, dass wir uns Zeit nehmen wollen und nicht einfach so schnell und laut irgendwas behaupten, sondern uns mit Zeit und Ruhe unsere Meinung oder unsere Perspektive dazu, die vielleicht eben nicht so eindeutig ist und vielleicht nicht eine klare Haltung hat, die schwarz und weiß ist. Wie hat die Arbeit an dem Film denn verändert, wie Sie die Aktivistinnen und ihren Protest im Hambacher Forst beobachten? Ich war vorher schon im Hambacher Wald, aber dadurch, dass ich jetzt mit diesen Menschen, die ich jetzt vier Jahre lang auch immer wieder gesehen und getroffen habe und mit denen wir immer wieder gesprochen haben, ist natürlich eine mega tiefe Empathie auch entstanden. Und diese Menschen sind einfach extrem reflektiert und offen und haben uns auch so viel beigebracht über wie sie zum Beispiel die Welt sehen und politisches Handeln verstehen. Und das hat uns auch viel gegeben. Und das zeigen Sie in der Dokumentation auch in ganz langen Interviewszenen mit einigen dieser Aktivistinnen. Und das Interessante ist ja an denen auch, dass die in einer Zeit leben, in der ihnen die wahnsinnigsten technologischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sie aber zurückgeworfen sind in ihrem Protest auf das prekärste und älteste Protestmittel ever invented, nämlich den eigenen Körper. Was macht das mit dieser Generation von Aktivistinnen, ihren Körper da tatsächlich an die vorderste Front zu stellen? Ja, das bringt sie auch in ein Dilemma, weil einerseits ist es eine krasse Sinnhaftigkeit, glaube ich, was sie spüren, wenn sie mit ihrem eigenen Körper und statt irgendwo vor einem Computer zu sitzen, mit ihrem eigenen Körper vor dieses Loch gehen. Und das ist auch das, was eine Aktivistin zum Beispiel in einem Film erzählt. Und sie kann hier mit ihrem Körper tatsächlich die Welt verändern. Und das macht also, dass sie sich extrem sinnvoll irgendwie das Gefühl haben, sie können sich einsetzen. Und andererseits sind sie aber völlig ausgeliefert mit ihrem Körper gegenüber zum Beispiel der Polizei und Willkür von Beamtinnen. Und müssen dann halt irgendwie psychischer und physischer Gewalt sich aussetzen und das danach bearbeiten. Und das müssen sie ganz persönlich danach tragen. Und gleichzeitig ist aber die mediale Abbildung dieser Körper im Protest auch ein Werkzeug des Protestes. Also Presse und Medien werden bewusst auch benutzt. Was ist dann dieser Film in diesem Zusammenhang? Ja, also die Medien spielen auch im Film natürlich eine wichtige Rolle, weil Steffen Main wollte genau nicht seinen Körper einsetzen als Werkzeug, sondern eben seine Kamera, um politisch zu wirken. Und dadurch, dass er irgendwie langsam gemerkt hat, okay, ich werde als, er hat sich auch als Journalist irgendwie verstanden, immer mehr von meiner Arbeit abgehalten, hat er sich gezwungen gefühlt, dann auf die Bäume hochzugehen, um da seine Arbeit richtig machen zu können. Und was man auch gemerkt hat im Hambacher Wald, ist, dass halt die Kamera eine wichtige Rolle gespielt hat, um diese Aktivistin irgendwie zu schützen auch. Und für unseren Film, naja, ähm, gute Frage. Ich glaube, unser Film ist jetzt kein aktivistisches Werk, sondern, aber es ist irgendwie natürlich, jede Art von so einer langsamen Medien kann politisch wirken, in dem, oder muss, macht es automatisch, irgendwie politisch zu wirken, weil wir dieses Wissen sozusagen aus einer Bewegung heraus vielleicht akkumulieren, sammeln, einen Diskurs, der anstoßen können irgendwie, und dann dieses Wissen raustragen in die Welt. Und wenn wir das schaffen, ähm, sind wir auf jeden Fall als Regie-Trio sehr froh. Danke für diesen Film, danke für Ihre Arbeit und alles Gute, Fabiana Fragale. Vielen Dank Ihnen. Wir werden Perkovic kurz vor unserer Sendung im Gespräch mit Regisseurin Fabiana Fragale. Wir werden, bevor wir dich jetzt gleich gehen lassen, wollen wir noch wissen, was hast du denn heute Abend vor Party, Party, Party? Nee, Quatsch. Ich mähe da natürlich Wettbewerbsfilme. Die 19 Filme müssen ja geguckt werden, wenn wir die Abschlusssendung dann am Samstag haben. Und heute Abend gucke ich einen chinesischen Anime-Film und eine portugiesisch-französische Produktion über fünf Frauen, die generationenlang schon ein Hotel leiten. Wow. Anime und Frauen. Danke, Vivian. Wir hören am Freitag wieder von dir. Da sprechen wir über ukrainische Filme auf der Berlinale. Ein Live Without Kulturzeit gibt es zum Glück nicht. Schon morgen gibt es uns wieder hier. Und zum Schluss noch Beatles-Melodien im Jazz-Gewand. Brad Meldau. Einen schönen Abend noch bauen. Bis morgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir werden uns durchsetzen, hat der ukrainische Präsident Zelensky heute mitgeteilt, während Kreml-Chef Putin neue Rüstungsprojekte ankündigte. Vor dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs sind die Fronten auch rhetorisch verhärtet. Das ist der Tag. Ich bin Birgit Keller. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Wir blicken auf die ukrainische Stadt Butschar, die für einen Tiefpunkt dieses Krieges steht. Die Folgen der russischen Verbrechen dort haben die Einwohner bis heute nicht verwunden. Unsere Reporterin hat einen Mann getroffen, der seine Frau und seine Kinder verloren hat. Die UN-Vollversammlung berät über eine weitere Resolution zum Ukraine-Krieg. Diese fordert ein Ende der Kämpfe und den Abzug der russischen Truppen. Die westlichen Staaten hoffen eine breite Zustimmung der UN-Mitglieder. Wie stehen die Chancen dafür? Wir schalten nach New York. Die Stadt Antakya ist von den verheerenden Beben in der Türkei fast vollständig zerstört worden. Unter den Trümmern liegen zahllose Opfer, die noch nicht geborgen wurden. Unser Reporter hat einen Mann auf der Suche nach seiner Schwester begleitet. Es gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt. Das Massaker von Butschar. Vor einem Jahr, zwischen Ende Februar und Anfang März, besetzten russische Soldaten den Vorort von Kiew. Sie folterten, sie vergewaltigten und sie töteten Einwohner und auch Fliehende. So wie die Familie von Oleksandr Chekmarjov. Er war dabei, als seine Frau und seine Kinder tödlich getroffen wurden. Es sind traurige Tage seitdem. Es sind Tage voller Wut. Die Hoffnung bleibt, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Oleksandr Chekmarjov wollte nur eines, seine Familie in Sicherheit bringen. Er brachte sie nach Butschar, nachdem von Russland unterstützte Separatisten ihre Heimatstadt in der Ostukraine 2014 angegriffen hatten. Dieses Haus wurde ihr neues Zuhause. Wir dachten, wir entkommen dem Krieg. Aber das stimmte nicht. Putin hat uns sogar in Butschar gefunden. Als Putins Truppen die Ukraine im Februar 2022 angreifen, kommt der Krieg bis vor ihrer Haustür. Die Kinder ertragen den Lärm durch den Beschuss nicht. Ihr Vater bringt sie hierher in einen Schutzraum im Keller. Er plant die zweite Flucht. Frühmorgens fahren die Chekmarjovs im Auto los, ihre Nachbarin Halja hinter ihnen. Kaum aus der Straße raus, sehen sie ein russisches Panzerfahrzeug. Meine Frau Rita hat noch gerufen, lass uns umdrehen. Wir haben es nicht geschafft, rauszukommen. Die fing an zu schießen und unser Auto fing Feuer. Er ist verwundet. Seine Frau und seine Kinder auf dem Rücksitz sind tot. Der Bürgersteig ist immer noch verkohlt, wo Alexander Chekmarjovs Auto brannte und wo er seine Familie zuletzt lebend sah. Die Generalstaatsanwaltschaft in der Ukraine hat eine Internetseite eingerichtet, auf der man mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte melden kann. Bisher sind fast 70.000 Fälle registriert worden. Es werden täglich mehr. Allein in der Region Kiew, zu der auch Butschar gehört, sind es 10.000, erklärt uns ein Staatsanwalt. Wir identifizieren die russischen Soldaten. Wir ermitteln, wir bereiten Anklagen vor und schließlich bringen wir sie dann vor Gericht. Bisher sind landesweit 25 russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Auch der internationale Strafgerichtshof und die UNO haben Ermittlungen eingeleitet. Aber die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Oft braucht es Jahre, um Verbrechen zu untersuchen, die in wenigen Minuten begangen wurden. Minuten, die Oleksandr Chekmarjov für immer im Gedächtnis bleiben. Er hat mit ukrainischen und internationalen Ermittlern gesprochen. Er hofft, dass ihm das hilft, den Schmerz zu lindern. Ich möchte diesen Menschen in die Augen sehen. Erst dann werde ich begreifen, dass sie bestraft werden. Ich werde mich besser fühlen, wenn es Urteile und Strafen gibt und eben nicht nur rechtliche Verfahren. Im Haus ist alles noch, wie es früher war. Die Spielsachen der Kinder in den Schubladen, die Betten frisch bezogen, überall hängen Fotos. Erinnerungen an sein verlorenes Leben sind alles, was Oleksandr Chekmarjov bleibt, bis er Gerechtigkeit für seine Familie findet. Dieser Krieg hat schon jetzt etliche Familien zerstört. Es gibt unzählige Tote und Verletzte. Doch Russlands Präsident Putin setzt seinen Krieg fort, aktuell im Norden und Südosten der Ukraine. Mit Durchhalteparolen will er Soldaten und Volk hinter sich vereinen. Putin schürt erneut Ängste. Er kündigt die Stärkung der Atomstreitkräfte und der Armee an. An diesem Freitag, vor einem Jahr, begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ein Ende der Gefechte ist nicht in Sicht. Die Kleinstadt Wuchledar, südwestlich von Donetsk, unter ständigem Beschuss. Ukrainische Soldaten versuchen, die russischen Angriffe abzuwehren. Sie müssen ihren Standort immer wieder verändern, um nicht ins gegnerische Visier zu geraten. Der britische Geheimdienst sieht in Wuchledar eine weitere Offensive der Russen kommen. Die Soldaten hier wünschen sich westliche Technik. Westliche Panzer sind viel komfortabler als sowjetische. Sie sind moderner und die Besatzung ist besser geschützt. Das Gleiche gilt für die Manövrierfähigkeit und die Feuerreichweite. Spanien hat gerade sechs Leopard 2-Panzer zugesagt. Es könnten auch zehn in den nächsten Wochen und Monaten werden, sagt der spanische Regierungschef Pedro Sánchez bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew. Auch auf Kiews Straßen wünschen sich die Menschen Waffen, kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs. Es war das schwierigste Jahr in meinem Leben und im Leben aller Ukrainer. Das Einzige, was die Ukrainer wirklich interessiert, ist der Sieg, sonst nichts. Sieg und neue Waffen, denn wir brauchen mehr davon, weil Russland ein riesiges, böses Imperium ist, das schwer zu besiegen ist. Mehr Waffen brauchen wir, damit der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Aber je mehr Waffen es gibt, desto mehr Feindseligkeiten wird es geben. Es ist ein Teufelskreis. Unterdessen verkündet Kreml-Chef Wladimir Putin hier bei der Kranzniederlegung zum Tag der Vaterlandsverteidiger, er wolle die Entwicklung seiner Nuklearstreitkräfte weiter vorantreiben. So sollen unter anderem noch in diesem Jahr die neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinental-Raketen vom Typ Samad in Dienst gestellt werden. Mehr Munition gibt es schon jetzt für die berüchtigte russische Söldnertruppe Wagner, ein Erfolg für den Chef Yevgeny Prigorjin. Der hatte sich zuletzt mit der russischen Militärspitze um die Ausrüstung gestritten. Seit Monaten kämpfen seine Einheiten erbittert um Bachmut. Der Wagner-Chef steht angeblich 400 Meter von der Frontlinie in Bachmut entfernt, einer Stadt, die schon jetzt fast völlig zerstört ist. Im Süden der Ukraine, in Kherson, erreichen wir Nick Connolly. Kherson wurde im November von den ukrainischen Soldaten zurückerobert. Wie ist die Situation heute? Wie erleben Sie die Menschen in Kherson und wie sieht eigentlich Ihr Alltag aus? Also es ist schon eine stark gewandelte Stadt. Es ist kaum was an Menschheit unterwegs. Man sieht wirklich nur sehr selten Leute, die hier vorbeilaufen. Die meisten bleiben zu Hause. Man hört ständig Beschuss, jetzt zuletzt vor wenigen Minuten. Wir sind hier auf dem zentralen Platz von Kherson, wo im November die Menschen zu Hunderten und Tausenden standen, als die ukrainische Armee zurückkam. Das scheint alles sehr, sehr weit weg. Überall gibt es Einschusslöcher. Man sieht die Verwüstung überall. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass viele, viele Menschen auch einfach die Gelegenheit genutzt haben, wegzugehen seit der Rückkehr der ukrainischen Armee. Also die Bevölkerung ist wirklich geschrumpft. Und das, obwohl eigentlich die Grundvoraussetzungen für ein normales Leben, Strom, Internetverbindung, Handyverbindung, das ist alles gegeben. Das funktioniert. Auch die Supermarktregale sind voll. Aber es ist einfach durchgehend gefährlich, hier zu sein. Und wie groß ist dann eigentlich auch die Angst der Menschen, dass Russland eine große Offensive starten und dann möglicherweise die Stadt Kherson erneut einnehmen könnte? Also viele Menschen sagen einem hier, dass sie einfach keine Kraft mehr haben, um Angst zu haben. Also sie machen sich Sorgen. Sie überlegen sich, was kommen kann. Aber diese Angst, diese plagende Angst, die man vielleicht in den ersten Monaten durchlebt hat, die ist bei vielen, hat sich diese Angst verflüchtigt. Das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, noch sieht nichts danach aus, als ob die Russen einen zweiten Versuch starten könnten, hier das westliche Ufer vom Fluss Dnipro einzunehmen. Aber sie beschießen diese Stadt ständig. Sie binden dadurch ukrainische Soldaten. Und sie rächen sich auch an den Ukrainern für diesen symbolischen Gewinn hier in Kherson. Das war die einzige Gebietshauptstadt, die die Russen gewonnen hatten seit Anfang des Krieges. Und dann haben sie sie nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr wieder verloren. Das war ein schmerzlicher Verlust für den Kreml. Und die Menschen hier, die können sich nie wirklich in Sicherheit fühlen. Der Beginn des Angriffskrieges der Jertziger. Nun, was ist eigentlich die große Hoffnung der Ukrainer ganz konkret? Waffen. Also man hört immer wieder, besonders wenn man aus Europa kommt, diese Bitte nach mehr Waffen. Es wird einem dann gesagt, dass es zu keiner Eskalation führen würde, sondern stattdessen einfach würde das der Ukraine die Möglichkeit geben, einfach diesen Krieg schneller zu beenden. Das ist zumindest die Sicht vieler hier in der Ukraine. Viele sagen einem auch, dass sie auch nicht weiter als ein, zwei Tage in die Zukunft denken, nicht weiter in die Zukunft blicken können, weil sie einfach keine Pläne schmieden können. Es ist einfach nicht möglich, ihr eigenes Leben so zu organisieren. Es kommt dann immer doch anders. Das Schicksal lässt sich dann irgendwie nicht vorhersagen. Viele sind aber auch darauf eingestellt, haben sich darauf eingestellt, dass dieser Krieg wirklich noch deutlich länger werden könnte, dass es zwei, drei, vier Jahre brauchen könnte. Aber eine Bereitschaft zu irgendwelchen Gesprächen, zu Eingeständnissen gegenüber den Russen, das sieht man hier bei den wenigsten. Noch kurz, Nick, Wie schwer ist es eigentlich, in Kherson dort zu arbeiten? Wir sind sehr eingeschränkt. Wir müssen uns immer in der Nähe von sicheren Orten aufhalten, Unterführungen oder Keller, Räumlichkeiten, wo man dann auch Schutz finden kann. Also die gesamte Stadt ist innerhalb der Erreichbarkeit, ja, der ist erreichbar für die russische Artillerie. Und das ist natürlich ein Risiko, mit dem man umgehen muss und das einem da allgegenwärtig sein muss. Es ist auch einfach sehr seltsam, hier so prominent auf der Straße zu sein. Die Einheimischen halten sich sehr zurück, halten sich immer an irgendwelchen sicheren Orten auf, verlassen da die, 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 den Schatten irgendwelcher großen Gebäude selten. Insofern fühlt man sich exponiert, aber es ist ein Risiko, was bisher beherrschbar ist und es ist auch wichtig, hier zu sein, um auch mit den Menschen reden zu können. Passen Sie gut auf sich auf und vielen Dank für Ihre Information und Einschätzung, Nick Connolly im ukrainischen Kherson. Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf. Die Ukraine trifft sich die UN-Vollversammlung in New York. Es geht um eine von mehr als 50 Staaten eingebrachte Resolution für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Der Entwurf ruft Russland zum Rückzug auf und betont die territoriale Unversehrtheit der Ukraine. Der Text ist an vielen Stellen entschärft worden, damit möglichst viele Staaten zustimmen können. Deutschland unterstützt die Resolution. Außenministerin Annalena Baerbock hat vor dem Votum für eine breite Unterstützung geworben. Und Ines Pohl ist vor dem UN-Gebäude in New York. Ja, Außenministerin Baerbock kämpft für eine Annahme der Resolution. Und das ja auch schon seit Wochen, nicht erst seit heute. Wie stehen denn eigentlich jetzt die Aussichten, dass sich eine große Mehrheit der UN-Mitglieder hinter dieser Resolution versammeln kann? Ja, sie kämpft. Sie hat in einer sehr, sehr emotionalen Rede noch mal eindringlich darauf hingewiesen, wie wichtig eine breite Zustimmung für diese Resolution ist. Und das hat sie auch schon in den vergangenen Wochen getan. Sie hat sehr intensive Gespräche geführt mit Brasilien, auch mit Südafrika, die morgen zum Jahrestag eine Militärübung mit China und Russland zusammen machen. Mal so als kleine Seitennote, die, glaube ich, ganz gut unterstreicht, wie schwierig es in der Tat ist, dieses breite Bündnis zu bewahren. Bei den beiden letzten Abstimmungen gab es eine Mehrheit von über 140 Stimmen. Jetzt ist die große Frage, wie heute abgestimmt wird. Nochmal einmal kurz erklärt, die von der Ukraine eingebrachte Resolution umfasst ja einen Friedensplan. Was konkret beinhaltet diese Resolution jetzt? Kritiker sagen, das ist ein Vanilla Resolution. Also wirklich eine sehr, sehr verwässerte Resolution. Die Forderung der Ukraine, zu verabschieden, dass Wladimir Putin vor den Menschengerichtshof gebracht wird und für seine Gräueltaten zur Verantwortung gezogen wird. Das war eine Kernforderung der Ukraine. Die ist nicht in der Resolution. Warum ist es so? Weil dann die Gefahr noch größer wäre, dass viele Länder, vor allen Dingen aus dem globalen Süden, aber natürlich auch andere Länder, die kritisch gegenüber der starken militärischen Unterstützung für die Ukraine stehen, dann erst recht nicht zustimmen würden. Wir merken gerade, dass wirklich was in Bewegung ist. Einerseits wird natürlich die Invasion verdammt von einer ganz klaren Mehrheit der Länder dieser Welt, wenn ich das so sagen kann. Auf der anderen Seite sagen aber auch, wie gesagt, viele Länder aus dem globalen Süden, es gibt auch noch andere Probleme. Und wir brauchen auch Unterstützung. Und ihr könnt nicht alle Ressourcen nur in die Ukraine stecken. Könnte das auch ein Grund sein, warum anders als vor einem Jahr, als 140 Länder hinter der Resolution standen, jetzt möglicherweise weniger Länder sich hinter dieser Resolution versammeln können oder werden? Ja, absolut. Viele Länder sagen, es ist wichtig, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Jetzt. Und wenn die Ukraine dafür in Kauf nehmen muss, dass nicht alle besetzten Gebiete zurückerobert werden können, dann muss das so sein. Also es gibt einen zunehmenden Druck, Druck sozusagen diesen Krieg auf jeden Fall so schnell wie möglich zu beenden. Und das werden wir unter Umständen auch in diesem Ergebnis widergespiegelt sehen. Noch kurz, welche Rolle spielt es, dass auch China einen Friedensplan vorlegen will? Naja, China ist ganz zentral. Wir wissen ja auch, dass es Gespräche gibt zwischen der russischen und der chinesischen Führung. Es gibt sogar Informationen, nach denen China Waffen nach Russland liefert. Also China ist zentral in dem ganzen Konflikt. Und insofern sind natürlich alle Augen auch auf dieses Land im Moment gerichtet. Konkretes zu dem Friedensplan gibt es nicht. Also da kann ich jetzt auch keine Zeiten nennen, wann da irgendwas sozusagen publiziert wird oder nicht. Aber wie gesagt, China wird ganz zentral sein in der Unterstützung von Russland. Und was es dann bedeutet für ein mögliches Ende dieses Krieges. Vielen Dank für all diese Informationen und Ihre Einschätzung. Ines Pohl war das für uns in New York. Und hier weitere Nachrichten in aller Kürze. Die israelische Luftwaffe hat Ziele im Gazastreifen angegriffen. Als Vergeltung für Raketenangriffe durch die militante Palästinenser-Organisation Islamische Dschihad. Die Angriffe waren wiederum die Reaktion auf einen israelischen Militäreinsatz im Westjordanland, bei dem elf Palästinenser ums Leben kamen. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zur Deeskalation auf. Das gemeinsame Marinemanöver von Russland, China und Südafrika sorgt für Aufsehen, weil es mit dem 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, zusammenfällt. Die nächsten zehn Tage werden russische, chinesische und südafrikanische Einheiten vor der südafrikanischen Hafenstadt Dörben die Bekämpfung von Piraterie üben, wie die südafrikanische Marine mitteilte. Launige TikTok-Clips, die neuesten Foodtrends oder Challenges für Mitarbeiter der EU-Kommission ist das auf dem Diensthandy künftig tabu. Sie müssen die Social-Media-App TikTok wegen Sicherheitsbedenken auf ihren Dienstgeräten löschen. Die in China entwickelte App ist zudem künftig auch auf privaten Geräten verboten, wenn dort Apps der EU-Kommission genutzt werden. Die US-Weltraumbehörde NASA hat wieder spektakuläre Aufnahmen des James-Webb-Teleskops veröffentlicht. Sie zeigen sechs Galaxien, die kurz nach dem Urknall vor rund 13 Milliarden Jahren entstanden. Sie sind etwa so groß wie die Milchstraße und damit erheblich größer, als kosmologische Modelle bisher berechnet haben. Die türkische Stadt Antakya ist vom Erdbeben Anfang Februar schwer getroffen worden. Die einstige Millionenstadt an der syrischen Grenze ist zerstört. Es gibt sie so nicht mehr. Tagelang wurde in Antakya nach Verschütteten gesucht. Doch mittlerweile sind viele Rettungskräfte abgezogen. Die Menschen dort sind auf sich allein gestellt. Unter den Einwohnern lebten auch zehntausende syrische Flüchtlinge. Der Syrer Mazara Malahasan ist in die Stadt gekommen, um seine Schwester und ihren Mann zu finden, die vor dem Krieg dorthin geflohen waren. Er will sie würdevoll bestatten. Sie haben seine Schwester Sevzen entdeckt. Der Syrer Mazara eilt zu der Ruine, in der vor kurzem noch ihre Wohnung war. Seine Freunde haben Sevzen und ihren Mann unter den Trümmern der zusammengesackten ersten Etage gefunden. Tod. Aber das hat Mazara befürchtet. Seit Tagen hat er in dem Haus in der südosttürkischen Stadt Antakya vergeblich nach einem Lebenszeichen gesucht. Jetzt ist das Schlimmste eingetroffen. Erzähle es bitte nicht weiter. Wir haben es bisher auch niemandem erzählt. Wir bergen sie erst einmal. Doch die Bergung gestaltet sich schwierig. Mit einem geborgten Pressluftbohrer arbeiten sich Mazara und seine Freunde voran. Hilfe von staatlichen Stellen erwarten die Syrer nicht. Ein Freund bringt eine Wolldecke für den Leichnam. Später soll seine Schwester Sevzen eine würdige Bestattung bekommen. Wir hatten uns zum Schlafzimmer vorgearbeitet. Erst haben wir meinen Schwager teilweise sehen können, dann meine Schwester. Sie lagen sich im Tod in den Armen. Mazara ist mit Eltern und Geschwistern vor dem syrischen Bürgerkrieg in die Türkei geflohen. Er selbst lebt mittlerweile in Istanbul. Seine Schwester Sevzen hat in Antakya syrische Flüchtlingskinder unterrichtet. Meine Schwester war so ein guter Mensch, voller Liebe. Das ist so traurig, dass sie so sterben musste. Aber es ist Allas Wille. Doch noch schlimmer, so erzählen uns Mazara und seine Freunde, soll es auf der anderen Seite der Grenze in Syrien aussehen. Viele seiner Verwandten hätten alles verloren. Als wäre der Krieg dort nicht schlimm genug. Dort bekommen die Menschen so gut wie überhaupt keine Hilfe. Hier kommt wenigstens ab und zu jemand vorbei und bringt etwas zu essen oder bietet seine Hilfe an. Dann, nach sieben Stunden, haben sich Sevzen und ihren Mann endlich gebaut. Wir sind hierher gekommen, um in Sicherheit zu leben. Dass es anders gekommen ist, damit müssen wir nun leben. Dann treten Sevzen und ihr Mann Mahmoud, die von einem sorgenfreien Leben in der Türkei geträumt hatten, auf der Ladefläche eines Transporters ihre letzte Reise an. Und ich spreche jetzt mit Jan Ilhan Kisselhan. Seine Familie stammt aus dem Südosten der Türkei. Er ist Traumaforscher in Willingen, Schwenningen. Ja, Herr Kisselhan, seit dem Beben gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Was machen die Menschen da eigentlich durch, die Angehörige verloren haben? Wie groß ist da die psychische Not? Ja, mit dem Beginn des Erdbeben befinden sich die meisten, die überlebt haben, in einem Schockzustand. Sie werden überflutet von Reizen, Stressen im Kopf, dass zu keiner Anspannung kommt. Die Erdbeben geht einher mit Schlafstörungen, mit Konzentrationsproblemen, Desorientierung, viele fallen in Unmacht, vor allem bei Frauen, die ihre Menschen suchen. Und sie kommen von den Plätzen manchmal nicht weg. Das heißt, wir haben im Augenblick eine akute Traumatisierung bei vielen der Menschen. Wenn sie leider lange anhält und sie keine professionelle Hilfe bekommen, besteht die Gefahr, dass wir eine hohe Zahl von Menschen mit einer langfristigen posttraumatischen Belastungsstörung haben werden. Wie müsste denn eigentlich psychologische Hilfe nach so einer Erdbebenkatastrophe ganz konkret aussehen? Also es gibt eigentlich Pläne. Und jeder Psychologe im vierten Semester, Mediziner weiß, dass man, wenn die Personen jetzt eine solche Katastrophe erlebt haben, man sich umgehend um sie kümmern muss von dem Katastrophenplatz, wo die Häuser zum Beispiel zerstört worden sind, wo vielleicht noch Leichen sind, wegbringt. Sie etwas Wärme erheben, weil der Körper unter einem besonderen Druck ist und Kälte spürt. Wärme bringt dazu, dass sie helfen, etwas zu essen bekommen, zu trinken bekommen, dass sie nicht alleine sind, jemand mit ihnen spricht. Es muss nicht unbedingt ein professioneller Psychiater oder Psychotherapeut sein und dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind und man muss mit ihnen sprechen, was passiert ist. Das ist sozusagen die erste Form der Nordwallpsychologie oder der psychologischen Erstrufe. Und dann muss man im Detail schauen, ist jemand so sehr schockiert, so sehr überwältigt von diesen Stressen, dass er dekompensiert und zusammenbricht. Dann müssen eben Psychiater oder Psychotherapeuten ran, um ihnen zu helfen. Sie wollen Traumatisierten im Erdbebengebiet helfen und Anlaufstellen aufbauen. Wie gehen Sie da vor? Vielleicht können Sie das noch kurz erläutern. Also wir haben im Augenblick ein Projekt, das wir bald beginnen werden. Das erste ist, wir werden einige der Psychiater, der Psychologen und Sozialarbeitern aus Syrien, aber auch aus dem Irak, die beiden Sprachen sprechen, sowohl Arabisch als auch Kurdisch. und ich dort ein Institut für Psychotherapie leite und aus der Türkei nach Deutschland bringen, um sie hier zu trainieren, wie sie erstens mit solchen schweren Notsituationen umgehen, langfristig auch erkennen, wo ist eine Traumastörung, indem wir sie psychotherapeutisch behandeln, aber auch gleichzeitig daran arbeiten, wir können da gemeinsam ein Netzwerk aufbauen, das langfristig versucht, die Überleben zu helfen. Denn statistisch gehen wir davon aus, dass wenn wir es so bleibt, wie es ist, insbesondere in Syrien, in dem es keine Hilfen gibt, in dem wir keine Fachkräfte haben, dass wir 50 bis 60 Prozent der Menschen, die überlebt haben, an irgendeiner psychischen Erkrankung, wie Depression, Angst oder Trauma leiden werden. Und es geht darum, jetzt schnell zu handeln, ein Netzwerk aufzubauen, damit wir nicht diese hohe Zahl erreichen, was sowieso schlimm genug ist. Und das Gleiche gilt auch für die Türkei. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie uns mal einen Eindruck geschildert haben, was die Menschen dort an Not erleiden. Vielen Dank, Jan-Ilian Kicillan, Trauma-Experte. Vielen Dank. Danke Ihnen. Nach dem schweren Gruben und Glück in Nordchina sind bislang fünf Bergleute tot geborgen worden. Sechs wurden gerettet, aber 47 Bergleute werden noch vermisst. Die Kohlegrube in der inneren Mongolei war am Mittwoch teilweise eingestürzt. Viele Rettungskräfte eilten zum Unglücksort. Chinas Präsident Xi Jinping hatte dazu aufgerufen, alles zu tun, um die Arbeiter zu retten. In China kommt es immer wieder zu schweren Bergbauunglücken mit vielen Toten. Oft sind mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen die Ursache. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Moment des Einsturzes der Kohlemine in der inneren Mongolei. Der Hang kommt ins Rutschen, die Erdmassen entwickeln eine gewaltige Kraft und reißen alles mit sich. Am Ende erstrecken sich Tonnen von Erde und Schutt über ein Gebiet von 200 mal 500 Metern. Einige Bergarbeiter können sich noch retten. Wir hatten gerade mit der Arbeit begonnen, als wir sahen, dass Kies vom Hügel rollte. Als wir merkten, dass die Situation immer schlimmer wurde, begannen wir sofort mit der Evakuierung. Aber es war zu spät. Der gesamte Hügel rutschte ab. Für mindestens 6 Arbeiter kommt jede Hilfe zu spät. Sie können nur noch tot geborgen werden. 47 werden seit Mittwoch noch vermisst. Bagger, Bulldozer, Planierraupen, Lastwagen, Geländewagen, Feuerwehrfahrzeuge und fast 1000 Rettungskräfte sind im Einsatz, um sie lebend zu finden. Die Aktion bleibt gefährlich. Fünf Stunden nach dem ersten Erdrutsch gab es einen zweiten. Es stellt sich die Frage nach dem Auslöser des Unglücks. Die Ursache des Einsturzes wird untersucht. Die Polizei ist eingeschaltet. Einige Verantwortliche wurden bereits festgenommen. Wir werden das Ergebnis der Ermittlungen zu gegebener Zeit bekannt geben. Der Bergwerksbetreiber soll wegen mehrerer Sicherheitsverstöße im vergangenen Jahr bestraft worden sein. Mangelhaft seien die unsicheren Ein- und Ausstiege in die Grube. Insgesamt habe sich die Sicherheitslage im Bergbau nach Angaben der chinesischen Behörden in den vergangenen Jahrzehnten aber verbessert. Tja, dann doch lieber zu Hause bleiben in Sicherheit. Das waren die wichtigsten Informationen vom Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diskussion. Eine Bestandsaufnahme. Kultur 21 Jetzt auf DW Zehn Stimmen, ein Krieg, der Ukraine-Komplex. In 30 Minuten auf DW Ich lache nicht über die Deutschen. Okay, manchmal schon. Aber meistens lache ich mit ihnen. Meet the Germans taucht tief in die deutsche Kultur ein. Wir, komische Grammatik. Der, die, das. Es ist alles dabei. Huch, hä? Ne? Ich bin Rachel. Schaut mal rein bei Meet the Germans bei der DW. Prost! Klimaaktivisten und Aktivistinnen attackieren Kunst. Weltweit. Doch warum eigentlich? Und ist das okay? Ich sage nur, mach das niemals mit meiner Kunst. Gewalt gegen Kunst ist kein Klimaschutz. Die Empörung ist groß. Das Medienecho auch. Die Aktionen haben einen Nerv getroffen. Schocktaktik im Dienst des Klimaschutzes oder Vandalismus? Auf jeden Fall ist das kein Ausdruck der Liebe, würde ich mal sagen. Es ist kein Bild zu Schaden gekommen. Es ist eigentlich nichts passiert. Aber es hat ein Riesenecho gehabt. Insofern Chapeau für die Aktivistinnen. Uns muss klar sein, dass wir nicht nur unsere Lebensgrundlagen verlieren, sondern wir werden auch unsere Kultur verlieren in dieser Klimakrise. Wir fragen, warum die ganze Aufregung um die Kunst? Was wollen Aktivisten und Aktivistinnen? Und mit welchen Mitteln? Welche Vorbilder gibt es für zivilen Ungehorsam? Und warum sind es auch heute vor allem starke Frauen, die sich für große Ziele einsetzen? Ziviler Ungehorsam mit den Mitteln der Kunst oder gegen sie? Ziviler Ungehorsam, Aktionismus und Kunst. Für Pussy Riot ist das untrennbar. Die Frauen-Punkband aus Russland ist bekannt für starke Auftritte und hat eine Mission. Protest gegen den Krieg in der Ukraine. Gegen Machthaber Putin, der mit seinem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine Russland in die Isolation treibt. Das treibt uns an, dieses Konzert zu geben und die Ukraine zu unterstützen. Wir können die Realität nicht ausblenden. Wir sind aus Russland. Und das bedeutet für sie Protest. Selbst in der wichtigsten orthodoxen Kirche. Mutter Gottes vertreibe Putin, heißt es in ihrem Punkgebet. Ein Tabubruch. Der Klerus tobt, der Kreml statuiert ein Exempel. Die drei Musikerinnen werden zu zwei Jahren Haft verurteilt. 2022 sitzt Maria Aljochina in Hausarrest. Als Kurier verkleidet, gelingt ihr die Flucht aus Russland. Auf ihrer Tour durch Europa 2022 erzählen Pussy Riot ihre Geschichte, zeigen die Realität des Krieges und ihre Verachtung für Putin. Wir machen keine Unterscheidung zwischen Aktivismus und Kunst. Wir machen nicht einfach Kunst. Wir glauben, dass die Kunst politisch sein muss. Dass sie dazu dienen soll, die gesellschaftliche und politische Situation zu spiegeln. Kunst als Aktivismus, okay. Aber darf man ein Meisterwerk von Monet mit Kartoffelbrei bewerfen? Darf man für den Klimaschutz gegen die Kunst vorgehen? Wie die Klimaaktivisten von der letzten Generation? Menschen hungern. Menschen frieren. Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. Die Klimakrise wird keinen unserer gesellschaftlichen Kreise unberührt lassen. Und dementsprechend natürlich auch nicht den kulturellen. Und wir machen das ja auch nicht nur in Museen. Und trotzdem muss man eben sagen, das ist auch einer der Orte, wo man über Protest sprechen müsste. Wenn Kriege tatsächlich weiter Einlauf hier in Europa haben, werden durch Ressourcenverknappung, dann bleibt da einfach keine Zeit, sich mit Kultur auseinanderzusetzen. Welche Rolle spielt die Kunst, wenn die Klimakatastrophe sich weiter zuspitzt? Die Direktorin des Museums, Barberini, hat kein Verständnis für die Attacken in Museen. Ja, es war wirklich Gewalt gegen Kunst. Und Kunst soll ja zum Dialog einladen. Und mit so einer Grenzverletzung macht man so viel kaputt. Und erreicht Aufmerksamkeit. Schon vor 100 Jahren machen Suffragetten beim Kampf für das Frauenballrecht keinen Halt vor großer Kunst. Mary Richardson geht in London mit einem Hackmesser auf ein berühmtes Gemälde von Diego Velazquez los. Es ist nur eine von 14 Attacken, die sich gegen die Kunst richten. Auch das Festketten wird schon damals als Mittel des Protestes eingesetzt. Während die Frauenrechtlerinnen in den USA eher die Diskussion mit der Öffentlichkeit suchen, sind die englischen Suffragetten radikaler. Sie schlagen Fenster ein, schicken Briefbomben, riskieren sogar ihr eigenes Leben. Die militante englische Aktivistin Emily Davison stirbt, als sie sich bei einem Derby vor das Pferd des Königs wirft. Politischer Protest als Kampf um jeden Preis. Im Nachhinein kann man das ja zum Glück immer ganz gut geschichtlich auswerten, was irgendwie einen Stein ins Rollen gebracht hat und was vielleicht sogar eher ein Rückschritt war. Und dementsprechend haben wir uns auch entschieden, keine Kunstwerke maßgeblich zu zerstören oder mutwillig kaputt zu machen. Und genauso haben wir uns eben auch entschieden, keine Menschen irgendwie mit reinzuziehen, also keine Menschen zu verletzen. Keine Zerstörung, keine Menschengefährden, aber größtmögliche Medienpräsenz. Das ist das Credo aller Klimagruppierungen. Doch Mehl auf einen vom Pop-Art-Künstler Andy Wall gestalteten Rennschlitten? Sind das nicht Bilder, die eher Kopfschütteln als Umdenken bewirken? Gehen solche Aktionen nicht am Ziel vorbei? Als Aktivistin aus dem globalen Süden muss ich sagen, dass solche Aktionen von dem eigentlichen Problem ablenken. Und das Problem ist, im globalen Süden ist die Klimakrise längst angekommen. Ina Maria Shikongo ist Modedesignerin und Klimaaktivistin. Ihre Entwürfe entstehen aus recycelten Materialien und sie nutzt sie auch für politische Aktionen. Stoffreste werden zu Protestplakaten im Kampf gegen internationale Energiefirmen. Ich nutze die Kunst immer, um wirklich etwas zu sagen, nicht einfach so zum Spaß. Das wäre zu wenig. Kunst ist für mich ein Sprachrohr, so wie Aktivismus. Als Mitbegründerin von Fridays for Future ist Ina Maria Shikongo die führende Stimme der Klimaaktivisten in Namibia. Das Land leidet unter extremen Dürren. Der Kampf gilt daher der kanadischen Ölfirma Recon Africa, die Fracking-Gas im großen Stil abbauen will. Das Okavango-Delta, Weltkulturerbe, hätte dann noch weniger Wasser. Ein Kampf der Grassroot-Bewegung gegen einen Global Player? Für Ina Maria Shikongo ist klar, der globale Süden ist nicht nur stärker von den Folgen des Klimawandels betroffen, sondern wird zudem ausgebeutet. Die Länder des globalen Nordens kaufen Gas in Afrika ein. Sie nutzen die Energiekrise, den Ukraine-Krieg, den geringen Energiebedarf in Afrika, um ihre Gasproduktion voranzutreiben. Das heißt, mit neuen Gas- und Ölfeldern gefährden sie die gesamten CO2-Ziele. Wir bringen die Klimabewegung voran, indem wir uns auf die Aspekte Umweltbewusstsein und Nahrungssicherheit konzentrieren. Und wir möchten den Dialog fördern. Denn in meiner Arbeit mit jungen Menschen habe ich gemerkt, dass eine Plattform fehlt, wo wir darüber reden können, auf welche Weise der Klimawandel uns bereits jetzt betrifft. Es geht um die ganze Welt. Der globale Süden ist am meisten betroffen, aber am radikalsten wird der Kampf ums Klima in Europa und den westlichen Ländern ausgetragen. Bleibt die Frage, welche Formen des Protests gerechtfertigt sind. Unter dem Motto, Klimaaktivismus ist kein Verbrechen, haben sich über 1000 Kulturschaffende in Deutschland mit den Kunstattacken der letzten Generationen solidarisiert. Die renommierte Zeitschrift Monopol hat sie sogar in den Kunsthimmel aufgenommen und auf Position 19 der 100 einflussreichsten Personen der Kunstwelt 2022 platziert. Eine unfreiwillige Werbung auch für die betroffenen Museen? Man könnte spätisch sagen, jetzt sind ja Besucher gekommen, die auch sich total damit, mit der Kunst beschäftigen, auf eine andere Art als erwartet. Aber der Angriff auf die Institution ist vielleicht gar nicht so falsch, also auf dieses Erstarrte. Und natürlich sind die Reaktionen dann auch so, ja, wir müssen jetzt höhere Sicherheitsvorkehrungen treffen. In der Hamburger Kunsthalle hat man sich entschlossen, die Sicherheitsvorkehrungen nicht hochzufahren. Auch wenn es hier einige anschlagsrelevante Bilder gibt. Der Direktor hat keine Berührungsängste mit den Aktivisten. Ich wurde gefragt, wie ich zu den Attacken stünde und habe eben geäußert, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass die Klimadebatte etwas ist, was ich auf einen hohen Stellenwert anlegen würde. Und dann entwickelte sich im Endeffekt so fast schon ein Dialog mit den Aktivistinnen, die mich kontaktierten. Und wir waren ein bisschen im Gespräch. Wir sind noch im Gespräch. Für die Ausstellung Futura 2022 organisierte die Kunsthalle Workshops mit Fridays for Future zum Thema, was kann Nachhaltigkeit bedeuten? Die Plakate kamen danach bei einer Demo zum Einsatz. Uns als Museum kann das eigentlich nicht nur recht sein, sondern sogar freuen, dass wir Plattformen werden für Proteste, die gesellschaftlich etwas voranbringen wollen. Museen am Puls der Zeit. Als offene Häuser für Aktivisten des zivilen Ungehorsams? Klingt erstmal gut. Der Kunstbetrieb versucht sich inklusive der Institutionen und des Marktes eben immer auf der richtigen Seite zu stehen, progressiv zu sein. Der Witz ist nur, dass zum Beispiel in Amerika die Leute, die in diesen Boards, also im Vorstand von Museen als Wohltäter sitzen, die müssen im echten Leben können, die Abhörsachen bauen, wo Dissidenten abgehört werden, die können Regenwälder roden, Giftmüll verursachen. Also das passt eigentlich nicht zusammen. Selbst das New Yorker Metropolitan, das Guggenheim-Museum und der Pariser Louvre werden der Doppelmoral bezichtigt. Museen, in denen auch die Fotografin Nan Goldin ausstellt. Berühmt wurde sie mit Bildern aus dem queeren New Yorker Underground, Schnappschüsse ihrer Freunde, intim und schonungslos. 2018 nimmt Nan Goldin den Zäckler-Clan ins Visier. Die Milliardärsfamilie gilt als wichtigster Mäzen für Kunstinstitutionen weltweit und lässt sich dafür gerne mit Inschriften und eigenen Ausstellungshallen verewigen. Doch der Ruf als edle Spender ist ruiniert, seit ihre Pharmafirma den größten Opioid-Skandal in den USA verursachte. Mit dem Schmerzmittel Oxycontin wurden wissentlich Hunderttausende in Abhängigkeit und Tod getrieben. Auch Nan Goldin war abhängig. Die Doku All the Beauty and the Bloodshed zeigt sie als eine Frau, die gezeichnet von persönlichen Kämpfen zur charismatischen Protestlerin wird. Mit Blutgeld soll keine Kunstinstitution mehr gesponsert werden. Tatsächlich haben die Aktionen etwas bewirkt. Das Guggenheim und auch die anderen Museen lehnen weitere Gelder von den Zäcklers ab, haben ihren Namen entfernt. Für die berühmte Künstlerin ein Erfolg als Aktivistin. In der Kunst gibt es schon ganz viele Künstler, die der Spur des Geldes folgen und sich mit Korrupten, mit Szenen beschäftigen. Wie zum Beispiel Nan Goldin oder andere. Es gibt immer wieder Skandale. Und das geht Hand in Hand im Grunde genommen auch ein bisschen mit dem, was vielleicht die letzte Generation will. Die wollen ja Änderungen, aber die Änderung findet nur statt, wenn sich die Institutionen ändern. Die Kunstinstitutionen ändern. Darum geht es den Guerilla Girls seit den 80er Jahren. Ihre Frage damals wie jetzt? Wo sind die Künstlerinnen und nicht nur Weiße in den Museen und Ausstellungen? Bekannt werden sie mit illegalen Plakatklebeaktionen in New York. Bis heute weiß niemand genau, wer sich hinter den Gorillamasken verbirgt. Klar ist, es sind Künstlerinnen, die ihr Anliegen überall verbreiten, sich einsetzen für ihre Kolleginnen. Mit viel Fantasie und auch Humor. Den schätzt man auch in Hamburg, wo es im März 2023 eine Ausstellung ihrer Plakate gibt. Guerilla Girls Pop Quiz. If February is Black History Month and March is Women's History Month, what happens the rest of the year? Discrimination. Über diesen Humor ziehen sie Leute mit rein. Und man hat ja wirklich 90% männliche, weiße Künstler sind, die ausgestellt werden. Sie machen ja so eine Lust auf Aufmüpfigkeit. Inzwischen sind die Guerilla Girls weltweit aktiv. Die Gruppe ist offen für Mitstreiterinnen. Und hat bewirkt, dass sich die Museen und Ausstellungsmacher um die Repräsentation von Frauen in der Kunst Gedanken machen. Aber es gibt ein anderes Problem. Recently, we've been busier than ever. And we've also been faced with kind of a huge dilemma. What do you do when the system you've spent your life attacking suddenly embraces you? Das ist natürlich ein Wandel, den man merkwürdig finden kann. Dass Leute, die eigentlich auf der Straße sich gegen Institutionen richten, jetzt von diesen Institutionen zum Teil eingeladen und bezahlt werden für ihre Arbeit. Aber ich glaube, dass das der Arbeit überhaupt keinen Abbruch tut, sondern einfach ein Zeugnis davon ist, dass die Arbeit beginnt auf einer strukturellen Ebene auch zu wirken. Auch die brasilianische Aktivistin Kaisara versucht mit ihrer Kunst, strukturelle Verflechtungen bloßzulegen. Asphyxia, Erstickung, heißt ihre Performance gegen die Gier derjenigen, die den Regenwald ausbeuten und zerstören. Die Kunst war der Ort, den ich für mich gefunden habe, an dem ich gehört werden kann, an dem ich sichtbar werde. In der Kunst werde ich wahrgenommen. Mit Kunst sind wir in der Lage, Dinge sensibler zu vermitteln. Der Amazonas ist die Heimat der indigenen Künstlerin. Unter der Regierung Bolsonaros wurden riesige Flächen Regenwald gerodet. 18 Prozent sind bereits zerstört, sieben mehr würden das Weltklima zum Kippen bringen. Das betrifft uns alle. Zuallererst aber die indigenen Völker des Amazonasgebietes. Ich wurde in einem geschützten Territorium geboren, dem Alto Rio Negro. Aber für diejenigen, deren Land nicht geschützt ist, ist es sehr schlimm. Sie sind Gewalt und Vertreibung ausgesetzt, haben kein Recht auf ihr eigenes Land. Ich denke, dass die Abgrenzung von indigenem Land als eigene Territorien eine der wichtigsten Aufgaben ist. Kaisara sieht nicht nur das Land der Indigenen gefährdet, sondern auch ihre Kultur. Bislang lebten sie im Gleichgewicht mit ihrer natürlichen Umgebung. Das ändert sich. Auch wenn der globale Norden sie immer noch gerne als ursprüngliche Naturvölker exotisiert. Ich würde mir wünschen, dass die indigene Kultur respektiert wird und dass die Menschen, die eine eigene Kultur haben, weiterhin ihre Traditionen pflegen und nicht versuchen, die Fantasien von Nicht-Indigenen zu erfüllen. Mit Kunstaktionen und zivilem Widerstand tritt Kaisara für die Rechte als Indigene und für den Schutz des Regenwaldes ein. Ein Kampf ums Überleben. Warum sind es immer wieder Frauen, die sich einsetzen, die ihr Leben in den Dienst einer größeren Sache stellen? Greta Thunberg gilt als das Gesicht der Klimabewegung. Schon als Kind beschäftigt sie sich mit dem Thema, ruft selbst noch Schülerin, zu Schulstreiks auf und spricht Klartext zu den Politikern. Ihre sogenannten Freitagsdemos werden zu einer beeindruckenden Form zivilen Ungehorsams, aus der die weltweite Fridays for Future Bewegung hervorgeht. Greta Thunberg wird zur Symbolfigur einer jungen Generation, die ihre Zukunft von ihren Eltern und der Politik verraten seht. The world is waking up and change is coming, whether you like it or not. Ich halte es nicht für einen Zufall, dass Frauen maßgeblich das Gesicht der Klimabewegungen heutzutage sind. Einerseits, weil sie eigentlich auch früher schon eine sehr treibende und essentielle Rolle im zivilen Widerstand hatten, aber leider nicht gesehen wurden, beziehungsweise geschichtlich, ich will nicht sagen ausradiert, man spricht schon über sie, aber eben sehr viel weniger als über die männlichen Idole, die es in dieser Zeit gab. Schon in der Antike wird Feminin aufbegehrt. In Lysistrata, einer Komödie von Aristophanes, schließen sich die Frauen aus Athen und Sparta zusammen. Um den Krieg der Männer zu beenden, bleibt nur eins. Sexboykott. Das Mittel zeigt Wirkung. Die Männer knicken ein und schließen Frieden. Der Peloponesische Krieg ist vorbei. Die Parabel über Frauenpower gegen kriegstreibende Männer hat aktuelle Bezüge, genau wie das antike Theaterstück Antigone. Hier eine Inszenierung mit Kaisara. Antigone im Amazonas widersetzt sich dem Herrscher Creon, der ihrem Bruder als Landesverräter das Begräbnis verweigert. Eine Neuinszenierung des Schweizer Regisseurs Milo Rau. Er versetzt das Stück in die Gegenwart. Der Kampf seiner Antigone gilt den ureigenen Rechten der Indigenen und der landlosen Bevölkerung. Ein Aufruf zum Widerstand der Indigenen gegen die Herrschaftssysteme. Geprobt wird er im Regenwald. Für uns waren also alle Regierungen Creon. Wir mussten immer darum kämpfen, dass unsere Rechte respektiert werden. Auch Pussy Riot kämpft gegen ihren Creon. Putin, der mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine das Völkerrecht außer Kraft gesetzt hat. In Russland regt sich wenig Protest. Aber wenn, dann sind es oft Frauen. Es sind Frauen und Mütter, die gegen den Krieg protestieren. Die Anliegen der Frauen ähneln denen der Antikriegsaktivistinnen. Diese ganzen Narrative von Militarismus, das ist alles sehr macho-mäßig. Diese männliche Art von Energie, die Welt zu erobern, Besatzungen, das ist alles eng miteinander verbunden. Ihre Videos sind ein Plädoyer gegen diesen brutalen Macho-Militarismus, der auch vielen russischen Soldaten nur eins bringt. Was kann ziviler Ungehorsam wirklich erreichen und mit welchen Mitteln? Mahatma Gandhi, der wohl berühmteste Vertreter zivilen Ungehorsams, führte die indische Unabhängigkeitsbewegung an und blieb dabei konsequent gewaltfrei. 1930 marschiert der asketische Pazifist mit seinen Anhängern 388 Kilometer bis zum Meer, um dort symbolisch Salz aufzuheben. In Folge verstoßen tausende Inder gegen das Salzmonopol der Briten. Die spektakuläre, gewaltlose Auflehnung gilt als der Anfang vom Ende der britischen Kolonialherrschaft. Die Praxis des zivilen Ungehorsams gibt es schon sehr lange. Der Begriff ist gar nicht so alt. Manchmal wird er verbunden mit Henry David Thoreau, dem amerikanischen Schriftsteller, der mal aus Protest gegen die Sklaverei und auch gegen den Krieg der USA gegen Mexiko seine Steuern nicht bezahlt hat und dann ins Gefängnis musste für eine Nacht. Das ist eben kein gewöhnlicher Rechtsbruch, sondern es ist ein Rechtsbruch, der moralisch oder prinzipiell mit Bezug auf Prinzipien begründet wird. Also nicht zum eigenen Vorteil, nicht zur kriminellen Selbstbereicherung, sondern eben aufgrund von Prinzipien, die mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit zu tun haben. Ihr Akt des zivilen Widerstands hat Rosa Parks zur Ikone gemacht. Sie weigert sich als schwarze Frau, ihren Sitzplatz im Bus für eine weiße Person zu räumen und wird festgenommen. Ihr simples Nein hat Folgen. Nach einem einjährigen Busstreik der afroamerikanischen Bevölkerung wird in Alabama das Gesetz der Rassentrennung in Bus und Schulen aufgehoben. Ein Sieg und der Anfang für die US-weite Bürgerrechtsbewegung unter der Führung von Martin Luther King. Der charismatische Redner verteidigt Rosa Parks Weigerung und propagiert zivilen Ungehorsam als Mittel gegen Rassismus und Diskriminierung von Afroamerikanern. Martin Luther King macht das Civil Rights Movement zu einer Massenbewegung mit Erfolg. Die Rassentrennung wird aufgehoben, die schwarze Bevölkerung der US-Südstaaten erhält das Wahlrecht. Lange her, könnte man sagen. Aber sind es nicht genau diese Vorbilder, auf die sich die jüngeren Protestbewegungen berufen? Ob Anti-Atom-Bewegung oder Occupy Wall Street, es geht um gewaltfreien Protest. Doch gehören dazu auch Straßenblockaden? Straßenblockaden gehören zum Standardrepertoire von zivilen Ungehorsam. Selbst das Bundesverfassungsgericht erkennt an, dass auch so etwas wie Autobahnblockaden Versammlungen darstellen können im Sinne des deutschen Versammlungsrechts und damit auch durchaus grundrechtlich geschützt sein können. Also es geht heute so ein bisschen verloren in der Diskussion, dass eben auch Versammlungen, demokratischer Protest auf sowas angewiesen sind. Das hat immer auch Risiken, damit sind immer auch Ärgernisse verbunden, aber das ist der Preis der Demokratie. Die verschiedenen Mittel des zivilen Ungehorsams sollte eine Demokratie aushalten können. Zumal, wenn es nicht nur um lokale Belange geht, sondern um weltweite, wie den Klimawandel. Doch die Rufe nach härteren Strafen werden lauter. In Großbritannien haben die Aktionen von Extinction Rebellion zu einer Einschränkung des Demonstrationsrechts geführt. Es fehlt einfach nach wie vor die Brandrede, die der Bevölkerung klar macht, wir sitzen so tief in der Scheiße, es muss sich etwas ändern. Es wird sich sowieso etwas ändern, wie Greta Thunberg ja auch gesagt hat, change is coming, whether you like it or not. Doch welche Aktionen kommen bei den Menschen an? Braucht es eher noch radikalere Mittel oder eindringlichere Bilder, wie der der Ocean Rebels, die auf das Fischsterben und die Verschmutzung der Meere hinweisen? Oder die der Red Rebels, die als stumme Zeugen der Klimakatastrophe in Berlin demonstrieren. Wir sind ja geschützt durch unseren Staat, durch die Versammlungsfreiheit, dürfen eigentlich jeden Tag hier am Brandenburger Tor stehen und protestieren gegen was auch immer uns gerade so nicht passt. Das können Rebelli, Rebeller in anderen Ländern nicht. Die werden sofort verhaftet, die werden umgebracht, die verschwinden von der Bildfläche, wenn sie versuchen, ihren Lebensraum selber zu schützen. Wie in Russland. Dort sind Posse Riot mit ihrer radikal offenen Herrschaftskritik nicht sicher. Ist es nicht umso wichtiger, dass ziviler Ungehorsam in Demokratien mit all seinen Facetten toleriert wird? Do your own actions. They are important in Europe. They are important here also. Thank you. Vielen Dank. Vielen Dank. Was jetzt passiert ist, ist die Konsequenz, was 2014 angefangen hat. Zehn Stimmen. Ein Krieg. Der Ukraine-Komplex. Jetzt auf DW. Shift. Dein Navi für das Leben in der digitalen Welt. Die neuesten Trends im Netz entdecken. Orientierung im digitalen Dschungel. Weltweit den Überblick behalten. Wir erledigen das für dich und zeigen, was so geht. Du entscheidest, was wirklich wichtig ist für dich. Shift. In 45 Minuten auf DW. Deutschland hat elf Männer ins All geschickt. Elf. Und keine einzige Frau. Die Mission ist, die erste deutsche Astronautin ins All zu schicken. Gender Gap in der Raumfahrt. Deutschlands erste Astronautin. Seit Jahren versucht eine private Initiative, sie endlich auf die Reise zu schicken. Auf ins All. Ab 8. März auf DW. Welche Geheimnisse schlummern hinter diesen Mauern? Entdecke neue Abenteuer in 360 Grad. Und erlebe faszinierende Welterbestätten. DW World Heritage 360. Hol dir die App. Da habe ich eine Ente aus einem Betrieb gerettet. Das war die, glaube ich, hier. Die habe ich so gefunden da und die konnte ich einfach nicht da lassen. Wen dürfen wir essen? Das ist so ein begeisterter Vogel. Der war so dreckig. Danach war der Vogel sauber und das ganze Bad dreckig. Und das ist das erste Mal, dass dieser Wasservogel Wasser zum Schwimmen bekommt. Also das war einer der schönsten Momente, die ich mir erlebt habe. Eine Doku-Reihe über unser ambivalentes Verhältnis zu Tieren. Ich glaube, dass ich das Ende dieser Massentierhaltung noch erleben werde. Wen dürfen wir essen? Diese Woche auf DW. Das Allerschlimmste waren die Kampfflugzeuge. Sie flogen so tief. Egal wo man ist, man will oder nicht, man möchte sich sofort flach auf den Boden werfen. Das ist Horror. Irgendwie schätzen wir die Dinge erst dann, wenn wir sie verlieren. Das ist eine Operation, das ist kein Krieg in meinen Augen. Das ist eine Operation, eine Militäroperation zum Schutze der Bevölkerung der Donbass-Region. Ich weiß es nicht. Warum ist der Krieg ausgebrochen? Warum sterben Menschen? Warum müssen alle fliehen? Warum für porezbe! Was hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis momentum broker. Wie geht's dir? Das distinguish delicate Dinge. Die Frage geht vor. more Cover! Da傷at. Am 24. um 6 Uhr morgens ruft mich meine Freundin an und sagt, Ljuda, bei uns wird geschossen, ich habe Angst. Dann öffne ich mein Tablet, Russland hat die Ukraine überfallen. Und ich denke, ach du meine Güte. Ich bin von Knallgeräuschen wach geworden. Ich gucke auf die Uhr, es war schon Zeit, die Kinder zu wecken. Dann gucke ich auf mein Handy, da waren Nachrichten von den Lehrern. Da stand, die Schule fällt aus, weil der Krieg angefangen hat. Nein, ich kann diesen Tag nicht beschreiben. Er ist wie ausgelöscht. Bin ich hingegangen, mit wem habe ich gesprochen? Wahrscheinlich habe ich meine Mama angerufen. Ja, ganz bestimmt sogar. Aber ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich, es war am frühen Morgen. Wir alle im Kinderheim wurden in einem Raum versammelt. Und Roman Ivanovic, unser Direktor, sagte, dass wir in den nächsten Tagen evakuiert werden, weil der Krieg angefangen hat. Die erste Gedanken waren, was machen sie, was macht Putin und seine, wenn ich so sagen darf, seine Bande. Sie sind schon über alle Grenzen, sie sind alle Grenzen überschnitten. Und was passiert jetzt in Ukraine? Ich bin nicht von den Geschossen geweckt worden, die da draußen eingeschlagen sind. Aber dann kam Mama ins Zimmer und sagte mir ganz klar und deutlich, mein Sohn, steh auf, der Krieg hat angefangen. Du verstehst einfach nicht, dass du dein Zuhause vielleicht für immer verlässt, dass es nicht mehr deins ist. Außerdem hatten wir noch eine Katze. Die gibt es immer noch. Wir wussten nicht, wohin mit ihr, da wir keine Transporttasche hatten. Wir haben sie einfach in eine große Plastiktüte gesteckt. Es waren sie gar nicht lustig. Was war noch mal der 24.? Ein Donnerstag oder ein Mittwoch? Ich muss mal nachschauen. Wir hatten am Montag einen Gottesdienst. Moment. Ja, es war ein Donnerstag. Als wir von diesen tragischen Ereignissen in der Ukraine erfahren haben, hat es alles verändert. Es hat die Zeit in Vorher und Nachher geteilt. Um 4.45 Uhr, unsere Zeit, habe ich die Nachricht bekommen. Die ersten Bomben sind auf Kiew gefallen. Wir waren angegriffen. Eine gute Freundin von mir, die wir seit 2014 uns kennengelernt haben, die sind in Kiew. Und sie sagte, wir fahren nicht vorweg. Wir waren Widerstand leisten. Da liest man plötzlich, da ist eine Armee einmarschiert, ein anderes Land. Da denkt man erst mal scheiße. Tut mir leid für das Wort, aber das ist halt ... Ja, Menschen werden sterben. Weil jegliche kriegerische Handlung, das ist immer Lebensgefahr, klar. Also ich hatte doch die Hoffnung, wie alle wahrscheinlich, dass irgendwo das ein Ende nehmen wird, und zwar recht schnell. Aber dann kam die Nachricht, dass dieses Spezialeinsatz sich auf die gesamte Ukraine wohl und die schlimmsten Befürchtungen haben sich damit bestätigt. Früher dachte ich, ich habe irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten im Leben. Jetzt, wenn ich zurückdenke, verstehe ich, wie glücklich unsere Familie vor dem Krieg war. Es waren keine Probleme, nur Kleinigkeiten. Ich mochte unser Leben sehr. Heute geht es ums Überleben. Früher, wenn ich eine Tasse zerbrochen hatte, war ich traurig. Jetzt geht es um ganz andere Werte. Wir haben in der Ukraine ein kleines, einfaches Häuschen gekauft. Mein Schwiegersohn hat uns geholfen. In den letzten acht Jahren haben wir es renoviert und es uns dort gemütlich gemacht. Unser kleines, gelbes Häuschen. Ja, wir haben es gelb gestrichen. Wir haben einen Gemüsegarten. Ich mag die Gartenarbeit sehr. Tomaten, Kartoffeln. Ja, so halt. So, so halt. Ich hatte dort sechs Hühnerchen und ein Kätzchen. Die Katze wartet noch auf mich. Ich habe ihr Katzenfutter gekauft. Für später. Mental ist es schwer, für mich jetzt ans Filmemachen zu denken. Meine Mama flieht gerade aus Odessa nach Rumänien. Ehrlich gesagt ist es wichtiger für mich gerade, dass sie dort sicher ankommt, dass ich sie dort in Empfang nehme und zu mir nach Hause bringe, als das Filme machen. Wissen Sie, du gehst jeden Tag schlafen und entweder fängt die Sirene an zu heulen oder die Explosionen gehen los. Wir gingen zuerst zur Nachbarin in den Keller. Ihre Mutter ist 85, wir nahmen sie mit runter. So saßen wir da in diesem Keller. Ihre Mutter ging dann einfach nach einiger Zeit wieder hoch. Brot backen, sagte sie. Später achteten wir gar nicht mehr auf die Sirenen und gingen nicht mehr in den Keller. Wenn ich abends im Bett lag, dachte ich, was soll diese Rennerei? So kann ich nicht schlafen. Wenn es auf mich runterknallt, dann knallt es halt runter. Das Allerschlimmste waren die Kampfflugzeuge. Sie flogen so tief. Egal, wo man ist, ob man will oder nicht, man möchte sich sofort flach auf den Boden werfen. Das ist Horror. Einmal bin ich zu Hause ins Bad gegangen. Zuerst dachte ich, ich hätte etwas umgeschmissen, aber es war ein Kampfflieger, der gerade vorbeigeflogen war. Er ist schon weg, aber die Luft raschelt noch immer nach. Es ist einfach nur furchtbar. Als ich aufwachte, hörte ich acht oder zwölf Schüsse nacheinander. Das hört sich an wie sehr laute Knallgeräusche. Die gehen dir irgendwie sofort in den Kopf, in den Ohren vorbei, direkt rein. Sie sind einfach super schnell. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll, aber du kannst sie mit nichts anderem verwechseln. Am 24. hat mein kleiner Bruder Geburtstag. Sie wissen ja, Kinder lieben es, Feste zu feiern. Es gab zwar kein Feuerwerk, aber die Geräusche waren so ähnlich. Die Entscheidung zu fliehen haben wir nicht sofort getroffen, sondern erst im Laufe des Tages. Die Kinder wussten nicht, was sie mitnehmen sollen. Ich habe gesagt, nur eine Hose, ein Hemd, einmal Unterwäsche. Man sagte uns, dass man nur einen Koffer pro Familie mitnehmen darf. Aber was ist ein Koffer für 13 Personen? Ich habe den Kindern gesagt, jeder darf nur ein Spielzeug mitnehmen. Für den Kleinen habe ich Matchbox-Autos eingesteckt. Die Großen haben mein Kuscheltier mitgenommen. Ich habe gesagt, sie sollen selbst darauf aufpassen und es auch als Kissen benutzen. Ich wusste, sie brauchen etwas, was sie auch an zu Hause erinnert. Wir haben sofort entschieden, dass wir zu unseren Verwandten woanders hinfahren. Mama fragte sie, ob wir auch die Katze mitnehmen dürfen. Das war okay. Also sind wir zu denen hingefahren. Aber wissen Sie, nicht alle Menschen hatten die Chance gehabt, wegzufahren. Wir haben zwei Wochen bei ihnen gewohnt und es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Das Einzige, womit ich mich beschäftigen konnte, war, an meinem Handy zu hängen, zu gucken, wo war es passiert gerade. Ich war sehr aggressiv gegenüber den russischen Soldaten gestimmt. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich hätte ihnen am liebsten die Nägel rausgerissen, sie hingerichtet, wie es die Taliban auf den YouTube-Videos tun. Ich habe einfach den Sinn dieses Krieges nicht verstanden. Warum dieser Krieg? Was ist sein Ziel? Wir mussten entscheiden, wie und womit wir fliehen. Die wenigsten hätten es damals riskiert, auf der Zhitomiskaya-Straße rauszufahren, weil sie gerade stark beschossen wurde. Überall waren Staus und wir fühlten uns wie in einer Falle, weil es kaum noch möglich war, es aus dem Dorf bis nach Kiew zu schaffen. Und überall diese Knallgeräusche. Es war nicht klar, woher die Explosionen kamen, wo die Bomben gerade eingeschlagen sind. Du hörst es, aber du verstehst es nicht und das macht die Angst noch größer. Bist du in Sicherheit oder in Gefahr? Papa sagt, ich soll mich bereithalten, wenn es ein Auto gibt, damit ich hier wegkomme. Und schon am nächsten Tag, da habe ich noch geschlafen, weckte er mich und sagte, zieh dich an, das Auto ist da. Ich hatte 10, 20 Minuten Zeit. Du verstehst, dass du jetzt wegfährst, dass du ein neues Leben irgendwo anfangen willst. Ich war froh darüber. Mama wollte eigentlich nicht, dass ich weggehe, aber mir war klar, dass es das Beste für mich ist. Während der Fahrt habe ich nicht viel über den Krieg nachgedacht. es gab andere, viel gegenwärtigere Dinge. Zum Beispiel, wie schaffe ich es, möglichst wenig auf die Toilette zu müssen? Also habe ich mich mit Süßigkeiten vollgestopft, um mich abzulenken. Wir wurden auf zwei Busse verteilt. Ich war mit dem Kleinen in einem Bus und mein Mann mit den anderen Kindern im Anderen. Unterwegs hatte ich große Angst. Es war klar, dass wir als bewegliches Ziel jederzeit beschossen werden können. Ich dachte, wenn ich alleine wäre, wäre es nur halb so schlimm. Aber mein Mann und die Kinder, das ist was völlig anderes. Das war schlimm, dass wir nicht mal zusammen in einem Bus waren. Ich wollte nicht wegfahren. Meine Tasche war nicht groß. Ich habe da meine Klamotten eingepackt, mein Kuscheltier, mein Teddybären. Alles, was man für die erste Zeit brauchen könnte. Ich wusste nicht, für wie lange wir wegfahren werden. Als man uns alle zu den Bussen geführt hat, haben wir uns verabschiedet und alle haben ganz doll geweint. Die Erwachsenen und auch die Kinder. Wir konnten nicht alle gleichzeitig wegfahren. Deswegen haben wir geweint. Wir haben da schon sehr lange alle zusammengelebt. Wir kannten uns alle sehr gut und waren wie eine Familie. Wir haben an einer Tankstelle halb gemacht, um dort nach zehn Stunden Fahrt auf die Toiletten zu gehen. Nicht in allen Bussen gab es Toiletten. In unserem nicht. Wir waren so glücklich, als wir da endlich anhielten. Aber ich habe es nicht mal zu der Tankstelle geschafft. Es gab einen lauten Knall. Der Flughafen nebenan wurde bombardiert und es war wahnsinnig laut. Jemand schrie, alle sofort zurück in die Busse. Auf die Toilette hat es niemand geschafft. Wir sind dann ohne Pause bis nach Kowel gefahren. Eine Zeit lang sind wir ohne Licht durch den Wald gefahren. Es war Nacht und stockdunkel und mein Herz sprang aus der Brust. Der Kleine fragte die ganze Zeit, hast du mir die Kinderüberraschung gekauft? Ich sagte, ich habe es leider nicht geschafft. Die Banditen haben die Tankstelle überfallen. Der Kleine fragte immer wieder, wohin fahren wir? Ich sagte ihm, wir machen eine Abenteuerreise und am Ende gewinnen wir einen Schokopanzer. Ich bin nicht ausgestiegen. Ich bin im Bus sitzen geblieben. An der Tankstelle wurde geschossen und die, die schon draußen waren, mussten sofort zurücklaufen. Dann sind wir weitergefahren. Danach wurde nicht mehr viel gesprochen. Niemand war in der Laune. Manche Kinder haben mit ihren Verwandten und Freunden hin und her geschrieben, wie es ihnen zu Hause ging. Sie haben geweint und wir haben sie beruhigt. Mir ging es noch gut. Ich konnte mich selbst beruhigen oder meine Freundinnen haben mich getröstet. Wir haben eh nicht geschlafen. Ich wollte zunächst dableiben, dachte, wir warten es ab. Dann wurde es aber immer schlimmer, bis dann klar war, dass wir fliehen müssen. Ich habe sogar Samen mitgenommen. Ganz wichtig, ich habe sie nicht vergessen. Speck habe ich auch mitgenommen. Ein bisschen. Das sind Tomatensamen. Ich will sie pflanzen. Ich wollte sie zu Hause setzen. Ich hatte sie im Internet bestellt. Sie sollen sehr gut sein. Nicht zu groß und pflegeleicht. Sie heißen mongolische Zwergtomate. Aber es war noch zu früh für die Tomaten. Jetzt werde ich sie hier in Deutschland setzen. Mal gucken, wie der so wird, dieser mongolische Zwerg. Ich glaube, dass die Tomaten in Deutschland nicht besonders gut gedeihen. Du machst einfach alles wie ein Roboter und erlaubst dir keine Gefühle. Du spürst keinen Schmerz. Früher beschwerte ich mich über Kopfweh oder Rückenschmerzen. Dann war mir klar, dass ich nun seit vier Tagen im Bus sitze und keine Rückenschmerzen habe. aber ich fühlte einfach nichts. Wie ein Soldat, wie versteinert. Ich hatte das Ziel, die Kinder zu beschützen und anzukommen. Das war's. Du fährst einfach immer weiter. Ich wusste, dass ich zu einem Onkel nach Düsseldorf fahre. Mein Ziel war, einfach anzukommen. Ich dachte nicht über die Zukunft nach. Ich wusste, ich muss einfach essen, schlafen und das war's. Wenn nötig, wäre ich auch zu Fuß hingegangen. Die Fahrer brauchten eine Pause und uns wurde gesagt, dass wir neun Stunden freie Zeit haben. Ich habe meine Kinder zusammengesammelt und wir sind einfach auf den nächsten Spielplatz gegangen, damit sie Ball spielen konnten. Aber es gab keinen Ball, sie kickten eine Flasche. Dann hat uns jemand einen Ball aus dem Fenster runtergeworfen. Als wir zurück zu den Bussen kamen, standen dort schon die Anwohner. Sie haben verstanden, dass wir gerade aus der Ukraine kamen und brachten uns Lebensmittel, Trinkwasser und alles Nötige. Wir hatten zu dem Zeitpunkt kaum noch Vorräte. Wir waren so erstaunt darüber, wie unglaublich nett alle zu uns waren. Die Stadtverwaltung hat uns in irgendeine Schule gebracht. Dort gab es Duschen und wir konnten dort endlich die Kleinen waschen, die seit Tagen in ihren Windeln steckten. Es war bitter nötig. Ich und zwei polnische Frauen, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, wir haben sie wie am Fließband ausgezogen, gewaschen, wieder angezogen. Wir hatten sehr wenig Zeit. Dann hörten wir schon, alles zurück in die Busse, unterwegs haben, wir haben sie noch zusammen abgetrocknet. Es ging alles so schnell, wir mussten ja weiterfahren. In den ersten Tagen in Deutschland habe ich einfach durchgeschlafen. Ich schlief hier auf dem Sofa. Es war so ruhig. Viel zu ruhig. Fast schon unheimlich. Ich konnte zuerst nicht einschlafen, dann aber doch und ich schlief wie ein Toter. Ich bin in der gleichen Position wieder aufgewacht, wie ich eingeschlafen bin. und der ganze Körper tat mir überall weh. Aber es war mir echt völlig egal. Als wir nach Freiburg reingefahren sind, war es sehr sonnig, hell. Es kam mir vor, als wären wir irgendwo in einer Parallelwelt, wo Menschen keine Angst haben, wo jeder einfach nur sein Leben lebt, Kaffee trinken geht, shoppen geht, seine Kinder abholt und sie kriegen nur in den Nachrichten mit, was unserem Volk zugestoßen ist. Du fühlst dich total angespannt und die anderen um dich herum sind ganz locker. Wenn man mir noch vor zwei Monaten gesagt hätte, dass ich die Ukraine verlassen und nach Deutschland kommen würde, ich hätte gesagt Quatsch. Ich habe gedacht, ich werde nicht ins Ausland gehen, solange ich nicht erwachsen und eigenständig bin. Ich habe nicht gedacht, dass ich jemals Fremdsprachen brauchen würde. Seit 24. Februar existiert für mich nichts anderes als intensive Hilfe für die Zivilbevölkerung, die geflogen ist und die, die in der Ukraine sind. Von unseren Vereinen und ein paar andere Vereine, wir waren die Ersten, die Menschen empfangen haben und das war am Samstag vor zwei Wochen, also zweieinhalb Wochen und da hatten wir Menschen mit Lebensmitteln versorgt, mit K-Paketen, mit was zu trinken und da kamen Menschen, um zu spenden und die sind geblieben, die haben gesehen, wir gehen unter. Wir können mit diesen wenigen Vereinsmitgliedern diese ganze Aufgabe nicht stemmen und die sind geblieben. Die helfen ehrenamtlich, die sind seitdem dabei. Die erste Gedanken, ich habe gesagt, ich muss etwas tun, ich muss etwas tun, ich weiß nicht, was ich kann, ich kann nicht so viel, aber helfen kann ich. Und einfach, ich habe zufällig und plötzlich natürlich erfahren, dass es ein sogenanntes Zentrum für Flüchtlingshelfer am Bahnhof und ich bin einfach zum Bahnhof gegangen, gefahren und seitdem bin ich dort. Jeden Tag, wenn ich diese Menschen sehe, besonders Kinder und die Ältere, verschiedene Alter, wissen Sie, diese Gesichter, ich kann nicht einfach irgendwie vergessen, ich kann nicht schlafen seitdem. diese Leute jetzt in unserer 21. Jahrhunderte, sie sind geflogen, nicht von Nazis, von Russen, von Russen und das kann ich nicht immer noch kapieren. Für mich passiert es gerade nicht tausend Kilometer entfernt, das passiert in meinem Herzen, in meinem Bewusstsein, weil ich in Luhans geboren bin, weil meine Mutter dort lebt, sie ist 81, auch meine Schwiegermutter ist da, sie ist 78, das sind alte Menschen und ich mache mir große Sorgen um sie, schon aufgrund ihres Alters und jetzt auch das noch, all diese Explosionen, von denen man heute ständig berichtet, sie gab es dort schon seit 2014, die ganze Zeit. Meine Mutter ist einmal unter Beschuss geraten und wenn ein Passant sie nicht in einen Hauseingang und dann in einen Bombenschutzkeller gezerrt hätte, wer weiss, ob sie es überlebt hätte. Ich habe Verwandtschaft sowohl in der Ukraine als auch in Russland und dann denke ich mir, ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen, weil ich erstens selbst in der Ukraine geboren bin, das heißt eigentlich in der Sowjetunion, so wie die meisten von uns und da hat man auch nicht unterschieden, ob man Ukrainer ist, Russer oder so weiter, für uns war das absolut egal, das ist zwar ein Land, eine Nation sozusagen, das war absolut egal. Das heißt, ich bin eigentlich, ich kann mich nicht richtig auf irgendeine Seite stellen, wenn man es objektiv betrachtet ist und dennoch habe ich eine bestimmte Meinung über diesen Konflikt. Das ist eine Operation, eine Militäroperation zum Schutze der Bevölkerung der Donbass-Region. Das ist meine persönliche Meinung. Und mit der Meinung der russischen Regierung und von Präsidenten Vladimir Putin stimme ich hundertprozentig überein. Es geht darum, dass die Ukraine selbst seit 2014 die Donbass-Region beschossen hat. Und Menschen haben seit 2014 dort in dieser Region in den Kellern gesessen, genauso wie sie jetzt in den Kellern sitzen, wo Putin eingegriffen hat. Und meiner Meinung nach, was jetzt passiert ist, ist die Konsequenz, was 2014 angefangen hat. Und wenn das jemand nicht begreift, dann muss er erstmal zurückgehen und das Ganze anschauen, die ganzen Fakten eigentlich zusammen betrachten. Und dann sieht er das, warum das passiert. Natürlich, es gibt keine Richtlinie für keinen Krieg auf dieser Welt. Die Frage ist nur, was haben die der Westen und was hat Deutschland speziell auch dafür getan, dass dieser Krieg nicht zustande kommt? Was haben die dafür getan? Einfach nur reden, bla bla bla, und dann haben sie dann nicht verurteilt, was da passiert wäre. Vielleicht wäre das sogar besser gewesen. Und vielleicht auch ein bisschen strikter reden und nicht so wie Schiwaschi hier und hier und Fähnchen nach dem Wind. Wir liefern Waffen oder wir liefern Helme hier und so weiter. Das ist sowieso der größte Quatsch. Wie kann man Waffen in eine Kriegsregion liefern? Für mich gibt es in diesem Fall keine Halbtonen. Es gibt es schwarz und weiß. Ganz eindeutig. Für mich persönlich, ich betone, Russland ist Aggressor. Und sie töten Menschen. Sie töten Zivilisten. Meine Landsleute. Es ist ein Bruderkrieg. Es ist ein Konflikt zwischen Brüdern. Schauen Sie, die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Mord. Ein Bruder tötet den anderen. Kain tötet Abel. Nach ihrer Herkunft waren sie Vertreter eines und desselben Geschlechts. Und trotzdem ist der Mord passiert. Warum? Weil sie vom Geist her verschieden war. Wenn es eine geistige Trennung gibt, passiert ein Konflikt. Das ist so. Die Frage nach der Souveränität der Ukraine und so weiter, das ist nicht meine Kompetenz. Ich will, dass es dort Frieden gibt. In welcher Form das sein wird, ob demokratisch oder nicht, in welcher politischen Form, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht unsere Frage. Wir Geistlichen beschäftigen uns mit anderen Fragen. Unsere Aufgabe ist das Brot der Ewigkeit, die ewige Wahrheit. Verstehen Sie? Wir predigen und appellieren an Jesus. Je mehr Menschen sich an ihn wenden, desto schneller geht der Konflikt zu Ende. Es geht um demokratische Grundwerte. Und auf der anderen Seite geht es um irgendwelche anderen Werte, die aber nicht demokratisch sind. Nicht in diesem westlich-demokratisch-liberalen Feld sind. Und es geht um Werte. Und der Konflikt ist um Werte. Es ist ja völlig egal, ob einer Russe oder Ukrainer ist. Der Ukrainer kann auf russischer Seite sein. Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, es ist alles richtig, was da gemacht wird. Die Ukraine hat sich von acht Jahren für eine demokratische Welt entschieden. Für eine freiheitliche, demokratische Welt. Und das sind diese Werte, die hier auch geschätzt werden. Die wir denken, dass es selbstverständlich wäre, weil wir hier, in diesen Welten, viele von uns geboren sind. Und jetzt merken viele, das ist gar nicht so. Diese Welt ist zerbrechlich. Also die töten nicht nur Menschen, die töten Demokratie. Die töten Freiheit. Dieser Staat ist überhaupt keine Demokratie aus erster Linie, weil viele betrachten, die denken, dass dieser Staat demokratisch ist. Das ist er nicht. Es ist ein Oligarchenstaat. Es ist ein korruptes Oligarchenstaat. Ich verstehe auch nicht, warum die Menschen denken, dass die Ukraine irgendwas Besseres, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob schlechter auf keinen Fall, aber was Besseres als Russland ist. Es unterscheidet sich in gar nichts, außer, dass es sein eigenes Territorium hat und sagt, das ist unser Territorium, ihr habt euch da nichts einzumischen. Aber ansonsten, obwohl es nach außen sozusagen in der Verfassung Demokratie ist, ist es aber nicht, in Wirklichkeit. Es ist korrupt und es schadet zum größten Teil der Bevölkerung, also zumindest die letzten Regierungen auf jeden Fall. Es ist immer noch kein Grund, dass Russland die Ukraine einfällt. Es ist immer noch kein Grund, dass Russland Russen Ukraine töten, Ukrainer töten. Es ist kein Grund, ein souveräner Staat einzufallen und zu bomben. Es gibt keine Erklärung dafür. Man kann es nicht mit Oligarchie oder Korruption, die noch nicht ausgemerzt ist. Ja, wir arbeiten dran, es ist viel zu tun. Aber da werden wir schon klarkommen. Das sind russische Kerle, die gerade mit den Waffen in der Hand in die Ukraine einmarschiert sind. Sie töten dort Soldaten, die ihr Land verteidigen und sie töten Zivilisten. Es ist ein großer Wahnsinn und eine große Heldentat, wenn man heutzutage in Russland eine Anti-Regime-Position offen bezieht. Eine einzige Redakteurin der Nachrichtensendung ist mit einem Plakat für fünf Sekunden durchs Bild gelaufen. Hier werden sie belogen. Es war gar nicht entscheidend, dass sie vom Krieg spricht. Hier werden sie belogen. Fünf Sekunden, es hängt von jedem ab. Das muss man sich ins Bewusstsein einhämmern. Demonstrantin gesehen, die da im ersten Kanal sozusagen durch das Bild durchgegangen ist und so weiter. Ich fand das lächerlich. Ich fand das, ehrlich gesagt, nicht mutig, lächerlich. Es ist für mich keine Heldentat. Es ist für mich eine Dummheit. Warum wird immer Freiheit mit dem assoziiert, was verboten ist? Warum wird nicht Freiheit mit dem assoziiert, dass man in Ruhe einfach leben kann, indem man seine Sachen machen kann, die man vorhat? Warum muss man immer politisch aktiv sein? Warum muss man immer gegen etwas demonstrieren? Besonders in Russland. Zum Beispiel in China hätte sich überhaupt keiner getraut, irgendwas dagegen zu sagen. Da ist es noch tausendmal strenger als in Russland. Also Russland ist tausendmal freier als China oder Nordkorea. Nehmen wir noch ein Land. Man soll für etwas kämpfen, man soll für etwas kämpfen, wenn man weiß, dass es Erfolg hat. Die stille Beobachtung eines Verbrechens macht aus Zeugen Mittäter. Das ist, wenn man so will, die grundlegende Philosophie des Verbrechens Russlands. Wir alle als russische Bürger, wir haben unser kleines Glück genossen, das wir vom großen Kuchen abgezwackt hatten. Manche in Form eines Kleinwagens Lada, andere in Form eines Gehalts als Wachmann in einem Supermarkt und der Möglichkeit, die abgelaufenen Lebensmittel mit nach Hause zu nehmen. Eine Lehrerin, die die Wahlergebnisse im Wahllokal gefälscht hatte, weil es dafür Geld für die Wandfarbe der Klassenräume und die neuen und die neuen Kloschlüsseln gaben. Wir haben alle diesen ich muss mich zusammenreißen Wladimir Wladimirovich Putin geschaffen und er hat uns alle geschafft und es ist unehrlich, jetzt alles auf Putin zu schieben. Jeder Mensch, jeder, ich auch, der einen russischen Pass besitzt, hat diesen Krieg entfacht und tötet Menschen. Jeder, ich auch. Ich bin nicht enttäuscht von Russland. Es ist einfach bitter. Es ist schrecklich bitter, dass die Mehrheit von meinen Landsleuten, sie verstehen das nicht, wie schrecklich es ist. Einfach Krieg. Besonders die Menschen, sie haben schon als Kinder, diese andere Generation, den Zweiten Weltkrieg schon erlebt. Und entweder sie haben keine Erinnerungen mehr oder wie. Wenn man mich jetzt in Russland hören würde, würde ich sagen, hört auf, hört auf mit dem Morden, hört auf, die Ukrainer zu vernichten. Schaut euch um, was ihr da tut. Ihr zerstört ein Land, das ihr nicht aufgebaut habt. Es war ein eigenständiges Land, das gut lebte und gediehnt. Dieses Land, war keine Bedrohung, weder für Russland, noch für Weißrussland. Es ging seinen eigenen Weg. Hört auf damit. Wenn jeder russische Bürger eine ukrainische Fahne in sein Fenster hängt, jeder, dann würde diese Regierung alleine unter dem Gewicht der ukrainischen Fahnen in den russischen Fenstern zusammenbrechen. Das kann doch nicht so schwer sein, eine Fahne rauszuhängen, sie auf einem Blatt Papier mit Buntstiften zu malen, einen blauen Rock und einen gelben Pullover zu verbinden. Das kann doch jeder. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Fahnen hängen momentan in den russischen Fenstern? Wie viele? Drei? Fünf? Ah, gar keine einzige mehr. Na, was wollt ihr denn dann? In St. Petersburg ist meine Familie dort, mein Kind ist dort und meine Wohnung, meine Dacia, meine Katze und mein Freundeskreis. Also man muss sich vorstellen, für jemanden, der wie ich in Russland ist, ist alles, was du machst, kann zu einer Geldstrafe, einer Freiheitsstrafe oder wirklich Gefängnis führen. Auch was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden in Russland. Das ist völlig klar. Es ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich, irgendwas zu machen. Und ich bin nicht derjenige, der es riskiert. Also ich glaube, für mich ist es wichtiger, irgendwie ein Anhaltspunkt für andere zu sein, Leute zu unterstützen, die Möglichkeit zu haben, komm schon mal zu mir, einfach umzureden. und wir haben an einem Tag, wo Demonstrationen waren, haben wir uns abends einfach getroffen, zu Hause und zusammengesessen und wir haben eine große Community, ganz unterschiedliche Leute, Musiker, Künstler, aber auch einfache Leute und dann kommt man zusammen und sitzt zusammen und redet und dann ist es schon irgendwo eine Unterstützung von Gegenseitigen. Ich habe Russland verlassen, weil mir klar war, dass ich nicht in der Umgebung von Menschen sein kann, die Fremde für mich geworden sind. 2014, als ich aus Russland wegging, war mein Leben noch einigermaßen komfortabel. Ich ging weg, nicht weil man Druck auf mich ausgeübt hat oder mich bedrohte oder mich vor Gericht gestellt hätte. Wir formulierten es damals so, wir gehen aus hygienischen Gründen. Wir fühlten uns sehr unwohl. Wir haben dieses große Glück auf den Gesichtern der Menschen gesehen, weil sie ein Stück Land, die Krim, ihrem Nachbarstaat, geklaut hatten. Mit so einem Yes, we did it. Es war psychisch nicht mehr auszuhalten. Es gibt keine Prognosen, es gibt keine Sicherheit, was morgen passiert. Es gibt nur die Überzeugung, dass man noch bleiben muss oder dass man schon gehen muss. Alles andere ist, ich glaube, das ist eine innerliche Entscheidung, dass es nicht gut sein wird, ist völlig klar. Wie schlimm das sein wird, das ist unklar. Also ich habe davor Angst, dass meine Zukunft, meine persönliche Zukunft in Russland, wo ich sie sehen wollte und gesehen habe, trotz allem, nicht mehr existiert. Also das ist so eine egoistische Sicht. Ich kann mein Leben, so wie ich mir das vorgestellt habe, nicht leben. Aber so eine rote Linie für mich, die will ich nicht stellen, weil ich Angst davor habe. Ich will das nicht formulieren. Wissen Sie was? Das ist mein altes Wunsch. Ich würde mit meinem Enkelsohn gerne nach Moskau, nicht nur mit ihm, sondern mit allen drei. Ich habe drei Enkelkinder. Und ich könnte ganz stolz alles so sich vorstellen, zeigen, aber nicht jetzt. Und nicht, weil im Moment der Krieg herrscht, sondern ich will nicht einfach noch einmal Moskau besuchen, solange wie die, meine Landsleute unter dieser Regierung leben. das ist eine Blutsfeindschaft, die noch lange andauern wird. Ich glaube, das wird nie wieder wie früher. Krieg ist schrecklich. Deswegen dürfen wir ihn nicht in unsere Herzen hereinlassen. Wir dürfen keine Spaltung in die Ukraine zurückkehren und dass alles wieder gut ist und dass wir alle wieder zusammen sind. Alle am Leben und alle gesund. Ich will auch zurück in die Ukraine, weil es unser Zuhause ist, unser Land. Und selbst wenn es kaputt ist und zerstört ist, ich glaube, dass wir es gemeinsam schaffen werden, es wieder aufzubauen. Ich will unbedingt Frieden und Ruhe. Frieden und ein bisschen Freiheit. Da kommt man schon zurecht. Da kann man auch glücklich sein. Meine Vorstellung von der Welt ist, dass wir keine Grenzen mehr haben. Dass wir einfach eine Nation haben, die Mensch heißt. Das ist meine Vorstellung. Dass diese Konflikte einfach aufhören. Ich mache mir große Sorgen. Ich will, dass die Ukraine bestehen bleibt. Ich glaube ganz fest, dass die Ukraine frei wird. Ach, ich wünsche mir einfache Dinge. Ich weiß nicht. Nach Odessa zum Filmfestival zu kommen. mit meiner Mama in dieses eine Kaffee zu gehen. Wie heißt es noch? Dort gab es diesen leckeren Kirschkompott. Ja, so was. Es geht gar nicht so um den Frieden. Nein. Ich will diesen kalten Kirschkompott mit meiner Mama in Odessa essen gehen. Ich hätte einfach viel dafür gegeben, um einfach wieder mit meinen Kumpels abzuhängen. Oder wieder in die Schule zu gehen. In den Unterricht sogar. Scheiße, irgendwie schätzen wir Dinge erst dann, wenn wir sie verlieren. Das nervt. Aber vielleicht ist es gerade das Schöne am Leben, zu verstehen, was das Wertvolle für dich ist und versuchen, es zu erhalten. Ich träume von zu Hause. Ich würde rausgehen mit einer Tasse Tee oder Kaffee. Die Hühnerchen. Sie kommen immerzu zu meiner Tür, fragen nach Brot. Die Katze läuft auch herum. Die Hühner jagen sie. Die Vögelchen singen. Herrlich. Was braucht schon mehr? Die Hühnerchen singen. Die Hühnerchen singen. Die Hühnerchen singen. Die Hühnerchen singen. Die Neuesten Trends im Netz entdecken. Orientierung im digitalen Dschungel. Weltweit den Überblick behalten. Wir erledigen das für dich und zeigen, was so geht. Du entscheidest, was wirklich wichtig ist für dich. Schilft. Jetzt auf DW. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie wirkt er sich auf die Wirtschaft aus? Greifen die Sanktionen gegen Russland? Ein Überblick. Boomende ukrainische IT-Firmen, die ihre Heimat unterstützen. Gaspreise, die explodieren. Und ein Cyberkrieg, der gefährlicher ist denn je. Made in Germany. In 15 Minuten auf DW. Ein Krieg, der in Echtzeit in den sozialen Medien ausgetragen wird. Ein sehr effizientes Instrument. Wo verlaufen die neuen digitalen Frontlinien? Propagandaschlacht um die Ukraine. Russlandskrieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Wir blicken zurück und nach vorn. Das ist nicht Blödsinn. Schlau, Ukraine! Im Februar auf DW. Für dich nur herausragendes. Unsere TV-Highlights. Jede Woche neu in deine Inbox. Jetzt anmelden. Russlandskrieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Das ist kein Bluff. Rom der Ukraine. Wo liegen die Wurzeln des Konflikts? Das ist eine Blutsfeindschaft, die noch lange andauern wird. Wie kam es zur Eskalation? Und wie wird es weitergehen? Thementag Ukraine. Am 24. Februar ab 8 Uhr UTC auf DW. Sei einfach du selbst. Wäre aber schon ganz schön, wenn das, was du auf TikTok oder Instagram postest, schön, interessant oder zumindest lustig ist. Doch bei wem sieht das wahre Leben immer so aus? Authentizität und Social Media, passt das überhaupt zusammen? Unser Thema heute bei SHIFT. Authentizität liegt im Trend. Der momentane Erfolg der App BeReal scheint das zu bestätigen. Inszenierung ist hier verpönt. Stattdessen posten User und Userinnen einen einzigen Schnappschuss pro Tag ohne Filter und zu einer vorgegebenen Zeit. Sieht zwar selten schön aus, aber viele Menschen haben offensichtlich genug von den ziemlich perfekten Leben, die täglich in unseren Timelines landen. Eine aktuelle Studie hat mehr als 10.000 Facebook-Profile ausgewertet. Ergebnis, Menschen geht es besser, wenn sie in sozialen Medien das posten, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Psychologin Sandra Matz erklärt, warum. Wenn man die Gesellschaft anschaut, sieht man, wie wir miteinander interagieren und uns vergleichen, um herauszufinden, was als normal, als wünschenswert gilt. Wenn wir dann unser reales Leben mit den idealisierten Leben der anderen in den sozialen Medien vergleichen, bekommen wir leicht das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Fangen wir aber an, gemeinsam authentischer zu posten, würde das einige dieser vergleichenden Vorurteile verringern. Klingt absolut einleuchtend. Aber wärt ihr bereit dazu, online ungeschönt euer Leben auszubreiten? Ich habe davor großen Respekt. Eine Möglichkeit, scheinbar unglamouröse Dinge zu teilen, ist mit Humor. Schaut mal, welche ungewöhnlichen Geschichten diese junge Frau aus Äquador zu erzählen hat und wie viele Menschen ihr genau deshalb folgen. Nancy Rissol berichtet aus ihrem Leben in den äquadorianischen Anden. Sie gewährt einen authentischen Blick auf das normale Leben. Ihre Mutter bei der Landarbeit, die Nachbarn auf dem Feld. Und die Welt ist via Facebook und Instagram dabei. Ihre unverstellte Art hat Erfolg. In den sozialen Medien folgen ihr rund 9,5 Millionen Menschen. Ich liebe dieses Leben als Influencerin. Ich liebe euch alle. Ihre Videos sind verspielt, fantasievoll und auch immer lustig. Ich habe mich immer mehr auf Comedy konzentriert, darauf, die Leute zum Lachen zu bringen. Ich mag Comedy sehr, dass die Leute lachen und dass sie glücklich sind. Eine außergewöhnliche Landschaft, viel Humor und keine Scheu vor der Kamera. Das ist schon eine besondere Kombination. Ich habe so ein Glück, hier geboren zu sein. Aber nur authentisch zu sein, garantiert nicht automatisch Erfolg. Man muss sich also ständig fragen, was man selbst tun kann, um ein Publikum zu erreichen mit einem Thema, das bislang nicht besetzt ist. Vielleicht ist das die Sicht auf die Welt, die noch nicht eingenommen wurde. Sie ist damit sehr erfolgreich. Aber ich bin mir sicher, dass es viele andere Menschen gibt, die eine ähnliche Geschichte haben, die etwas sehr Ähnliches machen und die einfach nicht von den Algorithmen erfasst wurden. Ich denke, es ist eine Kombination aus etwas Einzigartigem und auch ein bisschen Glück. Dazu sind auch Standfestigkeit und Selbstvertrauen wichtig, um sich von den kritischen oder hämischen Kommentaren nicht irritieren zu lassen. Ich habe viele Kommentare dazu erhalten. Eher noch am Anfang, als sie sich über mein traditionelles Aussehen und solche Dinge lustig machten. Ich habe das aber mit Humor genommen, um den Leuten zu zeigen, dass mich diese Kommentare nicht berühren, sondern dass ich mich darüber lustig mache. Sie bleibt sich treu, egal was die Leute sagen. Und tut's, was ihr Spaß macht. Ich bin glücklicher und aufgeregter denn je, denn ich erfülle mir einen weiteren Traum, meinen eigenen Laufsteg in meinem eigenen Stil. Egal auf welcher Bühne sie demnächst zu sehen sein wird, Nancy Riesol will authentisch bleiben. Tolle Frau. Ihre Videos haben definitiv meinen Horizont erweitert. Und euren? Habt ihr jemals über das Leben in den südamerikanischen Anden nachgedacht? Im Idealfall können authentische Stories von Content-Creatoren aus aller Welt für mehr globales Verständnis sorgen. Das zeigt auch dieses Beispiel aus Bangladesch. Rupali Khatun ist Köchin in einem kleinen Dorf in Bangladesch. Und sie ist auch ein Internetstar. Zusammen mit anderen Frauen kocht sie regelmäßig für die rund 1000 Bewohner ihres Dorfes. Sie bereiten riesige Portionen zu. Und Menschen auf der ganzen Welt verfolgen sie dabei auf YouTube. Der Kochkanal hat mehr als vier Millionen Follower. Es ist toll, dass so viele Menschen unsere Videos lieben. Wir sind stolz darauf, dass wir, obwohl wir arm sind, so viele Menschen erreichen. Für unser Dorf zu kochen, gibt uns das Gefühl, etwas Großartiges geleistet zu haben. Richtig bekannt wurde der Kanal durch diesen Clip. Ein dreijähriges Kind, das Fish-Curry zubereitet. Inzwischen hat das Video über 93 Millionen Aufrufe. Und das Kochen vor der Kamera gehört hier zum Alltag. Es macht keinen großen Unterschied für mich, ob ich hier oder zu Hause koche. Wir sind alle eine große Familie. Der größte Unterschied ist, dass ich bei diesen riesigen Portionen nicht einfach jemanden fragen kann, ob genug Salz im Essen ist. Bis vor sechs Jahren ging es im Dorf noch sehr ruhig zu. Dann fing der Neffe von Mohamed Hossein an, Videos vom Fischmarkt zu drehen. Er entwickelte die Idee weiter. Ich wollte damals die Dorfbewohner bei einem Picknick filmen, wo alle etwas zusammen essen. Wir haben mit kleinen Mengen an Reis angefangen, nach und nach kamen immer mehr Leute und aßen mit uns gemeinsam. Aber warum schauen sich weltweit so viele Menschen diesen Kanal an? Psychologin Sandra Matz geht davon aus, Es ist einfach etwas, was man sich gerne anschaut. Nichts, was man normalerweise tut. Und es ist fast so etwas wie ein mentaler Zufluchtsort, den man aussuchen kann. Außerdem ist es eine kollektive Erfahrung, denn wenn eine Million Menschen zuschauen, wird es plötzlich Teil von etwas Größerem. Und das lohnt sich inzwischen auch finanziell. Die Werbeeinnahmen betragen mehr als 1000 Euro pro Woche. Wovon das ganze Dorf profitiert. Dass so eine Geschichte viral geht und sogar den Leuten vor Ort hilft, finde ich großartig. Besonders für Frauen haben die sozialen Medien neue Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel für Hamna Raza. Seit mehr als 10 Jahren berichtet sie über ihr Leben als Geschäftsfrau und Influencerin. In Pakistan betrat sie damit absolutes Neuland. Frauen waren hier und dann kaum sichtbar. Hi, mein Name ist Hamna Raza. Ich bin Social-Media-Influencerin, habe einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Blog und außerdem betreibe ich einen eigenen Podcast. Happy Trip! Hamna Raza produziert in ihrer Firma sowohl Videos als auch Podcasts. Es gibt mehrere Studios, in denen aufgezeichnet wird. Verschiedene Menschen arbeiten für die Influencerin. Ein großer Erfolg. Besonders für eine Frau in Pakistan. Als ich angefangen habe, gab es in Pakistan kaum Instagram-Blogger. Und ich fand, dass es im Internet wirklich viele Sachen gab, die fehlten. So gab es kaum weibliche Influencerinnen. Ich bin sehr stolz darauf, eine der ersten Frauen gewesen zu sein, die den Weg geebnet haben. Zu der Zeit war es schon merkwürdig. Heute gibt Hamna Raza Frauen in ihrer Heimat eine Stimme. Sie kommen in den Vlogs und Podcasts ausführlich zu Wort. Und wie selbstverständlich arbeiten Frauen und Männer in dem Studio zusammen. Noch eine Ausnahme in Pakistan. Ich denke, ich kann jetzt in meiner Position junge Frauen dazu inspirieren, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und sich mehr zuzutrauen. Mehr als was sie denken, was sie tun könnten. Mit ihrem Erfolg zeigt Hamna Raza, dass es möglich ist, als junge Mutter im Job erfolgreich zu bleiben. Und ihr Mann unterstützt sie. Eine Frau mit einer Familie und gleichzeitig Chefin eines Social Media Studios. So ist die Influencerin zu einem Role Model geworden. Wenn es etwas gibt, das ich jüngeren Frauen mitgeben möchte, damit sie ihrer eigentlichen Berufung nachgehen können, dann das. Warte nicht auf die richtigen Umstände oder den richtigen Zeitpunkt. Mit der eigenen Person glaubwürdig für etwas stehen, das scheint ein absolutes Erfolgsrezept zu sein. So kann man nämlich auch andere Menschen für etwas begeistern. Zum Beispiel die Nachbarschaft schöner zu machen. Das hat Abdou Touré aus Dakar geschafft. Sonntags ist Abdou Touré in seiner Nachbarschaft in der senegalesischen Hauptstadt Dakar unterwegs und engagiert sich für eine saubere und grüne Stadt. In meinen Augen ist bürgerschaftliches Engagement etwas Individuelles. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, indem er sich freiwillig dafür einsetzt, den Platz vor seinem Haus sauber zu halten. Fegen, Bäume pflanzen, Blumen gießen. Ich glaube nicht, dass es dafür eine landesweite Kampagne braucht. Im Laufe der Jahre hat er seine Nachbarn dazu inspiriert, mitzumachen. Aber mit seinem Engagement möchte er die Haltung nicht nur in Dakar ändern. Er filmt die Aktionen mit dem Handy und teilt die Videos in den sozialen Medien, um ein größeres Publikum zu erreichen. Mit dem Hashtag Cartier-Wert-Challenge, die grüne Viertel-Challenge, hat er Menschen aus ganz Afrika erreicht. Viele junge Menschen haben sich der Cartier-Wert-Challenge angeschlossen. Wir haben Mitglieder in etwa 15 Ländern. Diese Menschen kommen aus Burkina Faso, Togo, Senegal und Tschad. Meine Botschaft ist es, anderen zu sagen, ihr könnt das auch. Die Beispiele, die wir gesehen haben, sind toll. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind Ausnahmen. Dass ich auf sie aufmerksam geworden bin, hat mit vielen Faktoren zu tun. Dazu zählen auch Algorithmen und eine große Portion Glück. Einfach authentisch sein garantiert keinen Erfolg, sondern kann auch ziemlich negative Folgen haben. Wo liegen die Grenzen der Authentizität? Wenn man jemand ist, der dem gesellschaftlichen Ideal richtig gut entspricht, dann ist es sehr einfach, authentisch zu sein. Wenn man aber zu einer Randgruppe gehört, ist es viel, viel schwieriger umzusetzen. Wir müssen auch ein wenig darüber nachdenken, wo die Grenzen der Authentizität liegen. Und wenn wir den Begriff der Authentizität so aufladen, setzen wir vielleicht Menschen, denen dieses Verhalten eher schwerfällt, sehr stark unter Druck. Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich? Wir nennen das psychologische Sicherheit. Wenn man Menschen ermutigt, ihre volle Authentizität in die Arbeit oder in die sozialen Medien einzubringen, dann muss man auch den Raum schaffen, in dem das möglich ist. Ich denke, das müssen im Wesentlichen die Führungskräfte leisten. Was sollte sich ändern auf Social-Media-Plattformen? Etwas, was ich gerne hätte, wäre die Möglichkeit, Inhalte zu veröffentlichen, ohne dass jeder sofort kommentieren kann. Ohne die Möglichkeit, all diese Likes zu sehen. Oder auch die Shares. Naja, die Shares vielleicht. Aber ich würde den Druck reduzieren, immer etwas veröffentlichen zu müssen, das beliebt ist. Eben ohne den Druck, ständig Feedback zu bekommen, ob es gut oder schlecht ist. Keine schlechte Idee, denn häufig sind Kommentare leider einfach nur destruktiv. Damit Authentizität online für Menschen nicht zum Boomerang wird, braucht es klare Regeln, zum Beispiel Community-Guidelines, die konsequent umgesetzt werden. Was denkt ihr? Lasst es uns wissen auf YouTube und debi.com. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie wirkt er sich auf die Wirtschaft aus? Greifen die Sanktionen gegen Russland? Ein Überblick. Boomende ukrainische IT-Firmen, die ihre Heimat unterstützen. Gaspreise, die explodieren. Und ein Cyberkrieg, der gefährlicher ist denn je. Made in Germany. Jetzt auf DW. Ändere die Welt. Sie braucht es. Das wird alles gar nicht besser. Also, da bleibt noch eine Menge Arbeit. Sie können gerne gehen, wenn Sie mich interessieren. Da gehen Sie doch einfach. Wow, was für ein Auftritt. Wir gehen alle anders mit Spresso. Was ist denn los? Was los ist? In einer globalisierten Welt, in der alles verbunden ist, reicht ein kleiner Funke, um Großes zu bewegen. Lokale Helden zeigen, wie ihre Ideen die Welt ins Rollen bringen. Global 3000 auf DW. In vielen Ländern ist Unterricht immer noch ein Privileg. Armut gilt als eine der Hauptursachen für mangelnde Schulbildung unter Kindern. Gerade die Jüngsten werden in Minenschächten eingesetzt. Schule, wenn dann erst nach der Arbeit auf der Plantage. Millionen Kinder weltweit können nicht zur Schule gehen. Wir fragen, warum? Denn Bildung macht die Welt gerechter. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild. DW. Made for Minds. Vor zwölf Monaten begann ein Vernichtungskrieg in Europa. Seitdem bombardiert Russland in der Ukraine Wohnhäuser, tötet Menschen und reißt Familien auseinander. Es ist das Jahr eins einer Zeitenwende. Die Welt ist zurückgefallen in sich bekämpfende Blöcke. Dialog, Diplomatie und Handel sind gescheitert. Der Krieg geht weiter und hinterlässt seine Spuren. Auch in der Wirtschaft. Welche Umbrüche der Krieg erzeugt hat, ist heute Thema bei MADE, dem Wirtschaftsmagazin der Deutschen Welle. Dazu erst mal ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Am 24. Februar 2022 marschieren Putins Truppen von mehreren Seiten in die Ukraine ein. Nach ersten Erfolgen kommen sie kaum noch voran. Putin scheitert daran, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Ein Massaker an hunderten Zivilisten in Butscha sorgt im April für Entsetzen. Immer mehr Menschen fliehen vor den russischen Truppen. Seit Kriegsbeginn sind es acht Millionen Ukrainer. Auch ukrainische Firmen verlegen Arbeitsplätze ins Ausland. Die Staatengemeinschaft reagiert mit Sanktionen, die noch nie so umfassend und hart waren. Sie sollen Russland entscheidend schwächen. Viele Firmen beenden daher ihre Geschäfte mit Moskau. Als Gegenzug reduziert Russland zunächst seine Gaslieferungen nach Deutschland und drosselt sie dann ganz. Der Konflikt weitet sich zu einem Energiekrieg aus. Die Kriegslage in der Ukraine ist währenddessen festgefahren. Im Januar 2023 sagen westliche Verbündete zu, die Ukraine mit Kampfpanzern zu unterstützen. Millionen von Ukrainern mussten seit Beginn des Kriegs ihre Heimatstädte verlassen. Dazu gehört auch die Stadt Kharkiv. Sie liegt nur eine Stunde entfernt von der russischen Grenze. Vor dem Krieg war sie Standort von 450 Tech-Firmen. Von Februar bis Mai war sie unter Dauerbeschuss. Und noch heute gehen in der IT-Hauptstadt der Ukraine alle paar Tage Raketen nieder. Wie sich die Tech-Branche auch ohne ihren Hauptsitz durchschlägt, hat Marta Guczynska für uns rausgefunden. Natalia Ziromacher müsste jetzt eigentlich in Kharkiv in der Ostukraine sein. Ein kleiner Teil ihres Teams von Programmierern und Softwareentwicklern ist noch immer dort. Aber wegen des Krieges arbeitet sie jetzt von Krakau im benachbarten Polen aus. Zu Beginn jedes Tages erkundigt sie sich, wie es ihren Kollegen in der Ukraine geht. Erst danach beginnt die Arbeit. Wir alle geben weiter unser Bestes. Wir wissen, dass wir überdurchschnittliche Leistungen erbringen müssen, um sicherzustellen, dass wir erfolgreich sind und unser Land unterstützen können. Ich will euch mal unseren besten Freund zeigen. Ich habe denselben. Ich habe im Moment keinen Strom, aber der Generator funktioniert und auch das Internet. Wir konnten auch ins Büro kommen und unsere Geräte wieder aufladen. Also die Arbeit geht fast normal weiter. In Kiew gibt es einige Probleme mit Strom und Wasser, zum Beispiel bei mir zu Hause. Aber im Büro ist alles okay. Viele sind gestern und heute hierher gekommen. Hier gibt es Licht, hier gibt es Kaffee. Wir machen also weiter. Und wir sind immer noch unverwüstlich und stark, wir alle in der Ukraine. Charkiv kurz nach den ersten russischen Angriffen. Dies sind private Aufnahmen aus der Stadt. Vielerorts gibt es bis heute weder Strom noch Telefon. Aus dem Ausland versuchen Mitarbeiter der Telekom-Unternehmen, den Menschen in Charkiv zu helfen. Das Hauptproblem, das wir heute haben, hängt mit fehlender Elektrizität und dem Mobilfunk zusammen, dass wir nicht immer eine Verbindung zu unseren Mitarbeitern haben. Die meisten unserer Leute arbeiten in Charkiv und wir wissen nicht, ob sie in Sicherheit sind. Dreimal ist Alaa Stutscheva bisher in die schwer zerstörte Stadt zurückgekehrt, um vor Ort zu helfen. Schon beim ersten Mal musste sie sehen, welche Zerstörungen die Russen hinterlassen. Die sind Aufnahmen von ihrem Haus in einem Vorort von Charkiv im Mai letzten Jahres. Monate später im September kehrt sie erneut zurück. Nach letzten Kämpfen und dem Abzug der russischen Besatzer stehen von ihrem Haus gerade mal die Grundmauern. Ihre Kollegen reparieren derweil unter schwersten Arbeitsbedingungen immer wieder die zerstörten Internetleitungen. Vieles geht nur im Schein von Taschenlampen, weil es keinen Strom gibt. Internet heißt, einen Kontakt zur Außenwelt zu haben. Wichtig für die Bewohner der Stadt, aber auch für die verbliebenen Unternehmen. Schutzhelme und schusssichere Westen gehören heutzutage zur Grundausstattung der Techniker. Vor dem Krieg sah es so aus. Über 250.000 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten im IT-Sektor. Die Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Selbst im Kriegsjahr um 23 Prozent. Von den Gewinnen profitieren auch die Krankenhäuser des Landes. Wir aus der IT-Branche investieren auch in die Verteidigung des Landes. Allein wir aus Kharkiv haben über 26 Millionen Euro gespendet und wir werden es weiterhin tun. Zurück in Krakau in Polen. Die Softwareentwicklerin Natalia Zeromacher hat eine Wohnung gefunden. Die Kinder gehen zur Schule, lernen Polnisch. Und doch sind sie Flüchtlinge. Mein Sohn verarbeitet alles eher schweigend. Ich habe bemerkt, dass er sehr schnell erwachsen geworden ist. Für meine Tochter war es sehr schlimm. Ihre Frage war immer, warum, warum, was haben wir falsch gemacht? Warum habe ich alles verloren? Warum musste ich meine Freunde verlassen? Warum musste ich meine Freunde verlassen? Wir alle sind jetzt so eine Art Schnecke geworden. Eine Schnecke hat immer ihr Zuhause auf dem Rücken. Wie wir. Wir alle haben ein kleines Stück der Ukraine von Kharkiv bei uns, sozusagen auf dem Rücken. Auch wenn ich hier bin, bin ich immer noch in Kharkiv. Ich bin immer noch in der Ukraine. Nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen haben seit Beginn des Krieges ihre Beziehungen zu Russland überprüfen müssen. Der Boykottdruck von Investoren und Verbrauchern ist enorm. Und so haben einige westliche Konzerne Russland verlassen. Dazu gehört der amerikanische Elektroriese Apple oder Energieunternehmen wie Shell, BP und ExxonMobil. Auch Autohersteller wie Volkswagen und Mercedes haben sich vollständig aus Russland zurückgezogen. Sie exportieren keine Autos mehr dorthin und schließen ihre russischen Fabriken. Kurz nach Kriegsbeginn verabschiedete sich auch der Streamingdienst Netflix aus Russland. Aber bei Weitem nicht alle Unternehmen ziehen sich zurück. Die Körperpflegemarke Nivea verkauft dort immer noch. Sie sagt, die Menschen in Russland brauchen trotzdem Zugriff auf medizinische Produkte. Auf das gleiche moralische Dilemma verweisen Pharmakonzerne wie zum Beispiel Bayer. Manche internationale Ketten wie Burger King sind unfreiwillig in Russland geblieben. Sie sind vertraglich an das Land gebunden. An den Beispielen merkt man, der Boykott Russlands ist lange nicht selbstverständlich. Im Endeffekt haben nur knapp 9% aller westlichen Firmen Russland verlassen. Das zeigt eine Studie aus der Schweiz. Wir sind daher der Frage nachgegangen, sind die Sanktionen gegen Russland wirkungslos? Russland geht das Geld für den Krieg aus, weil die Sanktionen die russische Wirtschaft schwächen. Das war der Plan des Westens. Unter anderem wurden mehr als 1000 Russen mit Sanktionen belegt. Das Land weitgehend vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Und wie steht Russlands Wirtschaft heute da? Sie wird wohl dieses Jahr wachsen, sogar stärker als die Wirtschaft in Deutschland, sagt der internationale Währungsfonds. Wirken die Sanktionen nicht? Experten sind uneins. Jetzt sind wir tatsächlich nach ungefähr einem Jahr oder knapp einem Jahr in dieser Phase, wo dieser Versuch, die Fähigkeit, den Krieg zu finanzieren, wirklich langsam greift. Insgesamt ist die Situation zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre für die russische Führung nicht kritisch. Eine Schlüsselrolle spielt China dabei, der bedeutendste Sanktionsverweigerer. Es hat ausgebliebene Importe aus dem Westen in großem Stil ersetzt. Ein Drittel aller russischen Importe stammt mittlerweile von dort. China war nie ein großer Investor in Russland, im Gegensatz zu den europäischen Staaten beispielsweise. Das heißt, die Chinesen würden gerne mehr nach Russland exportieren, aber ob sie dort eben jetzt in die Bresche springen und die Industrie in Russland aufbauen, da habe ich meine Zweifel. Das heißt, es ist eher eine Möglichkeit, jetzt diese unmittelbaren Auswirkungen zu begrenzen für Russland, aber es ist eben kein Zukunftsmodell und kein Ersatz für den Westen. Und dann gibt es Phänomene wie das armenische Elektronikwunder. Aus dem Land gehen unter anderem Smartphones nach Russland. Seit Beginn der Sanktionen hat sich der Export von Elektronikartikeln verdreifacht. Über Handelspartner, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen. Nicht illegal. Russland ist natürlich eingebunden in eine Welt, die letztlich auch noch größer ist als eben die Koalition der sanktionierenden Staaten. Die sanktionierenden Staaten sind zwar die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der Welt, also wirklich schon ein großer Teil der Weltwirtschaft, aber es gibt eben auch die andere Hälfte. Und die hat sich teilweise erstmal zurückgehalten, aber inzwischen wird doch relativ stark geschaut, welche Marktlücken es auch in Russland gibt, in die man stoßen kann. Hightech-Waren wie Mikrochips kommen allerdings kaum noch in Russland an. Es ist so, dass Bauteile fehlten. Bei Automobilherstellern standen beispielsweise monatelang die Bänder still. Jetzt werden zum Teil Autos ohne Airbags produziert. Aber es gibt auch einen großen Mangel an Chips und der scheint dazu zu führen, dass keine gute Munition mehr produziert werden kann, keine Präzisionsmunition. Und es wirkt sich auch auf den Bau von sehr modernen Kampfpanzern aus. Russlands Wirtschaft könnte langsam ausbluten. Auch durch neue Sanktionen wie den Ölpreisdeckel. Ein Höchstpreis für Ölexporte aus Russland, dem wichtigsten Exportgut. Das heißt, anstatt die Importe abzuschneiden, versucht man jetzt das Geld abzuschneiden, mit dem diese Importe bezahlt werden, egal wo sie herkommen. Und das ist langfristig die erfolgversprechendere Strategie. Allerdings muss man auch sagen langfristig. Denn Russland ist sehr gut aufgestellt in diesen Krieg gegangen, sowohl was die Handelsbilanz angeht, als auch was den Haushalt angeht. Und es wird eben einige Jahre dauern, bis man aus dieser sehr stabilen Situation eine geschaffen hat, in der Russland unter Druck steht. Doch wie lange wird der Westen seine Sanktionspolitik durchhalten, zumal er auch die Ukraine für Jahre mit Milliarden Euro und Dollar am Leben erhalten muss? Ist der Westen mittlerweile sanktionsmüde, angesichts hoher Inflationen in den eigenen Ländern? Ich glaube, die Sanktionsmüdigkeit hat zum Teil tatsächlich damit zu tun, dass anfangs überhöhte Erwartungen an dieses Instrument geweckt wurden. Und wenn sich dann diese scheinbar suggerierten Erfolge nicht einstellen, dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, den Preis für diese Sanktionen zu zahlen. Gleichzeitig muss man sagen, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen, die wir hier sehen, immer noch viel geringer sind als das, womit die russische Bevölkerung umgehen muss. Wer ist nach einem Jahr Sanktionen bereit, Alterslinge durchzustehen? Russland oder der Westen? Europas Sanktionen gegen Russland sind tiefgreifender als je zuvor. Und das bedeutet, sie treffen lange nicht mehr nur Moskau. Auch Firmen in Europa bekommen die Handelsverbote zu spüren. Zum Beispiel der deutsche Maschinenbau. Bis vor kurzem war Russland ein Hauptkunde für Maschinenbauer. Im letzten Jahr sind die Geschäfte um die Hälfte eingebrochen. Wie und wo sich neue Handelswege für die Branchebahn hat Dan Hirschfeld untersucht. Sie bearbeiten Kurbelwellen für Autos oder Eisenbahnräder, manchmal anderthalb Tonnen schwer. Drehen, fräsen, bohren, auf tausendstel Millimeter genau. Die riesigen Maschinen, die in der Werkhalle von Niles Simmons im ostdeutschen Chemnitz gebaut werden, kosten oft mehrere Millionen Euro. Geschäftsführer Klaus Kreher und sein Team verkaufen die Anlagen in alle Welt. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine kamen viele Aufträge aus Russland, vor allem im Eisenbahnbereich. Doch mit den Sanktionen der EU war das vorbei. Quasi über Nacht änderte sich die Situation und er musste für 350 Mitarbeiter woanders Arbeit besorgen. Wir reden hier ungefähr über einen Umsatzanteil zwischen 10 und 15 Prozent. Kurzfristig haben wir unsere Strategie komplett, ja, was heißt geändert, aber unsere Schwerpunktmärkte sind jetzt Nordamerika, Europa, viel stärker auch wieder in Deutschland. Früher waren wir mit 80 Prozent Export vom Umsatzanteil unterwegs. Das hat sich deutlich verlagert, eher zu 50-50. Die eigentliche Herausforderung aber sieht man draußen auf dem Betriebsgelände vor den Werkhallen. Kisten. Riesengroß. Es sind viele. Darin wetterfest verpackt fertige Maschinen für fast 10 Millionen Euro. Die zweite Hälfte eines russischen Auftrages. Drinnen überprüft der Geschäftsführer gerade weitere Kisten. Denn ob in absehbarer Zeit wieder irgendetwas nach Russland geliefert werden darf, ist mehr als fraglich. Wir hatten jetzt das Problem, dass die Maschinen für den Auftrag für Russland jetzt fast ein Jahr hier in der Montagehalle gestanden haben. Zur Abarbeitung unserer Umsätze für 23 brauchen wir aber den Platz. Deswegen müssen die Maschinen aus der Halle raus. Probleme, wie sie in der Region Chemnitz viele Unternehmen lösen mussten. Egal ob kleiner Mittelständler oder weltweit agierende Firma. Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, ist eine Maschinenbauregion und hat traditionell enge Wirtschaftsbeziehungen in die Länder der früheren Sowjetunion. Bei der Industrie- und Handelskammer sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Neuberg, dass es die meisten Firmen recht gut geschafft haben, weggebrochene russische Aufträge zu kompensieren. In der Außenhandelsstatistik gäbe es keinen großen Einbruch infolge der Sanktionen. Tatsächlich verbinden sich damit natürlich enorme Anstrengungen seitens der einzelnen Unternehmen, neue Märkte zu erschließen, neue Kunden aufzubauen. Und insofern ist es tatsächlich so, statistisch sieht alles gut aus. Auf der einzelbetrieblichen Ebene ist es natürlich dann mitunter viel, viel schwerer. Und noch etwas hat Neuberg beobachtet. Auch den Wiederaufbau in der Ukraine sehen zumindest einige Unternehmen schon heute als Chance. Auch wenn noch niemand weiß, wann der Krieg zu Ende sein wird. Schon jetzt ist die Ukraine insofern interessant, weil tatsächlich sehr viele westliche Hilfs- und Wiederaufbaugelder in die Ukraine gehen. Sei es im Bausektor, um die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen oder auszubessern. Aber eben auch im Gesundheitssektor oder auch anderen Bereichen der allgemeinen Daseinsfürsorge finden gerade erhebliche Investitionen statt. Auch für den Spezialmaschinenbauer Kieselstein ist die Ukraine interessant. Aber solange geschossen wird, will Chef Jens Kieselstein keinen seiner 45 Mitarbeiter ins Kriegsgebiet schicken. Auf den Anlagen von Kieselstein können auf den Hundertstel Millimeter genaue Drähte hergestellt werden. Die Firma ist Weltmarktführer. Als vor knapp einem Jahr die Sanktionen ausgeweitet wurden, hatte Jens Kieselstein gerade einen Auftrag über eine halbe Million Euro für einen russischen Kunden in Arbeit. Auf 100.000 Euro Stornokosten blieb er sitzen. Kieselstein hat seitdem neue Geschäftsverbindungen nach Brasilien geknüpft. Für das kleine Unternehmen ein Kraftakt. Wenn Sie auf einen neuen Markt gehen wollen, müssen Sie die Voraussetzungen haben, um den Markt zu bedienen zu können. Das geht natürlich auch um das Thema Sprache. Das spielt ja eine wichtige Rolle. Wir haben in dem Moment niemanden, der portugiesisch im Hause spricht. Und Sie brauchen jemanden vor Ort, Sie brauchen einen Partner. Diese Kontakte müssen angebahnt werden. Da müssen Sie komplett neu investieren. Schulungen, gegebenenfalls Reisen, vor Ort Erkundungsreisen, Kundengespräche, Kunden einladen. Wir hatten das Glück, im letzten Sommer eine internationale Messe in Düsseldorf abhalten zu können. Unsere Branchenmesse. Sodass wir dort auch direkt mit brasilianischen Kunden in Kontakt treten konnten. Woraus dann eben diese Geschäftsanbahnungen entstanden sind. Bei Niles Simmons wollen sie jetzt versuchen, die millionenteuren Maschinen, die nicht mehr nach Russland geliefert werden können, umzubauen. Damit sie für andere Anwendungen genutzt werden können. Zum Beispiel bei Kunden in der Luftfahrtindustrie. Während Europa auf Sanktionen setzt, hat Russland Erdgas und Erdöl zu seinen Waffen gemacht. Ein Energiekrieg sollte den Westen unter Druck setzen. Im August stellte Putin daher Erdgaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 ein. Fast 350 Euro kostete damals die Megawattstunde Gas in Deutschland. Vor dem Krieg lag der Preis zwischen 10 und 20 Euro. Mittlerweile haben sich die Kosten auch dank eines milden Winters wieder erholt. 50 Euro kostet die Megawattstunde Gas zurzeit. Für energieintensive Unternehmen ist das immer noch eine enorme Belastung. Wenn der Preis für Strom, für Energie die Existenz einer Firma bedroht. Das ist eine sehr anspruchsvolle Zeit, in der wir uns bewegen. Wir befinden uns im permanenten Kampfmodus. Dann müssen Unternehmen neue Wege gehen, um zu überleben. Wir sind noch immer inmitten eines fossilen Energiekriegs und die Preise sind sehr, sehr hoch. Diesen Unternehmer belasten die hohen Energiepreise enorm. Mehr als 15 Prozent seiner gesamten Ausgaben gehen für Energie drauf. Im Jahr mehrere Millionen Euro. Wir hatten schon vor der Energiekrise die höchsten Energiepreise in Europa und die haben sich jetzt nochmal vervielfacht. Wir hatten in der Spitze eine Versechfachung unserer Energiebezugspreise. Inzwischen hat sich der Markt wieder etwas beruhigt, sodass wir bei den dreieinhalbfachen ungefähr jetzt angelangt sind. Immer noch sehr hoch und eine Belastung für den Betrieb. Der produziert Stoffe, die von der Chemie und der Kosmetikindustrie verarbeitet werden. Unter anderem Kügelchen für den Peeling-Effekt in Kosmetika. Auch andere Stoffe von Wolle werden in bekannten Marken genutzt. Um kleine und mittelgroße Firmen wie Wolle zu entlasten, übernimmt der Staat ab März einen Teil der Stromrechnung. Bei Wolle circa 40 Prozent. Wenn dieses Programm 2024 ausläuft, wird sich die Bundesregierung kaum leisten können, nochmal so ein Milliardenpaket auf den Weg zu bringen. Deshalb hoffen wir, dass sich die Energiepreise bis dahin wieder beruhigt haben. Bringt das Entlastungspaket der Regierung nur eine Atempause? Es ist sehr schwer zu sagen, wie sich die Energiepreise insgesamt entwickeln. Claudia Kempfert gehört zu den führenden Energieexperten in Deutschland. Sie meint, die Energiepreise würden weiterhin vom Ukraine-Krieg beeinflusst. Solange wir da mitten drin sind, ist nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Deswegen muss man immer deutlich unterscheiden. Fossile Preise sind hoch, davon müssen wir weg. Andere Energien sind sehr viel billiger und dann kann es auch perspektivisch preiswerter werden. Andere Energiequellen wie beispielsweise Biogas, das aus Gülle gewonnen wird. Solch eine Anlage hat sich Wolle bauen lassen. Dort produziert die Firma ihren eigenen, günstigen Strom. Wir haben in eine Biogasanlage investiert, wo wir 50 Prozent unseres Stroms selber produzieren können. Die wollen wir ausbauen. Wir werden aber auch in Photovoltaik und Holzstützelheizung investieren, um uns auf die Energieversorgung klimaneutral vorzubereiten. Die Firma entkeimt auch Lebensmittel wie Kürbiskerne. Auch mit viel Energieaufwand verbunden, denn dafür wird Dampf benötigt. Bis die Energiekosten wieder niedrig sind, heißt es nun erst einmal, Kosten sparen. So viel wie möglich. Wir haben unser Schichtsystem umgestellt von einem 7-Tage-System auf einem 5-Tage-System. Wir haben überall Energie eingespart, wo es möglich ist. Wir haben die Heizung in den Büros runtergedreht. Und wir haben alle Maßnahmen getroffen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und gleichzeitig auch alle Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter zu schulen, hier sorgsam mit Energieverbrauchern nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch privat umzugehen. Das Unternehmen muss zusätzlich, so der Inhaber, günstiger produzieren mit weniger Mitarbeitern. Nur so kann es dauerhaft gegen die Konkurrenz aus dem Ausland bestehen, denn die zahlt meist deutlich weniger für Energie. Die Energiekrise zeigt, der russische Krieg gegen die Ukraine findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt. Moskau setzt eben Raketen, auch auf Erdöl und auf Hacker. Cyberangriffe wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal im großen Stil zur Waffe. Laut Microsoft befinden wir uns in einem neuen Zeitalter internationaler Konflikte. Aber was ist das eigentlich, ein Cyberkrieg? Was ist ein Cyberkrieg? Cyberkrieg ist eine virtuelle Kriegsführung. Die Waffen sind digital, die Soldaten sitzen vor dem Computer. Sie können im Auftrag eines Landes unbemerkt in fremde Netzwerke eindringen. Dort können sie die kritische Infrastruktur wie etwa Strom oder Telekommunikationsnetze manipulieren. Die Folge, Millionen Menschen sitzen im Dunkeln. Betriebe können nicht mehr produzieren, ganze Industriezweige brechen zusammen. Nach Land, Wasser, Luft und Weltraum wird der virtuelle Raum der Cyberspace zur fünften Dimension in der Kriege geführt werden können. In Form von Spionage, Sabotage oder Terrorismus. So stiegen in den ersten drei Tagen nach Russlands Einmarsch in die Ukraine die Cyberangriffe auf das Land um 196 Prozent. Im Gegenzug hat die Hackergruppe Anonymous der russischen Regierung den Cyberkrieg erklärt. Sie stören russische Propaganda, stehlen Daten, legen Technik lahm. Spionage und das Sammeln von Informationen waren schon immer fester Bestandteil internationaler Konflikte. Cyberspionage ist deshalb eine wichtige Strategie für Regierungen, die einen verdeckten Krieg führen. Dazu gehört auch das Infiltrieren von Netzinfrastruktur mithilfe von Schadstoffsoftware wie Viren, Würmern oder Trojanern. Der chinesische Geheimdienst wird regelmäßig als Schuldiger für solche Operationen genannt, obwohl er diese Anschuldigungen stets bestreitet. Eine fast vollständig digital vernetzte Welt macht es Hackern leicht, ihr Ziel zu treffen. Terroristen können von überall in der Welt zivile Infrastrukturen angreifen, ohne selbst vor Ort zu sein. Experten gehen davon aus, dass der Kriegsschauplatz globaler Supermächte zukünftig immer mehr im Virtuellen stattfinden wird. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie er die Welt und die Wirtschaft verändert hat. Das war eine weitere Folge von MADE, dem Wirtschaftsmagazin der Deutschen Welle. Ich bin Marisina. Bis bald. Die Welt und die Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Seit Kriegsbeginn sind sie im Kampfeinsatz Mittlerweile sogar direkt an der Front Fokus Europa In 60 Minuten auf DW Russlands Krieg in der Ukraine Ein Jahr seit der Invasion Das ist kein Bluff Rom der Ukraine Wo liegen die Wurzeln des Konflikts? Wie kam es zur Eskalation? Und wie wird es weitergehen? Das Beste kommt von ganz allein Unsere TV Highlights Jede Woche frisch in deine Inbox Schnapp sie dir! Sie endlich auf die Reise zu schicken Die Mission ist, die erste deutsche Astronautin ins All zu schicken Auf ins All! Ab 8. März auf DW Es herrscht Krieg mitten in Europa In der Ukraine bangen Millionen Familien um ihr Leben und ihre Zukunft Hunderttausende Menschen fliehen vor der Gewalt Aktion Deutschland hilft Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen leistet Nothilfe Mit Lebensmitteln, Trinkwasser, Notunterkünften und medizinischer Versorgung Helfen Sie uns zu helfen Jetzt mit Ihrer Spende www.aktion-deutschland-hilft.de Geld, 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 Geld regiert die Welt Wer möchte es nicht haben Gerade wenn es vom Staat kommt Hallo zur Kulturzeit Es geht um Millionen Und die möchte die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung haben Denn in Deutschland werden parteinahe Stiftungen mit Millionen gefördert Doch der Des-Stiftung wurden bis jetzt Fördergelder verwehrt Dagegen hat die AfD geklagt und bekam heute vor dem Verfassungsgericht teilweise Recht Was das nun bedeutet, darüber rede ich gleich mit dem Rechtswissenschaftler Markus Ogorek Davor noch eine Zusammenfassung von Karin Beck-Läubel Die Papp-Kameraden sind nicht echt Draußen demonstrieren Aktivisten mit Masken in Gestalt von AfD-Politikern Während sich drinnen das Bundesverfassungsgericht mit der Finanzierung der AfD-nahen Die Siderius-Erasmus-Stiftung beschäftigt Kurz DES Erika Steinbach, Vorsitzende besagter Stiftung kam heute persönlich zur Urteilsverkündung nach Karlsruhe Wurde die DES zu Unrecht von Staatsmitteln ausgeschlossen? Bisher werden die Stiftungen aller großen Parteien im Bundestag durch Mittel aus dem Bundeshaushalt gefördert Mit einer Ausnahme Anders als die anderen sechs parteinahen Stiftungen etwa die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung oder die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung erhielt die AfD-nahe DES bislang keine staatlichen Zuschüsse Das Bundesverfassungsgericht sieht die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb gefährdet Ein Ausschluss der DES sei verfassungswidrig, da die gesetzliche Grundlage fehle also ein Parteienfinanzierungsgesetz Allein Regelungen im Haushaltsplan und im Haushaltsgesetz reichten nicht aus, Fördergelder zu versagen Das Urteil hat allerdings nicht automatisch zur Folge, dass die DES nun nachträglich staatliche Zuschüsse bekommt Das Gericht stellte heute lediglich die Rechtsverletzung fest Und es geht erstmal nur um das Jahr 2019 Das einzige Jahr, für das die Desiderius-Erasmus-Stiftung fristgerecht staatliche Zuschüsse beantragt hatte Das Bundesverfassungsgericht fordert also ein eigenes Gesetz Der Rechtswissenschaftler Markus Ogorek hat für die Bürgerbewegung Kampakt einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet der zeigt, wie die Finanzierung politischer Stiftungen reguliert werden könnte Guten Abend, Herr Ogorek Guten Abend Ja, die AfD fordert Chancengleichheit Ihr wurde eigentlich heute teilweise Recht gegeben Was bedeutet jetzt dieses Urteil für die Stiftung? Bekommt die jetzt rückwirkend Geld? Ja, das ist eine schwierige Frage Und die ersten rechtswissenschaftlichen Stellungnahmen, die dazu veröffentlicht wurden, fallen sehr unterschiedlich aus Teilweise wird gesagt, dass für das Jahr 2019 eine Geldzuwendung gar nicht mehr möglich sein kann Weil das Jahr ja abgelaufen ist, weil die Gelder bereits an die anderen politischen Stiftungen vergeben worden sind Andere sagen, da macht man es sich zu einfach Und die Desiderius-Erasmus-Stiftung muss zumindest für dieses Jahr das Geld erhalten Da geht es jetzt nicht um die 70 Millionen Euro, die mal im Raum standen Für den kompletten Zeitraum, auf den sich die Klage bezog Aber es geht immer noch um einen einstelligen Millionenbetrag Also definitiv Geld erhalten Interessant ist auch, dass parteinahe Stiftungen in Deutschland fast 600 Millionen Euro aus öffentlichen Töpfen erhalten Das ist nicht wenig Geld Warum hat es bis jetzt keine klare gesetzliche Regelung gegeben, was diese Stiftungsfinanzierungen betrifft? Tja, bekanntlich gibt es keinen Richter, wo es keinen Kläger gibt Und die etablierten Stiftungen, beispielsweise die Naumann-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung Die profitieren ja alle von den finanziellen Zuwendungen Deswegen musste niemand klagen Die Situation hat sich geändert, als die AfD die Erasmus-Stiftung auf den Weg gebracht hat Und diese Stiftung dann von der Finanzierung ausgeschlossen wurde Vor dem Hintergrund stellte sich für das Bundesverfassungsgericht jetzt die Frage Kann man einfach so eine Stiftung ausschließen? Kann man diese Ungleichbehandlung eigentlich ohne eine gesetzliche Grundlage vornehmen? Oder braucht man vielleicht doch ein Stiftungsgesetz? Und Sie haben eben einen Gesetzentwurf ausgearbeitet Wird es jetzt tatsächlich zu einem Gesetz kommen? Wird es das geben? Und was müsste da drinnen stehen? Die Entscheidung heute ist eine Grundsatzentscheidung Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die Stiftungen zwar keine politischen Parteien sind Aber dass sie in einer Nähebeziehung zu den Parteien stehen Und dass sie den demokratischen Diskurs ganz massiv beeinflussen Wir reden hier von Zuwendungen in Höhe von 600 Millionen Euro Über 600 Millionen Euro Und eine solch große Summe darf in einem so grundrechtssensiblen und für die Demokratie wichtigen Bereich Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht vergeben werden Ohne eine rechtssichere gesetzliche Grundlage Es wird also ein Gesetz geben müssen Die AfD wird durch den Verfassungsschutz beobachtet Die Stiftung ist aber sozusagen organisatorisch unabhängig von der Partei Bedeutet das jetzt aber trotzdem, dass die Beobachtungssicht auf die Stiftungsfinanzierung auswirken sollte? Sie haben völlig recht Die Erasmus-Stiftung ist personell und organisatorisch und auch rechtlich unabhängig von der AfD Das heißt auch in Situationen, in denen die nahestehende Partei seitens des Bundesamtes für Verfassungsschutz beobachtet wird Auch wenn es sich um einen Verdachtsfall handelt Kann nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass auch die nahestehende Stiftung verfassungsfeindlich ist Oder dass sie suspekt ist Das heißt man wird genau hinschauen müssen zwischen der Stiftung einerseits und der Partei andererseits unterscheiden müssen Und sich fragen, ob auch die Erasmus-Stiftung unter dem Gesichtspunkt Demokratie und Verfassungstreue bedenklich erscheint oder nicht Schauen wir uns nochmal genauer an, womit sich eben die Desiderius-Erasmus-Stiftung in der Vergangenheit beschäftigt hat Sie hat zum Beispiel Seminare angeboten mit dem Titel Was Deutschland von Ungarn lernen kann Oder ob uns der Ukraine-Krieg etwas angeht Wird da jetzt schon sozusagen gesetzlich eine Linie übertreten? Wie sieht das demokratiepolitisch aus? Ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein Wenn Seminare mit solchen Titeln angeboten werden, dann wissen wir ja noch nichts über die Inhalte Das heißt, man wird sehr genau die Desiderius-Stiftung, die Erasmus-Stiftung jetzt in den Blick nehmen müssen Man wird sich fragen müssen, ob beispielsweise Aussagen von Repräsentanten der AfD, auch der Stiftung zugerechnet werden können Man wird sich die Satzung der Stiftung anschauen, man wird sich anschauen, wer sitzt da eigentlich in den Gremien Welche politischen Positionen werden seitens der Stiftung propagiert? Und man wird diese Informationen, diese Daten abklopfen müssen Daraufhin, ob das Ganze im Einklang steht mit dem Grundgesetz, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Herr Ugarek, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend noch Ich danke sehr Zehn Jahre gibt es die AfD schon und seit 2019 steht sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes Vor allem online ist die AfD erfolgreich und wird auch die erste Facebook-Partei Deutschlands genannt Online beim Surfen zufällig oder gezielt auf Informationen stoßen, das ist für junge Menschen selbstverständlich Laut einer aktuellen Jugendstudie informieren sich junge Menschen über die NS-Geschichte Vor allem über YouTube, Instagram oder TikTok Das Interesse ist dabei groß 63% der 16- bis 25-Jährigen beschäftigen sich aktiv mit der NS-Vergangenheit Mit den Fakten hapert es aber noch Jeder zweite Jugendliche nämlich kann laut Studie zum Beispiel den Zeitraum der NS-Herrschaft nicht korrekt benennen Ihr Name kann hingegen schnell korrekt eingeordnet werden, Sophie Scholl Heute vor 80 Jahren wurde sie zusammen mit ihrem Bruder Hans ermordet Sophie Scholl dient vielen jungen Menschen bis heute als Identifikationsfigur Der edukative Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl etwa erreicht eine halbe Million Menschen Auch wenn einige davon nicht immer genau wissen, was Realität ist und was nachgestellt wurde Auf Instagram wird Sophie Scholl von Luna Wedler verkörpert Die Schweizerin ist auch in Margarete von Trotters Ingeborg-Bachmann-Drama Reise in die Wüste zu sehen Das auf der Berlinale vor drei Tagen Weltpremiere gefeiert hat Überhaupt ist der deutsche Film beim diesjährigen Festival besonders stark vertreten Vor wenigen Minuten startete die Weltpremiere des neuen Films von Christian Petzold Roter Himmel heißt sein Film Er ist einer von fünf deutschen Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Bären Auch in unserem Berlinale Zoom stehen die deutschen Filme heute im Fokus Gerald Giesecke Es ist eine romantische Versuchsanordnung Vier mehr oder weniger Wauke Typen treffen aufeinander in einem Ferienhaus an der Ostsee Irgendwo in der Gegend gibt es Waldbrände Ansonsten mutet alles idyllisch an Endlich mal ein luftiger Sommerfilm von Christian Petzold Wir drehen einen Film von jungen Menschen, die nach der Corona-Zeit sich in einem Ferienhaus an der Ostsee betrügen, verlieben, küssen und kränken Das hat mich interessiert Thomas Schubert spielt Leon, die männliche Hauptfigur Ein Nachwuchsschriftsteller mit diversen Hemmungen Großartig Seine wortkargen Kommentare Seine Minimal-Mimik Felix hat mir erzählt, dass du Schriftsteller bist Selten sieht man einen Schauspieler, der mit so wenig so viel erzählen kann Schubert ist die Entdeckung im Film Ein Treffen in Wien, seine Heimat, wo er als Laiendarsteller begann Seine Kunst sei eigentlich nichts Besonderes Also was immer hilft ist, wenn man ganz große Gesichtspartien hat Damit lässt sich einiges erzählen, das ist schon ein großer Vorteil Der ganze Film, die ganze Struktur des Films ist extrem poetisch, extrem auf Literatur aufgebaut Und es ist einfach bebildete Poesie Das ist dein Lieblingsgedicht Ausgerechnet beim Besuch von Leons Verleger Stiehlt ihm die von ihm heimlich verehrte Eisverkäuferin Gespielt von Paula Bär die Show Und verzaubert mit Heinrich Heine Leon kotzt Eines Abends trat die Fürstin auf ihn zu mit raschen Worten Deinen Namen will ich wissen Deine Heimat, deine Sippschaft Und wer Sklave sprach, ich heiße Mohammed, ich bin aus Jem Und mein Stamm sind jene Asra Welche sterben, wenn sie lieben Gedichte könnten wie Songs sein Sie sind nur von schlechten Deutschlehrern kaputt gemacht worden vielleicht Aber sie könnten, und das ist ja ein Song Petzols Film ist kunstvoll und voller Poesie Es ereignet sich so manches Kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle Auch am Roten Himmel Literatur und Liebe Ein starkes Thema im deutschen Kino Auch im Wettbewerb Ein Film der großen Margarete von Trotter Über die Liebe zwischen Ingeborg Bachmann Und Max Frisch Vicky Krieps als Bachmann Und Ronald Zerfeld als Frisch Ingeborg Bachmann Eine bedeutende literarische Stimme des letzten Jahrhunderts Und eine starke, rätselhafte Frau Der Film blickt auf die vier Jahre an der Seite des berühmten Max Frisch Schöpfer von Andorra und Homo Faber Sie treffen sich 1958 Schnell sind sie ein Paar Schnell streiten sie Ich habe dein Tagebuch verbrannt Streiten über das Schreiben Und die Kunst Ihre Liebe Er ist eifersüchtig Sie hasst sein piefiges Zürich Und seinen biederen Habitus Es endet verzweifelt Was du machst ist Verrat Verrat an diesem Vertrauen Am Anvertrauen Verrat am Geheimnis Dass die intellektuelle Schärfe Die sie ja hatte Sie war hochintelligent Die gleichzeitig nicht dafür schützt In einen tiefen Gefühlsgraben zu fallen Also diese Diskrepanz Das kann ich auch für mein eigenes Leben sagen Und das ist eigentlich das Was mich an ihr interessiert hat Leider kommt Trotter der komplexen Persönlichkeit Bachmanns nicht sonderlich nah Mit ihren schicken Bildern Glatt und sogleich verschachtet Der Film macht vor allem neugierig Mehr zu erfahren Über diese Ingeborg Bachmann Ein Highlight des deutschen Films Verbürgt sich in der Nebenreihe Generationen Führt nach Schleswig-Holstein Es muss schon speziell sein Wenn man aufwächst In einer psychiatrischen Klinik Deren Direktor Dein eigener Papa ist So erging es Erfolgsautor Joachim Meyerhoff Nun erscheint dessen Jugend Auch verfilmt Im Kino Der Geburtstag seines Vaters Gerät zur Familienaufstellung Im großen Kreis Und schon früh zeichnet sich ab Bei Papa und Mama Ist es mit der Liebe wohl schon länger her Wer hat eigentlich auch mal witzig So ne Cocktail-Partie Mit echten Gästen So ganz normal Die sind doch echt Und meine Eckmanns, Henkels, Jakobs Ob die Henkels normal wären Ich glaube, dass er sehr schwer verliebt in seine Frau ist Und dass er seine Familie aufs Wöste schätzt Und dass er diese Konstellation auf jeden Fall Unbedingt erhalten möchte Und dafür kämpft Aber er hat irgendwie Dieses komische Attribut Dass er dann doch Den Röcken ganz gern hinterher schaut Also das Lachen musste In eine tiefe Emotion übergehen Dass uns wirklich was berührt Und wir anfangen Über unser eigenes Leben nachzudenken Regisseurin Sonja Heiß Erzählt von Joachim Meyerhoffs Aufwachsen in drei zeitlichen Etappen Mit Patientinnen Wie der suizidgefährdeten Marlene Zu leben Ist für ihn normal Inklusive eines ersten Naja Flirts Was hast du eigentlich Marlene? Ich habe versucht mich umzubringen Und wie hast du das probiert? Tabletten geschluckt? Wie viele denn? 40 oder so? Hm 40 Ja das ist schon viel Aber nicht genug Ja oder die falschen Fehlen tut mir natürlich unglaublich viel Ist natürlich ein So eine Verfilmung eines Großen Romans Und man muss einfach klar sagen Da kann einfach nicht alles rein Wenn es nicht Ben Hur artige Ausmaße nehmen soll Und sechs Stunden dauert Und da leidet man auch als Autor Natürlich ein Stück weit Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten Ein Film so light wie lustvoll Grandios Schöne Bescherung Und ich freue mich nun wieder mit Vivian Perkovic zu sprechen Unsere rasende Berlinale Reporterin Vivian wir haben gerade eine filmische Perle aus der Nebenreihe gesehen Wie ist denn die deutsche Ausbeute bei der diesjährigen Berlinale? Ja fünf Filme im Wettbewerb Das ist natürlich der Wahnsinn Und die Bandbreite da ist riesig in diesen fünf Filmen Vom Kunstfilm der einigermaßen kryptisch ist bis zum Biopic Haben wir gerade im Beitrag gesehen über Ingeborg Bachmann Da gefällt mir die Ausstattung wahnsinnig gut Also Tapeten, Möbel, natürlich Klamotten Alles ganz genau getroffen und wunderschön Inhaltlich ist es eher die wenig subtile Geschichte der patriarchalen Nachkriegszeit Der Mann Max Frisch ist eifersüchtig auf eine Frau Die selbstständig ist und schlauer als er und besser schreiben kann Und das ist aber nichts Neues Das hat Max Frisch selbst quasi so gesehen Und das wissen wir seitdem der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch 2011 Zum ersten Mal veröffentlicht werden konnte Und Petzold's Roter Himmel Da ist eigentlich die Überraschung, dass nicht Paula Bär im Mittelpunkt steht Die in den vorigen Filmen ja die Haupthauptrolle war Sondern eben der österreichische Schauspieler Thomas Schubert Und der ist super, haben wir auch gerade im Beitrag gesehen Aber ich finde vor allem ist es eine Ensemble-Leistung Weil bei Petzold sonst ja immer diese Zweier-Dialoge so intensiv waren Jetzt ist es die Gruppe Da kommt gerade diese Leichtigkeit und der Humor raus Und abgesehen vom Wettbewerb ist quasi die Schauspielergranate der Berlinale Dieses Jahr mal wieder Franz Rogowski Der spielt nicht in einem deutschen Film, sondern im Wettbewerbsfilm Disco Boy Das ist eine französisch-italienisch-polnisch-belgische Produktion Er spielt da einen fremden Legionär Der Film ist super Aber Rogowski, der hat sich ja quasi auf der Berlinale Durchevolutioniert vom European Shooting Star über In zwei Filmen im Wettbewerb zu sein In einem Jahr 2018 In Transit und inzwischen den Gängen Und jetzt eben in einer internationalen Produktion Und er ist großartig Es gibt wie immer auch viele spannende Dokumentarfilme Über Superbau haben wir schon Anfang der Woche geredet Du hast auch Vergissmein nicht gesehen Eine Doku über einen Klimaaktivisten Bevor wir jetzt gleich einen Beitrag darüber sehen Und dein Gespräch mit der Regisseurin Wie hat er dir denn gefallen? Ja, das ist ganz gut, dass das neben Superbauer steht Also neben einem Co-Autoren Der vor allem sich in speziellen Situationen zeigt Tritt hier in Vergissmein nicht Die Autorin oder eine der Regisseurinnen Ganz zurück hinter das Material, das sie hat Und hinter die Menschen, mit denen sie spricht Also die Aktivistin, denen sie in langen Interviewpassagen Raum gibt für tiefe Reflexion Und auch für Ambivalenzen Und das ist ja montiert eben mit dem Material von Steffen Mein Dem Klimaaktivisten, der auch mittendrin war Eben bei den Klimaaktivisten im Hamburger Wald Auf den Bäumen Danke Vivian Und jetzt machen Beusche über Vergissmein nicht Und gleich im Anschluss das Gespräch mit Fabiana Fragerle Die Kamera läuft noch Doch der, der mit ihr filmte, stirbt In diesem Moment Ich hätte jetzt weggewehrt, sollen die liegen bleiben oder was? Achso, wie ist die von dem Kletterer? Das ist scheiße, das ist mir nicht runtergefallen Steffen Mein ist 15 Meter in die Tiefe gestürzt Kein Schrei war zu hören Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, vergebens Der Medienstudent Steffen Mein hatte mit seiner Helmkamera Seit 2017 für eine Langzeitdokumentation in den Wipfeln des Hambacher Forsts gedreht Dort hatten Aktivisten aus Protest gegen den Braunkohleabbau Und die dafür nötige Waldrodung ein Dorf aus Baumhäusern errichtet Aus seinem Filmmaterial ist diese Dokumentation entstanden Hier schlafen drei Leute nachts Sehr gemütlich Ja, 1,40 Meter Matratze oder so Also man kuschelt hart Man kuschelt hart, ja Hier oben lebten sie nun Stritten, aßen, schliefen Tschüss Es ist sehr, sehr unaufgeräumt gerade Genau, und zwar, weil das ja hier ein sehr anarchistischer Ort ist Deswegen schlafen dauernd neue Leute überall Darunter auch Aktivisten aus anderen Ländern Welcome, dear journalist, to my house in a tree Could I offer you anything, maybe coffee or tea? Steffen Mein gelangen seltene Innenansichten Immer zwischen journalistisch distanzierter Neugier Und Faszination für das Engagement der Klimaaktivisten Es beginnt der wohl größte Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalen Wo sieht meine Scheune aus? Mitte September 2018, die Räumung Am 19. September will Steffen Mein über eine Brücke zu einem Baumhaus Doch eines der Bretter gibt nach Ein tragischer Unfall Ohne Einwirkung der Polizei Das zeigt sein Drehmaterial Und trägt so zur Aufklärung seines eigenen Todes bei Der Hambacher Forst steht noch heute Die Politik beschloss 2020 seinen Erhalt Doch noch immer sitzen Aktivisten in den Bäumen Weil rund um den Hambacher Forst weiter abgebaggert wird Der Film von Regisseurin Fabiana Fragale mit dem Drehmaterial von Steffen Mein Ist ein wichtiges Zeitdokument und ein Vermächtnis Eine der Regisseurinnen von Vergissmeinich ist jetzt bei mir Fabiana Fragale, ich freue mich, dass Sie da sind Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf Sie haben mit Steffen Mein an der Kölner Filmhochschule studiert Und wie kam es, dass Sie sein Filmmaterial zu dieser Dokumentation machen konnten? Als Steffen Mein gestorben ist im Hambacher Forst Gab es, also haben alle Leute versucht so eine Deutungshoheit über seinen Tod zu kriegen Also Politik, Medien, alle waren extrem laut Im Darüber Sprechen, wie das kam, wer schuld ist und so weiter Und wir EngfreundInnen waren sehr geschockt und einfach blieben stumm Und haben aber sein Material zusammengesammelt Und haben dann ein paar Wochen später beschlossen, dass wir uns Zeit nehmen wollen Und nicht einfach so schnell und laut irgendwas behaupten Sondern uns mit Zeit und Ruhe unsere Meinung oder unsere Perspektive dazu Die vielleicht eben nicht so eindeutig ist und vielleicht nicht eine klare Haltung hat Die schwarz und weiß ist Wie hat die Arbeit an dem Film denn verändert, wie Sie die AktivistInnen und ihren Protest im Hambacher Forst beobachten? Ich war vorher schon im Hambacher Wald Aber dadurch, dass ich jetzt mit diesen Menschen, die ich jetzt vier Jahre lang auch immer wieder gesehen und getroffen habe Und mit denen wir immer wieder gesprochen haben Ist natürlich eine mega tiefe Empathie auch entstanden Und diese Menschen sind einfach extrem reflektiert und offen und haben uns auch so viel beigebracht Über wie sie zum Beispiel die Welt sehen und politisches Handeln verstehen Und das hat uns auch viel gegeben Und das zeigen Sie in der Dokumentation auch in ganz langen Interviewszenen mit einigen dieser AktivistInnen Und das Interessante ist ja an denen auch, dass die in einer Zeit leben, in der ihnen die wahnsinnigsten technologischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen Sie aber zurückgeworfen sind in ihrem Protest auf das prekärste und älteste Protestmittel ever invented Nämlich den eigenen Körper Was macht das mit dieser Generation von AktivistInnen, ihren Körper da tatsächlich an die vorderste Front zu stellen? Ja, das bringt sie auch in ein Dilemma Weil einerseits ist es eine krasse Sinnhaftigkeit, glaube ich, was sie spüren Wenn sie mit ihrem eigenen Körper und statt irgendwo vor einem Computer zu sitzen Mit ihrem eigenen Körper vor dieses Loch gehen Und das ist auch das, was eine AktivistIn zum Beispiel im Film erzählt Sie kann hier mit ihrem Körper tatsächlich die Welt verändern Und das macht also, dass sie sich extrem sinnvoll irgendwie halt das Gefühl haben, sie können sich einsetzen Und andererseits sind sie aber erfällig ausgeliefert mit ihrem Körper Gegenüber zum Beispiel der Polizei und Willkür von BeamtInnen Und müssen dann halt irgendwie psychischer und physischer Gewalt sich aussetzen und das danach bearbeiten Und das müssen sie ganz persönlich danach tragen Und gleichzeitig ist aber die mediale Abbildung dieser Körper im Protest auch ein Werkzeug des Protestes Also Presse und Medien werden bewusst auch benutzt Was ist dann dieser Film in diesem Zusammenhang? Ja, also die Medien spielen auch im Film natürlich eine wichtige Rolle Weil Steffen Main wollte genau nicht seinen Körper einsetzen als Werkzeug Sondern eben seine Kamera, um politisch zu wirken Und dadurch, dass er irgendwie langsam gemerkt hat Okay, ich werde als, er hat sich auch als Journalist irgendwie verstanden Immer mehr von meiner Arbeit abgehalten Hat er sich gezwungen gefühlt dann auf die Bäume hoch zu gehen Um da seine Arbeit richtig machen zu können Und was man auch gemerkt hat im Hambacher Wald Ist, dass halt die Kamera eine wichtige Rolle gespielt hat Um diese AktivistIn irgendwie zu schützen auch Und für unseren Film, naja, ähm, gute Frage Ich glaube, unser Film ist jetzt kein aktivistisches Werk Sondern, aber es ist irgendwie natürlich Jede Art von so einer langsamen Medien Kann politisch wirken In dem, oder muss, macht es automatisch Irgendwie politisch zu wirken Weil wir dieses Wissen sozusagen aus einer Bewegung heraus Vielleicht akkumulieren, sammeln Ein Diskurs, der anstoßen können irgendwie Und dann dieses Wissen raustragen in die Welt Und wenn wir das schaffen Sind wir auf jeden Fall als Regie-Trio sehr froh Danke für diesen Film Danke für Ihre Arbeit Und alles Gute, Fabiana Fragale Vielen Dank Ihnen Vivian Perkovitsch Kurz vor unserer Sendung Im Gespräch mit Regisseurin Fabiana Fragale Vivian, bevor wir dich jetzt gleich gehen lassen Wollen wir noch wissen Was hast du denn heute Abend vor Party, Party, Party? Nee, Quatsch Ich mäht da natürlich Wettbewerbsfilme Die 19 Filme müssen ja geguckt werden Wenn wir die Abschlusssendung dann am Samstag haben Und heute Abend gucke ich einen chinesischen Anime-Film Und eine portugiesisch-französische Produktion Über fünf Frauen, die generationenlang schon ein Hotel leiten Wow, Anime und Frauen Danke Vivian Wir hören am Freitag wieder von dir Da sprechen wir über ukrainische Filme auf der Berlinale Ein Live Without Kulturzeit gibt es zum Glück nicht Schon morgen gibt es uns wieder hier Und zum Schluss noch Beatles-Melodien im Jazz-Gewand Brad Meldau, einen schönen Abend, Papa Und bis morgen Und bis morgen Dann Und bis morgen Musik Ihre Geschichte ist die vieler Ukrainer. Vor dem Angriff Russlands haben Marta und Seri als Freiwillige für den Ernstfall trainiert. Seit Kriegsbeginn sind sie im Kampfeinsatz. Mittlerweile sogar direkt an der Front. Fokus Europa. In 30 Minuten auf DW. Auf den Punkt. Starke Meinungen, klare Argumente, internationale Positionen. Vor einem Jahr, am 24.02.2022, gab Wladimir Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine. Was macht der Krieg inzwischen mit der ukrainischen und der russischen Gesellschaft? Droht ein endloser Konflikt ohne Sieger? Auf den Punkt. In 60 Minuten auf DW. Was für uns zählt, ist, was die Menschen erzählen. Zeit für Geschichten. Reporter. Jedes Wochenende auf DW. Ausbring. ZEI. 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 Wir werden uns durchsetzen, hat der ukrainische Präsident Zelensky heute mitgeteilt, während Kreml-Chef Putin neue Rüstungsprojekte ankündigte. Vor dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs sind die Fronten auch rhetorisch verhärtet. Das ist der Tag. Ich bin Birgit Keller. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Wir blicken auf die ukrainische Stadt Butscha, die für einen Tiefpunkt dieses Krieges steht. Die Folgen der russischen Verbrechen dort haben die Einwohner bis heute nicht verwunden. Unsere Reporterin hat einen Mann getroffen, der seine Frau und seine Kinder verloren hat. Die UN-Vollversammlung berät über eine weitere Resolution zum Ukraine-Krieg. Diese fordert ein Ende der Kämpfe und den Abzug der russischen Truppen. Die westlichen Staaten hoffen eine breite Zustimmung der UN-Mitglieder. Wie stehen die Chancen dafür? Wir schalten nach New York. Die Stadt Antakya ist von den verheerenden Beben in der Türkei fast vollständig zerstört worden. Unter den Trümmern liegen zahllose Opfer, die noch nicht geborgen wurden. Unser Reporter hat einen Mann auf der Suche nach seiner Schwester begleitet. Es gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt. Das Massaker von Butscha. Vor einem Jahr, zwischen Ende Februar und Anfang März, besetzten russische Soldaten den Vorort von Kiew. Sie folterten, sie vergewaltigten und sie töteten Einwohner und auch Fliehende. So wie die Familie von Oleksandr Chek-Maryov. Er war dabei, als seine Frau und seine Kinder tödlich getroffen wurden. Es sind traurige Tage seitdem. Es sind Tage voller Wut. Die Hoffnung bleibt, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Oleksandr Chek-Maryov wollte nur eines, seine Familie in Sicherheit bringen. Er brachte sie nach Butscha, nachdem von Russland unterstützte Separatisten ihre Heimatstadt in der Ostukraine 2014 angegriffen hatten. Dieses Haus wurde ihr neues Zuhause. Wir dachten, wir entkommen dem Krieg. Aber das stimmte nicht. Putin hat uns sogar in Butscha gefunden. Als Putins Truppen die Ukraine im Februar 2022 angreifen, kommt der Krieg bis vor ihrer Haustür. Die Kinder ertragen den Lärm durch den Beschuss nicht. Ihr Vater bringt sie hierher in einen Schutzraum im Keller. Er plant die zweite Flucht. Frühmorgens fahren die Chek-Maryovs im Auto los, ihre Nachbarin Halja hinter ihnen. Kaum aus der Straße raus sehen sie ein russisches Panzerfahrzeug. Meine Frau Rita hat noch gerufen, lass uns umdrehen. Wir haben es nicht geschafft rauszukommen. Die fing an zu schießen und unser Auto fing Feuer. Er ist verwundet. Seine Frau und seine Kinder auf dem Rücksitz sind tot. Das ist das Ende unserer Geschichte. Die Geschichte von meiner Frau und meinen Kindern. Der Bürgersteig ist immer noch verkohlt, wo Alexander Chek-Maryovs Auto brannte und wo er seine Familie zuletzt lebend sah. Die Generalstaatsanwaltschaft in der Ukraine hat eine Internetseite eingerichtet, auf der man mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte melden kann. Bisher sind fast 70.000 Fälle registriert worden. Es werden täglich mehr. Allein in der Region Kiew, zu der auch Butscha gehört, sind es 10.000, erklärt uns ein Staatsanwalt. Wir identifizieren die russischen Soldaten. Wir ermitteln, wir bereiten Anklagen vor und schließlich bringen wir sie dann vor Gericht. Bisher sind landesweit 25 russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Auch der internationale Strafgerichtshof und die UNO haben Ermittlungen eingeleitet. Aber die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Oft braucht es Jahre, um Verbrechen zu untersuchen, die in wenigen Minuten begangen wurden. Minuten, die Alexander Chek-Maryov für immer im Gedächtnis bleiben. Er hat mit ukrainischen und internationalen Ermittlern gesprochen. Er hofft, dass ihm das hilft, den Schmerz zu lindern. Ich möchte diesen Menschen in die Augen sehen. Erst dann werde ich begreifen, dass sie bestraft werden. Ich werde mich besser fühlen, wenn es Urteile und Strafen gibt und eben nicht nur rechtliche Verfahren. Im Haus ist alles noch, wie es früher war. Die Spielsachen der Kinder in den Schubladen, die Betten frisch bezogen, überall hängen Fotos. Erinnerungen an sein verlorenes Leben sind alles, was Alexander Chek-Maryov bleibt, bis er Gerechtigkeit für seine Familie findet. Dieser Krieg hat schon jetzt etliche Familien zerstört. Es gibt unzählige Tote und Verletzte. Doch Russlands Präsident Putin setzt seinen Krieg fort, aktuell im Norden und Südosten der Ukraine. Mit Durchhalteparolen will er Soldaten und Volk hinter sich vereinen. Putin schürt erneut Ängste. Er kündigt die Stärkung der Atomstreitkräfte und der Armee an. An diesem Freitag, vor einem Jahr, begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ein Ende der Gefechte ist nicht in Sicht. Die Kleinstadt Wuchledar, südwestlich von Donetsk, unter ständigem Beschuss. Ukrainische Soldaten versuchen, die russischen Angriffe abzuwehren. Sie müssen ihren Standort immer wieder verändern, um nicht ins gegnerische Visier zu geraten. Der britische Geheimdienst sieht in Wuchledar eine weitere Offensive der Russen kommen. Die Soldaten hier wünschen sich westliche Technik. Westliche Panzer sind viel komfortabler als sowjetische. Sie sind moderner und die Besatzung ist besser geschützt. Das Gleiche gilt für die Manövrierfähigkeit und die Feuerreichweite. Spanien hat gerade sechs Leopard 2-Panzer zugesagt. Es könnten auch zehn in den nächsten Wochen und Monaten werden, sagt der spanische Regierungschef Pedro Sanchez bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew. Auch auf Kiews Straßen wünschen sich die Menschen Waffen kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs. Es war das schwierigste Jahr in meinem Leben und im Leben aller Ukrainer. Das Einzige, was die Ukrainer wirklich interessiert, ist der Sieg, sonst nichts. Sieg und neue Waffen, denn wir brauchen mehr davon, weil Russland ein riesiges, böses Imperium ist, das schwer zu besiegen ist. Mehr Waffen brauchen wir, damit der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Aber je mehr Waffen es gibt, desto mehr Feindseligkeiten wird es geben. Es ist ein Teufelskreis. Unterdessen verkündet Kreml-Chef Wladimir Putin hier bei der Kranzniederlegung zum Tag der Vaterlandsverteidiger, er wolle die Entwicklung seiner Nuklearstreitkräfte weiter vorantreiben. So sollen unter anderem noch in diesem Jahr die neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinentalraketen vom Typ Samad in Dienst gestellt werden. Mehr Munition gibt es schon jetzt für die berüchtigte russische Söldnertruppe Wagner. Ein Erfolg für den Chef Yevgeny Prigorshin. Der hatte sich zuletzt mit der russischen Militärspitze um die Ausrüstung gestritten. Seit Monaten kämpfen seine Einheiten erbittert um Bachmut. Der Wagner-Chef steht angeblich 400 Meter von der Frontlinie in Bachmut entfernt. Einer Stadt, die schon jetzt fast völlig zerstört ist. Im Süden der Ukraine, in Kherson, erreichen wir Nick Connolly. Kherson wurde im November von den ukrainischen Soldaten zurückerobert. Wie ist die Situation heute? Wie erleben Sie die Menschen in Kherson und wie sieht eigentlich Ihr Alltag aus? Also es ist schon eine stark gewandelte Stadt. Es ist kaum was an Menschheit unterwegs. Man sieht wirklich nur sehr selten Leute, die hier vorbei laufen. Die meisten bleiben zu Hause. Man hört ständig Beschuss, jetzt zuletzt vor wenigen Minuten. Wir sind hier auf dem zentralen Platz von Kherson, wo im November die Menschen zu Hunderten und Tausenden standen, als die ukrainische Armee zurückkam. Das scheint alles sehr, sehr weit weg. Überall gibt es Einschusslöcher. Man sieht die Verwüstung überall. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass viele, viele Menschen auch einfach die Gelegenheit genutzt haben, wegzugehen seit der Rückkehr der ukrainischen Armee. Also die Bevölkerung ist wirklich geschrumpft. Und das, obwohl eigentlich die Grundvoraussetzungen für ein normales Leben, Strom, Internetverbindung, Handyverbindung, das ist alles gegeben. Das funktioniert. Auch die Supermarktregale sind voll. Aber es ist einfach durchgehend gefährlich, hier zu sein. Und wie groß ist dann eigentlich auch die Angst der Menschen, dass Russland eine große Offensive starten und dann möglicherweise die Stadt Kherson erneut einnehmen könnte? Also viele Menschen sagen einem hier, dass sie einfach keine Kraft mehr haben, um Angst zu haben. Also sie machen sich Sorgen, sie überlegen sich, was kommen kann. Aber diese Angst, diese plagende Angst, die man vielleicht in den ersten Monaten durchlebt hat, die ist bei vielen, hat sich diese Angst verflüchtigt. Das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, noch sieht nichts danach aus, als ob die Russen einen zweiten Versuch starten könnten, hier das westliche Ufer vom Fluss Dnipro einzunehmen. Aber sie beschießen diese Stadt ständig, sie binden dadurch ukrainische Soldaten und sie rächen sich auch an den Ukrainern für diesen symbolischen Gewinn hier in Kherson. Das war die einzige Gebietshauptstadt, die die Russen gewonnen hatten seit Anfang des Krieges. Und dann haben sie sie nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr wieder verloren. Das war ein schmerzlicher Verlust für den Kreml. Und die Menschen hier, die können sich nie wirklich in Sicherheit fühlen. Der Beginn des Angriffskrieges der Järziger, nun, was ist eigentlich die große Hoffnung der Ukrainer ganz konkret? Waffen. Also man hört immer wieder, besonders wenn man aus Europa kommt, diese Bitte nach mehr Waffen. Es wird einem dann gesagt, dass es zu keiner Eskalation führen würde, sondern stattdessen einfach würde das der Ukraine die Möglichkeit geben, einfach diesen Krieg schneller zu beenden. Das ist zumindest die Sicht vieler hier in der Ukraine. Viele sagen einem auch, dass sie auch nicht weiter als ein, zwei Tage in die Zukunft denken, nicht weiter in die Zukunft blicken können, weil sie einfach keine Pläne schmieden können. Es ist einfach nicht möglich, ihr eigenes Leben so zu organisieren. Es kommt dann immer doch anders. Das Schicksal lässt sich dann irgendwie nicht vorhersagen. Viele sind aber auch darauf eingestellt, haben sich darauf eingestellt, dass dieser Krieg wirklich noch deutlich länger werden könnte, dass es zwei, drei, vier Jahre brauchen könnte. Aber eine Bereitschaft zu irgendwelchen Gesprächen, zu Eingeständnissen gegenüber den Russen, das sieht man hier bei den wenigsten. Noch kurz, Nick, wie schwer ist es eigentlich in Kherson dort zu arbeiten? Wir sind sehr eingeschränkt. Wir müssen uns immer in der Nähe von sicheren Orten aufhalten, Unterführungen oder Keller, Räumlichkeiten, wo man dann auch Schutz finden kann. Also die gesamte Stadt ist innerhalb der Erreichbarkeit, der ist erreichbar für die russische Artillerie. Und das ist natürlich ein Risiko, mit dem man umgehen muss und das einem da allgegenwärtig sein muss. Es ist auch einfach sehr seltsam, hier so prominent auf der Straße zu sein. Die Einheimischen halten sich sehr zurück, halten sich immer an irgendwelchen sicheren Orten auf, verlassen da den Schatten irgendwelcher großen Gebäude selten. Insofern fühlt man sich exponiert, aber es ist ein Risiko, was bisher beherrschbar ist und es ist auch wichtig hier zu sein, um auch mit den Menschen reden zu können. Passen Sie gut auf sich auf und vielen Dank für Ihre Information und Einschätzung, Nick Connolly im ukrainischen Kherson. Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trifft sich die UN-Vollversammlung in New York. Es geht um eine von mehr als 50 Staaten eingebrachte Resolution für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Der Entwurf ruft Russland zum Rückzug auf und betont die territoriale Unversehrtheit der Ukraine. Der Text ist an vielen Stellen entschärft worden, damit möglichst viele Staaten zustimmen können. Deutschland unterstützt die Resolution. Außenministerin Annalena Baerbock hat vor dem Votum für eine breite Unterstützung geworben. Und Ines Pohl ist vor dem UN-Gebäude in New York. Sie sagt ja, Außenministerin Baerbock kämpft für eine Annahme der Resolution und das ja auch schon seit Wochen, nicht erst seit heute. Wie stehen denn eigentlich jetzt die Aussichten, dass sich eine große Mehrheit der UN-Mitglieder hinter dieser Resolution versammeln kann? Ja, sie kämpft. Sie hat in einer sehr, sehr emotionalen Rede nochmal eindringlich darauf hingewiesen, wie wichtig eine breite Zustimmung für diese Resolution ist. Und das hat sie auch schon in den vergangenen Wochen getan. Sie hat sehr intensive Gespräche geführt mit Brasilien, auch mit Südafrika, die morgen zum Jahrestag eine Militärübung mit China und Russland zusammen machen. Mal so als kleine Seitennote, die, glaube ich, ganz gut unterstreicht, wie schwierig es in der Tat ist, dieses breite Bündnis zu bewahren. Bei den beiden letzten Abstimmungen gab es eine Mehrheit von über 140 Stimmen. Jetzt ist die große Frage, wie heute abgestimmt wird. Nochmal einmal kurz erklärt, die von der Ukraine eingebrachte Resolution umfasst ja einen Friedensplan. Was konkret beinhaltet diese Resolution jetzt? Kritiker sagen, das ist ein Vanilla Resolution, also wirklich eine sehr, sehr verwässerte Resolution. Die Forderung der Ukraine, zu verabschieden, dass Wladimir Putin vor den Menschengerichtshof gebracht wird und für seine Gräueltaten zur Verantwortung gezogen wird, das war eine Kernforderung der Ukraine, die ist nicht in der Resolution. Warum ist es so? Weil dann die Gefahr noch größer wäre, dass viele Länder, vor allen Dingen aus dem globalen Süden, aber natürlich auch andere Länder, die kritisch gegenüber der starken militärischen Unterstützung für die Ukraine stehen, dann erst recht nicht zustimmen würden. Wir merken gerade, dass wirklich was in Bewegung ist. Einerseits wird natürlich die Invasion verdammt von einer ganz klaren Mehrheit der Länder dieser Welt, wenn ich das so sagen kann. Auf der anderen Seite sagen aber auch, wie gesagt, viele Länder aus dem globalen Süden, es gibt auch noch andere Probleme und wir brauchen auch Unterstützung. Und ihr könnt nicht alle Ressourcen nur in die Ukraine stecken. Könnte das auch ein Grund sein, warum anders als vor einem Jahr, also 140 Länder hinter der Resolution standen, jetzt möglicherweise weniger Länder sich hinter dieser Resolution versammeln können oder werden? Ja, absolut. Viele Länder sagen, es ist wichtig, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Und wenn die Ukraine dafür in Kauf nehmen muss, dass nicht alle besetzten Gebiete zurückerobert werden können, dann muss das so sein. Also es gibt einen zunehmenden Druck sozusagen, diesen Krieg auf jeden Fall so schnell wie möglich zu beenden. Und das werden wir unter Umständen auch in diesem Ergebnis wieder gespiegelt sehen. Noch kurz, welche Rolle spielt es, dass auch China einen Friedensplan vorlegen will? Na ja, China ist ganz zentral. Wir wissen ja auch, dass es Gespräche gibt zwischen der russischen und der chinesischen Führung. Es gibt sogar Informationen, nach denen China Waffen nach Russland liefert. Also China ist zentral in dem ganzen Konflikt. Und insofern sind natürlich alle Augen auch auf dieses Land im Moment gerichtet. Konkretes zu dem Friedensplan gibt es nicht. Also da kann ich jetzt auch keine Zeiten nennen, wann da irgendwas sozusagen publiziert wird oder nicht. Aber wie gesagt, China wird ganz zentral sein in der Unterstützung von Russland. Und was es dann bedeutet für ein mögliches Ende dieses Krieges. Vielen Dank für all diese Informationen und Ihre Einschätzung. Ines Pohl war das für uns in New York. Und hier weitere Nachrichten in aller Kürze. Die israelische Luftwaffe hat Ziele im Gaza-Streifen angegriffen. Als Vergeltung für Raketenangriffe durch die militante Palästinenser-Organisation Islamische Dschihad. Die Angriffe waren wiederum die Reaktion auf einen israelischen Militäreinsatz im Westjordanland, bei dem elf Palästinenser ums Leben kamen. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zur Deeskalation auf. Das gemeinsame Marinemanöver von Russland, China und Südafrika sorgt für Aufsehen, weil es mit dem 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, zusammenfällt. Die nächsten zehn Tage werden russische, chinesische und südafrikanische Einheiten vor der südafrikanischen Hafenstadt Dörben die Bekämpfung von Piraterie üben, wie die südafrikanische Marine mitteilte. Launige TikTok-Clips, die neuesten Foodtrends oder Challenges für Mitarbeiter der EU-Kommission ist das auf dem Diensthandy künftig tabu. Sie müssen die Social-Media-App TikTok wegen Sicherheitsbedenken auf ihren Dienstgeräten löschen. Die in China entwickelte App ist zudem künftig auch auf privaten Geräten verboten, wenn dort Apps der EU-Kommission genutzt werden. Die US-Weltraumbehörde NASA hat wieder spektakuläre Aufnahmen des James-Webb-Teleskops veröffentlicht. Sie zeigen sechs Galaxien, die kurz nach dem Urknall vor rund 13 Milliarden Jahren entstanden. Sie sind etwa so groß wie die Milchstraße und damit erheblich größer als kosmologische Modelle bisher berechnet haben. Die türkische Stadt Antakya ist vom Erdbeben Anfang Februar schwer getroffen worden. Die einstige Millionenstadt an der syrischen Grenze ist zerstört. Es gibt sie so nicht mehr. Tagelang wurde in Antakya nach Verschütteten gesucht. Doch mittlerweile sind viele Rettungskräfte abgezogen. Die Menschen dort sind auf sich allein gestellt. Unter den Einwohnern lebten auch zehntausende syrische Flüchtlinge. Der Syrer Mazar Malahazan ist in die Stadt gekommen, um seine Schwester und ihren Mann zu finden, die vor dem Krieg dorthin geflohen waren. Er will sie würdevoll bestatten. Sie haben seine Schwester Sevzen entdeckt. Der Syrer Mazar eilt zu der Ruine, in der vor kurzem noch ihre Wohnung war. Seine Freunde haben Sevzen und ihren Mann unter den Trümmern der zusammengesackten ersten Etage gefunden. Tod. Aber das hat Mazar befürchtet. Seit Tagen hat er in dem Haus in der südosttürkischen Stadt Antakya vergeblich nach einem Lebenszeichen gesucht. Jetzt ist das Schlimmste eingetroffen. Erzähle es bitte nicht weiter. Wir haben es bisher auch niemandem erzählt. Wir bergen sie erst einmal. Doch die Bergung gestaltet sich schwierig. Mit einem geborgten Pressluftporer arbeiten sich Mazar und seine Freunde voran. Hilfe von staatlichen Stellen erwarten die Syrer nicht. Ein Freund bringt eine Wolldecke für den Leichnam. Später soll seine Schwester Sevzen eine würdige Bestattung bekommen. Wir hatten uns zum Schlafzimmer vorgearbeitet. Erst haben wir meinen Schwager teilweise sehen können, dann meine Schwester. Sie lagen sich im Tod in den Armen. Mazar ist mit Eltern und Geschwistern vor dem syrischen Bürgerkrieg in die Türkei geflohen. Er selbst lebt mittlerweile in Istanbul. Seine Schwester Sevzen hat in Antakya syrische Flüchtlingskinder unterrichtet. Meine Schwester war so ein guter Mensch, voller Liebe. Das ist so traurig, dass sie so sterben musste. Aber es ist Allas Wille. Doch noch schlimmer, so erzählen uns Mazar und seine Freunde, soll es auf der anderen Seite der Grenze in Syrien aussehen. Viele seiner Verwandten hätten alles verloren. Als wäre der Krieg dort nicht schlimm genug. Dort bekommen die Menschen so gut wie überhaupt keine Hilfe. Hier kommt wenigstens ab und zu jemand vorbei und bringt etwas zu essen oder bietet seine Hilfe an. Dann, nach sieben Stunden, haben sich Sevzen und ihren Mann endlich gebaut. Wir sind hierher gekommen, um in Sicherheit zu leben. Dass es anders gekommen ist, damit müssen wir nun leben. Dann treten Sevzen und ihr Mann Mahmoud, die von einem sorgenfreien Leben in der Türkei geträumt hatten, auf der Ladefläche eines Transporters ihre letzte Reise an. Und ich spreche jetzt mit Jan Ilhan Kisselhahn. Seine Familie stammt aus dem Südosten der Türkei. Er ist Traumaforscher in Willingen, Schwenningen. Ja, Herr Kisselhahn, seit dem Beben gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Was machen die Menschen da eigentlich durch, die Angehörige verloren haben? Wie groß ist da die psychische Not? Ja, mit dem Beginn des Erdbeben befinden sich die meisten, die überlebt haben, in einem Schockzustand. Sie werden überflutet von Reizen, Stressen im Kopf, dass zu keiner Anspannung kommt. Die Aspekt geht einher mit Schlafstörungen, mit Konzentrationsproblemen. Desorientierung, viele fallen in Unmacht, vor allem bei Frauen, die ihre Menschen suchen. Und sie kommen von den Plätzen manchmal nicht weg. Das heißt, wir haben im Augenblick eine akute Traumatisierung bei vielen der Menschen. Wenn sie leider lange anhält und sie keine professionelle Hilfe bekommen, besteht die Gefahr, dass wir eine hohe Zahl von Menschen mit einer langfristigen posttraumatischen Belastungsstörung haben werden. Wie müsste denn eigentlich psychologische Hilfe nach so einer Erdbebenkatastrophe ganz konkret aussehen? Also es gibt eigentlich Pläne und jeder Psychologe im vierten Semester, Mediziner, weiß, dass man, wenn die Personen jetzt eine solche Katastrophe erlebt haben, man sich umgehend um sie kümmern muss von dem Katastrophenplatz, wo die Häuser zum Beispiel zerstört worden sind, wo vielleicht noch Leichen sind, wegbringen. Sie etwas wärmer erheben, weil der Körper unter einem besonderen Druck ist und Kälte spürt. Das Wärme bringt dazu, dass sie helfen, etwas zu essen bekommen, zu trinken bekommen, dass sie nicht alleine sind, jemand mit ihnen spricht. Das muss nicht unbedingt ein professioneller Psychiater oder Psychotherapeut sein. Und dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht allein sind und man muss mit ihnen sprechen, was passiert ist. Und das ist sozusagen die erste Form der Nordfallpsychologie oder der psychologischen Erstrufe. Und dann muss man im Detail schauen, ist jemand so sehr schockiert, so sehr überwältigt von diesen Stressen, dass er dekompensiert und zusammenbricht. Dann müssen eben Psychiater oder Psychotherapeuten ran, um ihnen zu helfen. Sie wollen Traumatisierten im Erdbebengebiet helfen und Anlaufstellen aufbauen. Wie gehen Sie da vor? Vielleicht können Sie das noch kurz erläutern. Also wir haben im Augenblick ein Projekt, das wir bald beginnen werden. Das Erste ist, wir werden einige der Psychiater, der Psychologen und Sozialarbeiter aus Syrien, aber auch aus dem Irak, die beiden Sprachen sprechen, sowohl Arabisch als auch Kurdisch. Und ich dort ein Institut für Psychotherapie leite und aus der Türkei nach Deutschland bringen, um sie hier zu trainieren, wie sie erstens mit solchen schweren Notsituationen umgehen, langfristig auch erkennen, wo ist eine Traumastörung, indem wir sie psychotherapeutisch behandeln, aber auch gleichzeitig daran arbeiten, wir können da gemeinsam ein Netzwerk aufbauen, das langfristig versucht, die Überleben zu helfen. Denn statistisch gehen wir davon aus, wenn es so bleibt, wie es ist, insbesondere in Syrien, indem es keine Hilfen gibt, indem wir keine Fachkräfte haben, dass wir 50 bis 60 Prozent der Menschen, die überlebt haben, an irgendeiner psychischen Erkrankung wie Depression, Angst oder Trauma leiden werden. Und es geht darum, jetzt schnell zu handeln, ein Netzwerk aufzubauen, damit wir nicht diese hohe Zahl erreichen, was sowieso schlimm genug ist. Und das Gleiche gilt auch für die Türkei. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie uns mal einen Eindruck geschildert haben, was die Menschen dort an Not erleiden. Vielen Dank, Jan Iljan Kicillan, Trauma-Experte. Vielen Dank. Danke Ihnen. Nach dem schweren Grubenunglück in Nordchina sind bislang fünf Bergleute tot geborgen worden. Sechs wurden gerettet, aber 47 Bergleute werden noch vermisst. Die Kohlegrube in der inneren Mongolei war am Mittwoch teilweise eingestürzt. Viele Rettungskräfte eilten zum Unglücksort. Chinas Präsident Xi Jinping hatte dazu aufgerufen, alles zu tun, um die Arbeiter zu retten. In China kommt es immer wieder zu schweren Bergbauunglücken mit vielen Toten. Oft sind mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen die Ursache. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Moment des Einsturzes der Kohlemine in der inneren Mongolei. Der Hang kommt ins Rutschen, die Erdmassen entwickeln eine gewaltige Kraft und reißen alles mit sich. Am Ende erstrecken sich Tonnen von Erde und Schutt über ein Gebiet von 200 mal 500 Metern. Einige Bergarbeiter können sich noch retten. Wir hatten gerade mit der Arbeit begonnen, als wir sahen, dass Kies vom Hügel rollte. Als wir merkten, dass die Situation immer schlimmer wurde, begannen wir sofort mit der Evakuierung. Aber es war zu spät. Der gesamte Hügel rutschte ab. Für mindestens sechs Arbeiter kommt jede Hilfe zu spät. Sie können nur noch tot geborgen werden. 47 werden seit Mittwoch noch vermisst. Bagger, Bulldozer, Planierraupen, Lastwagen, Geländewagen, Feuerwehrfahrzeuge und fast 1000 Rettungskräfte sind im Einsatz, um sie lebend zu finden. Die Aktion bleibt gefährlich. Fünf Stunden nach dem ersten Erdrutsch gab es einen zweiten. Es stellt sich die Frage nach dem Auslöser des Unglücks. Die Ursache des Einsturzes wird untersucht. Die Polizei ist eingeschaltet. Einige Verantwortliche wurden bereits festgenommen. Wir werden das Ergebnis der Ermittlungen zu gegebener Zeit bekannt geben. Der Bergwerksbetreiber soll wegen mehrerer Sicherheitsverstöße im vergangenen Jahr bestraft worden sein. Mangelhaft seien die unsicheren Ein- und Ausstiege in die Grube. Insgesamt habe sich die Sicherheitslage im Bergbau nach Angaben der chinesischen Behörden in den vergangenen Jahrzehnten aber verbessert. Tja, dann doch lieber zu Hause bleiben, in Sicherheit. Das waren die wichtigsten Informationen vom Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihre Geschichte ist die vieler Ukrainer. Vor dem Angriff Russlands haben Marta und Seri als Freiwillige für den Ernstfall trainiert. Seit Kriegsbeginn sind sie im Kampfeinsatz. Mittlerweile sogar direkt an der Front. Fokus Europa Jetzt auf DW Auf den Punkt Starke Meinungen Klare Argumente Internationale Positionen Vor einem Jahr, am 24.02.2022, gab Wladimir Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine. Was macht der Krieg inzwischen mit der ukrainischen und der russischen Gesellschaft? Droht ein endloser Konflikt ohne Sieger? Auf den Punkt In 30 Minuten auf DW Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und jede Sprache mit dem ersten Wort. Hallo, ich bin Nico. Nico kommt nach Deutschland und lernt Deutsch. Lerne mit ihm. Ganz einfach. Online, mobil und kostenlos. Du schaffst das. Der E-Learning-Kurs der DW. Nikos Weg. Einfach Deutsch lernen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind bei Fokus Europa. Vor einem Jahr begann der Krieg in der Ukraine. Damals rechneten viele damit, dass Russlands gigantische Armee es leicht haben würde, das Land zu überrollen. Auch Russland selbst. Doch der Vormarsch kam schnell zum Erliegen. Weil die Ukraine erbitterten Widerstand leistet. Die Zerstörung im Land ist groß. Die russische Armee nimmt auch die Energieversorgung in der Ukraine ins Visier. Das trifft vor allem die Zivilbevölkerung. Die Menschen leiden sehr unter dem Krieg. Kurz vor Kriegsbeginn hatten wir in der Hauptstadt Kiew die Ärztin Marta getroffen. Sie und ihr Mann Sergier wollten etwas gegen die Bedrohung durch Russland tun und meldeten sich zur Unterstützung der Armee. Ohne jegliche Kampferfahrung. Nach einem Jahr an der Front hat der Krieg sie verändert, so wie das ganze Land. Fronturlaub. Zum ersten Mal seit Monaten haben Marta und Sergi Zeit, gemeinsam durch Kiew zu schlendern. Seit Tag 1 des Kriegs waren sie im Kampfeinsatz. Diesmal ist es, als ob wir in die Zeit vor dem Krieg zurückgekehrt seien. Ich habe mitbekommen, wie sich die Stadt verändert hat. Aber jetzt ist Kiew wie erneuert nach den ersten Monaten des Kriegs. Jetzt ist es sehr friedlich. Und das ist gut. Es ist gut, einen Ort zu haben, wohin man zurückkehren kann von der Front und der friedlich ist. Wenige Wochen vor Kriegsbeginn treffen wir die beiden das erste Mal. Marta und Sergi haben sich damals zu den Territorialverteidigungskräften gemeldet. Eine freiwillige Truppe des ukrainischen Militärs. Kaum einer hier hat militärische Vorerfahrung, auch Marta und Sergi nicht. Trainiert wird einmal die Woche. Militärische Grundlagen auf Anfängerniveau. Im Film sieht das alles immer ganz einfach aus. Aber wenn man es selbst machen muss, dann ist es ganz schön schwierig. Du musst das alles ja richtig machen, um dich und deine Kollegen nicht zu gefährden. Das sind nur Grundkenntnisse, aber eben wichtige Grundkenntnisse. Im Fall eines Kriegs hieß es damals, sollen die Territorialverteidigungskräfte die Armee vor allem hinter der Front unterstützen. An Checkpoints zum Beispiel. Vor einem Jahr weiß noch niemand, ob Russland wirklich einmarschiert. Doch Marta ist damals klar. Sollte es soweit kommen, will sie vorbereitet sein. Es ist schwierig, Ausländern zu erklären, warum wir genau wissen, was wir von Russland zu erwarten haben. Aber in unserer Geschichte ist es oft genug passiert, dass sie versucht haben, die Wurzeln der Ukrainer physisch zu zerstören. Eine Abenteurerin ist Marta nicht. Vor dem Krieg führt sie ein bürgerliches Leben, ein Haus vor den Toren von Kiew, ein Garten und Haustiere. Marta hat Medizin studiert und betreut von zu Hause aus Studien für internationale Pharmakonzerne. Doch sie spürt, dass ihr Idyll bedroht ist. Es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, wie es wäre, das alles aufzugeben und kämpfen zu gehen. Aber es könnte passieren. Ich versuche bereit zu sein. Denn ich will es sicher nicht bewahren, wenn der Preis dafür eine russische Besatzung wäre. Der Krieg kommt schneller als erwartet. Beide rücken sofort bei Kriegsbeginn ein. Als die russischen Truppen vor Kiew stehen, wird ihre Heimatstadt zum Kriegsgebiet. Serhi kämpft im Schützengraben. Die Medizinerin Marta ist im Einsatz auf der Rettungsstation. Inzwischen unterstützen die Territorialverteidigungstruppen die Armee längst nicht mehr nur im Hinterland. Sie sind zu regulären Kampfeinheiten geworden und werden auch in den schwierigsten Frontabschnitten eingesetzt. Marta und Serhi waren zuletzt beide an der hart umkämpften Donbass-Front. Ich habe immer noch viel Angst. Serhi ist da ein bisschen, nein, viel weiter. Aber ich habe immer noch Angst. Immerhin bin ich so weit, dass ich an gefährliche Orte gehen kann, wenn ich muss. Aber ich würde dort niemals von selbst hingehen. Es ist das erste Mal, dass beide eine längere Zeit frei haben. Ehrlich gesagt war ich am Anfang überhaupt nicht optimistisch. Ich hatte das Gefühl, dass wir verlieren. Jeden Tag. Angesichts der Nachrichten war es schwierig, etwas anderes zu sehen. Aber dann habe ich miterlebt, wie die Armee stärker geworden ist. Und ich bin wirklich stolz darauf. Dann stoßen beide doch noch auf Spuren des Kriegs in ihrer mehr oder weniger friedlichen Heimatstadt. Mitten im Zentrum von Kiew haben die Behörden zerstörte russische Panzer aufgestellt. Aber davon haben sie nun wirklich genug gesehen. Aus den Geländespielen am Wochenende ist längst ein bitterer, tödlicher Ernst geworden. Die Gefahr eines russischen Angriffs nehmen auch viele Bewohner Estlands ernst. Die Baltenrepublik steht als Mitglied der EU und NATO hinter dem westlichen Kurs gegen Putin. Auf der Luftwaffenbasis Emari hilft das westliche Militärbündnis, den Esten ein wenig die Angst vor dem großen Nachbarn zu nehmen. Seit 2014 steigen von hier aus NATO-Kampfjets auf, um den Luftraum über dem Baltikum zu sichern. Der deutsche Pilot Christoph Hachmeister weiß, dass es im Ernstfall auf jede Minute ankommt. Thermounterwäsche, zwei Anzüge, eine Schwimmweste und ein Helm. Um all das anzuziehen, benötigt Christoph Hachmeister weniger als zwei Minuten. Direkt nebenan steht sein Eurofighter, vollgetankt und bewaffnet. Wenn ein Alarm kommt, muss der Soldat in unter 15 Minuten in der Luft sein. Das ist sehr kurz, wenn man so ein hochkomplexes System auch betreibt. Das ist auch kein Geheimnis für alle Piloten, wenn man wirklich nachts schläft und die Glocke geht, dass der Puls dann einfach auch ein bisschen steigt. Ein bisschen Adrenalin ist zusätzlich noch dabei, weil man natürlich jetzt auch versucht, bereit zu sein, voll wach zu sein und dann auch hier nachts, tags, wann immer es notwendig ist, entsprechend unsere Aufträge wahrzunehmen. Hachmeister ist der deutsche Kontingentführer der NATO-Mission Verstärkung Air Policing Baitikum in Estland. Unter seinem Kommando stehen vier Eurofighter, deren Piloten plus Bodenbesatzung und Unterstützungspersonal. Insgesamt um die 150 Soldaten. Ihre Mission, den Luftraum über dem Baitikum zu sichern, feindlich gesinnte Flugzeuge zu identifizieren und vom NATO-Luftraum fernzuhalten. Im benachbarten Kaila, etwas über 10 Kilometer von dem Flughafen entfernt, kreischen die Kampfjets regelmäßig über die Köpfe der Leute hinweg. Nicht alle sind von der NATO-Präsenz überzeugt. Faschisten sind Faschisten. Sie sind überall. Und wer sind die Faschisten? Die NATO. Die Leute sagen, die Russen seien Besatzer, aber wenn die deutschen Flugzeuge herkommen, ist das okay. Natürlich gefällt mir das, weil ich den Grund kenne, warum sie hier fliegen. Das beruhigt mich. Sie sind hier, um uns zu verteidigen. Meiner Meinung nach ist das alles Quatsch. Niemand weiß, was Russland als nächstes macht. Damit die Flugzeuge jederzeit einsatzfähig sind, arbeiten die Mechaniker rund um die Uhr. Tausende Teile und über 40 verschiedene Computer müssen überprüft und gewartet werden. Mehrere Stunden Arbeit am Boden, für jede Stunde in der Luft. 74.000 Euro kostet eine Flugstunde. Und auch die Bewaffnung ist extrem teuer. Also hier, die IRIS-T-Infrarot-Rakete. Man sieht auch an der Markierung, dass es sich hierbei um eine scharfe Rakete handelt. Bei Besonderheit hier ist halt auch der Raketenmotor drin, der zünden würde, sodass die Rakete hier von dieser Führungsschiene runtergeht und dann Richtung Ziel fliegt. Estland, Lettland, Litauen. Keiner der drei baltischen Staaten hat Kampfflugzeuge. Seit ihrem Eintritt in die NATO im Jahr 2004 übernehmen Bündnispartner diese Aufgabe. Und seit Russland im Jahr 2014 die Krim annektierte, fliegt die NATO auch von einem zweiten Standort, in Emari. Man sieht, die NATO-Staaten sind präsent. Sie sind nicht nur im baltischen Raum präsent, sie sind in Polen präsent, sie sind runter auch in Rumänien bis zum Schwarzen Meer präsent. Die NATO-Präsenz ist auch sichtbarer geworden, glaube ich, für die russischsten Streitkräfte. Einfach zu zeigen, hier sind rote Linien und wir sind bereit, wir sind da. Die russischen Flugzeuge sind nicht weit weg. Nördlich der estnischen Küste befindet sich eine ihrer Hauptverkehrsrouten. Russische Militärmaschinen fliegen meist ohne Transponder, ein Gerät, das Informationen und Flugdaten überträgt. Und sie sprechen nicht mit den Fluglotsen am Boden. Eine potenzielle Gefahr für den zivilen Luftfahrtverkehr. In diesem Fall haben die Luftwaffe-Piloten den Auftrag, die Maschinen abzufangen und zu identifizieren. Normal ist es schon mal nicht, wenn zwei Kampfflugzeuge, die es vorher nicht koordiniert haben, sich im internationalen Luftraum treffen. Wenn man jetzt an ein Luftfahrzeug ranfliegt, mit dem man nicht in Kontakt steht, nicht weiß, was der genau macht, was seine Absichten sind, der jede Zeit abdrehen könnte, man seinen Flugweg nicht kennt, ist man natürlich ein bisschen angespannter. Hachmeister sagt, er und seine Soldaten hätten lange für diesen Einsatz trainiert und seien auf alle denkbaren Situationen vorbereitet. Für die Deutschen geht der Einsatz im April erst einmal zu Ende. Dann werden sie von der britischen Royal Air Force abgelöst. Wieder haben Erdbeben die Türkei und Syrien erschüttert. Wieder gab es Tote und Verletzte. Mehr als 6000 Nachbeben haben türkische Behörden nach der großen Katastrophe vor zwei Wochen bereits registriert. Vor allem in dicht bebauten Gebieten sind die Gefahren groß. Experten warnen gerade in Metropolen wie Istanbul vor hohen Opferzahlen, weil dort Baustandards oft nicht beachtet werden. In der Stadt Düstje haben einige ehemalige Erdbebenopfer aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sie haben ihre neuen Häuser erdbebensicher gebaut, gegen viele Widerstände. Dieses Neubaugebiet sollte es hier eigentlich besser nicht geben. Denn es liegt in der westtürkischen Stadt Düstje, eine der erdbebengefährdetsten Regionen der Türkei. Für Erbay Yücak ist das kein Problem. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Bauingenieur bespricht Yücak letzte Details der Bauarbeiten. Jeden Schritt der Bauausführungen haben sie überwacht. Manche Baufirmen fügen dem Beton zum Beispiel Chemikalien bei, damit der besser fließt. Wenn sie das nicht selber auf der Baustelle überwachen, dann kann das schnell so enden wie bei dem Erdbeben im Osten. Je mehr sie kontrollieren, desto sicherer. Vor über 20 Jahren gründete der Jurist Yücak mit Gleichgesinnten die Baugemeinschaft Häuser der Hoffnung. Eine Gemeinschaft für bezahlbaren und erdbebensicheren Wohnraum. Damals erlebte ihre Heimatstadt Düstje eines der schwersten Erdbeben ihrer Geschichte. 7,2 auf der Richterskala, über 800 Menschen starben. Nagehan Palak hat überlebt, aber als Mieterin stand sie damals auf der Straße. Dann schloss sie sich den Häusern der Hoffnung an. Heute, fast 24 Jahre später, zeigt sie Erba Yücak ihre frisch bezogene Wohnung. Eine von 237. Hier ist unsere Küche. Wow, ihr habt ja einen Wintergarten. Den schaue ich mir gleich mal an. Klar, die Angst vor Erdbeben bleibt. Aber wir wissen auch, unsere Häuser werden nicht wie dort im Osten zu Staub zerfallen. Wir alle waren oft auf der Baustelle und haben uns über jeden Fortschritt gefreut, ob es die Fenster waren oder der Gasanschluss. Für mich ist das hier wie eine große Wohngemeinschaft. Sie haben all die Jahre durchgehalten und unseren Vorhersagen vertraut. Ohne das Vertrauen der zukünftigen Bewohner wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ihr Erfolg setzt ein Zeichen für die ganze Türkei. Die Baugemeinschaft musste den Staat damals verklagen, damit der ihnen, den Erdbebenopfern, ein Grundstück zur Verfügung stellt. Am Ende bekamen sie vor Gericht recht. Dem Gesetz nach hatten wir auch Anrecht auf einen günstigen staatlichen Baukredit. Den haben sie uns aber erst auch nicht geben wollen. Dagegen haben wir geklagt und auch diesen Prozess gewonnen. Ein paar Kilometer weiter kontrolliert der Bürgermeister von Düstce Hilfslieferungen für die Erdbebenregion im Osten. Seine Stadt will mobile Toiletten und Duschen dorthin schicken. Seine eigene Stadt sieht Faruk Özlü für das nächste große Beben gut gerüstet. In Düstce darf, ungewöhnlich für die Türkei, nur bis höchstens vier Stockwerke hochgebaut werden. Wir sind dabei, eine städtebauliche Erneuerung abzuschließen. Etwa 25 Prozent des alten, unsicheren Häuserbestandes sind noch geblieben. Den wollen wir in nächster Zeit erneuern. Faruk Özlü gehört zur Regierungspartei AKP. Für die widerspenstige Baugemeinschaft in seiner Stadt ist er aber voll des Lobes. Die haben mit ihren eigenen Kräften diese Wohnsiedlung bis zur Fertigstellung durchgesetzt. Das ist ein Erfolg, finde ich. Zuletzt im November vergangenen Jahres schwankte die Erde in Düstce. 5,9 wurde gemessen, aber alles verlief weitgehend glimpflich. Es gab nur leicht Verletzte und etliche Gebäudeschäden. Die Häuser der Hoffnung aber bestanden die harte Probe in Sachen Erdbebensicherheit völlig unbeschadet. Um die Gebäude hatte ich mir nicht so viel Sorgen gemacht. Wir sind trotzdem zur Baustelle geeilt, um nachzusehen. Ich hatte ja schon ein paar Möbel in die Wohnung gestellt, aber es war überhaupt nichts umgefallen. Für Yujak, Palak und die anderen der Baugemeinschaft geht ein jahrzehntelanger Kampf zu Ende. Ein Kampf um Erdbebensicheren und bezahlbaren Wohnraum. Ein ermutigendes Beispiel, so hoffen sie, gerade in diesen Wochen. Sie leben im Müll und arbeiten für einen Hungerlohn. In solchen Unterkünften ohne Heizung und sanitären Anlagen hausen tausende afrikanische Erntehelfer im Süden Italiens. Und schuften zu miserablen Konditionen. Ein Hilfsprojekt in San Ferdinando will diesen Menschen etwas von ihrer Würde zurückgeben und hat ein besonderes Wohnheim errichtet. Für die afrikanischen Wanderarbeiter ein wichtiger Schritt aus dem Elend. Sano auf dem Weg zur Arbeit. Der junge Mann möchte unerkannt bleiben, zum Schutz seiner Familie, sagt er. Sano lebt in Rosarno, einem kleinen Ort in Kalabrien. Ursprünglich stammt er aus Guinea. Seit acht Jahren ist er schon in Italien und derzeit hilft er bei der Orangenernte. Wir begleiten Sano zur Plantage in der Ebene von Gioia Tauro. Hier arbeiten viele Saisonarbeiter, die wie Sano als Migranten aus Afrika gekommen sind. Wir arbeiten sieben Stunden und fangen um 7.30 Uhr morgens hier auf dem Feld an. Sein Lohn liege zwischen 50 und 60 Euro am Tag. Es sei gute Arbeit für guten Lohn. Aber auch das werde bald wieder vorbei sein. Wenn der Chef sagt, dass die Ernte vorbei ist, müssen wir uns einen anderen Chef suchen. Wir gehen immer dorthin, wo es Arbeit gibt. Wir gehen immer dorthin, wo es Arbeit gibt. Sano zeigt uns, wo er noch bis vor kurzem gelebt hat. Ein Camp für Wanderarbeiter, nahe der Stadt Gioia Tauro. An die 500 Menschen leben hier in prekären Verhältnissen. Ein Mann rät uns, draußen zu bleiben. Das Camp stehe teilweise unter Wasser. Die Situation ist schwierig. Es gibt es auch keinen Platz mehr zum Schlafen. Sie sagen, dass es bald ein neues Gebäude mit mehr Platz geben wird. Hier essen, kochen, das ist schwierig. Ich kann kochen, aber das Wasser aus dem Brunnen ist nicht trinkbar. Es ist nicht gut. Und wenn man es trinkt, wird man krank. Der Abfall zieht Ratten und wilde Hunde an. Zwischen den Zelten staut sich das Wasser der nächtlichen Regenfälle. Wir fahren zum Haus der Würde. Hier haben bis zu 20 Migranten ein sicheres Zuhause gefunden. Es heißt Haus der Würde, weil es für uns sehr wichtig ist, dass es keine passive Unterstützung ist, sondern der Arbeitnehmer beteiligt sich an den Kosten. Jeder entsprechend seinen Einkünften maximal 90 Euro. Die Unterbringung ist also nicht kostenlos. Und das ist wichtig, denn so können sie lernen, sich selbst zu organisieren. Sano teilt sich eine Wohnung mit vier anderen Männern. Es gibt ein Bad und zwei Schlafzimmer. Das ist mein Zimmer und das ist mein Bett. Mit meiner warmen Decke, sonst friere ich. Die habe ich mir für 40 Euro im Ort gekauft. Francesco hat Sano geholfen, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Ohne sie sind Migranten völlig rechtlos. Wir sind für die Menschen so eine Art Boot an Land. Diese Herberge ist ein Beispiel dafür. Mediterranean Hope setzt sich dafür ein, dass humanitäre Zugangswege gewährleistet werden. Und dann kümmern wir uns um den Schutz der Menschen, wenn sie hier sind. Hilfe bekommt Francesco auch von lokalen Erzeugern. Die Genossenschaft Mani y Terra kauft Orangen zu fair ausgehandelten Preisen und Bedingungen. Die Früchte gehen unter anderem nach Deutschland, an Kirchengemeinden und Privatpersonen. Mit dem Erlös werden die Migrationsprojekte in Kalabrien unterstützt. Was die herkömmlichen Lieferketten in unserer Landwirtschaft kennzeichnet, ist die grausame Ausbeutung von Menschen durch Menschen. In diesem Fall ist das schwächste Glied in der Kette der Nicht-EU-Arbeiter, also der Afrikaner mit Schwierigkeiten und Lebensbedingungen, die wir uns nicht einmal im Entferntesten vorstellen können. Was Hilfsorganisationen und Orangenbauern gemeinsam geschafft haben, ist ein Hoffnungsschimmer für rechtlose Saisonarbeiter. Wenn Sano abends nach Hause kommt, hat er ein festes Dach über dem Kopf und er darf zuversichtlicher als viele andere Erntearbeiter dem neuen Tag entgegensehen. Ein Toaster gehört wohl in jeden britischen Haushalt. Zum traditionellen Frühstück dürfen geröstetes Weißbrot mit Butter und Marmelade einfach nicht fehlen. Doch was tun, wenn der Toaster seinen Geist aufgibt? Viele Briten werfen das Gerät einfach weg. Das muss aber nicht sein. In einer Londoner Reparaturwerkstatt weiß man, dass es eben auch anders geht. Und dann ist das Wasser da rausgelaufen. Ja, und da kam was Schwarzes raus und es hat so komische Geräusche gemacht. Nach fünf Jahren funktioniert der Mixer von Rashid & Cartoon nicht mehr so, wie er soll. Statt das Gerät wegzuwerfen, setzt sie auf die Hilfe der Experten der Fixing Factory, einer Reparaturwerkstatt im Londoner Stadtteil Kempten. Reparieren statt Mülltonne und das Ganze kostenlos. Chef Dermit Jones und seine Ehrenamtler haben dem klimaschädlichen Elektroschott den Kampf angesagt. Großbritannien belegt weltweit Platz zwei der größten Elektromüllverursacher mit 55 Kilo pro Haushalt jährlich. Das muss sich ändern. Es ist einfach nicht nachhaltig. Es zerstört unseren Planeten. Dabei wäre es so einfach, Sachen so zu bauen, dass sie reparierbar sind oder dass es mehr Unterstützung der Hersteller gibt. Die Reparaturwerkstatt finanziert sich aus Spenden, wird zudem vom Nationalen Klimafonds unterstützt und lebt von dem Enthusiasmus seiner freiwilligen Mitarbeiter. Jamie Jones wurde durch seine Tochter inspiriert. Ja, ich denke, unsere Kinder gehen viel bewusster damit um als wir, als meine Generation. Sie machen viel mehr für die Umwelt und die Nachhaltigkeit. Außerdem schont Reparieren den Geldbeutel. Der Mixer von Rashid & Cartoon hat damals 100 Pfund gekostet. Das Ersatzteil aus dem Internet gibt es für rund 4 Pfund. Jetzt stehen wir vor einer Krise. Es ist sehr hart für jeden. Inflation und Klimakrise, Reparaturwerkstätten boomen in Großbritannien. Die Erfolgsquote der Fixing Factory liegt laut Chef Dermid Jones übrigens bei 90%. Auch dem Mixer von Rashid & Cartoon steht einem zweiten Leben als elektronisches Haushaltsgerät nichts mehr im Weg, dank der Fixing Factory in London. Wir ziehen jetzt bei Fokus Europa den Stecker, aber nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf den Punkt. Starke Meinungen, klare Argumente, internationale Positionen. Vor einem Jahr, am 24.02.2022, gab Wladimir Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine. Was macht der Krieg inzwischen mit der ukrainischen und der russischen Gesellschaft? Droht ein endloser Konflikt ohne Sieger? Auf den Punkt. Auf den Punkt. Jetzt auf DW. In good shape. Diagnose Krebs. Das Risiko steigt immer weiter an, auch im jungen Alter. Was sind die Ursachen? Wie kannst du dich schützen? Wie erkennst du früh genug Alarmsignale? Krebs vorbeugen. Krebs vorbeugen. Das kannst du tun. In good shape. In 45 Minuten auf DW. Russlandskrieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Das ist kein Bluff. Rom der Ukraine. Wo liegen die Wurzeln des Konflikts? Wie kam es zur Eskalation? Und wie wird es weitergehen? Thementag Ukraine. Heute ab 8 Uhr UTC auf DW. Wissen, was läuft. Verpassen Sie nicht unsere Highlights. Das DW-Programm online. DW.com Programm-Tipp. Wen dürfen wir essen? Wie behandeln wir Tiere? Und wieso ändern wir nichts? Das ist eigentlich ein ganz klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Warum lieben wir manche? Und essen andere? Ich habe nie darüber nachgedacht, wie merkwürdig das eigentlich ist, dass ich mit der einen Hand meinen Hund streichle, während ich mit der anderen ein Kotelett esse. Was wäre die Alternative? Und schmeckt uns die? Schmeckt wie echt. Ja. Leben wir in 50 Jahren alle vegan? Ich sehe sehr wenige Argumente dafür, weiterhin Tiere zu essen. Eine Doku-Reihe über die Zukunft der Ernährung. Wen dürfen wir essen? Diese Woche auf DW. Vor einem Jahr hat Russland die gesamte Ukraine überfallen. Das Land hält Putins Aggression bisher stand. Doch der Preis für die ukrainische Bevölkerung ist hoch. Überall Krater und Ruinenlandschaften. Tausende Zivilisten wurden getötet. Frauen wurden vergewaltigt. Kinder deportiert. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht oder im Exil. Als Geste der Unterstützung besuchte US-Präsident Joe Biden die Hauptstadt Kiew. Russlands Präsident Wladimir Putin wiederum gab dem Westen die Schuld am Krieg und stimmte sein Land auf lange Kämpfe ein. Wir fragen, ein Jahr nach Putins Überfall auf die Ukraine ein endloser Krieg ohne Sieger? Ganz herzlich willkommen zu Auf den Punkt. Ich freue mich, Ihnen meine Gäste vorzustellen. Alexej Jusupov, herzlich willkommen. Er leitet das Russland-Programm der Friedrich-Ebert-Stiftung. Willkommen auch Markus Keim. Er ist Sicherheits- und Strategieexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und mein ukrainischer Kollege Roman Goncherenko aus der russischen Redaktion der DW berichtet regelmäßig für die DW aus Kiew, aus der Ukraine direkt und ist uns aus Bonn zugeschaltet. Roman, natürlich beginnen wir bei Ihnen. Sie haben über das Jahr hinweg sehr viel nach Kiew geschaut, in die Ukraine. Sie haben Kontakte, Sie haben Familie in dem Land, das überfallen wurde. Was empfinden Sie jetzt rund um den Jahrestag der Invasion? Da wird man natürlich von Erinnerungen fast erschlagen, wie es an dem Tag war. Da wurde ich sehr früh geweckt von meinen Verwandten, die gesagt haben, es geht los. Aber das war keine Überraschung. Wir haben alle damit gerechnet, weil die USA sehr frühzeitig gewarnt haben. Es war nur nicht klar, an welchem Tag Russland losschlägt. Aber jetzt ein Jahr danach ist man doch ziemlich zuversichtlich, dass die Ukraine am Ende bestehen wird. Das hatte ich auch damals schon vor einem Jahr in einem Kommentar für die Deutsche Welle geschrieben. Ich bin immer noch dieser Meinung. Allerdings könnte der Krieg tatsächlich Jahre noch dauern. Russland mobilisiert, Russland bereitet sich auf einen langjährigen, schwierigen Krieg vor. Aber am Ende, denke ich, wird die Ukraine dank westlicher Hilfe, vor allem dank westlicher Hilfe bestehen. Und was sind die Erinnerungen, die Sie fast erschlagen? Wissen Sie, das sind Bilder aus Städten, die man kennt, aus Kiew, aus Kharkiv. Bilder von Rauchsäulen, von Einschlägen russischer Raketen. Die ersten Einschläge waren ja auf Flughäfen. Und auf diesen Flughäfen war ich selbst vor einigen Monaten davor mit dem Flugzeug aus Deutschland gelandet. Ganz normal. Dieser Krieg, der begann ja 2014 schon. Wir sind jetzt im neunten Jahr. Aber die acht Jahre davor, da hat man vor allem hier in Deutschland das Gefühl, das ist irgendwie weit weg und begrenzt. Natürlich tat es auch weh, das zu sehen, was da passierte. Und es gab vor dem Überfall auch eine Intensivierung der Kämpfe. Täglich starben immer mehr ukrainische Soldaten in den Wochen vor der Invasion. Aber in den Jahren davor war das natürlich ein ganz anderer Krieg. Alexei Jusupov, wie geht es Ihnen? Ohne Krieg wären Sie ja jetzt in Russland und würden sich dafür einsetzen, dass die russische Zivilgesellschaft stärker, vielfältiger wird und sich entfalten kann. Ist dieser Traum in sehr weite Ferne gerückt? Das stimmt, dass der 24. Februar letzten Jahres auch für Russland eine nicht so bezeichnete, aber schon auch eine Zeitenwende bedeutet hat, um das Wort auch mal wieder zu verwenden. Es war natürlich in den letzten Jahren immer klarer, dass der repressive Kurs des Kremls, dass die schrumpfenden Räume, dass die zunehmende polizeistaatliche Entwicklung der ganzen Obrigkeit nicht einfach so aufhören werden. Es gab aber trotzdem, glaube ich, nicht das Bewusstsein dafür, dass Wladimir Putin und seine Elite oder zumindest der engste Kreis bereit sind, für ihre Vorstellung von einer strebenswerten Zukunft die Ukraine zu überfallen. Es war diese Kombination von, man kann sich das erklären, aber so richtig glauben kann man das nicht. Und das ist meine Erinnerung an dieses Gefühl, das ist ein sehr distinktes Gefühl. Tatsächlich sind alle politischen Stiftungen, das ist eine Nebengeschichte, auch die Deutschen geschlossen worden im letzten Jahr, weil die Kontakte in die russische Gesellschaft plötzlich als maximal schädlich erachtet worden sind und das ist auch ein Teil dieses vergangenen Jahres, dass das Bild sich eintrübt. Die Kontakte werden weniger, die Reisen sind schwieriger geworden, mir gelingt es immer noch nach Russland zu reisen, aber es ist relativ kompliziert und nicht ohne Risiken für unsere Partner. Und gleichzeitig ist es ein Pfad, auf dem Russland sich in ein paar Jahren in einer noch viel schlimmeren Lage wiederfinden wird. Deswegen ist das auch Teil dieser Geschichte. Also es ist auch ein Krieg, der Russland ganz massiv verändert hat. Dieser Krieg hat auch die internationale Gemeinschaft verändert, Markus Keim. Die deutsche Außenministerin hat vor einem Jahr gesagt, wir sind in einem Albtraum aufgewacht. Das haben vielleicht damals schon nicht alle Leute geteilt, aber wo steht die internationale Gemeinschaft jetzt? Also ich will nicht auch noch den Begriff Zeitenwende zum hundertsten Mal verwenden, aber es ist durchaus schon angemessen, dass wir das Gefühl haben, dass mit dem 24. Februar eine Entwicklung zu einer Zuspitzung gekommen ist, die schon viel früher begonnen hat. Die Geopolitisierung der internationalen Beziehungen, die Stimmen werden wieder lauter, die mit Raum argumentieren, mit historischen Ansprüchen argumentieren, die damit argumentieren, dass ein Land gedemütigt worden sei, zurückgesetzt worden sei und jetzt einen angestammten Platz in der internationalen Politik wieder einnehmen wolle. Das hören wir aus Russland, das hören wir, Kumkran und sagen, das ist aus China, das hören wir vielleicht ein bisschen leiser aus der Türkei, aber das ist so ein Phänomen, das fällt man rund um den Globus. Und da stellen wir fest, dass die Europäische Union oder Europa hat das weitergefasst dafür eigentlich nicht richtig ausgestattet ist, damit umzugehen, weil in Europa dominieren Kategorien von Werten und Recht und wir sind nicht gewöhnt, mit Akteuren umzugehen, die mit Raum und mit Macht argumentieren und tatsächlich... Nicht mehr gewöhnt. Nicht mehr gewöhnt in der Tat in Europa nach dem 19. und 20. Jahrhundert, aber tatsächlich ist das eine Entwicklung, die abgekoppelt von dem Krieg, von dem wir heute Morgen sprechen, ungebrochen weitergehen wird. Und das ist, glaube ich, die Hausaufgabe für den Westen, in etwas allgemeinerer Form, aber konkret für Europa, wie ich sie sehe, sich auf diese veränderte Sicherheitssituation einzustellen. Und daraus erwachsen ja viele Fragen, nämlich die... Ich will es nur auf eine runterbrechen. Wenn denn tatsächlich wir auf eine multipolare Weltordnung zusteuern, wo bestimmte Akteure die Gestücke der Welt leiten, eine Handvoll von Akteuren, USA, Russland, China und andere mehr, dann steht ja die Frage im Raum, welche Rolle will Europa in diesem Konzert der Mächte spielen und was tut man dafür? Und das sind, glaube ich, im Moment Fragen, die im Moment noch ein bisschen verdeckt sind, aber die, sollte der Krieg mal an den Ende kommen, glaube ich, umso dringlicher auf der Tagesordnung landen werden. Nicht verdecken, wir werden darüber sprechen auch, wollen wir aber unbedingt auch das, was eigentlich Ukrainerinnen und Ukrainer rund um diesen Jahrestag leben. Millionen versuchen ja weiterhin eine Wirklichkeit zu überleben, die einem quälenden Albtraum gleicht. Hier sind einige Stimmen rund um den Jahrestag aus sehr verschiedenen Orten der Ukraine. Ein Kindergarten in Kramatorsk. Ein Wohnhaus in Kharkiv. Eine Klinik in Kherson. Ziele russischer Angriffe. Und immer trifft es zahllose Zivilisten. Sie werden obdachlos, verwundet, getötet. Ich weiß, dass ich jederzeit sterben könnte. Gestern Nacht flog eine Granate in meinen Garten. Alle Fenster wurden herausgerissen. Heute Morgen ist eine Kugel in mein Haus geflogen. Sie hätte mich in den Kopf treffen können. Ich lebe in einer Ruine, ohne Wasser, ohne Licht. Wir brauchen dringend Frieden, endlich Frieden. Luftalarm in Kiew. Auch fernab der Front gehört der Krieg zum Alltag. Die Menschen suchen Zuflucht in Bunkern oder U-Bahn-Stationen. Orte, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch als Klassenzimmer dienen. Auch das ist die neue Normalität. Es ist nicht ganz bequem für die Kinder. Aber seit September gab es so oft Alarmen. Sie haben sich an diese Art der Schule gewöhnt. Ruhm für die Helden, singt das Publikum. Auch in diesem Club in Kiew ist der Krieg allgegenwärtig. Das ist etwas zwischen Krieg und friedlichem Leben. Es erlaubt uns, etwas abzuschalten. Sich zu erinnern, wie das Leben vorher war und wie es nach unserem Sieg sein wird. Was macht der Krieg mit der ukrainischen Gesellschaft? Roman Gonciarenko, Sie waren immer wieder da. Was beobachten Sie? Ich beobachte dasselbe, dass dieser Krieg die ukrainische Gesellschaft radikal verändert. In vielerlei Hinsicht. In erster Linie, die Gesellschaft ist sehr stark zusammengerückt. Es gab ja schon vorher, also 2014, eine sehr starke Bewegung von freiwilligen Armeehelfern, die dann die ukrainische Armee in den ersten Monaten, als dann der Krieg in Donbass losging, unterstützt haben, als die Armee noch sehr schwach war. Und auf dieser Grundlage ist dann eine viel breitere Bewegung entstanden. Also alle sind entweder in der Armee oder sie helfen der Armee. Also das ist im Grunde genommen die ukrainische Gesellschaft jetzt und fast seit einem Jahr. Und noch etwas Interessantes beobachte ich. Das ist eine endgültige Abnabelung von Russland. Von allem, was über Jahrhunderte zusammengewachsen war. Nicht alles war freiwillig, aber vieles. Diese Durchmischung zwischen Russen und Ukrainern. Da ist jetzt eine ganz klare, ganz dicke Linie gezogen worden von Wladimir Putin durch diesen Überfall. Und die Leute wechseln jetzt die Sprache. Diejenigen, die russisch gesprochen haben, das waren Millionen. Die wechseln jetzt ins ukrainische. Die wollen nichts mehr mit Russland zu tun haben. Alle Beziehungen, die bis dahin noch existiert haben, familiäre Beziehungen, sind gekappt worden. Und die Menschen gucken jetzt nur noch Richtung Westen. Die allermeisten natürlich nicht 100 Prozent, aber 80 bis 90 Prozent, würde ich sagen. Und sie haben auch verstanden, wir können Widerstand leisten und wir werden auch siegen. Diese Zuversicht, die ist ungebrochen. Und das ist etwas, was mich bei jeder Reise in die Ukraine, auch jetzt im Januar, immer wieder beeindruckt. Andererseits der Satz aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut, den wir gehört haben. Wir brauchen Frieden, einfach nur Frieden. Ist das auch ein Gefühl, was Ihnen vielleicht auch unter dem ersten Eindruck begegnet? Erschöpfung? Natürlich, natürlich. Das ist ja selbstverständlich, dass alle Frieden wollen, aber nicht um jeden Preis. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, die jetzt kurz vor dem Jahrestag gemacht wurden, dann sagen 80 bis 90 Prozent der Ukraine, wir sind nicht bereit, irgendwelche Kompromisse hinzunehmen mit Russland. Das heißt, wir sind nie bereit zu akzeptieren, dass Russland jetzt die Gebiete behält, die es jetzt im Herbst annektiert hat. Auch die Krim nicht, sowieso nicht. Aber auch diese neuen Gebiete, um zu sagen, die Lösung, die immer wieder diskutiert wird, dass Russland sich auf den Zustand vom 24. Februar vor einem Jahr zurückzieht, 90 Prozent der Ukrainer sind dagegen. Und das ist schon eine sehr starke Stimmung. Und die ist ungebrochen. Wie sieht es in Russland aus, Alexei Yusupov? Wird das so wahrgenommen, dass im Prinzip das, was Roman Genscher-Reinke beschrieben hat, dass man irgendwie das Russische, dass man sich davon stärker distanziert, passiert das auf der anderen Seite auch? Wird das überhaupt wahrgenommen? Oder anders gefragt, entlarvt dieser Krieg auch Putins These, das sei ein Brudervolk? Ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge benennen. Das eine ist, dass der Blick von Russland nach außen sehr eingetrübt ist. Das ist sehr, sehr schwierig geworden, an Informationen zu kommen, selbst für Menschen, die tendenziell kritisch denken würden. Das hat natürlich mit der Repressionswelle zu tun, mit der Schließung der allermeisten unabhängigen Medien, aber auch grundsätzlich mit einer ganz anders funktionierenden Informationspolitik, ergo Propaganda seitens der Regierung. Wenn Sie zum Beispiel Butcher sagen, im deutschen Kontext ist jedem sofort klar, um was sich handelt. Kriegsverbrechen. Kriegsverbrechen, Gräueltaten, Übergriffe, Bilder des Streckens in einem Vorort von Kiew, die russische Soldaten begangen haben. Wenn Sie das Wort Butcher in Russland sagen, so ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sehr viele sagen würden, dass da war irgendwie was, aber wir wissen gar nicht genau was. Also es geht gar nicht unbedingt darum, dass eine Gegenpropaganda es schafft, alternative Fakten und Regierungs, sagen wir mal, Inhalte zu transportieren, die dem Kreml lieb sind, sondern die Welten sind immer mehr voneinander abgekoppelt. Das ist die Kehrseite dessen, was Rahman sagt. Diese Realität driftet immer weiter ab. Und das andere ist, und das ist auch wichtig zu verstehen, die Propaganda in der russischen Föderation funktioniert ganz anders als bei den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Da war das so, dass man eine formelle Linie, Parteilinie, Regimelinie formuliert hat und dann mit allen Mitteln der Informationspolitik, die so ein staatlicher Apparat hat, wirklich in die Köpfe der Leute eingehämmert hat. In Russland ist es sehr viel klüger organisiert. Sie haben eine ganze Bandbreite an Angeboten, wie in einer Marktwirtschaft. Sind Sie ein Kommunist, kriegen Sie ein kommunistisches Narrativ dazu, warum dieser Krieg ein Kampf gegen den globalen Kapitalismus ist. Sind Sie ein großrussischer Chauvinist, bekommen Sie eben die Erzählung von einem geeinten Volk und von den abtrünnigen kleinen Brüdern, die irgendwie sich abspalten wollen. Sind Sie ein geopolitisch geprägter Mensch, der in Räumen und großen Mächten denkt, dann ist so einem Menschen die Ukraine als Schauplatz und die Menschen fast egal. Da geht es nur noch um geopolitische Konstruktionen, um die Großupermächte. Es gibt ein esoterisches Propagandasegment. Es gibt auch ein pazifizisches Propagandasegment. Es gibt sehr viele Leute, die auch apolitisch sind und denken, ja, natürlich sind wir für den Frieden. Aber wir mussten uns doch verteidigen. Das ist doch ein Verteidigungskrieg. Das ist das, was wir auch häufiger hören. Und diese völlig unvereinbaren propagandistischen Inhalte werden gleichzeitig gesendet, damit jede Person sich das herausgreifen kann, was besser zu dem existierenden Mindset passt. Auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist sehr, sehr schwer, die Realität jenseits von Russland und innerhalb von Russland in Einklang zu bringen. Da sind immer mehr völlig unterschiedliche Universen. Parallel ist es ja jetzt so, Markus Keim, dass sowohl Zelensky, dessen Popularitätswerke vor dem Krieg nicht so hoch waren, als auch Putin, der auch bangen musste, jetzt auf den ersten Blick fester im Sattel sitzen. Was bedeutet das für diesen Krieg? Zumindest vordergründig, und das ist ein wichtiges Wort hier, sieht es nicht so aus, als würde diese Stärke in Friedensbereitschaft transformiert werden. Also ich kann keine Prognose darüber abgeben, was in einem halben Jahr sein sollte. Aber wenn man die Signale der letzten Wochen zusammenzieht, sowohl von russischer Seite als auch von ukrainischer Seite, dann gibt es hier nichts, was darauf hindeutet, auf eine Konzessionsbereitschaft einer der beiden Seiten, auf eine Kompromissbereitschaft einer der beiden Seiten, auf eine Verhandlungsbereitschaft einer der beiden Seiten. Beide nutzen ihre Position der Stärke, um ihr jeweiliges Land auf weiteren Krieg einzuschwören. Und sie tun das ja aus nachvollziehbaren Gründen, weil die materiellen Möglichkeiten erst einmal gesichert sind. Und Präsident Zelenskyy kann auf weitere Waffenlieferungen aus dem Westen verweisen. Und Präsident Putin hat zumindest auf absehbare Zeit die Ressourcen zur Verfügung. Also ich meine die militärische Hardware, und es gibt immer noch Gerüchte über eine weitere Mobilmachung, das könnte auch der Fall sein. Sodass eben auch die Situation nicht eintreten wird, zumindest wieder auf absehbare Zeit nicht, dass eine der beiden Seiten einfach nackt dasteht, ohne militärische Fähigkeiten. Mir leuchtet ein, dass im Moment auch die Situation nicht gegeben ist, dass aufgrund der Tatsache, dass sie beide so stark sind, dass sie Konzessionen machen könnten. Weil das würde wahrscheinlich sofort automatisch als Signal der Schwäche interpretiert werden. Wenn ich hinzufügen darf, es gibt ja auch das Paradoxe, sind jetzt beides Präsidenten in Kriegszeiten, die ihre Verfassungsordnungen verteidigen. Und das Vertrag, der an der Lage ist ja, dass die Annexionen und die Rückeroberung dazu geführt haben, dass diese Verfassungsordnungen nicht auflösbar sind, ohne weiteres. Eine der beiden Seiten müsste nicht nur eine politische Konzession machen, sondern die eigene Verfassung hintergehen. Das ist sehr viel voraussetzungsvoller. Das heißt, je stärker ein Präsident, desto mehr verkörpert er die Verfassungsordnung. So könnte man das auch lesen. Wir wissen ja eigentlich, die Streitpunkte, die im Kontext einer umfassenden Friedensregelung oder zumindest eines vorläufigen Waffenstellstandes thematisiert werden müssten, die liegen ja eigentlich auf dem Tisch, die sind ja bekannt. Und auch Elemente einer Regelung werden ja seit Jahren diskutiert. Also es geht weniger um das Was, sondern um das Ob. Und da sehe ich im Moment wenig begründete Erwartungen auf eine Konzessionsbereitschaft einer beiden Seiten. Aber ist das tatsächlich so, dass bei der Ukraine keine Sorge aufkommen müsste, wie sich das weiterentwickelt, Roman Goncharenko. Zum Beispiel, also es gibt wehrfähige Ukrainer, die deutschen Medien berichten, dass sie bisher mit Ausnahmegenehmigungen immer noch durchgekommen sind und nicht eingezogen wurden. Aber dass der Druck der Rekrutierungsversuche auch im Westen der Ukraine jetzt größer wird. Also, und dann gibt es noch einen ukrainischen Schriftsteller, Gerasimov, der hat beschrieben, wie an den Checkpoints in Kharkiv, da jetzt weibliche Soldaten überall sind. Und ich zitiere ihn jetzt, der sagt, das ist ein wirklich schlechtes Zeichen. Es bedeutet, dass es in Kharkiv nicht mehr genug Männer gibt. Gehen der Ukraine also langsam die Soldaten aus? Das kann ich schwer einschätzen. Aber es gibt Hinweise, die das vielleicht vermuten lassen könnten. Auf jeden Fall hat Russland deutlich mehr menschliche Ressourcen. Also, die Bevölkerungszahl ist drei bis viermal so groß. Die andere Frage ist, ob die Bereitschaft, die Kampfbereitschaft auf der russischen Seite ähnlich ist. Das bezweifle ich. Bis jetzt haben beide Seiten starke Verluste. Und Russland hat mobilisiert. Und die Ukraine muss das ausgleichen. Das heißt, auch die ukrainische Seite muss jetzt mobilisieren. Wir sehen das in dem Versuch, zum Beispiel diese neue Initiative vor einigen Wochen. Das nennt sich Truppen für den Angriff oder Rückeroberung, irgendwie so heißt das. Das heißt, es werden ganz neue Formationen, militärische Formationen jetzt gebildet, ausgebildet. Ein Teil ist jetzt im Westen. Und das, was wir jetzt wahrnehmen vom ukrainischen Militär, die ukrainische Militärführung ist relativ zurückhaltend momentan und hat noch genug Reserven, aber behält diese Reserven. Das heißt, die Ukraine plant oder hofft zumindest, denke ich, in den kommenden Monaten, vor allem im Frühling, doch noch zu versuchen, eine Gegenoffensive zu starten. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass jetzt ganz viele westliche Länder sagen, wir bilden Ukraine aus. Diese Ukrainer sind jetzt teilweise im Westen bei der Ausbildung und dann fehlen die natürlich an den Checkpoints oder sonst irgendwo. Aber man muss auch anerkennen, dass die Ukraine nicht genug hat für eine groß angelegte Offensive jetzt. Und auch nicht genug, um Städte wie Bachmut oder Soledad vor wenigen Wochen im Osten, im Gebiet Donetsk, also in diesem Revier, dass Wladimir Putin, Russlands Präsident, auf jeden Fall als sein Kriegsziel definiert hat, hat schon, um das zu verteidigen. Und das Ergebnis haben wir gesehen. Soledad wurde verloren. Bachmut könnte sein, könnte in den kommenden Tagen oder Wochen auch verloren gehen. Das heißt, es ist nicht genug Kräfte da, um diese Städte zu halten. In welchem Licht sehen Sie Selenskyj? Es gibt auch in der Ukraine weiterhin Stimmen, die sagen, er sei nur ein guter Schauspieler, der den Kriegspräsidenten gibt. Sein Inner Circle konnten wir jetzt auch in deutschen Medien etwas kennenlernen. Die arbeiten Tag und Nacht, unterbrochen von dem Gang ins Bunkersystem, wo es kalt ist und auch wenig Möglichkeiten sind, sich zu vernetzen. Wie würden Sie das sagen? Ist da noch genug Kraft da? Sind die auch erschöpft? Treffen die Fehlentscheidungen? Also generell würde ich sagen, ist Selenskyj aus meiner Sicht und nach Gesprächen in der Ukraine, die ich bei jeder Reise führe, ein Glücksfall für das Land. Vor allem deshalb, weil er ein professioneller Kommunikator ist. Sie haben ja das erwähnt, er war Schauspieler. Und diese Fähigkeit nutzt er. Seine stärkste Waffe ist die Kamera. Er hält jeden Tag eine Ansprache an sein Volk. Das hat bis jetzt wahrscheinlich vor allem kein anderer Staatspräsident gemacht, auch nicht im Kriegszustand. Das ist ein Rekord. Und das gibt den Menschen auch Mut. Das gibt das Gefühl, der ist da. Ich erinnere, in den ersten Tagen ist er in Kiew geblieben, obwohl es sehr gefährlich für ihn war. Und dadurch hat er das Land auch mitgerettet sozusagen. Also nicht nur die Soldaten, die gekämpft haben und der Westen, der Waffen geliefert hat, in den Wochen davor, haben die Ukrainer vor einer Niederlage ganz am Anfang gerettet, sondern auch Zelenskyy mit seiner Ansprache. Am zweiten Tag stand er da vor seinem Präsidialamt mit seinen engsten Verbündeten, also mit dem Parlamentschef und so weiter. Sie drehten ein 30-sekündiges Selfie-Video, wo sie einfach eine ganz klare Botschaft gesagt haben. Wir sind da. Wir kämpfen. Wir brauchen keine Mitfahrgelegenheit. Das war enorm wichtig. Ja, das war der Satz. Ja, genau, ganz kurz. Ich führne das nur aus. Und die Zustimmung für ihn ist seitdem ungebrochen sehr hoch. Also 80 bis 90 Prozent finden, dass er das richtig macht. Und er macht vor allem das, was er am besten kann. Er bietet um Hilfe und er bekommt diese Hilfe auch. Ja, das war ja eindrucksvoll auch zu sehen in der Woche vor dem Jahrestag, dass nämlich auch der US-Präsident nach Kiew gekommen ist. Trotz auch Gefahren für dessen Leben. Und wir wollen auf diese Dimension jetzt schauen. Denn sowohl der US-amerikanische Präsident als auch der russische Präsident versuchen in diesen Tagen ihre Botschaften prominent zu platzieren. Die Verantwortung für den Ukraine-Konflikt, für seine Eskalation und für die steigenden Opferzahlen liegt allein bei den westlichen Eliten und beim derzeitigen Regime in Kiew, dem das ukrainische Volk im Grunde genommen fremd ist. Nach einem Jahr Krieg zweifelt Putin nicht mehr an unserem Zusammenhalt. Aber er zweifelt immer noch an unserer Überzeugung, an unserem Durchhaltevermögen. Aber es gibt keinen Zweifel an unserer Unterstützung. Die NATO wird sich nicht spalten lassen und wir werden nicht ermüden. Sind Sie auch so sicher wie Joe Biden, Markus Keim? Auf absehbare Zeit bin ich noch vergleichsweise sicher. Es ist bemerkenswert, wie eng der Westen zusammengeblieben ist. Das betrifft die NATO, das betrifft die EU, das betrifft das Verhältnis der beiden Organisationen zueinander. Ich würde keine Wette abgeben, wo wir in zwei Jahren stehen oder in drei Jahren stehen. Wenn sich die politischen Mehrheitsverhältnisse in einzelnen Ländern verändert haben. Wenn vielleicht doch die Härten des Krieges, die ja in Deutschland im Moment sehr stark abgefedert sind, doch hier etwas spürbarer geworden sind. Sie meinen die wirtschaftlichen Härten? Da gibt es ja Leute, die das schon sehr stark spüren. Aber für breitere Schichten noch spürbar ist, dann würde ich mich nicht wundern, wenn es zu einer Situation käme, die ja in Konturen bereits erkennbar ist, dass, will man sagen, eine Art Repriorisierung der deutschen Sicherheitspolitik erkennbar ist. Dann würde die Frage im Raum stehen, wollen wir wirklich 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben? Oder haben wir nicht andere Zwecke, die dafür auszugeben sind? Aber für den Moment finde ich es wirklich vermerkenswert, wie der Westen zusammengeblieben ist. Und das finde ich auch eine Dimension der sogenannten Zeitmende, die häufig übersehen wird. Wir reduzieren die Zeitmende ja auf die 100 Milliarden Euro, die die Bundeswehr bekommen soll. Und das Zwei-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts, die für Sicherheit und Verteidigung ausgeben wird. Was wir übersehen, ist sozusagen die institutionelle Dimension, welche Bedeutung die NATO gewonnen hat, welche Bedeutung die transatlantischen Beziehungen gewonnen haben. Und gerade für eine SPD-geführte Bundesregierung, die ja doch eine, zumindest in Teilen, anti-amerikanischen Strang hat, ist das doch eine bemerkenswerte Entwicklung, dass wir jetzt im Moment eine Bundesregierung haben, die transatlantischer denkt und handelt und handeln muss, als wir das in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben. Andererseits verfangen natürlich diese Thesen, und Putin hat ja, wir haben es gehört, eben auch diese formuliert, dass im Prinzip die westlichen Eliten allein verantwortlich sind, auch hier in Deutschland. Und es ist auch eine Sicht, die in Indien geteilt wird, da gab es neue Studien in China, in einigen afrikanischen, lateinamerikanischen Ländern. Wie ordnen Sie das ein? Ich glaube, ich würde gerne ein bisschen sortieren. Also das eine ist der Blick nach Europa, und dass die Solidarität und Einigkeit zwischen unterschiedlichen Akteuren im Westen so stark ausgefallen ist, hat den Kreml durchaus auch überrascht. Aber die russische Politik setzt weiterhin darauf, dass das nicht so bleiben muss. Und das guckt sich Italien an mit der Wahl, das guckt sich die britischen Regierungsturbulenzen an, und die Moskauer Analysten haben sehr genau die französische Wahl beobachtet. Ich bin mir sicher, dass die Auswertung der ersten Ampel-Monate sozusagen die große Zeit nach dem Abtritt von Angela Merkel mit ein Faktor war für die Kriegsentscheidung, weil die sich die Konstellation angeguckt haben und gesagt haben, dass diese Regierung wird das eben nicht hinbekommen, die transatlantische Solidarität zu organisieren, glaubwürdig zu den Polen wie zu den Franzosen zu sein, und so weiter und so fort. Das bleibt. Es kommen andere Wahlen. Griechenland muss wählen. In Griechenland gibt es auch Parteien wie Syriza, die sagen, Waffen für die Ukraine sind nicht vereinbar mit ihrem linken Weltbild. Also ich wäre da sozusagen optimistisch für jetzt, aber mein Ausblick ist nicht so langfristig. Also ich würde sagen, das ist Work in Progress. Was die anderen Länder weltweit angeht, ist es immer etwas anderes. Ich würde sagen, dass für viele Länder des globalen Südens dieser Krieg ein regionaler Konflikt ist. Und die haben gute Argumente zu sagen, was dachtet ihr denn, wie Machtkonflikte ausgetragen werden. Nur weil Europa bis dato die Wiege der institutionalisierten kollektiven Sicherheit war und so weiter und so fort, heißt es nicht, dass es eine Ausnahme geben muss für euren Teil der Welt. Also ich, und das kann der Kreml gut kapitalisieren, weil er eben sagt, da sind Konturen der neuen Welt. Ich weiß zum Beispiel, dass der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, der in Deutschland sehr schnell von der Bildfläche verschwunden ist, ausgewertet worden ist in Moskau. Eisen beweist dafür, dass man mit einer konventionellen Kriegsführung ohne viel Aufsehen zu erregen durchaus Ziele erreichen kann. Und diese Dinge machen es leichter, für die russische Außenpolitik zu argumentieren. Es passiert hier in regionaler Konflikt kein Grund für eine globale Koalition, wie Joe Biden sie heraufbeschwören möchte. Das ist sozusagen auch ein Element. Und ein dritter Punkt vielleicht auch noch. Ich glaube tatsächlich, dass die kurzfristigen Kriegsziele für Wladimir Putin abgeräumt sind. Also die Führung in Russland hat eingesehen, dass der ursprüngliche Plan mit einer blitzkriegartigen Invasion und einem Regime-Change fehlgeschlagen ist. Und ich würde gar nicht imstande sein, wirklich genuine Kriegsziele. Wir müssen uns mit dem Begriff unterscheiden, weil es gibt operative, taktische, strategische, politische, zivilisatorische Ziele. Alle werden durcheinandergeworfen. Aber es gibt gar keine Kriegsziele mehr, weil Russland jetzt ist sehr, überraschenderweise für sich selbst auch, hat sich komfortabel eingerichtet in der Kriegsführung. Für eine Autokratie ist es gar nicht so unnützlich, einen Krieg zu führen, der auch länger geht und gar kein konkretes Enddatum hat. Und das heißt, die Aufgabe für Moskau ist es gar nicht, eine Gegenkoalition zu organisieren, sondern die Bildung einer westlichen Anti-Russland-Koalition zu verhindern. Und dass es eine ungleich leichtere Aufgabe ist, tatsächlich ein neues Gegenbündnis zu schmieden. Daher ist es genügend, dass Indien sich das anguckt mit der Reserviertheit auch ihrer alten sowjetisch-indischen Beziehung. Das ist genug, dass China einfach nur nicht stört. Wenn sie sogar helfen würden, wäre es noch besser. Aber das genügt. Es ist genug, dass die Türkei hilft, Parallelimporte zu organisieren und Sanktionen zu umgehen. Es ist genug, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Finanzschauplatz Ausweichoptionen bieten für das Capital Procurement für die russische Rüstungsindustrie. Das reicht. Man muss keine Gegenblockbildung betreiben. Der Westen muss es aber. Denn, Herr Keim hat es erwähnt, die Art und Weise, wie Politik im Westen funktioniert, über Institutionen, über multilaterale Verhandlungen, über geregelte Prozesse, bedeutet, dass man erst mal alle einkaufen muss. Für die UN, für die USZE weniger wahrscheinlich. Und das ist der Unterschied in der Strategie. Aber das dürften ja ganz schlechte Nachrichten sein für Kiew, oder Roman Goncharenko, wenn im Prinzip Russland an einem Punkt angekommen ist, wo es eigentlich nur immer wieder weiter Truppen nachschieben muss, weil es so jetzt läuft? Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin da grundsätzlich optimistischer, auch als der Titel dieser Sendung vermuten lässt. Denn, schauen Sie, zunächst eine kurze Antwort vielleicht auf Wladimir Putin in dem O-Ton, den wir gerade gesehen haben. Er hat da gesagt, das ukrainische Volk sei dem Westen fremd. Das war so vor der Invasion, aber das hat sich total gedreht und geändert. Wir haben jetzt eine Hilfe, von der die Ukraine nur träumen konnte. Und diese Hilfe wird nur stärker, breiter und größer. Und dann, es kann natürlich sein, wenn dieser Krieg länger dauert, dass dann eine gewisse Müdigkeit einkehrt. Und alle blicken natürlich auf die Wahlen in den USA Ende 2024. Auch wenn da jetzt ein Republikaner an die Macht kommen sollte, der weniger Waffen liefert oder gar keine Waffen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Denn man muss sich nur die Frage stellen, welche Welt wäre das, wenn Russland diesen Krieg tatsächlich gewinnen sollte? Und sobald im Westen überall alle das wirklich durchgedacht haben und für sich und ihre Region überlegt haben, was bedeutet das für Europa, was bedeutet das für die NATO, was bedeutet das für die ganze Welt und die Machtverschiebungen in der Welt und andere Länder, was machen die dann in anderen Regionen? Ich glaube, dann wird noch mehr militärische Hilfe in die Ukraine fließen. Und last but not least, ich glaube, was Kiew auch hoffen lässt, ist, sollte die Hilfe aus den USA, die bei weitem mit großem Abstand der größte Waffengeber für die Ukraine sind und das bleiben, es kommt trotzdem sehr viel militärische Hilfe aus, auch aus Osteuropa, aus Mitteleuropa, aus Ländern wie Polen, baltische Staaten, Tschechien, Slowakei. Und diese Länder werden aufrüsten. Das tun sie jetzt schon. Polen kauft massiv militärisches Gerät ein, Panzer in Südkorea, Haubitzen und so weiter, produziert Hubschrauber. Und ich glaube, Polen ist auch bereit, diese Waffen bei Bedarf in die Ukraine zu liefern. Das wird vielleicht nicht ausreichen, um Russland komplett aus dem ukrainischen Gebiet zurückzuschlagen. Aber um Russland aufzuhalten, diese geballte Kraft aus Osteuropa, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Machtfaktor für die kommenden Jahre, sollte der Westen insgesamt nicht die Einheit behalten, die wir jetzt sehen. Was ich wiederum nicht glaube. Das, was vielleicht dann eben auch Ukrainer und die polnische Bevölkerung zum Beispiel verbindet, ist eben auch eine Kriegserfahrung, die sehr stark ist, die sehr geprägt hat, die vergangenen Jahrzehnte. Deshalb würde ich jetzt gerne noch mal darauf schauen, was eigentlich jetzt bisher schon die Kosten dieses Krieges sind. Das ist global betrachtet enorm, insbesondere aber natürlich auch für die Ukraine. Und wir haben einige Fakten zusammengestellt, die mit Vorsicht zu genießen sind, die aber doch eine Tendenz aufweisen. Mehr als 135.000 gefallene Russen beziffert Kiew. Die USA gehen sogar von 200.000 aus. Sowie 100.000 tote und verletzte ukrainische Soldaten. Dazu die zivilen Opfer. Die Vereinten Nationen sprechen von bisher mehr als 7.000 getöteten Zivilisten, darunter fast 450 Kinder. Mit Beginn der Invasion flohen vor allem Frauen und Kinder ins Ausland. Mittlerweile haben nach UN-Angaben mehr als 8 Mio. Ukrainer das Land verlassen. Viele Städte und Dörfer liegen in Schutt und Asche. Die Zerstörungen und Schäden belaufen sich nach ukrainischen Schätzungen auf rund 138 Milliarden Dollar. Auch viele Landstriche, unbetretbar. 250.000 Quadratkilometer des Landes sollen minenverseucht sein. Das entspräche gut 2 Drittel der Fläche Deutschlands. Die Hauptwaffe der Russen aber Artillerie. Nach Schätzungen hatte die Armee vor Kriegsbeginn ca. 17 Mio. Artilleriegranaten. Von denen sollen sie bisher 7 Mio. verbraucht haben. Die russische Armee hat also noch genug Granaten, um diesen Weg weiterzuführen. Wie gravierend sind die Folgen des Krieges für die Ukraine? Wie entscheidend, möchte ich dagegen setzen, ist die Frontlinie Demokratie, Autokratie hier in diesem Krieg? Entscheidend für wen, muss ich zurückfragen. Für die Ukraine zum Beispiel. Für die Ukraine ist es ganz klar, und das haben wir gehört, tatsächlich ist es eine Nationwerdung, der wir zuschauen können. Das ist sehr eindrücklich. Und die definiert sich über die Kriegserfahrung, über die Zugehörigkeit zum Westen, und auch natürlich über diese freiheitliche demokratische Grundverfastheit. Das macht es der Ukraine teilweise, glaube ich, auch schwieriger zu sehen, wie anders Russland tickt, weil es in den letzten Jahrzehnten eben eine völlig andere Gesellschaft geworden ist. Es gab kein russisches Maidan, und es gibt gute Gründe dafür. Ich denke, dass das auf der russischen Seite eher ein propagandistisches Argument ist. Also de facto ist es natürlich nützlich, zu argumentieren, Demokratie ist etwas Wesensfremdes, und es bringt mit sich ja auch Wertekonflikte, und da kann man unterschiedlich argumentieren. Da gibt es unterschiedliche Spielarten. Ich habe ja schon beschrieben, dass man sehr viele unterschiedliche Argumente finden kann. Grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, dass der Abwehrkampf gegen die russische Aggression ein Kampf ist für die Stabilität von Demokratien auf dem Kontinent, ganz klar. Wenn es möglich sein sollte, das ist diese Vorstellung von der neuen Welt, das ein revanchistischer, und Revanchismus ist ein Wort, was aus der Mode gekommen ist, aber de facto ist Russland ein revanchistischer Staat, der der Meinung ist, 1991 war ein schlechter Deal, also der Kalte Krieg ist schlecht zu Ende gegangen, es ist Zeit, das neu zu verhandeln. Wenn es möglich ist, das zu machen, dann sieht es schlecht aus für Demokratien. Dann müssen sie sich entweder militarisieren und anders leben und sich darauf vorbereiten, immer unter Bedrohung zu sein, oder sie müssen sich mit ihren existenziellen Risiken, vor allem die entlang der Grenze der russischen FDR auseinandersetzen. Daher, ich würde sagen, es geht nicht vordergründig um die Aufladung, um die politische Aufladung der Frage, welches System ist besser, sondern es geht darum, dass die beiden nebeneinander in diesem Kontext eigentlich nicht mehr so koexistieren können. Aber das müssen sie ja, denn wenn wir jetzt darauf schauen, wie es weitergeht, vielleicht beginnen wir das jetzt mal, dann wird es ja nicht so sein, dass man da einfach so eine Art Pufferzonenland dazwischen machen kann, irgendwann. Also man muss sich ja schon dem stellen, dass wir es hier jetzt damit zu tun haben, dass maximal destruktiv eine Nachbarschaft angegangen wird. Also eine geteilte, ich glaube vor allem hier in Deutschland sitzen, kann man sich durchaus vorstellen, dass jahrzehntelang zwei völlig unvereinbar und unterschiedliche Systeme existieren. Sie meinen Bundesrepublik DDR oder Nordkorea, Südkorea? Es ist nichts, was, also harte Grenzen sind unmenschlich, schwierig zu managen, explosiv, harte Grenzen zwischen Gesellschaftssystemen, über die hat es natürlich gegeben. Das ist jetzt nicht meine erste Vorstellung davon. Was stellen Sie sich vor, wie das weitergeht? Ich denke, dass, also ich referiere jetzt sozusagen das, was die russische Sicht darauf wahrscheinlich sein könnte. Es wurde im Beitrag erwähnt, militärisch, rüstungspolitisch gesehen, kann sich die russische Föderation diesen Krieg sehr, sehr lange noch leisten. Die Mobilisierung wird immer erst dann hochgefahren und sehr klug gemanagt, damit es nicht zu Unruhen und Protesten kommt. Es gibt sogar Excel-Tabellen in den Stadtverwaltungen, wo eingetragen wird, aus welchem Stadtteil, von welchem Arbeitgeber, wie viele wurden einberufen, damit es ja nicht zu viele sind. Ich gebe dann auch noch ein anderes, ziemlich abscheuliches Beispiel, aber das hat es gegeben. Eine propagandistische Instagramerin hat mal eine Chipspackung genommen, so eine Lace-Chipspackung und gesagt, hier, ich nehme ein Chip raus, das ist die Mobilisierten. Die allen anderen sind in der Packung drin, denn denen passiert nichts. Hören Sie auf, sich aufzuregen. Mit dieser Logik kann Russland das jedes Jahr einfach einmal machen, solange eben nicht jeder zweite, dritte oder vierte in einem bekannten Kreis mobilisiert worden ist. Und das zweite ist, rüstungspolitisch gesehen, Russland muss nur 40, 60, 80 Raketen pro Monat produzieren, das kriegen Sie stand jetzt hin, um eine, zwei tödliche Beschusswellen, wie wir sie gesehen haben, in den letzten Monaten auf die Ukraine auszulösen, auf die zivile Infrastruktur. Und den Konflikt schwälen lassen. So wird es immer weitergehen. Markus Keim, was ist Ihre Vorstellung, wie das weitergeht? Auch nochmal in Betracht genommen, dass jetzt Putin und die Duma, das russische Parlament, ja gesagt haben, wir steigen jetzt auch aus dem letzten verbliebenen großen Atomwaffenkontrollvertrag, nämlich dem Newstart mit den USA aus. Also ich glaube, wir suspendieren die Zusammenarbeit. Also ich glaube, das konkrete Handeln und die konkrete Ankündigung, die sollte man nicht zu hoch hängen, weil es ist erstens eine Suspendierung, zweitens betrifft es ein Waffensystem, nämlich Interkontinentalraketen, was für den aktuellen Konflikt keine Bedeutung hat. Aber der Bereich des Symbolischen spielt hier wieder rein. Zu sagen, dem Westen eine der letzten Kooperationsformen oder Kooperationsinstitutionen so vor die Füße zu werfen, das lässt doch etwa an, in die Richtung die Sicherheitsarchitektur Europas entwickeln wird. Und da sehe ich doch eine deutliche Zweiteilung, die kann man bereits erkennen, nämlich die euroatlantische Sicherheitsarchitektur, wie wir sie gemeinsam mit Russland, muss man dann sagen, seit 30 Jahren aufgebaut haben, die gilt nicht mehr. Die gilt noch für Westeuropa, also solche Prinzipien wie freie Bündniswahl, territoriale Integrität, nicht Anwendung militärischer Gewalt, die gilt in Westeuropa gleichermaßen weiter fort. Also ich glaube nicht, dass Polen jetzt befürchten muss, dass Deutschland angreift oder Deutschland Frankreich angreift. Aber im, ich sage jetzt etwas vage, post-sowjetischen Raum gilt diese Ordnung nicht mehr. Und tatsächlich werden wir auf diese unterschiedlichen Ordnungsprinzipien reagieren müssen. Und das findet ja Ausdruck in diesem Paradigmenwechsel, der im Deutschen immer so gemacht wird. Bisher galt, europäische Sicherheit könnte nur gemeinsam mit Russland gedacht und organisiert werden. Und mittlerweile sind wir weit davon entfernt, dass man sagt, europäische Sicherheit müsste gegen oder zumindest ohne Russland organisiert werden. Was es dann militärisch heißt, werden wir sehen, aber die Konturen sind ja schon erkennbar, auch im Rahmen der NATO sind die Pfade ja eingeschlagen worden, Rückversicherung für die Staaten mit den Osteuropas und Betonung der Abschreckung mit einer nuklearen Komponente, die ihnen zutritt. Und ich meine, wir merken das ja, wann haben wir das letzte Mal ernsthaft über die nukleare Dimension der NATO gesprochen? Das war über Jahre oder Jahrzehnte faktisch nicht notwendig. Und mittlerweile ist das Thema an deutschen Abendbrottischen geworden. Das illustriert jetzt sozusagen diese Bruchlinie. Und ich glaube, abgekoppelt von dem Ausgang des Krieges wird das eine Perspektive sein, auf die wir uns einrichten müssen. Und da bin ich ganz rein, das ist eine sehr ungemütliche Perspektive, aber ich sehe im Moment keine Alternative. Kennen wir mal zum Schluss zurück zum ukrainischen Abendbrottisch, übertragen gesprochen, Roman Goncharenko. Was erwarten Sie? Wird dieser Krieg endlos oder kann das auch ein Jahr der Entscheidung werden? Es wurde angesprochen, eine mögliche Offensive. Vielleicht zielt die dann auch auf die Krim. Was erwarten Sie? Also ich glaube, Russland hat sich auf einen längeren Krieg vorbereitet und macht weiter. Und dieser Krieg wird zwei bis vier Jahre vielleicht weiter dauern mit kleineren Pausen dazwischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine sich darauf einlässt, jetzt Gebiete abzutreten. Und es kann nur stabil bleiben, wenn es Waffenstillstand geben sollte, wenn auch der Westen massiv die Ukraine aufrüstet oder es Friedenstruppen gibt, UNO-Truppen. Vielen Dank. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ich danke Ihnen allen fürs Kon-Diskutieren, Ihnen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei uns auf dem Punkt und wir freuen uns auf Ihre Kommentare bei YouTube. Vielen Dank. 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 In good shape. Diagnose Krebs. Das Risiko steigt immer weiter an, auch im jungen Alter. Was sind die Ursachen? Wie kannst du dich schützen? Wie erkennst du früh genug Alarmsignale? Krebs vorbeugen. Das kannst du tun. In good shape. Jetzt auf DW. Ändere die Welt. Das wird alles gar nicht besser. Also da bleibt noch eine Menge Arbeit. Die können gerne gehen, wenn Sie nicht interessieren. Da gehen Sie doch einfach. Wow, was für ein Auftritt. Wir gehen alle anders mit Spresso. Was ist denn los? Was los ist? Kulturzeit. In 45 Minuten auf DW. Vorsprung durch Technik. In unserer Dokumentationsreihe Founders Valley Africa. Junge Gründer zeigen digitale Innovationen und wie diese ihren Kontinent in die Zukunft führen. Inspirierende Ideen für ein besseres Leben im eigenen Land und auf der ganzen Welt. Founders Valley Africa. Jetzt auf online. Ein Krieg, der in Echtzeit in den sozialen Medien ausgetragen wird. Ein sehr effizientes Instrument. Wer sind die Meinungsmacher? The key word here is the word fake. Und wo verlaufen die neuen digitalen Frontlinien? Propagandaschlacht um die Ukraine. Russlandskrieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Wir blicken zurück und nach vorn. Das wisst ihr bestimmt schon. Es gibt eine Impfung gegen Krebs. Wer sich vor dem ersten Sex gegen humane Papillom-Viren, kurz HPV, impfen lässt, schützt sich vor späteren Tumoren im Gebärmutterhals, Rachen oder am Penis. Doch es gibt über 300 Krebsarten. Und gegen die gibt es noch keine Impfung. Kann man sich trotzdem schützen? Leider nicht immer. Aber einige Risikofaktoren können wir selbst beeinflussen. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Willkommen bei In Good Shape. Seit Jahren nehmen die Krebsfälle bei unter 50-Jährigen zu. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Eine Studie des Epidemiologen Shuji Ogino hat herausgefunden, von Generation zu Generation steigt das Risiko, schon im mittleren Erwachsenenalter eine Krebserkrankung zu entwickeln. In der Studie wurden Zahlen zu 14 Tumorarten ausgewertet. Unter anderem Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber und Nieren, Brust und Prostata. Auch Darmkrebs. Und der trifft immer häufiger auch junge Menschen. Cindy Schmidt, hier mit Freundin Bea, eine lebensfrohe junge Frau. Mutter einer kleinen Tochter, berufstätig, rundum glücklich. Vor einem Jahr ändert sich das aus heiterem Himmel. Ständig ist sie müde, gereizt, hat tagelang heftige Durchfälle. Nach jedem Essen brauchte ich eine Toilette tatsächlich in der Nähe. Also egal, auch was ich gegessen habe. Und ich musste laufen, nachts, morgens, ob ich gegessen habe, ob ich getrunken habe, das spielte dann gar keine Rolle mehr. Sie geht zu ihrer Hausärztin. Die macht ein großes Blutbild, untersucht Urin, Schilddrüse, Herz. Es scheint alles in Ordnung. Doch in der Stuhlprobe entdeckt das Labor verstecktes Blut. Ein Hinweis auf einen Tumor im Darm. Kann das sein? Cindy ist erst 34. Darmspezialisten wie Thorsten Kuchaschick hören immer wieder solche Geschichten. Sie fordern ein Umdenken, wenn junge Menschen Darmbeschwerden haben. Bei den jungen Menschen denkt einfach niemand daran, dass Darmkrebs vorliegen könnte. Und deswegen werden Symptome auch nicht so ernst genommen. Und das führt letztendlich zu einer Verschleppung der Tumordiagnose. Und das ist natürlich im Resultat eine Katastrophe. Cindy Schmidt entschließt sich zu einer Darmspiegelung. Denn nur sie kann Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich Krebs vorliegt. Was die Ärzte entdecken, ist erschreckend. Im Dickdarm finden sie einen großen Tumor. Es ist klar, sie muss so schnell wie möglich operiert werden. Der Tumor hatte die Darmwand schon durchbrochen. Ich hatte nur eine Frage, tatsächlich. Und ich habe den Arzt gefragt, ob ich sterben muss. Das war wirklich mein einziger Gedanke in dem Moment erst mal. Und auch meine einzige Frage. Wenn wir die Diagnose rechtzeitig stellen, dann können diese Patienten auf jeden Fall geheilt werden. Und wir haben heute extrem gute Möglichkeiten, sowohl operativ, die Patienten, auch selbst wenn sie schon Metastasen gebildet haben, heute kann man auch oft die Patienten heilen. Auffällig ist, dass immer mehr junge Menschen an Darmkrebs erkranken, die nicht zur Risikogruppe gehören. Sie sind weder unsportlich noch übergewichtig und auch nicht genetisch vorbelastet. Das beobachtet auch die Ärztin Viola Andresen. Und da müssen wir alle umdenken, dass man auch bei jungen Menschen eigentlich immer als erstes schon gleich die Alarmglocke hat. Es könnte auch ein Darmkrebs sein. Es ist immer noch selten, aber es nimmt rasant zu. In Hamburg würde man jetzt sagen, ungefähr 200 Betroffene jedes Jahr. Das ist schon eine Größenordnung für Menschen, die noch das ganze Leben vor sich haben. Jede Tumorerkrankung unter 50 Jahren lässt auch Thorsten Kuchaschick aufhorchen. Sein Team sieht Fälle wie den von Cindy Schmidt seit gut zehn Jahren häufiger. Die 20- bis 30-Jährigen, da sehen wir eine 5- bis 10-prozentige Zunahme. Bei den 30- bis 40-Jährigen etwa 5-prozentige Zunahme. Das ist schon nicht unerheblich. Und wir fragen uns natürlich, was sind die Ursachen? Warum kriegen junge Menschen plötzlich vermehrt Dickdarmkrebs? In einer US-amerikanischen Studie, der Nurses' Health Study II, wurden seit 1991 über 95.000 Frauen untersucht und nachbeobachtet. Das Ergebnis? Frauen, die früh im Leben regelmäßig zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen, erkranken doppelt so häufig an Darmkrebs wie jene, die sie nie oder nur selten trinken. Ich halte die Studie für sehr relevant. Im Grunde haben wir schon immer gewusst, dass Ernährung eine wesentliche Rolle spielt, auch bei der Krebsentstehung. Und wir wussten auch, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die hier besonders verdächtig sind. Und da gehören eben auch Zuckerstoffe zu. Und jetzt mehren sich eben auch die Beweise dafür, dass das tatsächlich so ist. Die Medizin weiß, für den Darm ist gesunde Ernährung wichtig. Wenig Zucker, wenig Fleisch und wenig hochverarbeitete Lebensmittel. Aber noch sind die Ursachen nicht komplett erforscht. Das sind wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Ernährung ist bestimmt ein Thema und es gibt Erkenntnisse, dass ungesunde Ernährung, viel Süßigkeiten, wenig Ballaststoffe über das Darmmikrobiom da auch ein Faktor sein können. Aber es ist sicherlich nur ein Teilaspekt und auf gar keinen Fall die Erklärung für alles. Zuckrige Limonaden wie Cola hat Cindy Schmidt fast nie getrunken. Sie liebt Wasser, Kaffee und Tee. Aber bewusst ernährt hatte sie sich auch nicht. Was ihr erst jetzt klar wurde. Ja, dass ich bei meiner Tochter immer doll drauf geachtet habe. Ganz gesund und eben nicht so viel Zucker. Und bei einem selbst, das war ja fast unwichtig. Es ist eigentlich erschreckend, dass einem erst sowas widerfahren muss, bevor man auch mal an sich selber denkt und selbst überlegt, wie sollte ich mich ernähren. Zehn Zentimeter Dickdarm wurden weggeschnitten. Der Tumor war acht Zentimeter groß. Keine Metastasen. Sie hat jetzt keinen Krebs mehr. Wenn wieder eine Untersuchung ansteht im Rahmen der Nachsorge, dann kommt vieles nochmal hoch und man hofft natürlich, dass alles gut ist. Aber ich für mich sage, ich habe das geschafft. Wirklich. Gott sei Dank. Cindy Schmidt ist aber auch sich selbst und ihrem Bauchgefühl dankbar. Denn nur weil sie angesichts ihrer Beschwerden hartnäckig blieb, konnte der Tumor rechtzeitig entdeckt werden. Und auch bei Darmkrebs gilt, je früher die Diagnose, desto besser die Chancen auf Heilung. Wird Darmkrebs früh genug erkannt, sind die Heilungschancen sehr groß. Doch wie bemerkt man einen Tumor? Am sichersten ist eine Darmspiegelung. Alarmsignale findest du aber auch auf der Toilette. Du musst nur genau hingucken. Unser Stuhl kann Hinweise auf ernsthafte Krankheiten liefern. Fast schwarzer Stuhlgang wie dieser hier kann ein Hinweis auf Blut im Stuhl sein. Und das wiederum kann ein Zeichen für Darmkrebs sein. Darmkrebs ist der zweithäufigste Krebs des Magen-Darm-Trakts. Er ist gefährlich, weil er eher spät erkannt wird. Professor Andreas Sturm verratzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Anzeichen wie schwarzer Stuhl oder Gewichtsverlust sind schon Spätsymptome von Darmkrebs. Es ist also wichtig, seinen Körper zu beobachten, bevor der Krebs sich ausbreitet. Daher geht kein Weg vorbei und darin ist auch gar nichts Anrüchiges. Ein regelmäßiger Blick ins, naja, Klo. Denn es kann dein Leben retten. Der Stuhlgang ist normalerweise braun. So wie dieser hier. Sieht er so aus, ist alles bestens. Aber wie oft auf die Toilette gehen ist denn gesund? Ein bis dreimal pro Tag oder ein bis dreimal die Woche ist alles normal. Jeder Mensch ist völlig anders. Wenn der Stuhl gelb ist und auch besonders unangenehm riecht, dann könnte eine Verdauungsstörung vorliegen. Wenn das länger dauert, bitte zum Arzt. Auch wenn ihr weißen, lehmartigen Stuhl entdeckt, lasst es untersuchen. Es kann ein Hinweis für Leber- oder Gallenwegserkrankungen sein. Wohingegen diese Farbe lediglich zeigt, was auf dem Speiseplan stand. Also bei grünem Stuhl ist alles normal. Wenn der Stuhl rot aussieht, kann es entweder am Essen liegen, also harmlos sein, oder aber es ist Blut mit im Stuhl. Genauso wie bei fast schwarzem Stuhl. Das könnte ein Hinweis für Darmkrebs sein. Je früher ihr es entdeckt, desto besser ist die Heilungschance. Behaltet euren Stuhlgang also im Blick. Geschätzte 40% aller Tumor-Erkrankungen gehen auf Faktoren zurück, die man beeinflussen und vermeiden kann, sagt das Deutsche Krebsforschungszentrum. Faktor Übergewicht. Tumorfördernde Entzündungen und gefährliche Hormon-Cocktails im Organismus sind die Folgen. Faktor Alkohol. Bereits eine Flasche Wein pro Woche erhöht das Krebsrisiko. Bei Männern wie 5 Zigaretten, bei Frauen sogar wie 10 Zigaretten. Faktor verarbeitete Lebensmittel. Fertiggerichte Soßen, Limonaden und Süßigkeiten steigern das Risiko deutlich. Zum Beispiel für Brustkrebs. Und Faktor Fleisch. In den letzten 20 Jahren ist der weltweite Fleischverbrauch um 45% gestiegen. Und auch diese Entwicklung ist ein Grund für die Zunahme der Krebsfälle. Grillen. Für Familie Hudsonlaub im Sommer ein festes Ritual. Und das am liebsten mehrmals die Woche. Ich mag das Feuer machen. Das ist halt eine Männergeschichte so ein bisschen. Und dann ein Stück Fleisch und ein Bier dazu. Das ist einfach toll. Ich mag das. Für Holger Hudsonlaub kommt wirklich nur Fleisch auf den Grill. Nichts anderes. Und auch Frau und Kinder mögen die tierischen Produkte sehr. Insbesondere rotes Fleisch von Schwein und Rind kommt auf den Rost. Dazu Produkte daraus. Wurst in jeder Form. Im Sommer steigt der Fleischkonsum der Familie rasant. Und mit dieser Vorliebe stehen sie nicht alleine da. Ein Kilo Fleisch ist jeder Deutsch im Schnitt pro Woche. Und damit doppelt so viel wie von der WHO empfohlen. Zu viel Fleisch, das kann zum Risiko werden, sagt der Wissenschaftler Pablo Steinberg. Eine etwas ungute Liebesgeschichte. Wir wissen seit einiger Zeit durch eine Vielzahl von epidemiologischen Studien, dass der Verzehr von großen Mengen an rotem Fleisch das Risiko an einem kolorektalen Karzinom zu erkranken erhöht. Darmkrebs durch rotes Fleisch. Die Gefahr wächst mit der Menge. Neben Übergewicht und Alkohol steigert rotes Fleisch das Risiko maßgeblich. Internationale Studien berichten von besorgniserregenden Steigerungszahlen weltweit. Allein in Europa sind es jedes Jahr fast 8 Prozent. Zum sogenannten roten Fleisch gehört zum Beispiel Fleisch von Rind, Schwein oder Lamm, saftig und rosa. Und genau hier steckt die Gefahr in einem Stoff, der dem Fleisch seine rote Farbe gibt, dem Helmeisen. Das zeigt die Forschung, auch die von Pablo Steinberg. Er untersucht Fleisch am staatlichen Max-Rugner-Institut in Karlsruhe. Das Hemmolekül, so heißt das, hat eine Bindung zu einem Eisenatom. Und man geht davon aus, dass diese Struktur dann für bestimmte krebsfördernde Ereignisse in Darmepithelzellen zuständig sein könnte. Was genau in unserem Darm passiert, wenn wir rotes Fleisch essen, das erforscht der Lebensmittelchemiker Jörg Fahrer. Fleisch findet man in seinem Labor nicht. Er forscht direkt auf Zellebene und will herausfinden, was macht das Helmeisen an den Darmzellen. Zum einen wurde gezeigt, dass Helmeisen unser Erbgut schädigt, also DNA-Schäden auslösen kann. Zum anderen gibt es Hinweise, dass Helmeisen die Zellteilung fördert, sodass sie die Zellen eben schneller teilen, was auch ein wichtiger Faktor für die Krebsentstehung ist. Unter einem speziellen Mikroskop zeigt Nina Seifert die Auswirkungen. Ein Teil der Darmzellen bekommt Helmeisen aus Fleisch, die Kontrollzellen bekommen Eisen aus Pflanzen. Hier sieht man Kontrollzellen, denen geht es gut, die haben keine Schäden, aber durch Helmeisen werden diese Erbgutschäden ausgelöst und dann sieht man, dass Strangbrüche der DNA entstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen pflanzlichem und tierischem Eisen. Krebserregend ist nur das tierische Eisen, also das Helmeisen. Hier sollten wir uns einschränken. Man kann eben sehr schön sehen, dass das dosisabhängig auftritt. Das heißt eben, je höher die aufgenommene Menge an rotem Fleisch und damit an Helmeisen, umso stärker sind eben diese Effekte in der Darmschleimhaut und in den Darmzellen. Die Dosis macht das Gift. Und wer das Fleisch auf dem Grill verkohlt, riskiert zusätzliche Zellschäden. Maximal 600 Gramm Fleisch und Wurst sollten wir pro Woche essen. Das ist schnell erreicht. Wäre also nicht auch Pflanzenkost eine Alternative beim Grillen? Familie Hutzenlaub probiert es aus, der Familie schmeckt es. Auf jeden Fall könnte ich das Fleisch reduzieren. Man kann das gut als Beilage machen oder auch vielleicht das zweite Stück Fleisch mal überdenken und eine vegetarische Alternative finden. Das geht schon, wenn es so lecker ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach auch Spaß macht, das so ein bisschen zu experimentieren und komplett einen Eimergrillen auf Fleisch zu verzichten. Denn sie wissen, weniger rotes Fleisch bedeutet ein geringeres Risiko für Darmkrebs. Rotes Fleisch, Zucker und Alkohol steigern also das Krebsrisiko. Kann man denn da jetzt gar nichts mehr essen? Doch, denn ob die Ernährung deiner Gesundheit schadet, hängt ganz von deinem Einkaufszettel ab. Es gibt nämlich auch Nahrungsmittel, die das Krebsrisiko senken können. Diese drei Lebensmittel können dabei helfen, dein persönliches Krebsrisiko zu senken. Olivenöl. Die Auswertung von 45 Studien ergab, wer regelmäßig Olivenöl verspeist, kann das Risiko an Krebs zu erkranken um über 30 Prozent senken. Am deutlichsten waren die Ergebnisse in Bezug auf Brust- und Magen-Darmkrebs. Das Öl der Olivenöl enthält verschiedene Polyphenole. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften. Sie schützen vor sogenannten freien Radikalen, die unsere Zellen angreifen und so Krebs auslösen können. Aber nicht alle Olivenöle sind gleich. Natives Olivenöl wird kalt gepresst und behält so seinen hohen Polyphenolgehalt. Andere Olivenöle werden raffiniert, also erhitzt. Dabei gehen auch Polyphenole verloren. Die meisten Studien zu Olivenöl beschränken sich auf Menschen im Mediterranenraum. Ob die Ergebnisse für alle Regionen gelten, ist daher nicht sicher. Vollkornprodukte. Vollkornprodukte wie Brot, Naturreis oder Quinoa enthalten jede Menge Ballaststoffe. Diese Pflanzenfasern regen die Verdauung an und helfen, potenziell schädliche Stoffe aus dem Körper auszuscheiden. Die schützende Wirkung von Ballaststoffen ist vor allem bei Darmkrebs gut belegt. Eine Studie hat gezeigt, wird die Ballaststoffaufnahme von 10 auf 24 Gramm pro Tag erhöht, sinkt das Risiko an Darmkrebs zu erkranken um bis zu 30 Prozent. Rettiche und andere sogenannte Kreuzblütler sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem enthalten sie Glucosinolate. Die geben dem Rettich seinen bitteren Geschmack und helfen dabei, dass Krebszellen gar nicht erst entstehen. Das konnte zumindest in Studien an Tieren nachgewiesen werden. Im Labor konnten Forschende sogar nachweisen, dass Rettich-Extrakt den Zelltod bei Krebszellen von Menschen beschleunigt. Aber nicht vergessen, um Krebs vorzubeugen, sind neben diesen drei Lebensmitteln eine gesunde Ernährung und ein aktiver Lebensstil entscheidend. Das größte beeinflussbare Krebsrisiko ist Rauchen. Rund ein Drittel aller Krebserkrankungen geht auf das Konto von Tabakrauch. Bei Tumoren in Mundhöhle, Kehlkopf und Lunge sind es sogar 90 Prozent. Also gar nicht erst anfangen oder so schnell wie möglich damit aufhören. Seine letzte Zigarette rauchte er vor einem Jahr. Manuel Stawinski hat den Absprung geschafft und zwar mit Hypnose. Wenn es hilft, dann muss man einfach mal über seinen Schatten springen und sich darauf einlassen, auf jeden Fall. Wer mit dem Rauchen aufhört, kann die Vorteile für seine Gesundheit gleich nach der letzten Zigarette spüren. Schon nach nur 20 Minuten sinken Herzfrequenz und Blutdruck. Der Hypnotherapeut versetzt Manuel in Trance und spricht sein Unterbewusstsein an. Dass das klappt, erkennt er an Manuils Armen. Die reagieren auf seine Fragen, heben oder senken sich. Das ist total irritierend, ich kriege es mit, aber ich kann nichts dagegen tun. Ja, genau. Sie merken, die linke Hand geht von ganz alleine nach unten. Prima, ja. Das ist wie wenn einer die Hand runterdrückt. Ja, so ist das. Die Anstrengung lohnt sich. Schon acht Stunden nach der letzten Zigarette ist der Kohlenmonoxidstoffwechsel wie bei einem Nichtraucher und man bekommt deutlich besser Luft. Unter Hypnose gibt sich Manuel selbst den Auftrag zum Rauchstopp. Manuel kann das Rauchen beenden und zwar wirklich ein für alle Mal. Dieser Leitsatz wirkte bei ihm tatsächlich. Das ist heftig. Zwei Stunden dauert eine Hypnosesitzung. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Bei Manuel hat es funktioniert. Rund ein Jahr nach dem Rauchstopp ist Manuils Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen fast so niedrig wie bei einem Nichtraucher. Bekannt und beliebt zur Rauchentwöhnung sind Nikotintabletten oder Pflaster. Sie geben gleichmäßig Nikotin an den Körper ab, um die Entzugserscheinungen zu mindern. Was auch gut funktioniert, wie Suchtmediziner Tobias Rüther aus langjähriger Erfahrung weiß. Nikotinpräparate gut dosiert und lange angewendet, ungefähr zwei Monate, verdoppeln die Chance, rauchfrei zu sein. Die Investition in Nikotinpflaster lohnt sich also. Fünf Jahre nach dem Rauchstopp sinkt das Schlaganfallrisiko in etwa auf das von Nichtrauchern. Eine andere Hilfe bieten Apps. Hier geben Nutzer ihren bisherigen durchschnittlichen Zigarettenkonsum ein. Die meisten Apps setzen auf Motivation, zeigen, wie sich der Gesundheitszustand mit der Zeit verbessert und wie viel Geld man durch das Nichtrauchen spart. Im Chat können außerdem Entzugserfahrungen mit anderen geteilt werden. Wenn Sie 100 Leuten eine App geben, 100 Leuten eine Broschüre, dann sehen Sie, dass die mit dem App einfach hochsignifikant, also sehr viel häufiger aufhören. Das ist eine ganz tolle Sache und da muss noch weiterentwickelt werden, aber ich setze sie jetzt auch schon sehr gerne ein. Ein Versuch, mit einer App das Rauchen aufzuhören, lohnt sich allemal. Nach zehn rauchfreien Jahren ist das Lungenkrebsrisiko nur noch halb so hoch wie bei Rauchern. Effektiv sind auch Nichtrauchergruppen. Studien zeigen, dass professionell begleitete Kurse gute Erfolgsaussichten bieten. Sie machen diesen Kurs und lassen sich professionell beraten und hören der Gruppe am besten gemeinsam auf. Das macht Spaß und bringt sehr viel Erfolg, nämlich fast 50 Prozent nach einem Jahr. Ob mit Hypnose, Likotinpflaster, Apps oder Nichtraucher-Kurs. Wer von den Zigaretten loskommt, gewinnt durchschnittlich zehn Jahre Lebenszeit. Warum also nicht gleich die letzte Zigarette ausdrücken? Es gibt etwas, das genauso gefährlich ist wie Zigarettenrauch. UV-Strahlung. UV-Strahlung ist vor allem für junge Menschen unter 30 gefährlich. Egal, ob sie aus dem Solarium kommt oder von der Sonne. Hautkrebs entwickelt sich über viele Jahre. Wenn du dich regelmäßig selbst untersuchst, kannst du frühe Hinweise vielleicht rechtzeitig erkennen. Wie das geht, zeigt eine weitere Folge aus unserer Reihe Check-Up. Wie erkenne ich, ob ich einen gesunden Hautfleck habe? Oder einen gefährlichen, der vielleicht sogar Hautkrebs ist? Ihr könnt die ABCDE-Regel anwenden. Jael Adler, Dermotologin, Praxis in Berlin. Also A wie asymmetrische Form. Entdeckt ihr einen Hautfleck, der nicht gleichmäßig geformt ist? Dann lasst das vom Hautarzt anschauen. B steht für Begrenzung. Sind da ausgefranste oder unregelmäßige Ränder? Hast du einen solchen Hautfleck? Dann auf zum Hautarzt. C steht für Koloration. Nicht gut wären schwarze, braune, graue, rote oder weiße Flächen oder viele Farben. Das könnte auch Hautkrebs sein. D steht für Durchmesser. Alles, was größer als ein halber Zentimeter ist, könnte ein Problem sein. All diese Flecken lasst bitte kontrollieren. Und E steht für Erhaben. Ist der Fleck erhöht oder verändert er sich? Also behaltet auch die Haut Hubbel im Blick. Denn bei solchen Symptomen solltet ihr zum Hautarzt gehen. Das Tückische an Hautkrebs ist, dass er lange keine Schmerzen bereitet und deswegen unentdeckt bleibt. Also einmal im Monat die Haut anschauen. Mit der ABCDE-Regel ist das ganz einfach. Wichtig, auch Kinder regelmäßig untersuchen. Und beim Rücken hilft der Partner oder eine Freundin. Damit Hautkrebs erst gar nicht entsteht, die Sonne lieber meiden. Vor allem in der Mittagszeit. Denn ihre UV-Strahlen gelten als Hauptauslöser für Hautkrebs. Wer trotzdem in die Sonne muss, dem hilft lichtundurchlässige Kleidung und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Und jetzt noch unser Fitnesstipp. Aurelia Damann zeigt euch eine Massage ohne Masseurin. Lasst euch überraschen. Hallo und herzlich willkommen. Heute brauchst du eine Faszienrolle. Wir werden nämlich eine Übung machen, die deine Verspannungen im unteren Rücken, aber auch im Po super lösen. Setz dich auf die Faszienrolle. Hände auf den Boden. Dann den Knöchel auf das gegenüberliegende Knie legen. Und dann rollen wir den ganzen Po ab bis zum unteren Rücken. Und wieder zurück. Das Tempo kannst du selber bestimmen, aber du hast keine Eile. Wenn es dir an einer Stelle weh tut, dann bleib einen kleinen Moment da. Und dann wirst du dich danach viel wohler fühlen. Wechsel nach einer Minute das Bein. Wenn du möchtest, kannst du das auch mehrfach wiederholen. Na dann, viel Erfolg beim Üben. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Was ist überhaupt zusammen? Unser Thema heute bei SHIFT. Authentizität liegt im Trend. Der momentane Erfolg der App BeReal scheint das zu bestätigen. Inszenierung ist hier verpönt. Stattdessen posten User und Userinnen einen einzigen Schnappschuss pro Tag ohne Filter und zu einer vorgegebenen Zeit. Sieht zwar selten schön aus, aber viele Menschen haben offensichtlich genug, die Genug von den ziemlich perfekten Leben, die täglich in unseren Timelines landen. Eine aktuelle Studie hat mehr als 10.000 Facebook-Profile ausgewertet. Ergebnis, Menschen geht es besser, wenn sie in sozialen Medien das posten, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Psychologin Sandra Matz erklärt, warum. Wenn man die Gesellschaft anschaut, sieht man, wie wir miteinander interagieren und uns vergleichen, um herauszufinden, was als normal, als wünschenswert gilt. Wenn wir dann unser reales Leben mit den idealisierten Leben der anderen in den sozialen Medien vergleichen, bekommen wir leicht das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Fangen wir aber an, gemeinsam authentischer zu posten, würde das einige dieser vergleichenden Vorurteile verringern. Klingt absolut einleuchtend. Aber wärt ihr bereit dazu, online ungeschönt euer Leben auszubreiten? Ich habe davor großen Respekt. Eine Möglichkeit, scheinbar unglamouröse Dinge zu teilen, ist mit Humor. Schaut mal, welche ungewöhnlichen Geschichten diese junge Frau aus Äquador zu erzählen hat und wie viele Menschen ihr genau deshalb folgen. Nancy Rissol berichtet aus ihrem Leben in den äquadorianischen Anden. Sie gewährt einen authentischen Blick auf das normale Leben. Ihre Mutter bei der Landarbeit, die Nachbarn auf dem Feld. Und die Welt ist via Facebook und Instagram dabei. Ihre unverstellte Art hat Erfolg. In den sozialen Medien folgen ihr rund 9,5 Millionen Menschen. Ich liebe dieses Leben als Influencerin. Ich liebe euch alle. Ihre Videos sind verspielt, fantasievoll und auch immer lustig. Ich habe mich immer mehr auf Comedy konzentriert, darauf die Leute zum Lachen zu bringen. Ich mag Comedy sehr, dass die Leute lachen und dass sie glücklich sind. Eine außergewöhnliche Landschaft, viel Humor und keine Scheu vor der Kamera. Das ist schon eine besondere Kombination. Ich habe so ein Glück, hier geboren zu sein. Aber nur authentisch zu sein, garantiert nicht automatisch Erfolg. Man muss sich also ständig fragen, was man selbst tun kann, um ein Publikum zu erreichen mit einem Thema, das bislang nicht besetzt ist. Vielleicht ist das die Sicht auf die Welt, die noch nicht eingenommen wurde. Sie ist damit sehr erfolgreich. Aber ich bin mir sicher, dass es viele andere Menschen gibt, die eine ähnliche Geschichte haben, die etwas sehr Ähnliches machen und die einfach nicht von den Algorithmen erfasst wurden. Ich denke, es ist eine Kombination aus etwas Einzigartigem und auch ein bisschen Glück. Dazu sind auch Standfestigkeit und Selbstvertrauen wichtig, um sich von den kritischen oder hämischen Kommentaren nicht irritieren zu lassen. Ich habe viele Kommentare dazu erhalten. Eher noch am Anfang, als sie sich über mein traditionelles Aussehen und solche Dinge lustig machten. Ich habe das aber mit Humor genommen, um den Leuten zu zeigen, dass mich diese Kommentare nicht berühren, sondern dass ich mich darüber lustig mache. Sie bleibt sich treu, egal was die Leute sagen. Und tut's, was ihr Spass macht. Ich bin glücklicher und aufgeregter denn je, denn ich erfülle mir einen weiteren Traum, meinen eigenen Laufsteg in meinem eigenen Stil. Egal, auf welcher Bühne sie demnächst zu sehen sein wird, Nancy Risol will authentisch bleiben. Tolle Frau. Ihre Videos haben definitiv meinen Horizont erweitert. Und euren? Habt ihr jemals über das Leben in den südamerikanischen Anden nachgedacht? Im Idealfall können authentische Storys von Content-Creatoren aus aller Welt für mehr globales Verständnis sorgen. Das zeigt auch dieses Beispiel aus Bangladesch. Rupali Khatun ist Köchin in einem kleinen Dorf in Bangladesch. Und sie ist auch ein Internetstar. Zusammen mit anderen Frauen kocht sie regelmäßig für die rund 1000 Bewohner ihres Dorfes. Sie bereiten riesige Portionen zu. Und Menschen auf der ganzen Welt verfolgen sie dabei auf YouTube. Der Kochkanal hat mehr als vier Millionen Follower. Es ist toll, dass so viele Menschen unsere Videos lieben. Wir sind stolz darauf, dass wir, obwohl wir arm sind, so viele Menschen erreichen. Für unser Dorf zu kochen, gibt uns das Gefühl, etwas Großartiges geleistet zu haben. Richtig bekannt wurde der Kanal durch diesen Clip. Ein dreijähriges Kind, das Fish-Curry zubereitet. Inzwischen hat das Video über 93 Millionen Aufrufe. Und das Kochen vor der Kamera gehört hier zum Alltag. Es macht keinen großen Unterschied für mich, ob ich hier oder zu Hause koche. Wir sind alle eine große Familie. Der größte Unterschied ist, dass ich bei diesen riesigen Portionen nicht einfach jemanden fragen kann, ob genug Salz im Essen ist. Bis vor sechs Jahren ging es im Dorf noch sehr ruhig zu. Dann fing der Neffe von Mohamed Hossein an, Videos vom Fischmarkt zu drehen. Er entwickelte die Idee weiter. Ich wollte damals die Dorfbewohner bei einem Picknick filmen, wo alle etwas zusammen essen. Wir haben mit kleinen Mengen an Reis angefangen, nach und nach kamen immer mehr Leute und aßen mit uns gemeinsam. Aber warum schauen sich weltweit so viele Menschen diesen Kanal an? Psychologin Sandra Matz geht davon aus, Es ist einfach etwas, was man sich gerne anschaut. Nichts, was man normalerweise tut. Und es ist fast so etwas wie ein mentaler Zufluchtsort, den man aussuchen kann. Außerdem ist es eine kollektive Erfahrung, denn wenn eine Million Menschen zuschauen, wird es plötzlich Teil von etwas Größerem. Und das lohnt sich inzwischen auch finanziell. Die Werbeeinnahmen betragen mehr als 1000 Euro pro Woche. Wovon das ganze Dorf profitiert. Dass so eine Geschichte viral geht und sogar den Leuten vor Ort hilft, finde ich großartig. Besonders für Frauen haben die sozialen Medien neue Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel für Hamna Raza. Seit mehr als 10 Jahren berichtet sie über ihr Leben als Geschäftsfrau und Influencerin. In Pakistan betrat sie damit absolutes Neuland. Frauen waren hier und dann kaum sichtbar. Hi, my name is Hamna Raza. Ich bin Social Media Influencerin, habe einen YouTube-Kanal, einen Instagram-Blog und außerdem betreibe ich einen eigenen Podcast. Happy Chip! Busy, busy! Hamna Raza produziert in ihrer Firma sowohl Videos als auch Podcasts. Es gibt mehrere Studios, in denen aufgezeichnet wird. Verschiedene Menschen arbeiten für die Influencerin. Ein großer Erfolg, besonders für eine Frau in Pakistan. Als ich angefangen habe, gab es in Pakistan kaum Instagram-Blogger. Und ich fand, dass es im Internet wirklich viele Sachen gab, die fehlten. So gab es kaum weibliche Influencerinnen. Ich bin sehr stolz darauf, eine der ersten Frauen gewesen zu sein, die den Weg geebnet haben. Zu der Zeit war es schon merkwürdig. Heute gibt Hamna Raza Frauen in ihrer Heimat eine Stimme. Sie kommen in den Vlogs und Podcasts ausführlich zu Wort. Und wie selbstverständlich arbeiten Frauen und Männer in dem Studio zusammen. Noch eine Ausnahme in Pakistan. Ich denke, ich kann jetzt in meiner Position junge Frauen dazu inspirieren, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und sich mehr zuzutrauen. Mehr als was sie denken, was sie tun könnten. Mit ihrem Erfolg zeigt Hamna Raza, dass es möglich ist, als junge Mutter im Job erfolgreich zu bleiben. Und ihr Mann unterstützt sie. Eine Frau mit einer Familie und gleichzeitig Chefin eines Social-Media-Studios. So ist die Influencerin zu einem Role-Model geworden. Wenn es etwas gibt, das ich jüngeren Frauen mitgeben möchte, damit sie ihrer eigentlichen Berufung nachgehen können, dann das. Warte nicht auf die richtigen Umstände oder den richtigen Zeitpunkt. Mit der eigenen Person glaubwürdig für etwas stehen, das scheint ein absolutes Erfolgsrezept zu sein. So kann man nämlich auch andere Menschen für etwas begeistern. Zum Beispiel die Nachbarschaft schöner zu machen. Das hat Abdou Touré aus Dakar geschafft. Sonntags ist Abdou Touré in seiner Nachbarschaft in der senegalesischen Hauptstadt Dakar unterwegs. Und engagiert sich für eine saubere und grüne Stadt. In meinen Augen ist bürgerschaftliches Engagement etwas Individuelles. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen, indem er sich freiwillig dafür einsetzt, den Platz vor seinem Haus sauber zu halten. Fegen, Bäume pflanzen, Blumen gießen. Ich glaube nicht, dass es dafür eine landesweite Kampagne braucht. Im Laufe der Jahre hat er seine Nachbarn dazu inspiriert, mitzumachen. Aber mit seinem Engagement möchte er die Haltung nicht nur in Dakar ändern. Er filmt die Aktionen mit dem Handy und teilt die Videos in den sozialen Medien, um ein größeres Publikum zu erreichen. Mit dem Hashtag Cartier-Wert-Challenge, die grüne Viertel-Challenge, hat er Menschen aus ganz Afrika erreicht. Viele junge Menschen haben sich der Cartier-Wert-Challenge angeschlossen. Wir haben Mitglieder in etwa 15 Ländern. Diese Menschen kommen aus Burkina Faso, Togo, Senegal und Tschad. Meine Botschaft ist es, anderen zu sagen, ihr könnt das auch. Die Beispiele, die wir gesehen haben, sind toll. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind Ausnahmen. Dass ich auf sie aufmerksam geworden bin, hat mit vielen Faktoren zu tun. Dazu zählen auch Algorithmen und eine große Portion Glück. Einfach authentisch sein garantiert keinen Erfolg, sondern kann auch ziemlich negative Folgen haben. Wo liegen die Grenzen der Authentizität? Wenn man jemand ist, der dem gesellschaftlichen Ideal richtig gut entspricht, dann ist es sehr einfach, authentisch zu sein. Wenn man aber zu einer Randgruppe gehört, ist es viel, viel schwieriger umzusetzen. Wir müssen auch ein wenig darüber nachdenken, wo die Grenzen der Authentizität liegen. Und wenn wir den Begriff der Authentizität so aufladen, setzen wir vielleicht Menschen, denen dieses Verhalten eher schwerfällt, sehr stark unter Druck. Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich? Wir nennen das psychologische Sicherheit. Wenn man Menschen ermutigt, ihre volle Authentizität in die Arbeit oder in die sozialen Medien einzubringen, dann muss man auch den Raum schaffen, in dem das möglich ist. Ich denke, das müssen im Wesentlichen die Führungskräfte leisten. Was sollte sich ändern auf Social-Media-Plattformen? Etwas, was ich gerne hätte, wäre die Möglichkeit, Inhalte zu veröffentlichen, ohne dass jeder sofort kommentieren kann. Ohne die Möglichkeit, all diese Likes zu sehen. Oder auch die Shares. Naja, die Shares vielleicht. Aber ich würde den Druck reduzieren, immer etwas veröffentlichen zu müssen, das beliebt ist. Eben ohne den Druck, ständig Feedback zu bekommen, ob es gut oder schlecht ist. Keine schlechte Idee, denn häufig sind Kommentare leider einfach nur destruktiv. Damit Authentizität online für Menschen nicht zum Boomerang wird, braucht es klare Regeln, zum Beispiel Community-Guidelines, die konsequent umgesetzt werden. Was denkt ihr? Lasst es uns wissen auf YouTube und DeWi.com. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ändere die Welt, sie braucht es. Das wird alles gar nicht besser. Also, da bleibt noch eine Menge Arbeit. Sie können gerne gehen, wenn Sie nicht interessieren. Da gehen Sie doch einfach. Wow, was für ein Auftritt. Wir gehen alle anders mit Spresso. Was ist denn los? Was los ist? Kulturzeit. Jetzt auf DeWi. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie wirkt er sich auf die Wirtschaft aus? Greifen die Sanktionen gegen Russland? Ein Überblick. Boomende ukrainische IT-Firmen, die ihre Heimat unterstützen. Gaspreise, die explodieren. Und ein Cyberkrieg, der gefährlicher ist denn je. Made in Germany. In 60 Minuten auf DeWi. Ein Krieg, der in Echtzeit in den sozialen Medien ausgetragen wird. Ein sehr effizientes Instrument. Wer sind die Meinungsmacher? Und wo verlaufen die neuen digitalen Frontlinien? Propagandaschlacht um die Ukraine. Russlandskrieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Wir blicken zurück und nach vorn. Und die Highlights in Sachen Kunst und Kultur in Europa. Genau das Richtige für Neugierige und Do-It-Yourself-Netzwerke. Einfach abonnieren und nichts verpassen. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Wer möchte es nicht haben, gerade wenn es vom Staat kommt? Hallo zur Kulturzeit. Es geht um Millionen. Und die möchte die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung haben. Denn in Deutschland werden parteinahe Stiftungen mit Millionen gefördert. Doch der DES-Stiftung wurden bis jetzt Fördergelder verwehrt. Dagegen hat die AfD geklagt und bekam heute vor dem Verfassungsgericht teilweise Recht. Was das nun bedeutet, darüber rede ich gleich mit dem Rechtswissenschaftler Markus Ogorek. Davor noch eine Zusammenfassung von Karin Beck-Läubel. Die Papp-Kameraden sind nicht echt. Draußen demonstrieren Aktivisten mit Masken in Gestalt von AfD-Politikern. Während sich drinnen das Bundesverfassungsgericht mit der Finanzierung der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung beschäftigt. Kurz DES. Erika Steinbach, Vorsitzende besagter Stiftung, kam heute persönlich zur Urteilsverkündung nach Karlsruhe. Wurde die DES zu Unrecht von Staatsmitteln ausgeschlossen? Bisher werden die Stiftungen aller großen Parteien im Bundestag durch Mittel aus dem Bundeshaushalt gefördert. Mit einer Ausnahme. Anders als die anderen sechs parteinahen Stiftungen, etwa die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung oder die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, erhielt die AfD-nahe DES bislang keine staatlichen Zuschüsse. Das Bundesverfassungsgericht sieht die Chancengleichheit im politischen Wettbewerb gefährdet. Ein Ausschluss der DES sei verfassungswidrig, da die gesetzliche Grundlage fehle, also ein Parteienfinanzierungsgesetz. Allein Regelungen im Haushaltsplan und im Haushaltsgesetz reichten nicht aus, Fördergelder zu versagen. Das Urteil hat allerdings nicht automatisch zur Folge, dass die DES nun nachträglich staatliche Zuschüsse bekommt. Das Gericht stellte heute lediglich die Rechtsverletzung fest. Und es geht erst mal nur um das Jahr 2019, das einzige Jahr, für das die Desiderius-Erasmus-Stiftung fristgerecht staatliche Zuschüsse beantragt hatte. Das Bundesverfassungsgericht fordert also ein eigenes Gesetz. Der Rechtswissenschaftler Markus Ogorek hat für die Bürgerbewegung Kampakt einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der zeigt, wie die Finanzierung politischer Stiftungen reguliert werden könnte. Guten Abend, Herr Ogorek. Guten Abend. Ja, die AfD fordert Chancengleichheit. Ihr wurde eigentlich heute teilweise Recht gegeben. Was bedeutet jetzt dieses Urteil für die Stiftung? Bekommt die jetzt rückwirkend Geld? Ja, das ist eine schwierige Frage. Und die ersten rechtswissenschaftlichen Stellungnahmen, die dazu veröffentlicht wurden, fallen sehr unterschiedlich aus. Teilweise wird gesagt, dass für das Jahr 2019 eine Geldzuwendung gar nicht mehr möglich sein kann, weil das Jahr ja abgelaufen ist, weil die Gelder bereits an die anderen politischen Stiftungen vergeben worden sind. Andere sagen, da macht man es sich zu einfach und die Desiderius Erasmus Stiftung muss zumindest für dieses Jahr das Geld erhalten. Da geht es jetzt nicht um die 70 Millionen Euro, die mal im Raum standen für den kompletten Zeitraum, auf den sich die Klage bezog. Aber es geht immer noch um einen einstelligen Millionenbetrag. Also definitiv Geld erhalten. Interessant ist auch, dass parteinahe Stiftungen in Deutschland fast 600 Millionen Euro aus öffentlichen Töpfen erhalten. Das ist nicht wenig Geld. Warum hat es bis jetzt keine klare gesetzliche Regelung gegeben, was diese Stiftungsfinanzierungen betrifft? Tja, bekanntlich gibt es keinen Richter, wo es keinen Kläger gibt. Und die etablierten Stiftungen, beispielsweise die Naumann Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die profitieren ja alle von den finanziellen Zuwendungen. Deswegen musste niemand klagen. Die Situation hat sich geändert, als die AfD die Erasmus Stiftung auf den Weg gebracht hat und diese Stiftung dann von der Finanzierung ausgeschlossen wurde. Vor dem Hintergrund stellte sich für das Bundesverfassungsgericht jetzt die Frage, kann man einfach so eine Stiftung ausschließen? Kann man diese Ungleichbehandlung eigentlich ohne eine gesetzliche Grundlage vornehmen? Oder braucht man vielleicht doch ein Stiftungsgesetz? Und Sie haben eben einen Gesetzentwurf ausgearbeitet. Wird es jetzt tatsächlich zu einem Gesetz kommen? Wird es das geben? Und was müsste da drinnen stehen? Die Entscheidung heute ist eine Grundsatzentscheidung. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass die Stiftungen zwar keine politischen Parteien sind, aber dass sie in einer Nähebeziehung zu den Parteien stehen und dass sie den demokratischen Diskurs ganz massiv beeinflussen. Wir reden hier von Zuwendungen in Höhe von 600 Millionen Euro, über 600 Millionen Euro. Und eine solch große Summe darf in einem so grundrechtssensiblen und für die Demokratie wichtigen Bereich nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht vergeben werden, ohne eine rechtssichere gesetzliche Grundlage. Es wird also ein Gesetz geben müssen. Die AfD wird durch den Verfassungsschutz beobachtet. Die Stiftung ist aber sozusagen organisatorisch unabhängig von der Partei. Bedeutet das jetzt aber trotzdem, dass die Beobachtungssicht auf die Stiftungsfinanzierung auswirken sollte? Sie haben völlig recht. Die Erasmus-Stiftung ist personell und organisatorisch und auch rechtlich unabhängig von der AfD. Das heißt, auch in Situationen, in denen die nahestehende Partei seitens des Bundesamtes für Verfassungsschutz beobachtet wird, auch wenn es sich um einen Verdachtsfall handelt, kann nicht ohne weiteres darauf geschlossen werden, dass auch die nahestehende Stiftung verfassungsfeindlich ist oder dass sie suspekt ist. Das heißt, man wird genau hinschauen müssen zwischen der Stiftung einerseits und der Partei andererseits unterscheiden müssen und sich fragen, ob auch die Erasmus-Stiftung unter dem Gesichtspunkt Demokratie und Verfassungstreue bedenklich erscheint oder nicht. Schauen wir uns noch mal genauer an, womit sich eben die Desiderius-Erasmus-Stiftung in der Vergangenheit beschäftigt hat. Sie hat zum Beispiel Seminare angeboten mit dem Titel was Deutschland von Ungarn lernen kann oder ob uns der Ukraine-Krieg etwas angeht. Wird da jetzt schon sozusagen gesetzlich eine Linie übertreten? Wie sieht das demokratiepolitisch aus? Ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein. Wenn Seminare mit solchen Titeln angeboten werden, dann wissen wir ja noch nichts über die Inhalte. Das heißt, man wird sehr genau die Desiderius-Stiftung, die Erasmus-Stiftung jetzt in den Blick nehmen müssen. Man wird sich fragen müssen, ob beispielsweise Aussagen von Repräsentanten der AfD, auch der Stiftung zugerechnet werden können. Man wird sich die Satzung der Stiftung anschauen. Man wird sich anschauen, wer sitzt da eigentlich in den Gremien? Welche politischen Positionen werden seitens der Stiftung propagiert? Und man wird diese Informationen, diese Daten abklopfen müssen, daraufhin, ob das Ganze im Einklang steht mit dem Grundgesetz, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Herr Ogereck, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend noch. Ich danke sehr. Zehn Jahre gibt es die AfD schon und seit 2019 steht sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Vor allem online ist die AfD erfolgreich und wird auch die erste Facebook-Partei Deutschlands genannt. Online beim Surfen zufällig oder gezielt auf Informationen stoßen, das ist für junge Menschen selbstverständlich. Laut einer aktuellen Jugendstudie informieren sich junge Menschen über die NS-Geschichte, vor allem über YouTube, Instagram oder TikTok. Das Interesse ist dabei groß. 63 Prozent der 16- bis 25-Jährigen beschäftigen sich aktiv mit der NS-Vergangenheit. Mit den Fakten hapert es aber noch. Jeder zweite Jugendliche nämlich kann laut Studie zum Beispiel den Zeitraum der NS-Herrschaft nicht korrekt benennen. Ihr Name kann hingegen schnell korrekt eingeordnet werden, Sophie Scholl. Heute, vor 80 Jahren, wurde sie zusammen mit ihrem Bruder Hans ermordet. Sophie Scholl dient vielen jungen Menschen bis heute als Identifikationsfigur. Der edukative Instagram-Account Ich bin Sophie Scholl etwa erreicht eine halbe Million Menschen. Auch wenn einige davon nicht immer genau wissen, was Realität ist und was nachgestellt wurde. Auf Instagram wird Sophie Scholl von Luna Wedler verkörpert. Die Schweizerin ist auch in Margarete von Trotters Ingeborg-Bachmann-Drama Reise in die Wüste zu sehen, das auf der Berlinale vor drei Tagen Weltpremiere gefeiert hat. Überhaupt ist der deutsche Film beim diesjährigen Festival besonders stark vertreten. Vor wenigen Minuten startete die Weltpremiere des neuen Films von Christian Petzold. Roter Himmel heißt sein Film. Er ist einer von fünf deutschen Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Bären. Auch in unserem Berlinale Zoom stehen die deutschen Filme heute im Fokus. Gerald Giesecke. Es ist eine romantische Versuchsanordnung. Vier mehr oder weniger Wauke-Typen treffen aufeinander in einem Ferienhaus an der Ostsee. Irgendwo in der Gegend gibt es Waldbrände. Ansonsten mutet alles idyllisch an. Endlich mal ein luftiger Sommerfilm von Christian Petzold. Wir drehen einen Film von jungen Menschen, die nach der Corona-Zeit sich in einem Ferienhaus an der Ostsee betrügen, verlieben, küssen und kränken. Das hat mich interessiert. Thomas Schubert spielt Leon, die männliche Hauptfigur. Ein Nachwuchsschriftsteller mit diversen Hemmungen. Großartig. Seine wortkargen Kommentare, seine Minimal-Mimik. Felix hat mir erzählt, dass du Schriftsteller bist. Selten sieht man einen Schauspieler, der mit so wenig so viel erzählen kann. Schubert ist die Entdeckung im Film. Ein Treffen in Wien, seine Heimat, wo er als Laiendarsteller begann. Seine Kunst sei eigentlich nichts Besonderes. Was immer hilft, ist, wenn man ganz große Gesichtspartien hat. Damit lässt sich einiges erzählen. Das ist schon ein großer Vorteil. Der ganze Film, die ganze Struktur des Films ist extrem poetisch, extrem auf Literatur aufgebaut. Und es ist einfach bebildete Poesie. Was ist denn dein Lieblingsgedicht? Ausgerechnet beim Besuch von Leons Verleger, stiehlt ihm die von ihm heimlich verehrte Eisverkäuferin, gespielt von Paula Bär, die Show und verzaubert mit Heinrich Heine. Leon kotzt. Eines Abends trat die Fürstin auf ihn zu mit raschen Worten. Deinen Namen will ich wissen. Deine Heimat, deine Sippschaft. Und der Sklave sprach, ich heiße. Mohammed, ich bin aus Jem. Und mein Stamm sind jene Asra, welche sterben, wenn sie lieben. Gedichte könnten wie Songs sein. Sie sind nur von schlechten Deutschlehrern kaputt gemacht worden vielleicht. Aber sie könnten, und das ist ja ein Song. Petzolds Film ist kunstvoll und voller Poesie. Es ereignet sich so manches. Kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle? Auch am roten Himmel. Literatur und Liebe, ein starkes Thema im deutschen Kino. Auch im Wettbewerb ein Film der großen Margarete von Trotter. Über die Liebe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Vicky Krips als Bachmann und Ronald Zerfeld als Frisch. Ingeborg Bachmann, eine bedeutende literarische Stimme des letzten Jahrhunderts. Und eine starke, rätselhafte Frau. Der Film blickt auf die vier Jahre an der Seite des berühmten Max Frisch, Schöpfer von Andorra und Homo Faber. Sie treffen sich 1958. Schnell sind sie ein Paar. Schnell streiten sie. Ich habe dein Tagebuch verbrannt. Streiten über das Schreiben und die Kunst, ihre Liebe. Er ist eifersüchtig. Sie hasst sein piefiges Zürich und seinen biederen Habitus. Es endet verzweifelt. Was du machst, ist Verrat. Verrat an diesem Vertrauen, am Anvertrauen, Verrat am Geheimnis. Dass die intellektuelle Schärfe, die sie ja hatte, sie war hochintelligent, die gleichzeitig nicht dafür schützt, in einen tiefen Gefühlsgraben zu fallen. Also diese Diskrepanz, das kann ich auch für mein eigenes Leben sagen. Und das ist eigentlich das, was mich an ihr interessiert hat. Leider kommt Trotter der komplexen Persönlichkeit Bachmanns nicht sonderlich nah. Mit ihren schicken Bildern, glatt und sogleich verschachtelt. Der Film macht vor allem neugierig, mehr zu erfahren über diese Ingeborg Bachmann. Ein Highlight des deutschen Films verbirgt sich in der Nebenreihe Generationen, führt nach Schleswig-Holstein. Es muss schon speziell sein, wenn man aufwächst in einer psychiatrischen Klinik, deren Direktor dein eigener Papa ist. So erging es Erfolgsautor Joachim Meierhoff. Nun erscheint dessen Jugend auch verfilmt, im Kino. Der Geburtstag seines Vaters gerät zur Familienaufstellung im Großen Kreis. Und schon früh zeichnet sich ab, bei Papa und Mama ist es mit der Liebe wohl schon länger her. Das wäre eigentlich auch mal witzig, so ne Cocktail-Party mit echten Gästen, so ganz normal. Die sind doch echt. Meine Eckmanns, Henkels, Jakobs. Als ob die Henkels normal wären. Ich glaube, dass er sehr schwer verliebt in seine Frau ist und dass er seine Familie aufs höchste schätzt. Und dass er diese Konstellation auf jeden Fall unbedingt erhalten möchte und dafür kämpft. Aber er hat irgendwie dieses komische Attribut, dass er dann doch den Röcken ganz gern hinterher schaut. Also das Lachen musste in eine tiefe Emotion übergehen. Dass uns wirklich was berührt und wir anfangen, über unser eigenes Leben nachzudenken. Regisseurin Sonja Heiß erzählt von Joachim Meierhoffs Aufwachsen in drei zeitlichen Etappen. Mit Patientinnen wie der suizidgefährdeten Marlene zu leben, ist für ihn normal. Inklusive eines ersten, naja, Flirts. Was hast du eigentlich, Marlene? Ich versuche mich umzubringen. Und wie hast du das probiert? Tabletten geschluckt? Wie viele denn? 40 oder so? Hm, 40. Ja, das ist schon viel. Aber nicht genug. Ja, oder die falschen. Fehlen tut mir natürlich unglaublich viel. Ist natürlich eine Verfilmung eines großen Romans. Und man muss einfach klar sagen, da kann einfach nicht alles rein, wenn es nicht Ben-Hur-artige Ausmaße nehmen soll und sechs Stunden dauert. Und da leidet man auch als Autor natürlich ein Stück weit. Frohe Weihnachten. Ein Walkman. Frohe Weihnachten. Ein Film so leid wie lustvoll. Grandios. Schöne Bescherung. Und ich freue mich nun wieder mit Vivian Perkovic zu sprechen, unsere rasende Berlinale-Reporterin. Vivian, wir haben gerade eine filmische Perle aus der Nebenreihe gesehen. Wie ist denn die deutsche Ausbeute bei der diesjährigen Berlinale? Ja, fünf Filme im Wettbewerb. Das ist natürlich der Wahnsinn. Und die Bandbreite da ist riesig in diesen fünf Filmen. Vom Kunstfilm, der einigermaßen kryptisch ist, bis zum Biopic, haben wir gerade im Beitrag gesehen, über Ingeborg Bachmann. Da gefällt mir die Ausstattung wahnsinnig gut. Also Tapeten, Möbel, natürlich Klamotten. Alles ganz genau getroffen und wunderschön. Inhaltlich ist es eher die wenig subtile Geschichte der patriarchalen Nachkriegszeit. Der Mann, Max Frisch, ist eifersüchtig auf eine Frau, die selbstständig ist und schlauer als er und besser schreiben kann. Und das ist aber nichts Neues. Das hat Max Frisch selbst quasi so gesehen. Und das wissen wir, seitdem der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch 2011 zum ersten Mal veröffentlicht werden konnte. Und Petzold's Roter Himmel, da ist eigentlich die Überraschung, dass nicht Paula Bär im Mittelpunkt steht, die in den vorigen Filmen ja die Haupthauptrolle war, sondern eben der österreichische Schauspieler Thomas Schubert. Und der ist super, haben wir auch gerade im Beitrag gesehen. Aber ich finde vor allem ist es eine Ensemble-Leistung, weil bei Petzold sonst ja immer diese Zweier-Dialoge so intensiv waren. Jetzt ist es die Gruppe, da kommt gerade diese Leichtigkeit und der Humor raus. Und abgesehen vom Wettbewerb ist quasi die Schauspielergranate der Berlinale dieses Jahr mal wieder Franz Rogowski. Der spielt nicht in einem deutschen Film, sondern im Wettbewerbsfilm Disco Boy. Das ist eine französisch-italienisch-polnisch-belgische Produktion. Er spielt da einen fremden Legionär. Ja, der Film ist super, aber Rogowski, der hat sich ja quasi auf der Berlinale durch-evolutioniert vom European Shooting Star über in zwei Filmen im Wettbewerb zu sein. In einem Jahr 2018 in Transit und inzwischen den Gängen und jetzt eben in einer internationalen Produktion. Und er ist großartig. Es gibt wie immer auch viele spannende Dokumentarfilme über Superbauer, haben wir schon Anfang der Woche geredet. Du hast auch Vergissmeinicht gesehen, eine Doku über einen Klimaaktivisten. Bevor wir jetzt gleich einen Beitrag darüber sehen und dein Gespräch mit der Regisseurin. Wie hat er dir denn gefallen? Ganz kurz. Ja, das ist ganz gut, dass das neben Superbauer steht, also neben einem Co-Autoren, der vor allem sich in speziellen Situationen zeigt, tritt hier in Vergissmeinicht die Autorin oder eine der Regisseurinnen ganz zurück hinter das Material, das sie hat und hinter die Menschen, mit denen sie spricht. Also die Aktivistin, denen sie in langen Interviewpassagen Raum gibt für tiefe Reflexion und auch für Ambivalenzen. Und das ist ja montiert eben mit dem Material von Steffen Main, dem Klimaaktivisten, der auch mittendrin war, eben bei den Klimaaktivisten im Hamburger Wald auf den Bäumen. Danke, Vivian. Und jetzt machen Beusche über Vergissmeinicht und gleich im Anschluss das Gespräch mit Fabiana Fragerle. Die Kamera läuft noch, doch der, der mit ihr filmte, stirbt. In diesem Moment. Ich hätte die jetzt weggebracht. Sollen die liegen bleiben oder was? So nehmen Sie von den Kletterern, ne? Das ist scheiße, das ist mir nicht runtergefahren, ne? Steffen Main ist 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Kein Schrei war zu hören. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, vergebens. Vielleicht ist ja auch irgendwas drauf. Der Medienstudent Steffen Main hatte mit seiner Helmkamera seit 2017 für eine Langzeitdokumentation in den Wipfeln des Hambacher Forsts gedreht. Dort hatten Aktivisten aus Protest gegen den Braunkohleabbau und die dafür nötige Waldrodung ein Dorf aus Baumhäusern errichtet. Aus seinem Filmmaterial ist diese Dokumentation entstanden. Hier schlafen drei Leute nachts. Sehr gemütlich. Ja. Ein Meter vierzig Matratze oder so. Also man kuschelt hart. Man kuschelt hart, ja. Hier oben lebten sie nun. Stritten, aßen, schliefen. Tschüss. Es ist sehr, sehr unaufgeräumt gerade. Genau. Und zwar, weil es ja hier ein sehr anarchistischer Ort ist, deswegen schlafen dauernd neue Leute überall. Darunter auch Aktivisten aus anderen Ländern. The camera on is a thief there. Welcome, dear journalist, to my house on a tree. Could I offer you anything? Maybe coffee or tea? Steffen Main gelangen seltene Innenansichten. Immer zwischen journalistisch distanzierter Neugier und Faszination für das Engagement der Klimaaktivisten. Es beginnt der wohl größte Polizeieinsatz in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Wo ist meine Schulter aus? Mitte September 2018, die Räumung. Am 19. September will Steffen Main über eine Brücke zu einem Baumhaus. Doch eines der Bretter gibt nach. Ein tragischer Unfall, ohne Einwirkung der Polizei. Das zeigt sein Drehmaterial und trägt so zur Aufklärung seines eigenen Todes bei. Der Hambacher Forst steht noch heute. Die Politik beschloss 2020 seinen Erhalt. Doch noch immer sitzen Aktivisten in den Bäumen, weil rund um den Hambacher Forst weiter abgebaggert wird. Der Film von Regisseurin Fabiana Fragale mit dem Drehmaterial von Steffen Main ist ein wichtiges Zeitdokument und ein Vermächtnis. Eine der Regisseurinnen von Vergissmeinich ist jetzt bei mir. Fabiana Fragale, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie haben mit Steffen Main an der Kölner Filmhochschule studiert. Wie kam es, dass Sie sein Filmmaterial zu dieser Dokumentation machen konnten? Als Steffen Main gestorben ist im Hambacher Forst, haben alle Leute versucht, so eine Deutungshoheit über seinen Tod zu kriegen. Also Politik, Medien, alle waren extrem laut im Darübersprechen, wie das kam, wer schuld ist und so weiter. Und wir EngfreundInnen waren sehr geschockt und einfach blieben stumm. Und haben aber sein Material zusammengesammelt und haben dann ein paar Wochen später beschlossen, dass wir uns Zeit nehmen wollen und nicht einfach so schnell und laut irgendwas behaupten, sondern uns mit Zeit und Ruhe unsere Meinung oder unsere Perspektive dazu, die vielleicht eben nicht so eindeutig ist und vielleicht nicht eine klare Haltung hat, die schwarz und weiß ist. Wie hat die Arbeit an dem Film denn verändert, wie Sie die Aktivistinnen und ihren Protest im Hambacher Forst beobachten? Ich war vorher schon im Hambacher Wald, aber dadurch, dass ich jetzt mit diesen Menschen, die ich jetzt vier Jahre lang auch immer wieder gesehen und getroffen habe und mit denen wir immer wieder gesprochen haben, ist natürlich eine mega tiefe Empathie auch entstanden. Und diese Menschen sind einfach extrem reflektiert und offen und haben uns auch so viel beigebracht über, wie sie zum Beispiel die Welt sehen und politisches Handeln verstehen. Und das hat uns auch viel gegeben. Und das zeigen Sie in der Dokumentation auch in ganz langen Interviewszenen mit einigen dieser Aktivistinnen. Und das Interessante ist ja an denen auch, dass die in einer Zeit leben, in der ihnen die wahnsinnigsten technologischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sie aber zurückgeworfen sind in ihrem Protest auf das prekärste und älteste Protestmittel ever invented, nämlich den eigenen Körper. Was macht das mit dieser Generation von Aktivistinnen, ihren Körper da tatsächlich an die vorderste Front zu stellen? Ja, das bringt sie auch in ein Dilemma, weil einerseits ist es eine krasse Sinnhaftigkeit, glaube ich, was sie spüren, wenn sie mit ihrem eigenen Körper und statt irgendwo vor einem Computer zu sitzen, mit ihrem eigenen Körper vor dieses Loch gehen. Und das ist auch das, was eine Aktivistin zum Beispiel im Film erzählt. Sie kann hier mit ihrem Körper tatsächlich die Welt verändern. Und das macht also, dass sie sich extrem sinnvoll irgendwie das Gefühl haben, sie können sich einsetzen. Und andererseits sind sie aber erfällig ausgeliefert mit ihrem Körper gegenüber zum Beispiel der Polizei und Willkür von Beamtinnen. Und müssen dann halt irgendwie psychischer und physischer Gewalt sich aussetzen und das danach bearbeiten. Und das müssen sie ganz persönlich danach tragen. Und gleichzeitig ist aber die mediale Abbildung dieser Körper im Protest auch ein Werkzeug des Protestes. Also Presse und Medien werden bewusst auch benutzt. Was ist dann dieser Film in diesem Zusammenhang? Ja, also die Medien spielen auch im Film natürlich eine wichtige Rolle, weil Steffen Main wollte genau nicht seinen Körper einsetzen als Werkzeug, sondern eben seine Kamera, um politisch zu wirken. Und dadurch, dass er irgendwie langsam gemerkt hat, okay, ich werde als, er hat sich auch als Journalist irgendwie verstanden, immer mehr von meiner Arbeit abgehalten, hat er sich gezwungen gefühlt, dann auf die Bäume hochzugehen, um da seine Arbeit richtig machen zu können. Und was man auch gemerkt hat im Hambacher Wald, ist, dass halt die Kamera eine wichtige Rolle gespielt hat, um diese Aktivistin irgendwie zu schützen auch. Und für unseren Film, naja, ähm, gute Frage. Ich glaube, unser Film ist jetzt kein aktivistisches Werk, sondern, aber es ist irgendwie natürlich jede Art von so einer langsamen Medien, kann politisch wirken, in dem, oder muss, macht es automatisch, irgendwie politisch zu wirken, weil wir dieses Wissen sozusagen aus einer Bewegung heraus vielleicht akkumulieren, sammeln, einen Diskurs, der anstoßen können irgendwie, und dann dieses Wissen raustragen in die Welt. Und wenn wir das schaffen, sind wir auf jeden Fall als Regie-Trio sehr froh. Danke für diesen Film, danke für Ihre Arbeit und alles Gute, Fabiana Fragale. Vielen Dank Ihnen. Vivian Perkovitsch, kurz vor unserer Sendung, im Gespräch mit Regisseurin Fabiana Fragale. Vivian, bevor wir dich jetzt gleich gehen lassen, wollen wir noch wissen, was hast du denn heute Abend vor Party, Party, Party? Nee, Quatsch, ich mäht da natürlich Wettbewerbsfilme. Die 19 Filme müssen ja geguckt werden, wenn wir die Abschlusssendung dann am Samstag haben. Und heute Abend gucke ich einen chinesischen Anime-Film und eine portugiesisch-französische Produktion über fünf Frauen, die generationenlang schon ein Hotel leiten. Wow, Anime und Frauen, danke Vivian. Wir hören am Freitag wieder von dir, da sprechen wir über ukrainische Filme auf der Berlinale. Ein Live Without Kulturzeit gibt es zum Glück nicht, schon morgen gibt es uns wieder hier. Und zum Schluss noch Beatles-Melodien im Jazz-Gewand, Brad Meldau. Einen schönen Abend, Papa und bis morgen. Musik Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Überblick. Boomende ukrainische IT-Firmen, die ihre Heimat unterstützen. Gaspreise, die explodieren. Und ein Cyberkrieg, der gefährlicher ist denn je. Made in Germany. In 30 Minuten auf TV. Was jetzt passiert ist, ist die Konsequenz, was 2014 angefangen hat. 10 Stimmen, ein Krieg, der Ukraine-Komplex. In 60 Minuten auf DW. Diese Orte in Europa brechen Rekorde. Schritt für Schritt ins Abenteuer. Die Schatzkarte für moderne Globetrotter. Entdecken Sie rekordverdächtige Orte in Europa. In Europas. Auf YouTube. Und jetzt auch als Buch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir werden uns durchsetzen, hat der ukrainische Präsident Zelensky heute mitgeteilt, während Kreml-Chef Putin neue Rüstungsprojekte ankündigte. Vor dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs sind die Fronten auch rhetorisch verhärtet. Das ist der Tag. Ich bin Birgit Keller. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Wir blicken auf die ukrainische Stadt Butschar, die für einen Tiefpunkt dieses Krieges steht. Die Folgen der russischen Verbrechen dort haben die Einwohner bis heute nicht verwunden. Unsere Reporterin hat einen Mann getroffen, der seine Frau und seine Kinder verloren hat. Die UN-Vollversammlung berät über eine weitere Resolution zum Ukraine-Krieg. Diese fordert ein Ende der Kämpfe und den Abzug der russischen Truppen. Die westlichen Staaten hoffen eine breite Zustimmung der UN-Mitglieder. Wie stehen die Chancen dafür? Wir schalten nach New York. Die Stadt Antakya ist von den verheerenden Beben in der Türkei fast vollständig zerstört worden. Unter den Trümmern liegen zahllose Opfer, die noch nicht geborgen wurden. Unser Reporter hat einen Mann auf der Suche nach seiner Schwester begleitet. Es gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt, das Massaker von Butschar. Vor einem Jahr, zwischen Ende Februar und Anfang März, besetzten russische Soldaten den Vorort von Kiew. Sie folterten, sie vergewaltigten und sie töteten Einwohner und auch Fliehende. So wie die Familie von Oleksandr Chek-Marjov. Er war dabei, als seine Frau und seine Kinder tödlich getroffen wurden. Es sind traurige Tage seitdem. Es sind Tage voller Wut. Die Hoffnung bleibt, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Oleksandr Chek-Marjov wollte nur eines, seine Familie in Sicherheit bringen. Er brachte sie nach Butschar, nachdem von Russland unterstützte Separatisten ihre Heimatstadt in der Ostukraine 2014 angegriffen hatten. Dieses Haus wurde ihr neues Zuhause. Wir dachten, wir entkommen dem Krieg. Aber das stimmte nicht. Putin hat uns sogar in Butschar gefunden. Als Putins Truppen die Ukraine im Februar 2022 angreifen, kommt der Krieg bis vor ihrer Haustür. Die Kinder ertragen den Lärm durch den Beschuss nicht. Ihr Vater bringt sie hierher, in einen Schutzraum im Keller. Er plant die zweite Flucht. Frühmorgens fahren die Chek-Marjovs im Auto los, ihre Nachbarin Halja hinter ihnen. Kaum aus der Straße raus, sehen sie ein russisches Panzerfahrzeug. Meine Frau Rita hat noch gerufen, lass uns umdrehen. Wir haben es nicht geschafft rauszukommen. Die fing an zu schießen und unser Auto fing Feuer. Er ist verwundet. Seine Frau und seine Kinder auf dem Rücksitz sind tot. Das ist das Ende unserer Geschichte. Die Geschichte von meiner Frau und meinen Kindern. Meine Freundin und meine Kinder. Der Bürgersteig ist immer noch verkohlt, wo Alexander Chek-Marjovs Auto brannte und wo er seine Familie zuletzt lebend sah. Die Generalstaatsanwaltschaft in der Ukraine hat eine Internetseite eingerichtet, auf der man mutmaßliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte melden kann. Bisher sind fast 70.000 Fälle registriert worden. Es werden täglich mehr. Allein in der Region Kiew, zu der auch Butscha gehört, sind es 10.000, erklärt uns ein Staatsanwalt. Wir identifizieren die russischen Soldaten. Wir ermitteln, wir bereiten Anklagen vor und schließlich bringen wir sie dann vor Gericht. Bisher sind landesweit 25 russische Soldaten wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden. Auch der internationale Strafgerichtshof und die UNO haben Ermittlungen eingeleitet. Aber die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Oft braucht es Jahre, um Verbrechen zu untersuchen, die in wenigen Minuten begangen wurden. Minuten, die Alexander Chek-Marjov für immer im Gedächtnis bleiben. Er hat mit ukrainischen und internationalen Ermittlern gesprochen. Er hofft, dass ihm das hilft, den Schmerz zu lindern. Ich möchte diesen Menschen in die Augen sehen. Erst dann werde ich begreifen, dass sie bestraft werden. Ich werde mich besser fühlen, wenn es Urteile und Strafen gibt und eben nicht nur rechtliche Verfahren. Im Haus ist alles noch, wie es früher war. Die Spielsachen der Kinder in den Schubladen, die Betten frisch bezogen, überall hängen Fotos. Erinnerungen an sein verlorenes Leben sind alles, was Alexander Chek-Marjov bleibt, bis er Gerechtigkeit für seine Familie findet. Dieser Krieg hat schon jetzt etliche Familien zerstört. Es gibt unzählige Tote und Verletzte. Doch Russlands Präsident Putin setzt seinen Krieg fort, aktuell im Norden und Südosten der Ukraine. Mit Durchhalteparolen will er Soldaten und Volk hinter sich vereinen. Putin schürt erneut Ängste. Er kündigt die Stärkung der Atomstreitkräfte und der Armee an. An diesem Freitag, vor einem Jahr, begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und ein Ende der Gefechte ist nicht in Sicht. Die Kleinstadt Wuchledar, südwestlich von Donetsk, unter ständigem Beschuss. Ukrainische Soldaten versuchen, die russischen Angriffe abzuwehren. Sie müssen ihren Standort immer wieder verändern, um nicht ins gegnerische Visier zu geraten. Der britische Geheimdienst sieht in Wuchledar eine weitere Offensive der Russen kommen. Die Soldaten hier wünschen sich westliche Technik. Westliche Panzer sind viel komfortabler als sowjetische. Sie sind moderner und die Besatzung ist besser geschützt. Das Gleiche gilt für die Manövrierfähigkeit und die Feuerreichweite. Spanien hat gerade sechs Leopard 2-Panzer zugesagt. Es könnten auch zehn in den nächsten Wochen und Monaten werden, sagt der spanische Regierungschef Pedro Sanchez bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew. Auch auf Kiews Straßen wünschen sich die Menschen Waffen kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs. Es war das schwierigste Jahr in meinem Leben und im Leben aller Ukrainer. Das Einzige, was die Ukrainer wirklich interessiert, ist der Sieg, sonst nichts. Sieg und neue Waffen, denn wir brauchen mehr davon, weil Russland ein riesiges, böses Imperium ist, das schwer zu besiegen ist. Mehr Waffen brauchen wir, damit der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Aber je mehr Waffen es gibt, desto mehr Feindseligkeiten wird es geben. Es ist ein Teufelskreis. Unterdessen verkündet Kreml-Chef Wladimir Putin hier bei der Kranzniederlegung zum Tag der Vaterlandsverteidiger, er wolle die Entwicklung seiner Nuklearstreitkräfte weiter vorantreiben. So sollen unter anderem noch in diesem Jahr die neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinentalraketen vom Typ Samad in Dienst gestellt werden. Mehr Munition gibt es schon jetzt für die berüchtigte russische Söldnertruppe Wagner. Ein Erfolg für den Chef Yevgeny Prigorshin. Der hatte sich zuletzt mit der russischen Militärspitze um die Ausrüstung gestritten. Seit Monaten kämpfen seine Einheiten erbittert um Bachmut. Der Wagner-Chef steht angeblich 400 Meter von der Frontlinie in Bachmut entfernt. Einer Stadt, die schon jetzt fast völlig zerstört ist. Im Süden der Ukraine, in Kherson, erreichen wir Nick Connolly. Kherson wurde im November von den ukrainischen Soldaten zurückerobert. Wie ist die Situation heute? Wie erleben Sie die Menschen in Kherson und wie sieht eigentlich Ihr Alltag aus? Also es ist schon eine stark gewandelte Stadt. Es ist kaum was an Menschheit unterwegs. Man sieht wirklich nur sehr selten Leute, die hier vorbei laufen. Die meisten bleiben zu Hause. Man hört ständig Beschuss, jetzt zuletzt vor wenigen Minuten. Wir sind hier auf dem zentralen Platz von Kherson, wo im November die Menschen zu Hunderten und Tausenden standen, als die ukrainische Armee zurückkam. Das scheint alles sehr, sehr weit weg. Überall gibt es Einschusslöcher. Man sieht die Verwüstung überall. Und man hat auch wirklich das Gefühl, dass viele, viele Menschen auch einfach die Gelegenheit genutzt haben, wegzugehen seit der Rückkehr der ukrainischen Armee. Also die Bevölkerung ist wirklich geschrumpft. Und das, obwohl eigentlich die Grundvoraussetzungen für ein normales Leben, Strom, Internetverbindung, Handyverbindung, das ist alles gegeben. Das funktioniert. Auch die Supermarktregale sind voll. Aber es ist einfach durchgehend gefährlich, hier zu sein. Und wie groß ist dann eigentlich auch die Angst der Menschen, dass Russland eine große Offensive starten und dann möglicherweise die Stadt Kherson erneut einnehmen könnte? Also viele Menschen sagen einem hier, dass sie einfach keine Kraft mehr haben, um Angst zu haben. Also sie machen sich Sorgen, sie überlegen sich, was kommen kann. Aber diese Angst, diese plagende Angst, die man vielleicht in den ersten Monaten durchlebt hat, die ist bei vielen, hat sich diese Angst verflüchtigt. Das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Ich glaube, noch sieht nichts danach aus, als ob die Russen einen zweiten Versuch starten könnten, hier das westliche Ufer vom Fluss Dnipro einzunehmen. Aber sie beschießen diese Stadt ständig, sie binden dadurch ukrainische Soldaten und sie rächen sich auch an den Ukrainern für diesen symbolischen Gewinn hier in Kherson. Das war die einzige Gebietshauptstadt, die die Russen gewonnen hatten seit Anfang des Krieges. Und dann haben sie sie nach ein bisschen mehr als einem halben Jahr wieder verloren. Das war ein schmerzlicher Verlust für den Kreml. Und die Menschen hier, die können sich nie wirklich in Sicherheit fühlen. Der Beginn des Angriffskrieges der Järziger, nun, was ist eigentlich die große Hoffnung der Ukrainer ganz konkret? Waffen. Also man hört immer wieder, besonders wenn man aus Europa kommt, diese Bitte nach mehr Waffen. Es wird einem dann gesagt, dass es zu keiner Eskalation führen würde, sondern stattdessen einfach würde das der Ukraine die Möglichkeit geben, einfach diesen Krieg schneller zu beenden. Das ist zumindest die Sicht vieler hier in der Ukraine. Viele sagen einem auch, dass sie auch nicht weiter als ein, zwei Tage in die Zukunft denken, nicht weiter in die Zukunft blicken können, weil sie einfach keine Pläne schmieden können. Es ist einfach nicht möglich, ihr eigenes Leben so zu organisieren. Es kommt dann immer doch anders. Das Schicksal lässt sich dann irgendwie nicht vorhersagen. Viele sind aber auch darauf eingestellt, haben sich darauf eingestellt, dass dieser Krieg wirklich noch deutlich länger werden könnte, dass es zwei, drei, vier Jahre brauchen könnte. Aber eine Bereitschaft zu irgendwelchen Gesprächen, zu Eingeständnissen gegenüber den Russen, das sieht man hier bei den wenigsten. Noch kurz, Nick, wie schwer ist es eigentlich in Kherson dort zu arbeiten? Wir sind sehr eingeschränkt. Wir müssen uns immer in der Nähe von sicheren Orten aufhalten, Unterführungen oder Keller, Räumlichkeiten, wo man dann auch Schutz finden kann. Also die gesamte Stadt ist innerhalb der Erreichbarkeit, der ist erreichbar für die russische Artillerie. Und das ist natürlich ein Risiko, mit dem man umgehen muss und das einem da allgegenwärtig sein muss. Es ist auch einfach sehr seltsam, hier so prominent auf der Straße zu sein. Die Einheimischen halten sich sehr zurück, halten sich immer an irgendwelchen sicheren Orten auf, verlassen da den Schatten irgendwelcher großen Gebäude selten. Insofern fühlt man sich exponiert, aber es ist ein Risiko, was bisher beherrschbar ist und es ist auch wichtig hier zu sein, um auch mit den Menschen reden zu können. Passen Sie gut auf sich auf und vielen Dank für Ihre Information und Einschätzung, Nick Connolly im ukrainischen Kherson. Zum Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trifft sich die UN-Vollversammlung in New York. Es geht um eine von mehr als 50 Staaten eingebrachte Resolution für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Der Entwurf ruft Russland zum Rückzug auf und betont die territoriale Unversehrtheit der Ukraine. Der Text ist an vielen Stellen entschärft worden, damit möglichst viele Staaten zustimmen können. Deutschland unterstützt die Resolution. Außenministerin Annalena Baerbock hat vor dem Votum für eine breite Unterstützung geworben. Und Ines Pohl ist vor dem UN-Gebäude in New York. Sie sagt ja, Außenministerin Baerbock kämpft für eine Annahme der Resolution und das ja auch schon seit Wochen, nicht erst seit heute. Wie stehen denn eigentlich jetzt die Aussichten, dass sich eine große Mehrheit der UN-Mitglieder hinter dieser Resolution versammeln kann? Ja, sie kämpft. Sie hat in einer sehr, sehr emotionalen Rede nochmal eindringlich darauf hingewiesen, wie wichtig eine breite Zustimmung für diese Resolution ist. Und das hat sie auch schon in den vergangenen Wochen getan. Sie hat sehr intensive Gespräche geführt mit Brasilien, auch mit Südafrika, die morgen zum Jahrestag eine Militärübung mit China und Russland zusammen machen. Mal so als kleine Seitennote, die, glaube ich, ganz gut unterstreicht, wie schwierig es in der Tat ist, dieses breite Bündnis zu bewahren. Bei den beiden letzten Abstimmungen gab es eine Mehrheit von über 140 Stimmen. Jetzt ist die große Frage, wie heute abgestimmt wird. Nochmal einmal kurz erklärt, die von der Ukraine eingebrachte Resolution umfasst ja einen Friedensplan. Was konkret beinhaltet diese Resolution jetzt? Kritiker sagen, das ist ein Vanilla Resolution, also wirklich eine sehr, sehr verwässerte Resolution. Die Forderung der Ukraine, zu verabschieden, dass Wladimir Putin vor den Menschengerichtshof gebracht wird und für seine Gräueltaten zur Verantwortung gezogen wird, das war eine Kernforderung der Ukraine, die ist nicht in der Resolution. Warum ist es so? Weil dann die Gefahr noch größer wäre, dass viele Länder, vor allen Dingen aus dem globalen Süden, aber natürlich auch andere Länder, die kritisch gegenüber der starken militärischen Unterstützung für die Ukraine stehen, dann erst recht nicht zustimmen würden. Wir merken gerade, dass wirklich was in Bewegung ist. Einerseits wird natürlich die Invasion verdammt von einer ganz klaren Mehrheit der Länder dieser Welt, wenn ich das so sagen kann. Auf der anderen Seite sagen aber auch, wie gesagt, viele Länder aus dem globalen Süden, es gibt auch noch andere Probleme und wir brauchen auch Unterstützung. Und ihr könnt nicht alle Ressourcen nur in die Ukraine stecken. Könnte das auch ein Grund sein, warum anders als vor einem Jahr, also 140 Länder hinter der Resolution standen, jetzt möglicherweise weniger Länder sich hinter dieser Resolution versammeln können oder werden? Ja, absolut. Viele Länder sagen, es ist wichtig, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet wird. Jetzt. Und wenn die Ukraine dafür in Kauf nehmen muss, dass nicht alle besetzten Gebiete zurückerobert werden können, dann muss das so sein. Also es gibt einen zunehmenden Druck sozusagen, diesen Krieg auf jeden Fall so schnell wie möglich zu beenden. Und das werden wir unter Umständen auch in diesem Ergebnis wieder gespiegelt sehen. Noch kurz, welche Rolle spielt es, dass auch China einen Friedensplan vorlegen will? Na ja, China ist ganz zentral. Wir wissen ja auch, dass es Gespräche gibt zwischen der russischen und der chinesischen Führung. Es gibt sogar Informationen, nach denen China Waffen nach Russland liefert. Also China ist zentral in dem ganzen Konflikt. Und insofern sind natürlich alle Augen auch auf dieses Land im Moment gerichtet. Konkretes zu dem Friedensplan gibt es nicht. Also da kann ich jetzt auch keine Zeiten nennen, wann da irgendwas sozusagen publiziert wird oder nicht. Aber wie gesagt, China wird ganz zentral sein in der Unterstützung von Russland. Und was es dann bedeutet für ein mögliches Ende dieses Krieges. Vielen Dank für all diese Informationen und Ihre Einschätzung. Ines Pohl war das für uns in New York. Und hier weitere Nachrichten in aller Kürze. Die israelische Luftwaffe hat Ziele im Gazastreifen angegriffen. Als Vergeltung für Raketenangriffe durch die militante Palästinenser-Organisation Islamische Dschihad. Die Angriffe waren wiederum die Reaktion auf einen israelischen Militäreinsatz im Westjordanland, bei dem elf Palästinenser ums Leben kamen. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zur Deeskalation auf. Das gemeinsame Marinemanöver von Russland, China und Südafrika sorgt für Aufsehen, weil es mit dem 24. Februar, dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine, zusammenfällt. Die nächsten zehn Tage werden russische, chinesische und südafrikanische Einheiten vor der südafrikanischen Hafenstadt Dörben die Bekämpfung von Piraterie üben, wie die südafrikanische Marine mitteilte. Launige TikTok-Clips, die neuesten Foodtrends oder Challenges für Mitarbeiter der EU-Kommission ist das auf dem Diensthandy künftig tabu. Sie müssen die Social-Media-App TikTok wegen Sicherheitsbedenken auf ihren Dienstgeräten löschen. Die in China entwickelte App ist zudem künftig auch auf privaten Geräten verboten, wenn dort Apps der EU-Kommission genutzt werden. Die US-Weltraumbehörde NASA hat wieder spektakuläre Aufnahmen des James-Webb-Teleskops veröffentlicht. Sie zeigen sechs Galaxien, die kurz nach dem Urknall vor rund 13 Milliarden Jahren entstanden. Sie sind etwa so groß wie die Milchstraße und damit erheblich größer, als kosmologische Modelle bisher berechnet haben. Die türkische Stadt Antakya ist vom Erdbeben Anfang Februar schwer getroffen worden. Die einstige Millionenstadt an der syrischen Grenze ist zerstört. Es gibt sie so nicht mehr. Tagelang wurde in Antakya nach Verschütteten gesucht. Doch mittlerweile sind viele Rettungskräfte abgezogen. Die Menschen dort sind auf sich allein gestellt. Unter den Einwohnern lebten auch zehntausende syrische Flüchtlinge. Der Syrer Mazar Malahazan ist in die Stadt gekommen, um seine Schwester und ihren Mann zu finden, die vor dem Krieg dorthin geflohen waren. Er will sie würdevoll bestatten. Sie haben seine Schwester Sevzen entdeckt. Der Syrer Mazar eilt zu der Ruine, in der vor kurzem noch ihre Wohnung war. Seine Freunde haben Sevzen und ihren Mann unter den Trümmern der zusammengesackten ersten Etage gefunden. Tod. Aber das hat Mazar befürchtet. Seit Tagen hat er in dem Haus in der südosttürkischen Stadt Antakya vergeblich nach einem Lebenszeichen gesucht. Jetzt ist das Schlimmste eingetroffen. Erzähl es bitte nicht weiter. Wir haben es bisher auch niemandem erzählt. Wir bergen sie erst einmal. Doch die Bergung gestaltet sich schwierig. Mit einem geborgten Pressluftbohrer arbeiten sich Mazar und seine Freunde voran. Hilfe von staatlichen Stellen erwarten die Syrer nicht. Ein Freund bringt eine Wolldecke für den Leichnam. Später soll seine Schwester Sevzen eine würdige Bestattung bekommen. Wir hatten uns zum Schlafzimmer vorgearbeitet. Erst haben wir meinen Schwager teilweise sehen können, dann meine Schwester. Sie lagen sich im Tod in den Armen. Mazar ist mit Eltern und Geschwistern vor dem syrischen Bürgerkrieg in die Türkei geflohen. Er selbst lebt mittlerweile in Istanbul. Seine Schwester Sevzen hat in Antakya syrische Flüchtlingskinder unterrichtet. Meine Schwester war so ein guter Mensch, voller Liebe. Das ist so traurig, dass sie so sterben musste. Aber es ist Allas Wille. Doch noch schlimmer, so erzählen uns Mazar und seine Freunde, soll es auf der anderen Seite der Grenze in Syrien aussehen. Viele seiner Verwandten hätten alles verloren. Als wäre der Krieg dort nicht schlimm genug. Dort bekommen die Menschen so gut wie überhaupt keine Hilfe. Hier kommt wenigstens ab und zu jemand vorbei und bringt etwas zu essen oder bietet seine Hilfe an. Dann, nach sieben Stunden, haben sich Sevzen und ihren Mann endlich gebaut. Wir sind hierher gekommen, um in Sicherheit zu leben. Dass es anders gekommen ist, damit müssen wir nun leben. Dann treten Sevzen und ihr Mann Mahmud, die von einem sorgenfreien Leben in der Türkei geträumt hatten, auf der Ladefläche eines Transporters ihre letzte Reise an. Und ich spreche jetzt mit Jan Ilhan Kisselhahn. Seine Familie stammt aus dem Südosten der Türkei. Er ist Traumaforscher in Willingen, Schwenningen. Ja, Herr Kisselhahn, seit dem Beben gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Was machen die Menschen da eigentlich durch, die Angehörige verloren haben? Wie groß ist da die psychische Not? Ja, mit dem Beginn des Erdbeben befinden sich die meisten, die überlebt haben, in einem Schockzustand. Sie werden überflutet von Reizen, Stressen im Kopf, dass zu keiner Anspannung kommt. Die Aspekt geht einher mit Schlafstörungen, mit Konzentrationsproblemen. Desorientierung, viele fallen in Ohnmacht, vor allem bei Frauen, die ihre Menschen suchen. Und sie kommen von den Plätzen manchmal nicht weg. Das heißt, wir haben im Augenblick eine akute Traumatisierung bei vielen der Menschen. Wenn sie leider lange anhält und sie keine professionelle Hilfe bekommen, besteht die Gefahr, dass wir eine hohe Zahl von Menschen mit einer langfristigen posttraumatischen Belastungsstörung haben werden. Wie müsste denn eigentlich psychologische Hilfe nach so einer Erdbebenkatastrophe ganz konkret aussehen? Also es gibt eigentlich Pläne und jeder Psychologe im vierten Semester, Mediziner, weiß, dass man, wenn die Personen jetzt eine solche Katastrophe erlebt haben, man sich umgehend um sie kümmern muss von dem Katastrophenplatz, wo die Häuser zum Beispiel zerstört worden sind, wo vielleicht noch Leichen sind, wegbringen. Sie etwas wärmer erheben, weil der Körper unter einem besonderen Druck ist und Kälte spürt. Das Wärme bringt dazu, dass sie helfen, etwas zu essen bekommen, zu trinken bekommen, dass sie nicht alleine sind, jemand mit ihnen spricht. Das muss nicht unbedingt ein professioneller Psychiater oder Psychotherapeut sein. Und dass sie das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind und man muss mit ihnen sprechen, was passiert ist. Und das ist sozusagen die erste Form der Nordfallpsychologie oder der psychologischen Ersthübe. Und dann muss man im Detail schauen, ist jemand so sehr schockiert, so sehr überwältigt von diesen Stressen, dass er dekompensiert und zusammenbricht, dann müssen eben Psychiater oder Psychotherapeuten ran, um ihnen zu helfen. Sie wollen Traumatisierten im Erdbebengebiet helfen und Anlaufstellen aufbauen. Wie gehen Sie da vor? Vielleicht können Sie das noch kurz erläutern. Also wir haben im Augenblick ein Projekt, das wir bald beginnen werden. Das erste ist, wir werden einige der Psychiater, der Psychologen und Sozialarbeiter aus Syrien, aber auch aus dem Irak, die beiden Sprachen sprechen, sowohl Arabisch als auch Kurdisch und ich dort ein Institut für Psychotherapie leite und aus der Türkei nach Deutschland bringen, um sie hier zu trainieren, wie sie erstens mit solchen schweren Notsituationen umgehen. Langfristig auch erkennen, wo ist eine Traumastörung, indem wir sie psychotherapeutisch behandeln, aber auch gleichzeitig daran arbeiten, wie können wir gemeinsam ein Netzwerk aufbauen, das langfristig versucht, die Überlebenden zu helfen. Denn statistisch gehen wir davon aus, wenn es so bleibt, wie es ist, insbesondere in Syrien, in dem es keine Hilfen gibt, in dem wir keine Fachkräfte haben, dass wir 50 bis 60 Prozent der Menschen, die überlebt haben, an irgendeiner psychischen Erkrankung wie Depression, Angst oder Trauma leiden werden. Und es geht darum, jetzt schnell zu handeln, ein Netzwerk aufzubauen, damit wir nicht diese hohe Zahl erreichen, was sowieso schlimm genug ist. Und das Gleiche gilt auch für die Türkei. Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg und vielen Dank, dass Sie uns mal einen Eindruck geschildert haben, was die Menschen dort an Not erleiden. Vielen Dank, Jan Iljan Kicillan, Trauma-Experte. Vielen Dank. Danke Ihnen. Nach dem schweren Grubenunglück in Nordchina sind bislang fünf Bergleute tot geborgen worden. Sechs wurden gerettet, aber 47 Bergleute werden noch vermisst. Die Kohlegrube in der inneren Mongolei war am Mittwoch teilweise eingestürzt. Viele Rettungskräfte eilten zum Unglücksort. Chinas Präsident Xi Jinping hatte dazu aufgerufen, alles zu tun, um die Arbeiter zu retten. In China kommt es immer wieder zu schweren Bergbauunglücken mit vielen Toten. Oft sind mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen die Ursache. Die Bilder einer Überwachungskamera zeigen den Moment des Einsturzes der Kohlemine in der inneren Mongolei. Der Hang kommt ins Rutschen, die Erdmassen entwickeln eine gewaltige Kraft und reißen alles mit sich. Am Ende erstrecken sich Tonnen von Erde und Schutt über ein Gebiet von 200 mal 500 Metern. Einige Bergarbeiter können sich noch retten. Wir hatten gerade mit der Arbeit begonnen, als wir sahen, dass Kies vom Hügel rollte. Als wir merkten, dass die Situation immer schlimmer wurde, begannen wir sofort mit der Evakuierung. Aber es war zu spät. Der gesamte Hügel rutschte ab. Für mindestens sechs Arbeiter kommt jede Hilfe zu spät. Sie können nur noch tot geborgen werden. 47 werden seit Mittwoch noch vermisst. Bagger, Bulldozer, Planierraupen, Lastwagen, Geländewagen, Feuerwehrfahrzeuge und fast 1000 Rettungskräfte sind im Einsatz, um sie lebend zu finden. Die Aktion bleibt gefährlich. Fünf Stunden nach dem ersten Erdrutsch gab es einen zweiten. Es stellt sich die Frage nach dem Auslöser des Unglücks. Die Ursache des Einsturzes wird untersucht. Die Polizei ist eingeschaltet. Einige Verantwortliche wurden bereits festgenommen. Wir werden das Ergebnis der Ermittlungen zu gegebener Zeit bekannt geben. Der Bergwerksbetreiber soll wegen mehrerer Sicherheitsverstöße im vergangenen Jahr bestraft worden sein. Mangelhaft seien die unsicheren Ein- und Ausstiege in die Grube. Insgesamt habe sich die Sicherheitslage im Bergbau nach Angaben der chinesischen Behörden in den vergangenen Jahrzehnten aber verbessert. Tja, dann doch lieber zu Hause bleiben in Sicherheit. Das waren die wichtigsten Informationen vom Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie wirkt er sich auf die Wirtschaft aus? Greifen die Sanktionen gegen Russland? Ein Überblick. Boomende ukrainische IT-Firmen, die ihre Heimat unterstützen. Gaspreise, die explodieren. Und ein Cyberkrieg, der gefährlicher ist denn je. Made in Germany. Jetzt auf TV. Was jetzt passiert ist, ist die Konsequenz, was 2014 angefangen hat. 10 Stimmen, ein Krieg, der Ukraine-Komplex. In 30 Minuten auf DW. Wettbewercles. Jenin. Wettbewerbres. iences Malen. Triffs mit jedes Wsted. Wettbewercles. 20 Minuten aufласти. Wir wissen, sie waren, sie sind in 30 Minuten. 衣 upon ihre Heimat. Wettbewerины. Beschreibungen. Er tre frontier. investe100. Vor zwölf Monaten begann ein Vernichtungskrieg in Europa. Seitdem bombardiert Russland in der Ukraine Wohnhäuser, tötet Menschen und reißt Familien auseinander. Es ist das Jahr 1 einer Zeitenwende. Die Welt ist zurückgefallen in sich bekämpfende Blöcke. Dialog, Diplomatie und Handel sind gescheitert. Der Krieg geht weiter und hinterlässt seine Spuren. Auch in der Wirtschaft. Welche Umbrüche der Krieg erzeugt hat, ist heute Thema bei MADE, dem Wirtschaftsmagazin der Deutschen Welle. Dazu erst mal ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Am 24. Februar 2022 marschieren Putins Truppen von mehreren Seiten in die Ukraine ein. Nach ersten Erfolgen kommen sie kaum noch voran. Putin scheitert daran, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Ein Massaker an hunderten Zivilisten in Butscha sorgt im April für Entsetzen. Immer mehr Menschen fliehen vor den russischen Truppen. Seit Kriegsbeginn sind es 8 Millionen Ukrainer. Auch ukrainische Firmen verlegen Arbeitsplätze ins Ausland. Die Staatengemeinschaft reagiert mit Sanktionen, die noch nie so umfassend und hart waren. Sie sollen Russland entscheidend schwächen. Viele Firmen beenden daher ihre Geschäfte mit Moskau. Als Gegenzug reduziert Russland zunächst seine Gaslieferungen nach Deutschland und drosselt sie dann ganz. Der Konflikt weitet sich zu einem Energiekrieg aus. Die Kriegslage in der Ukraine ist währenddessen festgefahren. Im Januar 2023 sagen westliche Verbündete zu, die Ukraine mit Kampfpanzern zu unterstützen. Millionen von Ukrainern mussten seit Beginn des Kriegs ihre Heimatstädte verlassen. Dazu gehört auch die Stadt Kharkiv. Sie liegt nur eine Stunde entfernt von der russischen Grenze. Vor dem Krieg war sie Standort von 450 Tech-Firmen. Von Februar bis Mai war sie unter Dauerbeschuss. Und noch heute gehen in der IT-Hauptstadt der Ukraine alle paar Tage Raketen nieder. Wie sich die Tech-Branche auch ohne ihren Hauptsitz durchschlägt, hat Marta Guczynska für uns rausgefunden. Natalia Sieromacher müsste jetzt eigentlich in Kharkiv in der Ostukraine sein. Ein kleiner Teil ihres Teams von Programmierern und Softwareentwicklern ist noch immer dort. Aber wegen des Krieges arbeitet sie jetzt von Krakau im benachbarten Polen aus. Zu Beginn jedes Tages erkundigt sie sich, wie es ihren Kollegen in der Ukraine geht. Erst danach beginnt die Arbeit. Wir alle geben weiter unser Bestes. Wir wissen, dass wir überdurchschnittliche Leistungen erbringen müssen, um sicherzustellen, dass wir erfolgreich sind und unser Land unterstützen können. Ich will euch mal unseren besten Freund zeigen. Ich habe denselben. Ich habe im Moment keinen Strom, aber der Generator funktioniert und auch das Internet. Wir konnten auch ins Büro kommen und unsere Geräte wieder aufladen. Also die Arbeit geht fast normal weiter. In Kiew gibt es einige Probleme mit Strom und Wasser, zum Beispiel bei mir zu Hause. Aber im Büro ist alles okay. Viele sind gestern und heute hierher gekommen. Hier gibt es Licht, hier gibt es Kaffee. Wir machen also weiter. Und wir sind immer noch unverwüstlich und stark, wie alle in der Ukraine. Kharkiv kurz nach den ersten russischen Angriffen. Dies sind private Aufnahmen aus der Stadt. Vielerorts gibt es bis heute weder Strom noch Telefon. Aus dem Ausland versuchen Mitarbeiter der Telekom-Unternehmen, den Menschen in Kharkiv zu helfen. Das Hauptproblem, das wir heute haben, hängt mit fehlender Elektrizität und dem Mobilfunk zusammen, dass wir nicht immer eine Verbindung zu unseren Mitarbeitern haben. Die meisten unserer Leute arbeiten in Kharkiv. Und wir wissen nicht, ob sie in Sicherheit sind. Dreimal ist Alaa Strutscheva bisher in die schwer zerstörte Stadt zurückgekehrt, um vor Ort zu helfen. Schon beim ersten Mal musste sie sehen, welche Zerstörungen die Russen hinterlassen. Die sind Aufnahmen von ihrem Haus in einem Vorort von Kharkiv im Mai letzten Jahres. Monate später im September kehrt sie erneut zurück. Nach letzten Kämpfen und dem Abzug der russischen Besatzer stehen von ihrem Haus gerade mal die Grundmauern. Ihre Kollegen reparieren derweil unter schwersten Arbeitsbedingungen immer wieder die zerstörten Internetleitungen. Vieles geht nur im Schein von Taschenlampen, weil es keinen Strom gibt. Internet heißt, einen Kontakt zur Außenwelt zu haben. Wichtig für die Bewohner der Stadt, aber auch für die verbliebenen Unternehmen. Schutzhelme und schusssichere Westen gehören heutzutage zur Grundausstattung der Techniker. Vor dem Krieg sah es so aus. Über 250.000 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten im IT-Sektor. Die Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Selbst im Kriegsjahr um 23 Prozent. Von den Gewinnen profitieren auch die Krankenhäuser des Landes. Wir aus der IT-Branche investieren auch in die Verteidigung des Landes. Allein wir aus Charkiv haben über 26 Millionen Euro gespendet. Und wir werden es weiterhin tun. Zurück in Krakau in Polen. Die Softwareentwicklerin Natalia Zeromacher hat eine Wohnung gefunden. Die Kinder gehen zur Schule, lernen Polnisch. Und doch sind sie Flüchtlinge. Mein Sohn verarbeitet alles eher schweigend. Ich habe bemerkt, dass er sehr schnell erwachsen geworden ist. Für meine Tochter war es sehr schlimm. Ihre Frage war immer, warum? Warum? Was haben wir falsch gemacht? Warum habe ich alles verloren? Warum musste ich meine Freunde verlassen? Wir alle sind jetzt so eine Art Schnecke geworden. Eine Schnecke hat immer ihr Zuhause auf dem Rücken. Wie wir. Wir alle haben ein kleines Stück der Ukraine von Charkiv bei uns. Sozusagen auf dem Rücken. Auch wenn ich hier bin, bin ich immer noch in Charkiv. Ich bin immer noch in der Ukraine. Nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen haben seit Beginn des Krieges ihre Beziehungen zu Russland überprüfen müssen. Der Boykottdruck von Investoren und Verbrauchern ist enorm. Und so haben einige westliche Konzerne Russland verlassen. Dazu gehört der amerikanische Elektroriese Apple oder Energieunternehmen wie Shell, BP und ExxonMobil. Auch Autohersteller wie Volkswagen und Mercedes haben sich vollständig aus Russland zurückgezogen. Sie exportieren keine Autos mehr dorthin und schließen ihre russischen Fabriken. Kurz nach Kriegsbeginn verabschiedete sich auch der Streamingdienst Netflix aus Russland. Aber bei Weitem nicht alle Unternehmen ziehen sich zurück. Die Körperpflegemarke Nivea verkauft dort immer noch. Sie sagt, die Menschen in Russland brauchen trotzdem Zugriff auf medizinische Produkte. Auf das gleiche moralische Dilemma verweisen Pharmakonzerne wie zum Beispiel Bayer. Manche internationale Ketten wie Burger King sind unfreiwillig in Russland geblieben. Sie sind vertraglich an das Land gebunden. An den Beispielen merkt man, der Boykott Russlands ist lange nicht selbstverständlich. Im Endeffekt haben nur knapp 9% aller westlichen Firmen Russland verlassen. Das zeigt eine Studie aus der Schweiz. Wir sind daher der Frage nachgegangen, sind die Sanktionen gegen Russland wirkungslos? Russland geht das Geld für den Krieg aus, weil die Sanktionen die russische Wirtschaft schwächen. Das war der Plan des Westens. Unter anderem wurden mehr als 1000 Russen mit Sanktionen belegt, das Land weitgehend vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Und wie steht Russlands Wirtschaft heute da? Sie wird wohl dieses Jahr wachsen, sogar stärker als die Wirtschaft in Deutschland. Sagt der Internationale Währungsfonds. Wirken die Sanktionen nicht? Experten sind uneins. Jetzt sind wir tatsächlich nach ungefähr einem Jahr oder knapp einem Jahr in dieser Phase, wo dieser Versuch, die Fähigkeit, den Krieg zu finanzieren, wirklich langsam greift. Insgesamt ist die Situation zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre für die russische Führung nicht kritisch. Eine Schlüsselrolle spielt China dabei, der bedeutendste Sanktionsverweigerer. Es hat ausgebliebene Importe aus dem Westen in großem Stil ersetzt. Ein Drittel aller russischen Importe stammt mittlerweile von dort. China war nie ein großer Investor in Russland, im Gegensatz zu den europäischen Staaten beispielsweise. Das heißt, die Chinesen würden gerne mehr nach Russland exportieren, aber ob sie dort eben jetzt in die Bresche springen und die Industrie in Russland aufbauen, da habe ich meine Zweifel. Das heißt, es ist eher eine Möglichkeit, jetzt diese unmittelbaren Auswirkungen zu begrenzen für Russland, aber es ist eben kein Zukunftsmodell und kein Ersatz für den Westen. Und dann gibt es Phänomene wie das armenische Elektronikwunder. Aus dem Land gehen unter anderem Smartphones nach Russland. Seit Beginn der Sanktionen hat sich der Export von Elektronikartikeln verdreifacht. Über Handelspartner, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen. Nicht illegal. Russland ist natürlich eingebunden in eine Welt, die letztlich auch noch größer ist als eben die Koalition der sanktionierenden Staaten. Die sanktionierenden Staaten sind zwar die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der Welt, also wirklich schon ein großer Teil der Weltwirtschaft, aber es gibt eben auch die andere Hälfte. Und die hat sich teilweise erst mal zurückgehalten, aber inzwischen wird doch relativ stark geschaut, welche Marktlücken es auch in Russland gibt, in die man stoßen kann. Hightech-Waren wie Mikrochips kommen allerdings kaum noch in Russland an. Es ist so, dass Bauteile fehlten. Bei Automobilherstellern standen beispielsweise monatelang die Bänder still. Jetzt werden zum Teil Autos ohne Airbags produziert. Aber es gibt auch einen großen Mangel an Chips. Und der scheint dazu zu führen, dass keine gute Munition mehr produziert werden kann, keine Präzisionsmunition. Und es wirkt sich auch auf den Bau von sehr modernen Kampfpanzern aus. Russlands Wirtschaft könnte langsam ausbluten. Auch durch neue Sanktionen wie den Ölpreisdeckel. Ein Höchstpreis für Ölexporte aus Russland. Dem wichtigsten Exportgut. Das heißt, anstatt die Importe abzuschneiden, versucht man jetzt, das Geld abzuschneiden, mit dem diese Importe bezahlt werden, egal wo sie herkommen. Und das ist langfristig die erfolgversprechendere Strategie. Allerdings muss man auch sagen, langfristig. Denn Russland ist sehr gut aufgestellt in diesen Krieg gegangen. Sowohl was die Handelsbilanz angeht, als auch was den Haushalt angeht. Und es wird eben einige Jahre dauern, bis man aus dieser sehr stabilen Situation eine geschaffen hat, in der Russland unter Druck steht. Doch wie lange wird der Westen seine Sanktionspolitik durchhalten? Zumal er auch die Ukraine für Jahre mit Milliarden Euro und Dollar am Leben erhalten muss. Ist der Westen mittlerweile sanktionsmüde, angesichts hoher Inflationen in den eigenen Ländern? Ich glaube, die Sanktionsmüdigkeit hat zum Teil tatsächlich damit zu tun, dass anfangs überhöhte Erwartungen an dieses Instrument geweckt wurden. Und wenn sich dann diese scheinbar suggerierten Erfolge nicht einstellen, dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, den Preis für diese Sanktionen zu zahlen. Gleichzeitig muss man sagen, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen, die wir hier sehen, immer noch viel geringer sind, als das, womit die russische Bevölkerung umgehen muss. Wer ist nach einem Jahr Sanktionen bereit, Alterslinge durchzustehen? Russland oder der Westen? Europas Sanktionen gegen Russland sind tiefgreifender als je zuvor. Und das bedeutet, sie treffen lange nicht mehr nur Moskau. Auch Firmen in Europa bekommen die Handelsverbote zu spüren. Zum Beispiel der deutsche Maschinenbau. Bis vor kurzem war Russland ein Hauptkunde für Maschinenbauer. Im letzten Jahr sind die Geschäfte um die Hälfte eingebrochen. Wie und wo sich neuer Handelswege für die Branche Bahn hat Dan Hirschfeld untersucht. Sie bearbeiten Kurbelwellen für Autos oder Eisenbahnräder, manchmal anderthalb Tonnen schwer. Drehen, fräsen, bohren, auf tausendstel Millimeter genau. Die riesigen Maschinen, die in der Werkhalle von Niles Simmons im ostdeutschen Chemnitz gebaut werden, kosten oft mehrere Millionen Euro. Geschäftsführer Klaus Kreher und sein Team verkaufen die Anlagen in alle Welt. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine kamen viele Aufträge aus Russland, vor allem im Eisenbahnbereich. Doch mit den Sanktionen der EU war das vorbei. Quasi über Nacht änderte sich die Situation. Und er musste für 350 Mitarbeiter woanders Arbeit besorgen. Wir reden hier ungefähr über einen Umsatzanteil zwischen 10 und 15%. Kurzfristig haben wir unsere Strategie komplett, ja, was heißt geändert, aber unsere Schwerpunktmärkte sind jetzt Nordamerika, Europa, viel stärker auch wieder in Deutschland. Früher waren wir mit 80% Export vom Umsatzanteil unterwegs. Das hat sich deutlich verlagert, eher zu 50-50. Die eigentliche Herausforderung aber sieht man draußen auf dem Betriebsgelände vor den Werkhallen. Kisten. Riesengroß. Es sind viele. Darin wetterfest verpackt, fertige Maschinen für fast 10 Millionen Euro. Die zweite Hälfte eines russischen Auftrages. Drinnen überprüft der Geschäftsführer gerade weitere Kisten. Denn ob in absehbarer Zeit wieder irgendetwas nach Russland geliefert werden darf, ist mehr als fraglich. Wir hatten jetzt das Problem, dass die Maschinen für den Auftrag für Russland jetzt fast ein Jahr hier in der Montagehalle gestanden haben. Zur Abarbeitung unserer Umsätze für 23 brauchen wir aber den Platz. Deswegen müssen die Maschinen aus der Halle raus. Probleme, wie sie in der Region Chemnitz viele Unternehmen lösen mussten. Egal ob kleiner Mittelständler oder weltweit agierende Firma. Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, ist eine Maschinenbauregion und hat traditionell enge Wirtschaftsbeziehungen in die Länder der früheren Sowjetunion. Bei der Industrie- und Handelskammer sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Neuberg, dass es die meisten Firmen recht gut geschafft haben, weggebrochene russische Aufträge zu kompensieren. In der Außenhandelsstatistik gäbe es keinen großen Einbruch infolge der Sanktionen. Tatsächlich verbinden sich damit natürlich enorme Anstrengungen seitens der einzelnen Unternehmen, neue Märkte zu erschließen, neue Kunden aufzubauen. Und insofern ist es tatsächlich so, statistisch sieht alles gut aus. Auf der einzelbetrieblichen Ebene ist es natürlich dann mitunter viel, viel schwerer. Und noch etwas hat Neuberg beobachtet. Auch den Wiederaufbau in der Ukraine sehen zumindest einige Unternehmen schon heute als Chance. Auch wenn noch niemand weiß, wann der Krieg zu Ende sein wird. Schon jetzt ist die Ukraine insofern interessant, weil tatsächlich sehr viele westliche Hilfs- und Wiederaufbaugelder in die Ukraine gehen. Sei es im Bausektor, um Infrastruktur, die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen oder auszubessern. Aber eben auch im Gesundheitssektor oder auch anderen Bereichen der allgemeinen Daseinsfürsorge finden gerade erhebliche Investitionen statt. Auch für den Spezialmaschinenbauer Kieselstein ist die Ukraine interessant. Aber solange geschossen wird, will Chef Jens Kieselstein keinen seiner 45 Mitarbeiter ins Kriegsgebiet schicken. Auf den Anlagen von Kieselstein können auf den Hundertstel Millimeter genaue Drähte hergestellt werden. Die Firma ist Weltmarktführer. Als vor knapp einem Jahr die Sanktionen ausgeweitet wurden, hatte Jens Kieselstein gerade einen Auftrag über eine halbe Million Euro für einen russischen Kunden in Arbeit. Auf 100.000 Euro Stornokosten blieb er sitzen. Kieselstein hat seitdem neue Geschäftsverbindungen nach Brasilien geknüpft. Für das kleine Unternehmen ein Kraftakt. Wenn Sie auf einen neuen Markt gehen wollen, müssen Sie die Voraussetzungen haben, um den Markt zu bedienen zu können. Das geht natürlich auch um das Thema Sprache. Das spielt ja eine wichtige Rolle. Wir haben im Moment niemanden, der portugiesisch im Hause spricht. Und Sie brauchen jemanden vor Ort, Sie brauchen einen Partner. Diese Kontakte müssen angebahnt werden. Da müssen Sie komplett neu investieren. Bei Niles Simmons wollen Sie jetzt versuchen, die millionenteuren Maschinen, die nicht mehr nach Russland geliefert werden können, umzubauen. Damit sie für andere Anwendungen genutzt werden können. Zum Beispiel bei Kunden in der Luftfahrtindustrie. Während Europa auf Sanktionen setzt, hat Russland Erdgas und Erdöl zu seinen Waffen gemacht. Ein Energiekrieg sollte den Westen unter Druck setzen. Im August stellte Putin daher Erdgaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 ein. Fast 350 Euro kostete damals die Megawattstunde Gas in Deutschland. Vor dem Krieg lag der Preis zwischen 10 und 20 Euro. Mittlerweile haben sich die Kosten auch dank eines milden Winters wieder erholt. 50 Euro kostet die Megawattstunde Gas zurzeit. Für energieintensive Unternehmen ist das immer noch eine enorme Belastung. Wenn der Preis für Strom, für Energie die Existenz einer Firma bedroht. Das ist eine sehr anspruchsvolle Zeit, in der wir uns bewegen. Wir befinden uns im permanenten Kampfmodus. Dann müssen Unternehmen neue Wege gehen, um zu überleben. Wir sind noch immer inmitten eines fossilen Energiekriegs und die Preise sind sehr, sehr hoch. Diesen Unternehmer belasten die hohen Energiepreise enorm. Mehr als 15 Prozent seiner gesamten Ausgaben gehen für Energie drauf. Im Jahr mehrere Millionen Euro. Wir hatten schon vor der Energiekrise die höchsten Energiepreise in Europa. Und die haben sich jetzt noch mal vervielfacht. Wir hatten in der Spitze eine Versechsfachung unserer Energiebezugspreise. Inzwischen hat sich der Markt wieder etwas beruhigt, sodass wir bei den dreieinhalbfachen ungefähr jetzt angelangt sind. Immer noch sehr hoch und eine Belastung für den Betrieb. Der produziert Stoffe, die von der Chemie und der Kosmetikindustrie verarbeitet werden. Unter anderem Kügelchen für den Peeling-Effekt in Kosmetika. Auch andere Stoffe von Wolle werden in bekannten Marken genutzt. Um kleine und mittelgroße Firmen wie Wolle zu entlasten, übernimmt der Staat ab März einen Teil der Stromrechnung. Bei Wolle circa 40 Prozent. Wenn dieses Programm 2024 ausläuft, wird sich die Bundesregierung kaum leisten können, noch mal so ein Milliardenpaket auf den Weg zu bringen. Deshalb hoffen wir, dass sich die Energiepreise bis dahin wieder beruhigt haben. Bringt das Entlastungspaket der Regierung nur eine Atempause? Es ist sehr schwer zu sagen, wie sich die Energiepreise insgesamt entwickeln. Claudia Kempfert gehört zu den führenden Energieexperten in Deutschland. Sie meint, die Energiepreise würden weiterhin vom Ukraine-Krieg beeinflusst. Solange wir da inmitten drin sind, ist nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Deswegen muss man immer deutlich unterscheiden. Fossile Preise sind hoch, davon müssen wir weg. Andere Energien sind sehr viel billiger und dann kann es auch perspektivisch preiswerter werden. Andere Energiequellen wie beispielsweise Biogas, das aus Gülle gewonnen wird. Solch eine Anlage hat sich Wolle bauen lassen. Dort produziert die Firma ihren eigenen günstigen Strom. Wir haben in eine Biogasanlage investiert, wo wir 50 Prozent unseres Stroms selber produzieren können. Die wollen wir ausbauen. Wir werden aber auch in Photovoltaik und Holzstütze und Heizung investieren, um uns auf die Energieversorgung klimaneutral vorzubereiten. Die Firma entkeimt auch Lebensmittel wie Kürbiskerne. Auch mit viel Energieaufwand verbunden, denn dafür wird Dampf benötigt. Bis die Energiekosten wieder niedrig sind, heißt es nun erst einmal, Kosten sparen. So viel wie möglich. Wir haben unser Schichtsystem umgestellt von einem 7-Tage-System auf einem 5-Tage-System. Wir haben überall Energie eingespart, wo es möglich ist. Wir haben die Heizung in den Büros runtergedreht. Und wir haben alle Maßnahmen getroffen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und gleichzeitig auch alle Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter zu schulen, hier sorgsam mit Energieverbrauchern nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch privat umzugehen. Das Unternehmen muss zusätzlich, so der Inhaber, günstiger produzieren mit weniger Mitarbeitern. Nur so kann es dauerhaft gegen die Konkurrenz aus dem Ausland bestehen, denn die zahlt meist deutlich weniger für Energie. Die Energiekrise zeigt, der russische Krieg gegen die Ukraine findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt. Moskau setzt neben Raketen auch auf Erdöl und auf Hacker. Cyberangriffe wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal im großen Stil zur Waffe. Laut Microsoft befinden wir uns in einem neuen Zeitalter internationaler Konflikte. Aber was ist das eigentlich, ein Cyberkrieg? Was ist ein Cyberkrieg? Cyberkrieg ist eine virtuelle Kriegsführung. Die Waffen sind digital, die Soldaten sitzen vor dem Computer. Sie können im Auftrag eines Landes unbemerkt in fremde Netzwerke eindringen. Dort können sie die kritische Infrastruktur wie etwa Strom oder Telekommunikationsnetze manipulieren. Die Folge? Millionen Menschen sitzen im Dunkeln. Betriebe können nicht mehr produzieren, ganze Industriezweige brechen zusammen. Nach Land, Wasser, Luft und Weltraum wird der virtuelle Raum der Cyberspace zur fünften Dimension in der Kriege geführt werden können. In Form von Spionage, Sabotage oder Terrorismus. So stiegen in den ersten drei Tagen nach Russlands Einmarsch in die Ukraine die Cyberangriffe auf das Land um 196 Prozent. Im Gegenzug hat die Hackergruppe Anonymous, der russischen Regierung, den Cyberkrieg erklärt. Sie stören russische Propaganda, stehlen Daten, legen Technik lang. Spionage und das Sammeln von Informationen waren schon immer fester Bestandteil internationaler Konflikte. Cyber-Spionage ist deshalb eine wichtige Strategie für Regierungen, die einen verdeckten Krieg führen. Dazu gehört auch das Infiltrieren von Netzinfrastruktur mithilfe von Schadstoffsoftware, wie Viren, Würmern oder Trojanern. Der chinesische Geheimdienst wird regelmäßig als Schuldiger für solche Operationen genannt, obwohl er diese Anschuldigungen stets bestreitet. Eine fast vollständig digital vernetzte Welt macht es Hackern leicht, ihr Ziel zu treffen. Terroristen können von überall in der Welt zivile Infrastrukturen angreifen, ohne selbst vor Ort zu sein. Experten gehen davon aus, dass der Kriegsschauplatz globaler Supermächte zukünftig immer mehr im Virtuellen stattfinden wird. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie er die Welt und die Wirtschaft verändert hat. Das war eine weitere Folge von MADE, dem Wirtschaftsmagazin der Deutschen Welle. Ich bin Marisina, bis bald. Ich bin Marisina, bis bald. Ich bin Marisina, bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Starke Meinungen, klare Argumente, internationale Positionen Vor einem Jahr, am 24.02.2022, gab Wladimir Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine. Was macht der Krieg inzwischen mit der ukrainischen und der russischen Gesellschaft? Droht ein endloser Konflikt ohne Sieger? Auf den Punkt in 45 Minuten auf DW Da habe ich eine Ente aus einem Betrieb gerettet. Das war die, glaube ich, hier. Also die habe ich so gefunden da und die konnte ich einfach nicht da lassen. Wen dürfen wir essen? Das ist so ein begeisterter Vogel. Der war so dreckig. Danach war der Vogel sauber und das ganze Bad dreckig. Und das ist das erste Mal, dass dieser Wasservogel Wasser zum Schwimmen bekommt. Also das war einer der schönsten Momente, die ich hier erlebt habe. Eine Doku-Reihe über unser ambivalentes Verhältnis zu Tieren. Ich glaube, dass ich das Ende dieser Massentierhaltung noch erleben werde. Wen dürfen wir essen? Diese Woche auf DW Wissen, was läuft? Verpassen Sie nicht unsere Highlights. Das DW-Programm online. DW.com Programm-Tipp Russlandskrieg in der Ukraine Ein Jahr seit der Invasion. Das ist kein Bluff. Rom der Ukraine Wo liegen die Wurzeln des Konflikts? Das ist eine Blutsfeindschaft, die noch lange andauern wird. Wie kam es zur Eskalation? Und wie wird es weitergehen? Themen-Tag Ukraine Heute ab 8 Uhr UTC auf DW Das Allerschlimmste waren die Kampfflugzeuge. Sie flogen so tief. Egal wo man ist, man will oder nicht, man möchte sich sofort flach auf den Boden werfen. Das ist Horror. Irgendwie schätzen wir die Dinge erst dann, wenn wir sie verlieren. Das ist eine Operation, das ist kein Krieg in meinen Augen. Das ist eine Operation, eine Militäroperation. Zum Schutze der Bevölkerung der Donbass-Region. Ich weiß es nicht. Warum ist der Krieg ausgebrochen? Warum sterben Menschen? Warum müssen alle fliehen? someone ist Teddy und Jesus wiederum. ARD Text im Auftrag von Funk Das war es für die Frage im Auftrag des Konflikt des Liegentes Hartz stuff. Das ist eine Zionischen Ders moyriffri mit euch, dieoli in Antwort ist sie auch für dieystrasse die Qi&Mensitsk themzustellen. Am 24. um 6 Uhr morgens ruft mich meine Freundin an und sagt, Luda, bei uns wird geschossen, ich habe Angst. Dann öffne ich mein Tablet, Russland hat die Ukraine überfallen. Und ich denke, ach du meine Güte. Ich bin von Knallgeräuschen wach geworden. Ich gucke auf die Uhr, es war schon Zeit, die Kinder zu wecken. Dann gucke ich auf mein Handy, da waren Nachrichten von den Lehrern. Da stand, die Schule fällt aus, weil der Krieg angefangen hat. Nein, ich kann diesen Tag nicht beschreiben. Er ist wie ausgelöscht. Wo bin ich hingegangen, mit wem habe ich gesprochen? Wahrscheinlich habe ich meine Mama angerufen, ganz bestimmt sogar. Aber ich erinnere mich nicht daran. Ich erinnere mich, es war am frühen Morgen. Wir alle im Kinderheim wurden in einem Raum versammelt. Und Roman Ivanovic, unser Direktor, sagte, dass wir in den nächsten Tagen evakuiert werden, weil der Krieg angefangen hat. Die erste Gedanken waren, was machen sie, was macht Putin und seine, wenn ich so sagen darf, seine Bande. Sie sind schon über alle Grenzen, sie sind alle Grenzen überschnitten. Und was passiert jetzt in Ukraine? Ich bin nicht von den Geschossen geweckt worden, die da draußen eingeschlagen sind. Aber dann kam Mama ins Zimmer und sagte mir ganz klar und deutlich, mein Sohn, steh auf, der Krieg hat angefangen. Du verstehst einfach nicht, dass du dein Zuhause vielleicht für immer verlässt, dass es nicht mehr deins ist. Außerdem hatten wir noch eine Katze. Die gibt es immer noch. Wir wussten nicht, wohin mit ihr, da wir keine Transporttasche hatten. Wir haben sie einfach in eine große Plastiktüte gesteckt. Das waren sie gar nicht lustig. Was war noch mal der 24.? Ein Donnerstag oder ein Mittwoch? Ich muss mal nachschauen. Wir hatten am Montag einen Gottesdienst. Moment. Ja, es war ein Donnerstag. Als wir von diesen tragischen Ereignissen in der Ukraine erfahren haben, hat es alles verändert. Es hat die Zeit in Vorher und Nachher geteilt. Um 4.45 Uhr, unsere Zeit, habe ich den Nachricht bekommen. Die ersten Bomben sind auf Kiew gefahren. Wir waren angegriffen. Eine gute Freundin von mir, die wir seit 2014 uns kennengelernt haben, die sind in Kiew. Und sie sagte, wir fahren nicht vorweg. Wir waren Widerstand leisten. Da liest man plötzlich, da ist eine Armee einmarschiert in ein anderes Land. Da denkt man erst mal, scheiße. Tut mir leid für das Wort, aber das ist halt ... Ja, Menschen werden sterben. Weil jegliche kriegerische Handlung, das ist immer Lebensgefahr, klar. Also ich hatte doch die Hoffnung, wie alle wahrscheinlich, dass irgendwo das ein Ende nehmen wird, und zwar recht schnell. Aber dann kamen die Nachrichten, dass dieses Spezialeinsatz sich auf die gesamte Ukraine will. Und die schlimmsten Befürchtungen haben sich damit bestätigt. Früher dachte ich, ich habe irgendwelche Probleme oder Schwierigkeiten im Leben. Jetzt, wenn ich zurückdenke, verstehe ich, wie glücklich unsere Familie vor dem Krieg war. Es waren keine Probleme, nur Kleinigkeiten. Ich mochte unser Leben sehr. Heute geht es ums Überleben. Früher, wenn ich eine Tasse zerbrochen hatte, war ich traurig. Jetzt geht es um ganz andere Werte. Wir haben in der Ukraine ein kleines, einfaches Häuschen gekauft. Mein Schwiegersohn hat uns geholfen. In den letzten acht Jahren haben wir es renoviert und es uns dort gemütlich gemacht. Unser kleines gelbes Häuschen. Ja. Wir haben es gelb gestrichen. Wir haben einen Gemüsegarten. Ich mag die Gartenarbeit sehr. Tomaten, Kartoffeln. Ja, so halt. So halt. Normalerweise. Ich hatte dort sechs Hühnerchen. Und ein Kätzchen. Die Katze wartet noch auf mich. Ich habe ihr Katzenfutter gekauft. Für später. Mental ist es schwer, für mich jetzt ans Filmemachen zu denken. Meine Mama flieht gerade aus Odessa nach Rumänien. Ehrlich gesagt ist es wichtiger für mich gerade, dass sie dort sicher ankommt. Dass ich sie dort in Empfang nehme und zu mir nach Hause bringe, als das Filme machen. Wissen Sie, du gehst jeden Tag schlafen. Entweder fängt die Sirene an zu heulen oder die Explosionen gehen los. Wir gingen zuerst zur Nachbarin in den Keller. Ihre Mutter ist 85. Wir nahmen sie mit runter. So saßen wir da in diesem Keller. Ihre Mutter ging dann einfach nach einiger Zeit wieder hoch. Brot backen, sagte sie. Später achteten wir gar nicht mehr auf die Sirenen und gingen nicht mehr in den Keller. Wenn ich abends im Bett lag, dachte ich, was soll diese Rennerei? So kann ich nicht schlafen. Wenn es auf mich runterknallt, dann knallt es halt runter. Das Allerschlimmste waren die Kampfflugzeuge. Sie flogen so tief. Egal, wo man ist, ob man will oder nicht, man möchte sich sofort flach auf den Boden werfen. Das ist Horror. Einmal bin ich zu Hause ins Bad gegangen. Zuerst dachte ich, ich hätte etwas umgeschmissen, aber es war ein Kampfflieger, der gerade vorbeigeflogen war. Er ist schon weg, aber die Luft raschelt noch immer nach. Es ist einfach nur furchtbar. Als ich aufwachte, hörte ich acht oder zwölf Schüsse nacheinander. Das hört sich an wie sehr laute Knallgeräusche. Die gehen dir irgendwie sofort in den Kopf, an den Ohren vorbei, direkt rein. Sie sind einfach super schnell. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben soll, aber du kannst sie mit nichts anderem verwechseln. Am 24. hat mein kleiner Bruder Geburtstag. Sie wissen ja, Kinder lieben es, Feste zu feiern. Es gab zwar kein Feuerwerk, aber die Geräusche waren so ähnlich. Die Entscheidung zu fliehen, haben wir nicht sofort getroffen, sondern erst im Laufe des Tages. Die Kinder wussten nicht, was sie mitnehmen sollen. Ich habe gesagt, nur eine Hose, ein Hemd, einmal Unterwäsche. Man sagte uns, dass man nur ein Koffer pro Familie mitnehmen darf. Aber was ist ein Koffer für 13 Personen? Ich habe den Kindern gesagt, jeder darf nur ein Spielzeug mitnehmen. Für den Kleinen habe ich Matchbox-Autos eingesteckt. Die Großen haben ein Kuscheltier mitgenommen. Ich habe gesagt, sie sollen selbst darauf aufpassen und es auch als Kissen benutzen. Ich wusste, sie brauchen etwas, was sie auch an zu Hause erinnert. Wir haben sofort entschieden, dass wir zu unseren Verwandten woanders hinfahren. Mama fragte sich, ob wir auch die Katze mitnehmen dürfen. Das war okay. Also sind wir zu denen hingefahren. Aber wissen Sie, nicht alle Menschen hatten die Chance gehabt, wegzufahren. Wir haben zwei Wochen bei ihnen gewohnt und es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Das Einzige, womit ich mich beschäftigen konnte, war, an meinem Handy zu hängen, zu gucken, wo war es passiert gerade. Ich war sehr aggressiv gegenüber den russischen Soldaten gestimmt. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich hätte ihnen am liebsten die Nägel rausgerissen, sie hingerichtet, wie es die Taliban auf den YouTube-Videos tun. Ich habe einfach den Sinn dieses Krieges nicht verstanden. Warum dieser Krieg? Was ist sein Ziel? Wir mussten entscheiden, wie und womit wir fliehen. Die wenigsten hätten es damals riskiert, auf der Jitomeskaya-Straße rauszufahren, weil sie gerade stark beschossen wurde. Überall waren Staus und wir fühlten uns wie in einer Falle, weil es kaum noch möglich war, es aus dem Dorf bis nach Kiew zu schaffen. Und überall diese Knallgeräusche. Es war nicht klar, woher die Explosionen kamen, wo die Bomben gerade eingeschlagen sind. Du hörst es, aber du verstehst es nicht und das macht die Angst noch größer. Bist du in Sicherheit oder in Gefahr? Papa sagt, ich soll mich bereithalten, wenn es ein Auto gibt, damit ich hier wegkomme. Und schon am nächsten Tag, da habe ich noch geschlafen, weckte er mich und sagte, zieh dich an, das Auto ist da. Ich hatte 10, 20 Minuten Zeit. Du verstehst, dass du jetzt wegfährst, dass du ein neues Leben irgendwo anfangen willst. Ich war froh darüber. Mama wollte eigentlich nicht, dass ich weggehe, aber ihr war klar, dass es das Beste für mich ist. Während der Fahrt habe ich nicht viel über den Krieg nachgedacht. Es gab andere, viel gegenwärtigere Dinge, die mehr realistisch sind. Zum Beispiel, wie schaffe ich es, möglichst wenig auf die Toilette zu müssen? Also habe ich mich mit Süßigkeiten vollgestopft, um mich abzulenken? Wir wurden auf zwei Busse verteilt. Ich war mit dem Kleinen in einem Bus und mein Mann mit den anderen Kindern im anderen. Unterwegs hatte ich große Angst. Es war klar, dass wir als bewegliches Ziel jederzeit beschossen werden können. Ich dachte, wenn ich alleine wäre, wäre es nur halb so schlimm. Aber mein Mann und die Kinder, das ist was völlig anderes. Das war schlimm, dass wir nicht mal zusammen in einem Bus waren. Ich wollte nicht wegfahren. Meine Tasche war nicht groß. Ich habe da meine Klamotten eingepackt, mein Kuscheltier, mein Teddybären. Alles, was man für die erste Zeit brauchen könnte. Ich wusste nicht, für wie lange wir wegfahren werden. Als man uns alle zu den Bussen geführt hat, haben wir uns verabschiedet und alle haben ganz doll geweint. Die Erwachsenen und auch die Kinder. Wir konnten nicht alle gleichzeitig wegfahren. Deswegen haben wir geweint. Wir haben da schon sehr lange alle zusammengelebt. Wir kannten uns alle sehr gut und waren wie eine Familie. Wir haben an einer Tankstelle halb gemacht, um dort nach zehn Stunden Fahrt auf die Toiletten zu gehen. Nicht in allen Bussen gab es Toiletten, in unserem nicht. Wir waren so glücklich, als wir da endlich anhielten. Aber ich habe es nicht mal zu der Tankstelle geschafft. Es gab einen lauten Knall. Der Flughafen nebenan wurde bombardiert und es war wahnsinnig laut. Jemand schrie, alle sofort zurück in die Busse. Auf die Toilette hat es niemand geschafft. Wir sind dann ohne Pause bis nach Covil gefahren. Eine Zeit lang sind wir ohne Licht durch den Wald gefahren. Es war Nacht und stockdunkel und mein Herz sprang aus der Brust. Der Kleine fragte die ganze Zeit, hast du mir die Kinderüberraschung gekauft? Ich sagte, ich habe es leider nicht geschafft. Die Banditen haben die Tankstelle überfallen. Der Kleine fragte immer wieder, wohin fahren wir? Ich sagte ihm, wir machen eine Abenteuerreise und am Ende gewinnen wir einen Schokopanzer. Ich bin nicht ausgestiegen. Ich bin im Bus sitzen geblieben. An der Tankstelle wurde geschossen und die, die schon draußen waren, mussten sofort zurücklaufen. Dann sind wir weitergefahren. Danach wurde nicht mehr viel gesprochen. Niemand war in der Laune. Manche Kinder haben mit ihren Verwandten und Freunden hin und her geschrieben, wie es ihnen zu Hause ging. Sie haben geweint und wir haben sie beruhigt. Mir ging es noch gut. Ich konnte mich selbst beruhigen oder meine Freundinnen haben mich getröstet. Wir haben eh nicht geschlafen. Ich wollte zunächst dableiben, dachte, wir warten es ab. Dann wurde es aber immer schlimmer, bis dann klar war, dass wir fliehen müssen. Ich habe sogar Samen mitgenommen. Ganz wichtig, ich habe sie nicht vergessen. Speck habe ich auch mitgenommen. Ein bisschen. Das sind Tomatensamen. Ich will sie pflanzen. Ich wollte sie zu Hause setzen. Ich hatte sie im Internet bestellt. Sie sollen sehr gut sein. Nicht zu groß und pflegeleicht. Sie heißen mongolische Zwergtomate. Aber es war noch zu früh für die Tomaten. Und jetzt werde ich sie hier in Deutschland setzen. Mal gucken, wie der so wird, dieser mongolische Zwerg. Ich glaube, dass die Tomaten in Deutschland nicht besonders gut gedeihen. Du machst einfach alles wie ein Roboter und erlaubst dir keine Gefühle. Du spürst keinen Schmerz. Früher beschwerte ich mich über Kopfweh oder Rückenschmerzen. Dann war mir klar, dass ich nun seit vier Tagen im Bus sitze und keine Rückenschmerzen habe. Ich fühlte einfach nichts. Wie ein Soldat. Wie versteinert. Ich hatte das Ziel, die Kinder zu beschützen und anzukommen. Das war's. Du fährst einfach immer weiter. Ich wusste, dass ich zu einem Onkel nach Düsseldorf fahre. Mein Ziel war, einfach anzukommen. Ich dachte nicht über die Zukunft nach. Ich wusste, ich muss einfach essen, schlafen und das war's. Wenn nötig, wäre ich auch zu Fuß hingegangen. Die Fahrer brauchten eine Pause und uns wurde gesagt, dass wir neun Stunden freie Zeit haben. Ich habe meine Kinder zusammengesammelt und wir sind einfach auf den nächsten Spielplatz gegangen, damit sie Ball spielen konnten. Aber es gab keinen Ball. Sie kickten eine Flasche. Dann hat uns jemand einen Ball aus dem Fenster runtergeworfen. Als wir zurück zu den Bussen kamen, standen dort schon die Anwohner. Sie haben verstanden, dass wir gerade aus der Ukraine kamen und brachten uns Lebensmittel, Trinkwasser und alles Nötige. Wir hatten zu dem Zeitpunkt kaum noch Vorräte. Wir waren so erstaunt darüber, wie unglaublich nett alle zu uns waren. Die Stadtverwaltung hat uns in irgendeine Schule gebracht. Dort gab es Duschen und wir konnten dort endlich die Kleinen waschen, die seit Tagen in ihren Windeln steckten. Es war bitter nötig. Ich und zwei polnische Frauen, ich weiß leider ihren Namen nicht mehr, wir haben sie wie am Fließband ausgezogen, gewaschen, wieder angezogen. Wir hatten sehr wenig Zeit. Dann hörten wir schon, alles zurück in die Busse, unterwegs haben wir sie noch zusammen abgetrocknet. Es ging alles so schnell, wir mussten ja weiterfahren. In den ersten Tagen in Deutschland habe ich einfach durchgeschlafen. Ich schlief hier auf dem Sofa. Es war so ruhig. Viel zu ruhig. Fast schon unheimlich. Ich konnte zuerst nicht einschlafen, dann aber doch und ich schlief wie ein Toter. Ich bin in der gleichen Position wieder aufgewacht, wie ich eingeschlafen bin. und der ganze Körper tat mir überall weh. Aber es war mir echt völlig egal. Als wir nach Freiburg reingefahren sind, war es sehr sonnig, hell. Es kam mir vor, als wären wir irgendwo in einer Parallelwelt, wo Menschen keine Angst haben, wo jeder einfach nur sein Leben lebt, Kaffee trinken geht, shoppen geht, seine Kinder abholt und sie kriegen nur in den Nachrichten mit, was unserem Volk zugestoßen ist. Du fühlst dich total angespannt und die anderen um dich herum sind ganz locker. Wenn man mir noch vor zwei Monaten gesagt hätte, dass ich die Ukraine verlassen und nach Deutschland kommen würde, ich hätte gesagt, Quatsch. Ich habe gedacht, ich werde nicht ins Ausland gehen, solange ich nicht erwachsen und eigenständig bin. Ich habe nicht gedacht, dass ich jemals Fremdsprachen brauchen würde. Seit 24. Februar existiert für mich nichts anderes als intensive Hilfe für die Zivilbevölkerung, die geflogen ist und die, die in der Ukraine sind. Von unseren Vereinen und ein paar andere Vereine, wir waren die Ersten, die Menschen empfangen haben und das war am Samstag vor zwei Wochen, also zweieinhalb Wochen und da hatten wir Menschen mit Lebensmitteln versorgt, mit K-Paketen, mit was zu trinken und da kamen Menschen, um zu spenden und die sind geblieben. Die haben gesehen, wir gehen unter. Wir können mit diesen wenigen Vereinsmitgliedern diese ganze Aufgabe nicht stemmen und die sind geblieben. Die helfen ehrenamtlich, die sind seitdem dabei. Der erste Gedanke, ich habe gesagt, ich muss etwas tun, ich muss etwas tun. Ich weiß nicht, was ich kann. Ich kann nicht so viel, aber helfen kann ich. Und einfach, ich habe zufällig und loslich natürlich erfahren, dass es ein sogenanntes Zentrum für Flüchtlingshelfer am Bahnhof gibt. Und ich bin einfach zum Bahnhof gegangen, gefahren und seitdem bin ich dort. jeden Tag, wenn ich diese Menschen sehe, besonders Kinder und die Älteren, verschiedener Alter. Wissen Sie, diese Gesichter, ich kann nicht einfach irgendwie vergessen, ich kann nicht schlafen seitdem. Diese Leute, jetzt in unserem 21. Jahrhundert, sie sind geflogen, nicht von Nazis, von Russen. Von Russen. Und das kann ich nicht immer noch kopieren. Für mich passiert es gerade nicht 1000 Kilometer entfernt. Das passiert in meinem Herzen, in meinem Bewusstsein, weil ich in Luhans geboren bin, weil meine Mutter dort lebt. Sie ist 81. Auch meine Schwiegermutter ist da. Sie ist 78. Das sind alte Menschen und ich mache mir große Sorgen um sie. Schon aufgrund ihres Alters. Und jetzt auch das noch. All diese Explosionen, von denen man heute ständig berichtet. Sie gab es dort schon seit 2014. Die ganze Zeit. Meine Mutter ist einmal unter Beschuss geraten. Und wenn ein Passant sie nicht in einen Hauseingang und dann in einen Bombenschutzkeller gezerrt hätte, wer weiß, ob sie es überlebt hätte. Ich habe Verwandtschaft sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Und dann denke ich mir, ich habe das Recht, meine Meinung zu sagen, weil ich erstens selbst in der Ukraine geboren bin. Das heißt eigentlich in der Sowjetunion, so wie die meisten von uns. Und da hat man auch nicht unterschieden, ob man Ukrainer ist, Russer oder so weiter. Für uns war das absolut egal. Das ist zwar ein Land, eine Nation sozusagen. Das war absolut egal. Das heißt, ich bin eigentlich, ich kann mich nicht richtig auf irgendeine Seite stellen, wenn man es objektiv betrachtet. Und dennoch habe ich eine bestimmte Meinung über diesen Konflikt. Das ist eine Operation, eine Militäroperation zum Schutze der Bevölkerung der Donbass-Region. Das ist meine persönliche Meinung. Und mit der Meinung der russischen Regierung und von Präsidenten Vladimir Putin stimme ich hundertprozentig überein. Es geht darum, dass die Ukraine selbst seit 2014 die Donbass-Region beschossen hat. Und Menschen haben seit 2014 dort in dieser Region in den Kellern gesessen, genauso wie sie jetzt in den Kellern sitzen, wo Putin eingegriffen hat. Und meiner Meinung nach, was jetzt passiert ist, ist die Konsequenz, was 2014 angefangen hat. Und wenn das jemand nicht begreift, dann muss er erstmal zurückgehen und das Ganze anschauen, die ganzen Fakten eigentlich zusammen betrachten. Und dann sieht er das, worum das passiert. Natürlich, es gibt keine Rechte für keinen Krieg auf dieser Welt. Die Frage ist nur, was haben die der Westen und was hat Deutschland speziell auch dafür getan, dass dieser Krieg nicht zustande kommt. Was haben die dafür getan? Einfach nur reden, bla bla bla, und dann haben sie dann nicht verurteilt, was da passiert wäre. Vielleicht wäre das sogar besser gewesen. Und vielleicht auch ein bisschen strikter reden und nicht so wie Schiwaschi hier und hier und Fähnchen nach dem Wind. Wir liefern Waffen oder wir liefern Helme hier und so weiter. Das ist sowieso der größte Quatsch. Wie kann man Waffen in eine Kriegsregion liefern? Für mich gibt es in diesem Fall keine Halbtonen. Es gibt es Schwarz und Weiß. Ganz eindeutig. Für mich persönlich ich betone, Russland ist Aggressor. Und sie töten Menschen. Sie töten Zivilisten. Meine Landsleute. Es ist ein Bruderkrieg. Es ist ein Konflikt zwischen Brüdern. Schauen Sie, die Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Mord. Ein Bruder tötet den anderen. Kain tötet Abel. Nach ihrer Herkunft waren sie Vertreter eines und desselben Geschlechts. Und trotzdem ist der Mord passiert. Warum? Weil sie vom Geist her verschieden waren. Wenn es eine geistige Trennung gibt, passiert ein Konflikt. Das ist so. Die Frage nach der Souveränität der Ukraine und so weiter, das ist nicht meine Kompetenz. Ich will, dass es dort Frieden gibt. In welcher Form das sein wird, ob demokratisch oder nicht, in welcher politischen Form, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht unsere Frage. Wir Geistlichen beschäftigen uns mit anderen Fragen. Unsere Aufgabe ist das Brot der Ewigkeit, die ewige Wahrheit. Verstehen Sie? Wir predigen und appellieren an Jesus. Je mehr Menschen sich an ihn wenden, desto schneller geht der Konflikt zu Ende. Es geht um demokratische Grundwerte. Und auf der anderen Seite geht es um irgendwelche anderen Werte, die aber nicht demokratisch sind. Nicht in diesem westlich-demokratisch-liberalen Feld sind. Und es geht um Werte. Und der Konflikt ist um Werte. Es ist ja völlig egal, ob einer Russe oder Ukrainer ist. Der Ukrainer kann auf russischer Seite sein. Und es gibt auch nicht wenige, die sagen, es ist alles richtig, was da gemacht wird. Die Ukraine hat sich von acht Jahren für eine demokratische Welt entschieden. Für eine freiheitliche demokratische Welt. Und das sind diese Werten, die hier auch geschätzt werden. die wir denken, dass es selbstverständlich wäre, weil wir hier in dieser Welt viele von uns geboren sind. Und jetzt merken viele, das ist gar nicht so. Diese Welt ist zerbrechlich. Also die töten nicht nur Menschen, die töten Demokratie, die töten Freiheit. Dieser Staat ist überhaupt keine Demokratie in erster Linie, weil viele betrachten, denken, dass dieser Staat demokratisch ist. Das ist er nicht. Es ist ein Oligarchenstaat, es ist ein korruptes Oligarchenstaat. Ich verstehe auch nicht, warum die Menschen denken, dass die Ukraine irgendwas Besseres, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob schlechter auf keinen Fall, aber was Besseres als Russland ist. Es unterscheidet sich in gar nichts, außer, dass es sein eigenes Territorium hat und sagt, das ist unser Territorium, ihr habt euch da nichts einzumischen. Aber ansonsten, obwohl es nach außen sozusagen in der Verfassung Demokratie ist, ist es aber nicht in Wirklichkeit. Es ist korrupt und es schadet zum größten Teil der Bevölkerung, also zumindest die letzten Regierungen auf jeden Fall. Es ist immer noch kein Grund, dass Russland die Ukraine einfällt. Es ist immer noch kein Grund, dass Russland Russen Ukraine töten, Ukraine töten. Es ist kein Grund, ein souveräner Staat einzufallen und zu bomben. Es gibt keine Erklärung dafür. Man kann es nicht mit Olergachie oder Korruption, die noch nicht ausgemerzt ist. Ja, wir arbeiten dran, es ist viel zu tun, aber da werden wir schon klarkommen. Das sind russische Kerle, die gerade mit den Waffen in der Hand in die Ukraine einmarschiert sind. Sie töten dort Soldaten, die ihr Land verteidigen und sie töten Zivilisten. Es ist ein großer Wahnsinn und eine große Heldentat, wenn man heutzutage in Russland eine Anti-Regime-Position offen bezieht. Eine einzige Redakteurin der Nachrichtensendung ist mit einem Plakat für fünf Sekunden durchs Bild gelaufen. Hier werden sie belogen. Es war gar nicht entscheidend, dass sie vom Krieg spricht. Hier werden sie belogen. Fünf Sekunden, es hängt von jedem ab. Das muss man sich ins Bewusstsein einhämmern. jedem in der Bewusstsein einhören. Diese eine Demonstrantin gesehen, die da im ersten Kanal sozusagen durch das Bild durchgegangen ist und so weiter, ich fand das lächerlich. Ich fand das, wie gesagt, nicht mutig, lächerlich. Es ist für mich keine Heldentat. Es ist für mich eine Dummheit. Warum wird immer Freiheit mit dem assoziiert, was verboten ist? Warum wird nicht Freiheit mit dem assoziiert, dass man in Ruhe einfach leben kann, indem man seine Sachen machen kann, die man vorhat? Warum muss man immer politisch aktiv sein? Warum muss man immer gegen etwas demonstrieren? Besonders in Russland. Zum Beispiel in China hätte sich überhaupt keiner getraut, irgendwas dagegen zu sagen. Da ist es noch tausendmal strenger als in Russland. Also Russland ist tausendmal freier als China oder Nordkorea. Nehmen wir noch ein Land. Man soll für etwas kämpfen, man soll für etwas kämpfen, wenn man weiß, dass es Erfolg hat. Die stille Beobachtung eines Verbrechens macht aus Zeugen Mittäter. Das ist, wenn man so will, die grundlegende Philosophie des Verbrechens Russlands. Wir alle als russische Bürger, wir haben unser kleines Glück genossen, das wir vom großen Kuchen abgezwackt hatten. Manche in Form eines Kleinwagens Lada, andere in Form eines Gehalts als Wachmann in einem Supermarkt und der Möglichkeit, die abgelaufenen Lebensmittel mit nach Hause zu nehmen. Eine Lehrerin, die die Wahlergebnisse im Wahllokal gefälscht hatte, weil es dafür Geld für die Wandfarbe der Klassenräume und die neuen Kloschlüsseln gaben. Wir haben alle diesen, ich muss mich zusammenreißen, Wladimir Wladimirovich Putin geschaffen. Und er hat uns alle geschafft. Und es ist unehrlich, jetzt alles auf Putin zu schieben. Jeder Mensch, jeder, ich auch, der einen russischen Pass besitzt, hat diesen Krieg entfacht und tötet Menschen. Jeder. Ich bin nicht enttäuscht von Russland. Es ist einfach bitter. Es ist schrecklich bitter, dass die Mehrheit von meinen Landsleuten, sie verstehen das nicht, wie schrecklich es ist. Einfach Krieg. Besonders die Menschen, die haben schon als Kinder diese andere Generation den Zweiten Weltkrieg schon erlebt. und entweder sie haben keine Erinnerungen mehr oder wie. Wenn man mich jetzt in Russland hören würde, würde ich sagen, hört auf, hört auf mit dem Morden, hört auf, die Ukrainer zu vernichten. Schaut euch um, was ihr da tut. Ihr zerstört ein Land, das ihr nicht aufgebaut habt. Es war ein eigenständiges Land, das gut lebte und gediehnt. Dieses Land war keine Bedrohung, weder für Russland noch für Weissrussland. Es ging seinen eigenen Weg. Hört auf damit. Wenn jeder russische Bürger eine ukrainische Fahne in sein Fenster hängt, jeder, dann würde diese Regierung alleine unter dem Gewicht der ukrainischen Fahnen in den russischen Fenstern zusammenbrechen. Das kann doch nicht so schwer sein, eine Fahne rauszuhängen, sie auf einem Blatt Papier mit Buntstiften zu malen, einen blauen Rock und einen gelben Pullover zu verbinden. Das kann doch jeder. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Fahnen hängen momentan in den russischen Fenstern? Wie viele? Drei? Fünf? Ah, gar keine einzige mehr. Na, was wollt ihr denn da? In Sankt Petersburg ist meine Familie dort, mein Kind ist dort und meine Wohnung, meine Dacia, meine Katze und mein Freundeskreis. Also man muss sich vorstellen, für jemanden, der wie ich in Russland ist, ist jeder, alles, was du machst, kann zu einer Geldstrafe, einer Freiheitsstrafe oder wirklich Gefängnis führen. Auch was ich jetzt sage, kann gegen mich verwendet werden in Russland. Das ist völlig klar. Es ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich, irgendwas zu machen. Und ich bin nicht derjenige, der es riskiert. Also ich glaube, für mich ist es wichtiger, irgendwie ein Anhaltspunkt für andere zu sein, Leute zu unterstützen, die Möglichkeit zu haben, kommt schon mal zu mir, einfach um zu reden. Und wir haben, an einem Tag, wo Demonstrationen waren, haben wir uns abends einfach getroffen, zu Hause und zusammengesessen. Und wir haben eine große Community, ganz unterschiedliche Leute, Musiker, Künstler, aber auch einfache Leute. Und dann kommt man zusammen und sitzt zusammen und redet. und dann ist es schon irgendwo eine Unterstützung von Gegenseitigen. Ich habe Russland verlassen, weil mir klar war, dass ich nicht in der Umgebung von Menschen sein kann, die Fremde für mich geworden sind. 2014, als ich aus Russland wegging, war mein Leben noch einigermaßen komfortabel. Ich ging weg, nicht weil man Druck auf mich ausgeübt hat oder mich bedrohte oder mich vor Gericht gestellt hätte. Wir formulierten es damals so. Wir gehen aus hygienischen Gründen. Wir fühlten uns sehr unwohl. Wir haben dieses große Glück auf den Gesichtern der Menschen gesehen, weil sie ein Stück Land, die Krim, ihrem Nachbarstaat geklaut hatten. Mit so einem Yes, we did it. Es war psychisch nicht mehr auszuhalten. Es gab keine Prognosen, es gibt keine Sicherheit, was morgen passiert. Es gibt nur die Überzeugung, dass man noch bleiben muss oder dass man schon gehen muss. Alles andere ist, ich glaube, das ist eine innerliche Entscheidung. Dass es nicht gut sein wird, das ist völlig klar. Wie schlimm das sein wird, das ist unklar. Also ich habe davor Angst, dass meine Zukunft, meine persönliche Zukunft in Russland, wo ich sie sehen wollte und gesehen habe, trotz allem nicht mehr existiert. Also das ist so eine egoistische Sicht. Ich kann mein Leben, so wie ich mir das vorgestellt habe, nicht leben. Aber so eine rote Linie für mich, die will ich nicht stellen, weil ich Angst davor habe. Ich will das nicht formulieren. Wissen Sie was? Das ist mein altes Wunsch. Ich würde mit meinem Enkelsohn gerne nach Moskau, nicht nur mit ihm, sondern mit allen drei. Ich habe drei Enkelkinder. Und ich könnte ganz stolz alles so sich vorstellen, zeigen. Aber nicht jetzt. Und nicht, weil im Moment der Krieg herrscht, sondern ich will nicht einfach noch einmal Moskau besuchen, solange wie die meine Landsleute unter dieser Regierung leben. Das ist eine Blutsfeindschaft, die noch lange andauern wird. Ich glaube, das wird nie wieder wie früher. Krieg ist schrecklich. Deswegen dürfen wir ihn nicht in unsere Herzen hereinlassen. Wir dürfen keine Spaltung zulassen. Ich träume davon, dass wir bald in die Ukraine zurückkehren. Und dass alles wieder gut ist und dass wir alle wieder zusammen sind. Alle am Leben und alle gesund. Ich will auch zurück in die Ukraine, weil es unser Zuhause ist, unser Land. Und selbst wenn es kaputt ist und zerstört ist, ich glaube, dass wir es gemeinsam schaffen werden, es wieder aufzubauen. Ich will unbedingt Frieden und Ruhe. Frieden und ein bisschen Freiheit. Da kommt man schon zurecht. Da kann man auch glücklich sein. Meine Vorstellung von der Welt ist, dass wir keine Grenzen mehr haben. Dass wir einfach eine Nation haben, die Mensch heißt. Das ist meine Vorstellung. Dass diese Konflikte einfach aufhören. Ich mache mir große Sorgen. Ich will, dass die Ukraine bestehen bleibt. Ich glaube ganz fest, dass die Ukraine frei wird. Ach, ich wünsche mir einfache Dinge. Ich weiß nicht. Nach Odessa zum Filmfestival zu kommen. mit meiner Mama in dieses eine Kaffee zu gehen. Wie heißt es noch? Dort gab es diesen leckeren Kirschkompott. Ja, so was. Es geht gar nicht so um den Frieden. Nein. Ich will diesen kalten Kirschkompott mit meiner Mama in Odessa essen gehen. Ich hätte einfach viel dafür gegeben, um einfach wieder mit meinen Kumpels abzuhängen. Oder wieder in die Schule zu gehen. In den Unterricht sogar. Scheiße, irgendwie schätzen wir Dinge erst dann, wenn wir sie verlieren. Das nervt. Aber vielleicht ist es gerade das Schöne am Leben, zu verstehen, was das Wertvolle für dich ist und versuchen, es zu erhalten. Ich träume von zu Hause. Ich würde rausgehen mit einer Tasse Tee oder Kaffee. Die Hühnerchen. Sie kommen immerzu zu meiner Tür, fragen nach Brot. Die Katze läuft auch herum. Die Hühner jagen sie. Die Vögelchen singen. Herrlich. Was braucht schon mehr? Das Bedeut Sirenen. Auf den Punkt. Starke Meinungen, klare Argumente, internationale Positionen. Vor einem Jahr, am 24.02.2022, gab Wladimir Putin den Befehl zum Überfall auf die Ukraine. Was macht der Krieg inzwischen mit der ukrainischen und der russischen Gesellschaft? Droht ein endloser Konflikt ohne Sieger? Auf den Punkt. Jetzt auf DW. Ihre Geschichte ist die vieler Ukrainer. Vor dem Angriff Russlands haben Marta und Seri als Freiwillige für den Ernstfall trainiert. Seit Kriegsbeginn sind sie im Kampfeinsatz. Mittlerweile sogar direkt an der Front. Fokus Europa in 45 Minuten auf DW. Deutschland hat elf Männer ins All geschickt. Elf und keine einzige Frau. Die Mission ist, die erste deutsche Astronautin ins All zu schicken. Gender Gap in der Raumfahrt. Deutschlands erste Astronautin. Seit Jahren versucht eine private Initiative, sie endlich auf die Reise zu schicken. Das ist einfach ein Traum, den ich schon immer hatte. Ich wollte schon immer die Erde von oben sehen. Auf ins All. Ab 8. März auf DW. Manchmal genügt ein Samenkorn und aus einer Idee wächst etwas Großes. Wir machen Umweltschutz lebendig mit den Lernpaketen von Global Ideas, der Umweltreihe. Wir zeigen, wie Klima und Umweltschutz auf der ganzen Welt geht und wie wir alle einen Unterschied machen können. Wissen wächst, wenn man es teilt. Jetzt kostenfrei herunterladen. Vor einem Jahr hat Russland die gesamte Ukraine überfallen. Das Land hält Putins Aggression bisher stand. Doch der Preis für die ukrainische Bevölkerung ist hoch. Überall Krater und Ruinenlandschaften. Tausende Zivilisten wurden getötet. Frauen wurden vergewaltigt. Kinder deportiert. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind in der Ukraine. Wir sind auf der Flucht oder im Exil. Als Geste der Unterstützung besuchte US-Präsident Joe Biden die Hauptstadt Kiew. Russlands Präsident Wladimir Putin wiederum gab dem Westen die Schuld am Krieg und stimmte sein Land auf lange Kämpfe ein. Wir fragen, ein Jahr nach Putins Überfall auf die Ukraine ein endloser Krieg ohne Sieger? Ganz herzlich willkommen zu Auf dem Punkt. Ich freue mich, Ihnen meine Gäste vorzustellen. Alexej Jusupov, herzlich willkommen. Er leitet das Russland-Programm der Friedrich-Ebert-Stiftung. Willkommen auch Markus Keim. Er ist Sicherheits- und Strategieexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und mein ukrainischer Kollege Roman Goncherenko aus der russischen Redaktion der DW berichtet regelmäßig für die DW aus Kiew aus der Ukraine direkt und ist uns aus Bonn zugeschaltet. Roman, natürlich beginnen wir bei Ihnen. Sie haben über das Jahr hinweg sehr viel nach Kiew geschaut, in die Ukraine. Sie haben Kontakte, Sie haben Familie in dem Land, das überfallen wurde. Was empfinden Sie jetzt rund um den Jahrestag der Invasion? Da wird man natürlich von Erinnerungen fast erschlagen, wie es an dem Tag war. Da wurde ich sehr früh geweckt von meinen Verwandten, die gesagt haben, es geht los. Aber das war keine Überraschung. Wir haben alle damit gerechnet, weil die USA sehr frühzeitig gewarnt haben. Es war nur nicht klar, an welchem Tag Russland losschlägt. Aber jetzt ein Jahr danach ist man doch ziemlich zuversichtlich, dass die Ukraine am Ende bestehen wird. Das hatte ich auch damals schon vor einem Jahr in einem Kommentar für die Deutsche Welle geschrieben. Ich bin immer noch dieser Meinung. Allerdings könnte der Krieg tatsächlich Jahre noch dauern. Russland mobilisiert. Russland bereitet sich auf einen langjährigen, schwierigen Krieg vor. Aber am Ende, denke ich, wird die Ukraine dank westlicher Hilfe, vor allem dank westlicher Hilfe bestehen. Und was sind die Erinnerungen, die Sie fast erschlagen? Wissen Sie, das sind Bilder aus Städten, die man kennt, aus Kiew, aus Kharkiv. Bilder von Rauchsäulen, von Einschlägen russischer Raketen. Die ersten Einschläge waren ja auf Flughäfen und auf diesen Flughäfen war ich selbst vor einigen Monaten davor mit dem Flugzeug aus Deutschland gelandet. Ganz normal. Dieser Krieg, der begann ja 2014 schon. Wir sind jetzt im neunten Jahr, aber die acht Jahre davor, da hat man vor allem hier in Deutschland das Gefühl, das ist irgendwie weit weg und begrenzt. Natürlich tat es auch weh, das zu sehen, was da passierte. Und es gab vor dem Überfall auch eine Intensivierung der Kämpfe. Täglich starben immer mehr ukrainische Soldaten in den Wochen vor der Invasion. Aber in den Jahren davor war das natürlich ein ganz anderer Krieg. Alexei Josupov, wie geht es Ihnen? Ohne Krieg wären Sie ja jetzt in Russland und würden sich dafür einsetzen, dass die russische Zivilgesellschaft stärker, vielfältiger wird und sich entfalten kann. Ist dieser Traum in sehr weite Ferne gerückt? Das stimmt, dass der 24. Februar letzten Jahres auch für Russland eine nicht so bezeichnete, aber schon auch eine Zeitenwende bedeutet hat, um das Wort auch mal wieder zu verwenden. Es war natürlich in den letzten Jahren immer klarer, dass der repressive Kurs des Kremls, dass die schrumpfenden Räume, dass die zunehmende polizeistaatliche Entwicklung der ganzen Obrigkeit nicht einfach so aufhören werden. Es gab aber trotzdem, glaube ich, nicht das Bewusstsein dafür, dass Wladimir Putin und seine Elite oder zumindest der engste Kreis bereit sind, für ihre Vorstellung von einer strebenswerten Zukunft die Ukraine zu überfallen. Es war diese Kombination von, man kann sich das erklären, aber so richtig glauben kann man das nicht. Und das ist meine Erinnerung an dieses Gefühl, das ist ein sehr distinktes Gefühl. Tatsächlich sind alle politischen Stiftungen, das ist eine Nebengeschichte, auch die Deutschen geschlossen worden im letzten Jahr, weil die Kontakte in die russische Gesellschaft plötzlich als maximal schädlich erachtet worden sind oder bezeichnet worden sind. Und das ist auch ein Teil dieses vergangenen Jahres, dass das Bild sich eintrübt, die Kontakte werden weniger, die Reisen sind schwieriger geworden, mir gelingt es immer noch nach Russland zu reisen, aber es ist relativ kompliziert und nicht ohne Risiken für unsere Partner. Und gleichzeitig ist es ein Pfad, auf dem Russland sich in ein paar Jahren in einer noch viel schlimmeren Lage wiederfinden wird. Deswegen ist das auch Teil dieser Geschichte. Also es ist auch ein Krieg, der Russland ganz massiv verändert hat. Dieser Krieg hat auch die internationale Gemeinschaft verändert, Markus Keim. Die deutsche Außenministerin hat vor einem Jahr gesagt, wir sind in einem Albtraum aufgewacht. Das haben vielleicht damals schon nicht alle Leute geteilt, aber wo steht die internationale Gemeinschaft jetzt? Also ich will nicht auch noch den Begriff Zeitwende zum hundertsten Mal verwenden, aber es ist durchaus schon angemessen, dass wir das Gefühl haben, dass mit dem 24. Februar eine Entwicklung zu einer Zuspitzung gekommen ist, die schon viel früher begonnen hat. Die Geopolitisierung der internationalen Beziehungen, die Stimmen werden wieder lauter, die mit Raum argumentieren, mit historischen Ansprüchen argumentieren, die damit argumentieren, dass ein Land gedemütigt worden sei, zurückgesetzt worden sei und jetzt einen angestammten Platz in der internationalen Politik wieder einnehmen wolle. Das hören wir aus Russland, das hören wir, Kumkranus alles aus China, das hören wir vielleicht ein bisschen leiser aus der Türkei, aber das ist so ein Phänomen, das fällt man rund um den Globus. Und da stellen wir fest, dass die Europäische Union oder Europa hat das weitergefasst dafür eigentlich nicht richtig ausgestattet ist, damit umzugehen, weil in Europa dominieren, gerade so geringend von Werten und Recht und wir sind nicht gewöhnt, mit Akteuren umzugehen, die mit Raum und mit Macht argumentieren und tatsächlich... Nicht mehr gewöhnt. Nicht mehr gewöhnt in der Tat in Europa nach dem 19. und 20. Jahrhundert, aber tatsächlich ist das ja, glaube ich, eine Entwicklung, die abgekoppelt von dem Krieg, von dem wir heute Morgen sprechen, ungebrochen weitergehen wird. Und das ist, glaube ich, die Hausaufgabe für den Westen in etwas allgemeinerer Form, aber konkret für Europa, wie ich sie sehe, sich auf diese veränderte Sicherheitssituation einzustellen. Und daraus erwachsen ja viele Fragen, nämlich die, ich will es nur auf eine runterbrechen, wenn denn tatsächlich wir auf eine multipolare Weltordnung zusteuern, wo bestimmte Akteure die Gestücke der Welt leiten, eine Handvoll von Akteuren, USA, Russland, China und andere mehr, dann steht ja die Frage im Raum, welche Rolle will Europa in diesem Konzert der Mächte spielen und was tut man dafür? Und das sind, glaube ich, im Moment Fragen, die im Moment noch ein bisschen verdeckt sind, aber die, sollte der Krieg mal an den Ende kommen, glaube ich, umso dringlicher auf der Tagesordnung landen werden. Nicht verdecken, wir werden darüber sprechen auch, wollen wir aber unbedingt auch das, was eigentlich Ukrainerinnen und Ukrainer rund um diesen Jahrestag leben. Millionen versuchen ja weiterhin eine Wirklichkeit zu überleben, die einem quälenden Albtraum gleicht. Hier sind einige Stimmen rund um den Jahrestag aus sehr verschiedenen Orten der Ukraine. Ein Kindergarten in Kramatorsk, ein Wohnhaus in Kharkiv, eine Klinik in Kherson, Ziele russischer Angriffe. Und immer trifft es zahllose Zivilisten, sie werden obdachlos, verwundet, getötet. Ich weiß, dass ich jederzeit sterben könnte. Gestern Nacht flog eine Granate in meinen Garten, alle Fenster wurden herausgerissen. Heute Morgen ist eine Kugel in mein Haus geflogen, sie hätte mich in den Kopf treffen können. Ich lebe in einer Ruine, ohne Wasser, ohne Licht. Wir brauchen dringend Frieden, endlich Frieden. Luftalarm in Kiew. Auch fernab der Front gehört der Krieg zum Alltag. Die Menschen suchen Zuflucht in Bunkern oder U-Bahn-Stationen. Orte, die nicht nur Schutz bieten, sondern auch als Klassenzimmer dienen. Auch das ist die neue Normalität. Es ist nicht ganz bequem für die Kinder, aber seit September gab es so oft Alarm. Sie haben sich an diese Art der Schule gewöhnt. Ruhm für die Helden, singt das Publikum. Auch in diesem Club in Kiew ist der Krieg allgegenwärtig. Das ist etwas zwischen Krieg und friedlichem Leben. Es erlaubt uns, etwas abzuschalten. Sich zu erinnern, wie das Leben vorher war und wie es nach unserem Sieg sein wird. Was macht der Krieg mit der ukrainischen Gesellschaft? Roman Gonciarenko, Sie waren immer wieder da. Was beobachten Sie? Ich beobachte dasselbe, dass dieser Krieg die ukrainische Gesellschaft radikal verändert. In vielerlei Hinsicht. In erster Linie, die Gesellschaft ist sehr stark zusammengerückt. Es gab ja schon vorher, also 2014, eine sehr starke Bewegung von freiwilligen Armeehelfern, die dann die ukrainische Armee in den ersten Monaten, als dann der Krieg in Donbass losging, unterstützt haben, als die Armee noch sehr schwach war. Und auf dieser Grundlage ist dann eine viel breitere Bewegung entstanden. Also alle sind entweder in der Armee oder sie helfen der Armee. Also das ist im Grunde genommen die ukrainische Gesellschaft jetzt und fast seit einem Jahr. Und noch etwas Interessantes beobachte ich. Das ist eine endgültige Abnabelung von Russland. Von allem, was über Jahrhunderte zusammengewachsen war. Nicht alles war freiwillig, aber vieles. Diese Durchmischung zwischen Russen und Ukrainern. Da ist jetzt eine ganz klare, ganz dicke Linie gezogen worden von Wladimir Putin durch diesen Überfall. Und die Leute wechseln jetzt die Sprache. Diejenigen, die russisch gesprochen haben, das waren Millionen. Die wechseln jetzt ins ukrainische. Die wollen nichts mehr mit Russland zu tun haben. Alle Beziehungen, die bis dahin noch existiert haben, familiäre Beziehungen, sind gekappt worden. Und die Menschen gucken jetzt nur noch Richtung Westen. Die allermeisten natürlich nicht 100 Prozent, aber 80 bis 90 Prozent, würde ich sagen. Und sie haben auch verstanden, wir können Widerstand leisten und wir werden auch siegen. Diese Zuversicht, die ist ungebrochen. Und das ist etwas, was mich bei jeder Reise in die Ukraine, auch jetzt im Januar, immer wieder beeindruckt. Andererseits der Satz aus der schwer umkämpften Stadt Bachmut, den wir gehört haben. Wir brauchen Frieden, einfach nur Frieden. Ist das auch ein Gefühl, was Ihnen vielleicht auch unter dem ersten Eindruck begegnet? Erschöpfung? Natürlich, natürlich. Das ist ja selbstverständlich, dass alle Frieden wollen, aber nicht um jeden Preis. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, die jetzt kurz vor dem Jahrestag gemacht wurden, dann sagen 80 bis 90 Prozent der Ukraine, wir sind nicht bereit, irgendwelche Kompromisse hinzunehmen mit Russland. Das heißt, wir sind nie bereit zu akzeptieren, dass Russland jetzt die Gebiete behält, die es jetzt im Herbst annektiert hat. Auch die Krim nicht, sowieso nicht. Aber auch diese neuen Gebiete, um zu sagen, die Lösung, die immer wieder diskutiert wird, dass Russland sich auf den Zustand vom 24. Februar vor einem Jahr zurückzieht, 90 Prozent der Ukrainer sind dagegen. Und das ist schon eine sehr starke Stimmung und die ist ungebrochen. Wie sieht es in Russland aus, Alexei Yusupov? Wird das so wahrgenommen, dass im Prinzip das, was Roman Genscher-Reinke beschrieben hat, dass man irgendwie das Russische, dass man sich davon stärker distanziert, passiert das auf der anderen Seite auch? Wird das überhaupt wahrgenommen? Oder anders gefragt, entlarvt dieser Krieg auch Putins These, das sei ein Brudervolk? Ich glaube, wir müssen hier zwei Dinge benennen. Das eine ist, dass der Blick von Russland nach außen sehr eingetrübt ist. Das ist sehr, sehr schwierig geworden, an Informationen zu kommen, selbst für Menschen, die tendenziell kritisch denken würden. Das hat natürlich mit der Repressionswelle zu tun, mit der Schließung der allermeisten unabhängigen Medien, aber auch grundsätzlich mit einer ganz anders funktionierenden Informationspolitik, ergo Propaganda seitens der Regierung. Wenn Sie zum Beispiel Butscher sagen, im deutschen Kontext ist jedem sofort klar, um was sich handelt. Kriegsverbrechen? Kriegsverbrechen, Gräueltaten, Übergriffe, Bilder des Streckens in einem Vorort von Kiew, die russische Soldaten begangen haben. Wenn Sie das Wort Butscher in Russland sagen, so ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sehr viele sagen würden, dass, ja, da war irgendwie was, aber wir wissen gar nicht genau was. Also es geht gar nicht unbedingt darum, dass eine Gegenpropaganda es schafft, alternative Fakten und Regierungs, sagen wir mal, Inhalte zu transportieren, die dem Kreml lieb sind, sondern die Welten sind immer mehr voneinander abgekoppelt. Das ist die Kehrseite dessen, was Rahman sagt. Diese Realität driftet immer weiter ab. Und das andere ist, und das ist auch wirklich wichtig zu verstehen, die Propaganda in der russischen Föderation funktioniert ganz anders als bei den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Da war es so, dass man eine formelle Linie, Parteilinie, Regimelinie formuliert hat und dann mit allen Mitteln der Informationspolitik, die so ein staatlicher Apparat hat, wirklich in die Köpfe der Leute eingehämmert hat. In Russland ist es sehr viel klüger organisiert. Sie haben eine ganze Bandbreite an Angeboten, wie in einer Marktwirtschaft. Sind Sie ein Kommunist, kriegen Sie ein kommunistisches Narrativ dazu, warum dieser Krieg ein Kampf gegen den globalen Kapitalismus ist. Sind Sie ein großrussischer Chauvinist, bekommen Sie eben die Erzählung, von einem geeinten Volk und von den abtrünnigen kleinen Brüdern, die irgendwie sich abspalten wollen. Sind Sie ein geopolitisch geprägter Mensch, der in Räumen und großen Mächten denkt, dann ist so einem Menschen die Ukraine als Schauplatz und die Menschen fast egal. Da geht es nur noch um geopolitische Konstruktionen, um die Großupermächte. Es gibt ein esoterisches Propagandasegment, es gibt auch ein pazifizisches Propagandasegment. Es gibt sehr viele Leute, die auch apolitisch sind und denken, ja natürlich sind wir für den Frieden. Aber wir mussten uns doch verteidigen, das ist doch ein Verteidigungskrieg. Das ist das, was wir auch häufiger hören. Und diese völlig unvereinbaren propagandistischen Inhalte werden gleichzeitig gesendet, damit jede Person sich das herausgreifen kann, was besser zu einem existierenden Mindset passt. Auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist sehr, sehr schwer, die Realität jenseits von Russland und innerhalb von Russland in Einklang zu bringen. Da sind immer mehr völlig unterschiedliche Universen. Parallel ist es ja jetzt so, Markus Keim, dass sowohl Zelensky, dessen Popularitätswerke vor dem Krieg nicht so hoch waren, als auch Putin, der auch bangen musste, jetzt auf den ersten Blick fester im Sattel sitzen. Was bedeutet das für diesen Krieg? Zumindest vordergründig, und das ist ein wichtiges Wort hier, sieht es nicht so aus, als würde diese Stärke in Friedensbereitschaft transformiert werden. Also ich kann keine Prognose darüber abgeben, was in einem halben Jahr sein sollte. Aber wenn man die Signale der letzten Wochen zusammenzieht, sowohl von russischer Seite als auch von ukrainischer Seite, dann gibt es hier nichts, was darauf hindeutet, auf eine Konzessionsbereitschaft einer der beiden Seiten, auf eine Kompromissbereitschaft einer der beiden Seiten, auf eine Verhandlungsbereitschaft einer der beiden Seiten. Beide nutzen ihre Position der Stärke, um ihr jeweiliges Land auf weiteren Krieg einzuschwören. Und sie tun das ja aus nachvollziehbaren Gründen, weil die materiellen Möglichkeiten erst einmal gesichert sind. Präsident Zelensky kann auf weitere Waffennieferungen aus dem Westen verweisen. Und Präsident Putin hat zumindest auf absehbare Zeit die Ressourcen zur Verfügung. Also ich meine die militärische Hardware und es gibt immer noch Gerüchte über eine weitere Mobilmachung. Das könnte auch der Fall sein. Sodass eben auch die Situation nicht eintreten wird, zumindest wieder auf absehbare Zeit nicht, dass eine der beiden Seiten einfach nackt dasteht, ohne militärische Fähigkeiten. Mir leuchtet ein, dass im Moment auch die Situation nicht gegeben ist, dass aufgrund der Tatsache, dass sie beide so stark sind, dass sie Konzessionen machen könnten. Weil das würde wahrscheinlich sofort automatisch als Signal der Schwäche interpretiert werden. Wie ich hinzufügen darf, es gibt ja auch das Paradoxe, sind jetzt beides Präsidenten in Kriegszeiten, die ihre Verfassungsordnungen verteidigen. Und das Vertrag da an der Lage ist ja, dass die Annexionen und die Rückeroberungen dazu geführt haben, dass diese Verfassungsordnungen nicht auflösbar sind, ohne weiteres. Einer der beiden Seiten müsste nicht nur eine politische Konzession machen, sondern die eigene Verfassung hintergehen. Das ist sehr viel voraussetzungsvoller. Das heißt, je stärker ein Präsident, desto mehr verkörpert er die Verfassungsordnung. So könnte man das auch lesen. Ja, und ich meine, wir wissen ja eigentlich sozusagen, die Streitpunkte, die im Kontext einer umfassenden Friedensregelung oder zumindest eines vorläufigen Waffenstellstandes thematisiert werden müssten, die wiegen ja eigentlich auf dem Tisch, die sind ja bekannt. Und auch Elemente einer Regelung werden ja seit Jahren diskutiert. Also es geht weniger um das Was, sondern um das Ob. Und da sehe ich im Moment wenig begründete Erwartungen auf eine Konzessionsbereitschaft einer beiden Seiten. Aber ist das tatsächlich so, dass bei der Ukraine keine Sorge aufkommen müsste, wie sich das weiterentwickelt, Roman Goncharenko? Zum Beispiel, also es gibt wehrfähige Ukrainer, die deutschen Medien berichten, dass sie bisher mit Ausnahmegenehmigungen immer noch durchgekommen sind und nicht eingezogen wurden. Aber dass der Druck der Rekrutierungsversuche auch im Westen der Ukraine jetzt größer wird. Also, und dann gibt es noch einen ukrainischen Schriftsteller, Gerasimov, der hat beschrieben, wie er eine Checkpoints in Kharkiv, da jetzt weibliche Soldaten überall sind. Und ich zitiere ihn jetzt, der sagt, das ist ein wirklich schlechtes Zeichen. Es bedeutet, dass es in Kharkiv nicht mehr genug Männer gibt. Gehen der Ukraine also langsam die Soldaten aus? Das kann ich schwer einschätzen. Aber es gibt Hinweise, die das vielleicht vermuten lassen könnten. Auf jeden Fall hat Russland deutlich mehr menschliche Ressourcen. Also, die Bevölkerungszahl ist drei bis viermal so groß. Die andere Frage ist, ob die Bereitschaft, die Kampfbereitschaft auf der russischen Seite ähnlich ist, das bezweifle ich. Bis jetzt haben beide Seiten starke Verluste. Und Russland hat mobilisiert. Und die Ukraine muss das ausgleichen. Das heißt, auch die ukrainische Seite muss jetzt mobilisieren. Wir sehen das in dem Versuch, zum Beispiel diese neue Initiative vor einigen Wochen, das nennt sich Truppen für den Angriff oder Rückeroberung, irgendwie so heißt das. Das heißt, es werden ganz neue Formationen, militärische Formationen jetzt gebildet, ausgebildet. Ein Teil ist jetzt im Westen. Und das, was wir jetzt wahrnehmen vom ukrainischen Militär, die ukrainische Militärführung ist relativ zurückhaltend momentan und hat noch genug Reserven, aber behält diese Reserven. Das heißt, die Ukraine plant oder hofft zumindest, denke ich, in den kommenden Monaten, vor allem im Frühling, doch noch zu versuchen, eine Gegenoffensive zu starten. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass jetzt ganz viele westliche Länder sagen, wir bilden Ukrainer aus. Diese Ukrainer sind jetzt teilweise im Westen bei der Ausbildung. Und dann fehlen die natürlich an den Checkpoints oder sonst irgendwo. Aber man muss auch anerkennen, dass die Ukraine nicht genug hat für eine groß angelegte Offensive jetzt. Und auch nicht genug, um Städte wie Bachmut oder Soledad vor wenigen Wochen im Osten, im Gebiet Donetsk, also in diesem Revier, das Wladimir Putin, Russlands Präsident, auf jeden Fall als sein Kriegsziel definiert hat, hat schon, um das zu verteidigen. Und das Ergebnis haben wir gesehen. Soledad wurde verloren, Bachmut könnte sein, könnte in den kommenden Tagen oder Wochen auch verloren gehen. Das heißt, es ist nicht genug Kräfte da, um diese Städte zu halten. In welchem Licht sehen Sie Selenskyj? Es gibt auch in der Ukraine weiterhin Stimmen, die sagen, er sei nur ein guter Schauspieler, der den Kriegspräsidenten gibt. Sein Inner Circle konnten wir jetzt auch in deutschen Medien etwas kennenlernen. Die arbeiten Tag und Nacht, unterbrochen von dem Gang ins Bunkersystem, wo es kalt ist und auch wenig Möglichkeiten sind, sich zu vernetzen. Wie würden Sie das sagen? Ist da noch genug Kraft da? Sind die auch erschöpft? Treffen die Fehlentscheidungen? Also generell würde ich sagen, ist Selenskyj aus meiner Sicht und nach Gesprächen in der Ukraine, die ich bei jeder Reise führe, ein Glücksfall für das Land. Vor allem deshalb, weil er ein professioneller Kommunikator ist. Sie haben ja das erwähnt. Er war Schauspieler. Und diese Fähigkeit nutzt er. Seine stärkste Waffe ist die Kamera. Er hält jeden Tag eine Ansprache an sein Volk. Das hat bis jetzt wahrscheinlich vor allem kein anderer Staatspräsident gemacht. Auch nicht im Kriegszustand. Das ist ein Rekord. Und das gibt den Menschen auch Mut. Das gibt das Gefühl, der ist da. Ich erinnere, in den ersten Tagen ist er in Kiew geblieben, obwohl es sehr gefährlich für ihn war. Und dadurch hat er das Land auch mitgerettet, sozusagen. Also nicht nur die Soldaten, die gekämpft haben und der Westen, der Waffen geliefert hat. In den Wochen davor haben die Ukrainer vor einer Niederlage ganz am Anfang gerettet. Sondern auch Selenskyj mit seiner Ansprache. Am zweiten Tag stand er da vor seinem Präsidialamt mit seinen engsten Verbündeten, also mit dem Parlamentschef und so weiter. Sie drehten ein 30-sekündiges Selfie-Video, wo sie einfach eine ganz klare Botschaft gesagt haben. Wir sind da, wir kämpfen. Wir brauchen keine Mitfahrgelegenheit. Das war enorm wichtig. Ja, das war der Satz. Ja, genau, ganz kurz, ich führne das nur aus. Und die Zustimmung für ihn ist seitdem ungebrochen sehr hoch. Also 80 bis 90 Prozent finden, dass er das richtig macht. Und er macht vor allem das, was er am besten kann. Er bietet um Hilfe und er bekommt diese Hilfe auch. Ja, das war ja eindrucksvoll auch zu sehen in der Woche vor dem Jahrestag, dass nämlich auch der US-Präsident nach Kiew gekommen ist, trotz auch Gefahren für dessen Leben. Und wir wollen auf diese Dimension jetzt schauen. Denn sowohl der US-amerikanische Präsident auch als der russische Präsident versuchen, in diesen Tagen ihre Botschaften prominent zu platzieren. Die Verantwortung für den Ukraine-Konflikt, für seine Eskalation und für die steigenden Opferzahlen liegt allein bei den westlichen Eliten. Und beim derzeitigen Regime in Kiew, dem das ukrainische Volk im Grunde genommen fremd ist. Nach einem Jahr Krieg zweifelt Putin nicht mehr an unserem Zusammenhalt. Aber er zweifelt immer noch an unserer Überzeugung, an unserem Durchhaltevermögen. Aber es gibt keinen Zweifel an unserer Unterstützung. Die NATO wird sich nicht spalten lassen und wir werden nicht ermüden. Ja, sind Sie auch so sicher wie Joe Biden, Markus Keim? Auf absehbare Zeit bin ich noch vergleichsweise sicher. Es ist bemerkenswert, wie eng der Westen zusammengeblieben ist. Das betrifft die NATO, das betrifft die EU, das betrifft das Verhältnis der beiden Organisationen zueinander. Ich würde keine Wette abgeben, wo wir in zwei Jahren stehen oder in drei Jahren stehen. Wenn sich die politischen Mehrheitsverhältnisse in einzelnen Ländern verändert haben. Wenn vielleicht doch die Härten des Krieges, die ja in Deutschland im Moment sehr stark abgefedert sind, doch hier etwas spürbarer geworden sind. Sie meinen die wirtschaftlichen Härten? Energiepreise, da gibt es ja Leute, die das schon sehr stark spüren. Also große Gruppen für Menschen. Aber für breitere Schichten noch spürbar ist, dann würde ich mich nicht wundern, wenn es zu einer Situation käme, die ja in Konturen bereits erkennbar ist, dass, wenn man sagen, eine Art Repriorisierung der deutschen Sicherheitspolitik erkennbar ist. Dann würde die Frage im Raum stehen, wollen wir wirklich 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben? Oder haben wir nicht andere Zwecke, die dafür auszugeben ist? Aber für den Moment finde ich es wirklich vermerkenswert, wie der Westen zusammengeblieben ist. Und das finde ich auch eine Dimension der sogenannten Zeitmende, die häufig übersehen wird. Wir reduzieren die Zeitmende ja auf die 100 Milliarden Euro, die die Bundeswehr bekommen soll. Und das 2-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts, die für Sicherheit und Verteidigung ausgeben wird. Was wir übersehen, ist sozusagen die institutionelle Dimension, welche Bedeutung die NATO gewonnen hat, welche Bedeutung die transatlantischen Beziehungen gewonnen haben. Und gerade für eine SPD-geführte Bundesregierung, die ja doch einen, zumindest in Teilen, anti-amerikanischen Strang hat, ist das doch eine bemerkenswerte Entwicklung, dass wir jetzt im Moment eine Bundesregierung haben, die transatlantischer denkt und handelt und handeln muss, als wir das in den letzten 20, 30 Jahren gesehen haben. Andererseits verfangen natürlich diese Thesen. Und Putin hat ja, wir haben es gehört, eben auch diese formuliert, dass im Prinzip die westlichen Eliten allein verantwortlich sind. Auch hier in Deutschland. Und es ist auch eine Sicht, die in Indien geteilt wird. Da gab es neue Studien in China, in einigen afrikanischen, lateinamerikanischen Ländern. Wie ordnen Sie das ein? Ich glaube, ich würde gerne ein bisschen sortieren. Also das eine ist der Blick nach Europa. Und dass die Solidarität und Einigkeit zwischen unterschiedlichen Akteuren im Westen so stark ausgefallen ist, hat den Kreml durchaus auch überrascht. Aber die russische Politik setzt weiterhin darauf, dass das nicht so bleiben muss. Und das guckt sich Italien an mit der Wahl. Das guckt sich die britischen Regierungsturbulenzen an. Die Moskauer Analysten haben sehr genau die französische Wahl beobachtet. Ich bin mir sicher, dass die Auswertung der ersten Ampelmonate, sozusagen die große Zeit nach dem Abtritt von Angela Merkel, mit ein Faktor war für die Kriegsentscheidung. Weil die sich die Konstellation angeguckt haben und gesagt haben, dass diese Regierung wird das eben nicht hinbekommen, die transatlantische Solidarität zu organisieren, glaubwürdig zu den Polen, wie zu den Franzosen zu sein und so weiter und so fort. Das bleibt. Es kommen andere Wahlen. Griechenland muss wählen. In Griechenland gibt es auch Parteien wie Syriza, die sagen, Waffen für die Ukraine sind nicht vereinbar mit ihrem linken Weltbild. Also ich wäre sozusagen optimistisch für jetzt, aber mein Ausblick ist nicht so langfristig. Ich würde sagen, das ist Work in Progress. Was die anderen Länder weltweit angeht, ist es immer etwas anderes. Ich würde sagen, dass für viele Länder des globalen Südens dieser Krieg ein regionaler Konflikt ist. Und die haben gute Argumente zu sagen, was dachtet ihr denn, wie Machtkonflikte ausgetragen werden. Nur weil Europa bis dato die Wiege der institutionalisierten kollektiven Sicherheit war und so weiter und so fort, heißt es nicht, dass es eine Ausnahme geben muss für euren Teil der Welt. Also ich, und das kann der Kreml gut kapitalisieren, weil er eben sagt, da sind Konturen der neuen Welt. Ich weiß zum Beispiel, dass der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, der in Deutschland sehr schnell von der Bildfläche verschwunden ist, ausgewertet worden ist in Moskau. Eisen beweist dafür, dass man mit einer konventionellen Kriegsführung ohne viel Aufsehen zu erregen, durchaus Ziele erreichen kann. Und diese Dinge machen es leichter, für die russische Außenpolitik zu argumentieren, es passiert hier ein regionaler Konflikt, kein Grund für eine globale Koalition, wie Joe Biden sie heraufbeschwören möchte. Das ist sozusagen auch ein Element. Und ein dritter Punkt vielleicht auch noch, ich glaube tatsächlich, dass die kurzfristigen Kriegsziele für Wladimir Putin abgeräumt sind. Also die Führung in Russland hat eingesehen, dass der ursprüngliche Plan mit einer blitzkriegartigen Invasion und einem Regime-Change fehlgeschlagen ist. Und ich würde gar nicht imstande sein, wirklich genuine Kriegsziele, wir müssen uns mit dem Begriff unterscheiden, weil es gibt operative, taktische, strategische, politische, zivilisatorische Ziele, alle werden durcheinandergeworfen. Aber es gibt gar keine Kriegsziele mehr, weil Russland jetzt ist sehr, überraschenderweise für sich selbst auch, hat sich komfortabel eingerichtet in der Kriegsführung, für eine Autokratie ist es gar nicht so unnützlich, einen Krieg zu führen, der auch länger geht und gar kein konkretes Enddatum hat. Und das heißt, die Aufgabe für Moskau ist es gar nicht, eine Gegenkoalition zu organisieren, sondern die Bildung einer westlichen Anti-Russland-Koalition zu verhindern. Und dass es eine ungleich leichtere Aufgabe ist, tatsächlich ein neues Gegenbündnis zu schmieden. Daher ist es genügend, dass Indien sich das anguckt mit der Reserviertheit auch ihrer alten sowjetisch-indischen Beziehung. Das ist genug, dass China einfach nur nicht stört. Wenn sie sogar helfen würden, wäre es noch besser. Aber das genügt. Es ist genug, dass die Türkei hilft, Parallelimporte zu organisieren und Sanktionen zu umgehen. Es ist genug, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als Finanzschauplatz-Ausweichoptionen bieten für das Capital Procurement für die russische Rüstungsindustrie. Das reicht. Man muss keine Gegenblockbildung betreiben. Der Westen muss es aber. Denn, Herr Keim hat es erwähnt, die Art und Weise, wie Politik im Westen funktioniert, über Institutionen, über multilaterale Verhandlungen, über geregelte Prozesse, bedeutet, dass man erst mal alle einkaufen muss. Für die UN. Für die US-ZE weniger wahrscheinlich. Und das ist der Unterschied in der Strategie. Aber das dürften ja ganz schlechte Nachrichten sein für Kiew, oder, Roman Goncharenko, wenn im Prinzip Russland an einem Punkt angekommen ist, wo es eigentlich nur immer wieder weiter Truppen nachschieben muss, weil es so jetzt läuft. Da bin ich mir nicht so sicher. Also ich bin da grundsätzlich optimistischer, auch als der Titel dieser Sendung vermuten lässt. Denn, schauen Sie, zunächst eine kurze Antwort vielleicht auf Wladimir Putin in dem O-Ton, den wir gerade gesehen haben. Er hat da gesagt, das ukrainische Volk sei dem Westen fremd. Und das war so vor der Invasion. Aber das hat sich total gedreht und geändert. Wir haben jetzt eine Hilfe, von der die Ukraine nur träumen konnte. Und diese Hilfe wird nur stärker, breiter und größer. Und dann, es kann natürlich sein, wenn dieser Krieg länger dauert, dass dann eine gewisse Müdigkeit einkehrt. Und alle blicken natürlich auf die Wahlen in den USA Ende 2024. Auch wenn da jetzt ein Republikaner an die Macht kommen sollte, der weniger Waffen liefert oder gar keine Waffen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Denn, man muss sich nur die Frage stellen, welche Welt wäre das, wenn Russland diesen Krieg tatsächlich gewinnen sollte. Und sobald im Westen überall alle das wirklich durchgedacht haben und für sich und ihre Region überlegt haben, was bedeutet das für Europa, was bedeutet das für die NATO, was bedeutet das für die ganze Welt und die Machtverschiebungen in der Welt und andere Länder, was machen die dann in anderen Regionen. Ich glaube, dann wird noch mehr militärische Hilfe in die Ukraine fließen. Und last but not least, ich glaube, was Kiew auch hoffen lässt, ist, sollte die Hilfe aus den USA, die bei weitem mit großem Abstand der größte Waffengeber für die Ukraine sind und das bleiben, es kommt trotzdem sehr viel militärische Hilfe aus, auch aus Osteuropa, aus Mitteleuropa, aus Ländern wie Polen, baltische Staaten, Tschechien, Slowakei. Und diese Länder werden aufrüsten. Das tun sie jetzt schon. Polen kauft massiv militärisches Gerät ein, Panzer in Südkorea, Haubitzen und so weiter, produziert Hubschrauber. Und ich glaube, Polen ist auch bereit, diese Waffen bei Bedarf in die Ukraine zu liefern. Das wird vielleicht nicht ausreichen, um Russland komplett aus dem ukrainischen Gebiet zurückzuschlagen, aber um Russland aufzuhalten, diese geballte Kraft aus Osteuropa, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Machtfaktor für die kommenden Jahre, sollte der Westen insgesamt nicht die Einheit behalten, die wir jetzt sehen. Was ich wiederum nicht glaube. Das, was vielleicht dann eben auch Ukrainer und die polnische Bevölkerung zum Beispiel verbindet, ist eben auch eine Kriegserfahrung, die sehr stark ist, die sehr geprägt hat, die vergangenen Jahrzehnte. Deshalb würde ich jetzt gerne noch mal darauf schauen, was eigentlich jetzt bisher schon die Kosten dieses Krieges sind. Das ist global betrachtet enorm, insbesondere aber natürlich auch für die Ukraine. Und wir haben einige Fakten zusammengestellt, die mit Vorsicht zu genießen sind, die aber doch eine Tendenz aufweisen. Mehr als 135.000 gefallene Russen beziffert Kiew. Die USA gehen sogar von 200.000 aus, sowie 100.000 tote und verletzte ukrainische Soldaten. Dazu die zivilen Opfer. Die Vereinten Nationen sprechen von bisher mehr als 7.000 getöteten Zivilisten, darunter fast 450 Kinder. Mit Beginn der Invasion flohen vor allem Frauen und Kinder ins Ausland. Mittlerweile haben nach UN-Angaben mehr als 8 Mio. Ukrainer das Land verlassen. Viele Städte und Dürfer liegen in Schutt und Asche. Die Zerstörungen und Schäden belaufen sich nach ukrainischen Schätzungen auf rund 138 Mio. Dollar. Auch viele Landstriche unbetretbar. 250.000 Quadratkilometer des Landes sollen Minen verseucht sein. Das entspräche gut zwei Drittel der Fläche Deutschlands. Die Hauptwaffe der Russen aber Artillerie. Nach Schätzungen hatte die Armee vor Kriegsbeginn ca. 17 Mio. Artilleriegranaten. Von denen sollen sie bisher 7 Mio. verbraucht haben. Die russische Armee hat also noch genug Granaten, um diesen Weg weiterzuführen. Wie gravierend sind die Folgen des Krieges für die Ukraine? Wie entscheidend, möchte ich dagegen setzen, ist die Frontlinie Demokratie, Autokratie hier in diesem Krieg? Entscheidend für wen, muss ich zurückfragen. Für die Ukraine zum Beispiel. Für die Ukraine ist es ganz klar, und das haben wir gehört, tatsächlich ist es eine Nationwerdung, der wir zuschauen können. Das ist sehr eindrücklich. Und die definiert sich über die Kriegserfahrung, über die Zugehörigkeit zum Westen, und auch natürlich über diese freiheitliche demokratische Grundverfastheit. Das macht es der Ukraine teilweise, glaube ich, schwieriger zu sehen, wie anders Russland tickt, weil es in den letzten Jahrzehnten eben eine völlig andere Gesellschaft geworden ist. Es gab kein russisches Maidan, und es gibt gute Gründe dafür. Ich denke, dass das auf der russischen Seite eher ein propagandistisches Argument ist. Also de facto ist es natürlich nützlich, zu argumentieren, Demokratie ist etwas Wesensfremdes, und es bringt mit sich ja auch Wertekonflikte, und da kann man unterschiedlich argumentieren, da gibt es unterschiedliche Spielarten. Ich habe ja schon beschrieben, dass man sehr viele unterschiedliche Argumente finden kann. Grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, dass der Abwehrkampf gegen die russische Aggression ein Kampf ist für die Stabilität von Demokratien auf dem Kontinent. Ganz klar. Wenn es möglich sein sollte, das ist diese Vorstellung von der neuen Welt, dass ein revanchistischer, und Revanchismus ist ein Wort, was aus der Mode gekommen ist, aber de facto ist Russland ein revanchistischer Staat, der der Meinung ist, 1991 war ein schlechter Deal, also der Kalte Krieg ist schlecht zu Ende gegangen, es ist Zeit, das neu zu verhandeln. Wenn das möglich ist, das zu machen, dann sieht es schlecht aus für Demokratien. Dann müssen sie sich entweder militarisieren, und anders leben, und sich darauf vorbereiten, immer unter Bedrohung zu sein, oder sie müssen sich mit ihren existenziellen Risiken, vor allem die, entlang der Grenze der russischen Führersion, auseinandersetzen. Daher, ich würde sagen, es geht nicht vordergründig um die Aufladung, um die politische Aufladung der Frage, welches System ist besser, sondern es geht darum, dass die beiden nebeneinander in diesem Kontext eigentlich nicht mehr so koexistieren können. Aber das müssen sie ja. Denn wenn wir jetzt darauf schauen, wie es weitergeht, vielleicht beginnen wir das jetzt mal, dann wird es ja nicht so sein, dass man da einfach so eine Art Pufferzonenland dazwischen machen kann, irgendwann. Also, man muss sich ja schon dem stellen, dass wir es hier jetzt damit zu tun haben, dass maximal destruktiv eine Nachbarschaft angegangen wird. Also eine geteilte, ich glaube, vor allem hier in Deutschland sitzen, kann man sich durchaus vorstellen, dass jahrzehntelang zwei völlig unvereinbare und unterschiedliche Systeme existieren. Sie meinen Bundesrepublik DDR oder Nordkorea, Südkorea? Das ist nichts, was, also harte Grenzen sind unmenschlich, schwierig zu managen, zwischen, explosiv, harte Grenzen zwischen Gesellschaftssystemen. Aber die hat es natürlich gegeben. Das ist jetzt nicht meine erste Vorstellung davon. Was stellen Sie sich vor, wie das weitergeht? Ich denke, dass, also, ich referiere jetzt sozusagen das, was die russische Sicht darauf wahrscheinlich sein könnte. Es wurde im Beitrag erwähnt, militärisch, rüstungspolitisch gesehen, kann sich die russische Föderation diesen Krieg sehr, sehr lange noch leisten. Die Mobilisierung wird immer erst dann hochgefahren und sehr klug gemanagt, damit es nicht zu Unruhen und Protesten kommt. Es gibt sogar Excel-Tabellen in den Stadtverwaltungen, wo eingetragen wird, aus welchem Stadtteil, von welchem Arbeitgeber, wie viele wurden einberufen, damit es ja nicht zu viele sind. Ich gebe dann auch noch ein anderes, ziemlich abscheuliches Beispiel, aber das hat es gegeben. Eine propagandistische Instagramerin hat mal eine Chipspackung genommen, so eine Lace-Chipspackung, und gesagt, hier, ich nehme ein Chip raus, das ist die Mobilisierten. Die allen anderen sind in der Packung drin, in denen passiert nichts. Hören Sie auf, sich aufzuregen. Mit dieser Logik kann Russland das jedes Jahr einfach einmal machen, solange eben nicht jeder zweite, dritte oder vierte in einem bekannten Kreis mobilisiert worden ist. Und das zweite ist, rüstungspolitisch gesehen, Russland muss nur 40, 60, 80 Raketen pro Monat produzieren, das kriegen Sie stand jetzt hin, um eine, zwei tödliche Beschusswellen, wie wir sie gesehen haben in den letzten Monaten, auf die Ukraine auszulösen, auf die zivile Infrastruktur. So wird es immer weitergehen. So wird es immer weitergehen. Markus Keim, was ist Ihre Vorstellung, wie das weitergeht? Auch noch mal in Betracht genommen, dass jetzt Putin und die Duma, das russische Parlament, ja gesagt haben, wir steigen jetzt auch aus dem letzten verbliebenen großen Atomwaffenkontrollvertrag, nämlich dem Newstart mit den USA aus. Also wir setzen uns. Genau, wir suspendieren die Zusammenarbeit. Also ich glaube, das konkrete Handeln und die konkrete Ankündigung, die sollte man nicht zu hoch hängen, weil es ist erstens eine Suspendierung, zweitens betrifft es ein Waffensystem, nämlich Interkontinentalraketen, was für den aktuellen Konflikt keine Bedeutung hat. Aber der Bereich des Symbolischen spielt hier wieder rein. Zu sagen, dem Westen eine der letzten Kooperationsformen oder Kooperationsinstitutionen so vor die Füße zu werfen, das lässt doch etwa an, in die Richtung der Sicherheitsarchitektur Europas entwickeln wird. Und da sehe ich doch eine deutliche Zweiteilung, die kann man bereits erkennen, nämlich die Euro-Atlantische Sicherheitsarchitektur, wie wir sie gemeinsam mit Russland, muss man dann sagen, seit 30 Jahren aufgebaut haben, die gilt nicht mehr. Die gilt noch für Westeuropa, also solche Prinzipien wie freie Bündniswahl, territoriale Integrität, nicht-anwendung militärischer Gewalt, die gilt in Westeuropa gleichermaßen weiter fort. Also ich glaube nicht, dass Polen jetzt befürchten muss, dass Deutschland angreift oder Deutschland Frankreich angreift. Aber im, ich sage jetzt etwas vage, post-sowjetischen Raum gilt diese Ordnung nicht mehr. Und tatsächlich werden wir auf diese unterschiedlichen Ordnungsprinzipien reagieren müssen. Und das findet ja Ausdruck in diesem Paradigmenwechsel, der im Deutschen immer so gemacht wird. Bisher galt, europäische Sicherheit könnte nur gemeinsam mit Russland gedacht und organisiert werden. Und mittlerweile sind wir weit davon entfernt, dass man sagt, europäische Sicherheit müsste gegen oder zumindest ohne Russland organisiert werden. Was es dann militärisch heißt, werden wir sehen, aber die Konturen sind ja schon erkennbar, auch im Rahmen der NATO sind die Pfade eingeschlagen worden, Rückversicherung für die Staaten mit den Osteuropas und Betonung der Abschreckung mit einer nuklearen Komponente, die ihnen zutritt. Und ich meine, wir merken das ja, wann haben wir das letzte Mal ernsthaft über die nukleare Dimension der NATO gesprochen? Das war über Jahre oder Jahrzehnte faktisch nicht notwendig. Und mittlerweile ist das Thema an deutschen Abendbrottischen geworden. Und das illustriert jetzt sozusagen diese Bruchlinie. Und ich glaube, abgekoppelt von dem Ausgang des Krieges wird das eine Perspektive sein, auf die wir uns einrichten müssen. Und da bin ich ganz rein, das ist eine sehr ungemütliche Perspektive. Aber ich sehe im Moment keine Alternative. Kennen wir mal zum Schluss zurück zum ukrainischen Abendbrottisch. Übertragen gesprochen, Roman Goncherenko. Was erwarten Sie? Wird dieser Krieg endlos oder kann das auch ein Jahr der Entscheidung werden? Es wurde angesprochen, eine mögliche Offensive. Vielleicht zielt die dann auch auf die Krim. Was erwarten Sie? Also ich glaube, Russland hat sich auf einen längeren Krieg vorbereitet und macht weiter. Und dieser Krieg wird zwei bis vier Jahre vielleicht weiter dauern, mit kleineren Pausen dazwischen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine sich darauf einlässt, jetzt Gebiete abzutreten. Und es kann nur stabil bleiben, wenn es Waffenstillstand geben sollte, wenn auch der Westen massiv die Ukraine aufrüstet oder es Friedenstruppen gibt, UNO-Truppen. Vielen Dank. Das wäre die einzige Möglichkeit. Ich danke Ihnen allen fürs Kon-Diskutieren, Ihnen fürs Zuschauen. Und wir sehen uns bei uns auf dem Punkt und wir freuen uns auf Ihre Kommentare bei YouTube. Vielen Dank. Ihre Geschichte ist die vieler Ukrainer. Vor dem Angriff Russlands haben Marta und Seri als Freiwillige für den Ernstfall trainiert. Seit Kriegsbeginn sind sie im Kampfeinsatz. Mittlerweile sogar direkt an der Front. Fokus Europa. Jetzt auf DW. Es wird nicht einfach, aber wir wollen es machen. Entscheidungen fürs Leben von Menschen mit Mut und Leidenschaft. Im Moment ist es schwer. Es ist besonders schwer. Das ist meine Bestimmung. Das ist mein Leben. Also schon die Liebe meines Lebens. Geschichten, wo man sagt, Mensch, Leute. In 30 Minuten auf DW. Russlands Krieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Das ist kein Bluff. Rom der Ukraine. Wo liegen die Wurzeln des Konflikts? Wie kam es zur Eskalation? Und wie wird es weitergehen? Thementag Ukraine. Heute ab 8 Uhr UTC auf DW. Ein Krieg, der in Echtzeit in den sozialen Medien ausgetragen wird. Ein sehr effizientes Instrument. Propagandaschlacht um die Ukraine. Russlands Krieg in der Ukraine. Ein Jahr seit der Invasion. Im Februar auf DW. Nico kommt nach Deutschland und lernt Deutsch. Hallo, ich bin Nico. Lerne mit ihm. Online, mobil und kostenlos. Du schaffst das. Der E-Learning-Kurs der DW. Nicos Weg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind bei Fokus Europa. Vor einem Jahr begann der Krieg in der Ukraine. Damals rechneten viele damit, dass Russlands gigantische Armee es leicht haben würde, das Land zu überrollen. Auch Russland selbst. Doch der Vormarsch kam schnell zum Erliegen. Weil die Ukraine erbitterten Widerstand leistet. Die Zerstörung im Land ist groß. Die russische Armee nimmt auch die Energieversorgung in der Ukraine ins Visier. Das trifft vor allem die Zivilbevölkerung. Die Menschen leiden sehr unter dem Krieg. Kurz vor Kriegsbeginn hatten wir in der Hauptstadt Kiew die Ärztin Marta getroffen. Sie und ihr Mann Sergiy wollten etwas gegen die Bedrohung durch Russland tun und meldeten sich zur Unterstützung der Armee. Ohne jegliche Kampferfahrung. Nach einem Jahr an der Front hat der Krieg sie verändert, so wie das ganze Land. Fronturlaub. Zum ersten Mal seit Monaten haben Marta und Sergi Zeit, gemeinsam durch Kiew zu schlendern. Seit Tag 1 des Kriegs waren sie im Kampfeinsatz. Diesmal ist es, als ob wir in die Zeit vor dem Krieg zurückgekehrt seien. Ich habe mitbekommen, wie sich die Stadt verändert hat. Aber jetzt ist Kiew wie erneuert nach den ersten Monaten des Kriegs. Jetzt ist es sehr friedlich und das ist gut. Es ist gut, einen Ort zu haben, wohin man zurückkehren kann von der Front und der friedlich ist. Wenige Wochen vor Kriegsbeginn treffen wir die beiden das erste Mal. Marta und Sergi haben sich damals zu den Territorialverteidigungskräften gemeldet, eine freiwilligen Truppe des ukrainischen Militärs. Kaum einer hier hat militärische Vorerfahrung, auch Marta und Sergi nicht. Trainiert wird einmal die Woche, militärische Grundlagen auf Anfängerniveau. Im Film sieht das alles immer ganz einfach aus, aber wenn man es selbst machen muss, dann ist es ganz schön schwierig. Du musst das alles ja richtig machen, um dich und deine Kollegen nicht zu gefährden. Das sind nur Grundkenntnisse, aber eben wichtige Grundkenntnisse. Im Fall eines Kriegs hieß es damals, sollen die Territorialverteidigungskräfte die Armee vor allem hinter der Front unterstützen. An Checkpoints zum Beispiel. Vor einem Jahr weiß noch niemand, ob Russland wirklich einmarschiert. Doch Marta ist damals klar. Sollte es soweit kommen, will sie vorbereitet sein. Es ist schwierig, Ausländern zu erklären, warum wir genau wissen, was wir von Russland zu erwarten haben. Aber in unserer Geschichte ist es oft genug passiert, dass sie versucht haben, die Wurzeln der Ukrainer physisch zu zerstören. Eine Abenteurerin ist Marta nicht. Vor dem Krieg führt sie ein bürgerliches Leben, ein Haus vor den Toren von Kiew, ein Garten und Haustiere. Marta hat Medizin studiert und betreut von zu Hause aus Studien für internationale Pharmakonzerne. Doch sie spürt, dass ihr Idyll bedroht ist. Es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, wie es wäre, das alles aufzugeben und kämpfen zu gehen. Aber es könnte passieren. Ich versuche bereit zu sein. Denn ich will es sicher nicht bewahren, wenn der Preis dafür eine russische Besatzung wäre. Der Krieg kommt schneller als erwartet. Beide rücken sofort bei Kriegsbeginn ein. Als die russischen Truppen vor Kiew stehen, wird ihre Heimatstadt zum Kriegsgebiet. Serhi kämpft im Schützengraben. Die Medizinerin Marta ist im Einsatz auf der Rettungsstation. Inzwischen unterstützen die Territorialverteidigungstruppen die Armee längst nicht mehr nur im Hinterland. Sie sind zu regulären Kampfeinheiten geworden und werden auch an den schwierigsten Frontabschnitten eingesetzt. Marta und Serhi waren zuletzt beide an der hart umkämpften Donbass-Front. Ich habe immer noch viel Angst. Serhi ist da ein bisschen, nein, viel weiter. Aber ich habe immer noch Angst. Immerhin bin ich so weit, dass ich an gefährliche Orte gehen kann, wenn ich muss. Aber ich würde dort niemals von selbst hingehen. Es ist das erste Mal, dass beide eine längere Zeit frei haben. Ehrlich gesagt war ich am Anfang überhaupt nicht optimistisch. Ich hatte das Gefühl, dass wir verlieren, jeden Tag. Angesichts der Nachrichten war es schwierig, etwas anderes zu sehen. Aber dann habe ich miterlebt, wie die Armee stärker geworden ist. Und ich bin wirklich stolz darauf. Dann stoßen beide doch noch auf Spuren des Kriegs in ihrer mehr oder weniger friedlichen Heimatstadt. Mitten im Zentrum von Kiew haben die Behörden zerstörte russische Panzer aufgestellt. Aber davon haben sie nun wirklich genug gesehen. Aus den Geländespielen am Wochenende ist längst ein bitterer, tödlicher Ernst geworden. Die Gefahr eines russischen Angriffs nehmen auch viele Bewohner Estlands ernst. Die Baltenrepublik steht als Mitglied der EU und NATO hinter dem westlichen Kurs gegen Putin. Auf der Luftwaffenbasis Emari hilft das westliche Militärbündnis, den Esten ein wenig die Angst vor dem großen Nachbarn zu nehmen. Seit 2014 steigen von hier aus NATO-Kampfjets auf, um den Luftraum über dem Baltikum zu sichern. Der deutsche Pilot Christoph Hachmeister weiß, dass es im Ernstfall auf jede Minute ankommt. Thermounterwäsche, zwei Anzüge, eine Schwimmweste und ein Helm. Um all das anzuziehen, benötigt Christoph Hachmeister weniger als zwei Minuten. Direkt nebenan steht sein Eurofighter, vollgetankt und bewaffnet. Wenn ein Alarm kommt, muss der Soldat in unter 15 Minuten in der Luft sein. Das ist sehr kurz, wenn man so ein hochkomplexes System auch betreibt. Das ist auch kein Geheimnis für alle Piloten, wenn man wirklich nachts schläft und die Glocke geht, dass der Puls dann einfach auch ein bisschen steigt. Ein bisschen Adrenalin ist zusätzlich noch dabei, weil man natürlich jetzt auch versucht, bereit zu sein, voll wach zu sein. Und dann auch hier nachts, tags, wann immer es notwendig ist, entsprechend unsere Aufträge wahrzunehmen. Hachmeister ist der deutsche Kontingentführer der NATO-Mission Verstärkung Air Policing Baltikum in Estland. Unter seinem Kommando stehen vier Eurofighter, deren Piloten plus Bodenbesatzung und Unterstützungspersonal. Insgesamt um die 150 Soldaten. Ihre Mission, den Luftraum über dem Baltikum zu sichern, feindlich gesinnte Flugzeuge zu identifizieren und vom NATO-Luftraum fernzuhalten. Im benachbarten Keiler, etwas über 10 Kilometer von dem Flughafen entfernt, kreischen die Kampfjets regelmäßig über die Köpfe der Leute hinweg. Nicht alle sind von der NATO-Präsenz überzeugt. Faschisten sind Faschisten. Sie sind überall. Und wer sind die Faschisten? Die NATO. Die Leute sagen, die Russen seien Besatzer, aber wenn die deutschen Flugzeuge herkommen, ist das okay. Natürlich gefällt mir das, weil ich den Grund kenne, warum sie hier fliegen. Das beruhigt mich. Sie sind hier, um uns zu verteidigen. Meiner Meinung nach ist das alles Quatsch. Niemand weiß, was Russland als nächstes macht. Damit die Flugzeuge jederzeit einsatzfähig sind, arbeiten die Mechaniker rund um die Uhr. Tausende Teile und über 40 verschiedene Computer müssen überprüft und gewartet werden. Mehrere Stunden Arbeit am Boden, für jede Stunde in der Luft. 74.000 Euro kostet eine Flugstunde. Und auch die Bewaffnung ist extrem teuer. Also hier, die Iris T-Infrarot-Rakete. Man sieht auch an der Markierung, dass es sich hierbei um eine scharfe Rakete handelt. Bei Besonderheit hier ist halt auch der Raketenmotor drin, der zünden würde, sodass die Rakete hier von dieser Führungsschiene runter geht und dann Richtung Ziel fliegt. Ostland, Lettland, Litauen. Keiner der drei baltischen Staaten hat Kampfflugzeuge. Seit ihrem Eintritt in die NATO im Jahr 2004 übernehmen Bündnispartner diese Aufgabe. Und seit Russland im Jahr 2014 die Krim annektierte, fliegt die NATO auch von einem zweiten Standort in Emari. Man sieht, die NATO-Staaten sind präsent. Sie sind nicht nur im baltischen Raum präsent, sie sind in Polen präsent, sie sind runter auch in Rumänien bis zum Schwarzen Meer präsent. Die NATO-Präsenz ist auch sichtbarer geworden, glaube ich, für die russischsten Streitkräfte. Einfach zu zeigen, hier sind rote Linien und wir sind bereit, wir sind da. Die russischen Flugzeuge sind nicht weit weg. Nördlich der estnischen Küste befindet sich eine ihrer Hauptverkehrsrouten. Russische Militärmaschinen fliegen meist ohne Transponder, ein Gerät, das Informationen und Flugdaten überträgt. Und sie sprechen nicht mit den Fluglotsen am Boden. Eine potenzielle Gefahr für den zivilen Luftfahrtverkehr. In diesem Fall haben die Luftwaffe-Piloten den Auftrag, die Maschinen abzufangen und zu identifizieren. Normal ist es schon mal nicht, wenn zwei Kampfflugzeuge, die es vorher nicht koordiniert haben, sich im internationalen Luftraum treffen. Wenn man jetzt an ein Luftfahrzeug ranfliegt, mit dem man nicht in Kontakt steht, nicht weiß, was der genau macht, was seine Absichten sind, der jede Zeit abdrehen könnte, man seinen Flugweg nicht kennt, ist man natürlich ein bisschen angespannter. Hachmeister sagt, er und seine Soldaten hätten lange für diesen Einsatz trainiert und seien auf alle denkbaren Situationen vorbereitet. Für die Deutschen geht der Einsatz im April erst einmal zu Ende. Dann werden sie von der britischen Royal Air Force abgelöst. Wieder haben Erdbeben die Türkei und Syrien erschüttert. Wieder gab es Tote und Verletzte. Mehr als 6000 Nachbeben haben türkische Behörden nach der großen Katastrophe vor zwei Wochen bereits registriert. Vor allem in dicht bebauten Gebieten sind die Gefahren groß. Experten warnen gerade in Metropolen wie Istanbul vor hohen Opferzahlen, weil dort Baustandards oft nicht beachtet werden. In der Stadt Düstje haben einige ehemalige Erdbebenopfer aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Sie haben ihre neuen Häuser erdbebensicher gebaut, gegen viele Widerstände. Dieses Neubaugebiet sollte es hier eigentlich besser nicht geben. Denn es liegt in der westtürkischen Stadt Düstje, eine der erdbebengefährdetsten Regionen der Türkei. Für Erbay Yücak ist das kein Problem. Gemeinsam mit dem verantwortlichen Bauingenieur bespricht Yücak letzte Details der Bauarbeiten. Jeden Schritt der Bauausführungen haben sie überwacht. Manche Baufirmen fügen dem Beton zum Beispiel Chemikalien bei, damit der besser fließt. Wenn sie das nicht selber auf der Baustelle überwachen, dann kann das schnell so enden wie bei dem Erdbeben im Osten. Je mehr sie kontrollieren, desto sicherer. Vor über 20 Jahren gründete der Jurist Yücak mit Gleichgesinnten die Baugemeinschaft Häuser der Hoffnung. Eine Gemeinschaft für bezahlbaren und erdbebensicheren Wohnraum. Damals erlebte ihre Heimatstadt Düstje eines der schwersten Erdbeben ihrer Geschichte. 7,2 auf der Richterskala, über 800 Menschen starben. Nagehan Palak hat überlebt, aber als Mieterin stand sie damals auf der Straße. Dann schloss sie sich den Häusern der Hoffnung an. Heute, fast 24 Jahre später, zeigt sie Erbay Yücak ihre frisch bezogene Wohnung. Eine von 237. Hier ist unsere Küche. Wow, ihr habt ja einen Wintergarten, den schaue ich mir gleich mal an. Klar, die Angst vor Erdbeben bleibt. Aber wir wissen auch, unsere Häuser werden nicht wie dort im Osten zu Staub zerfallen. Wir alle waren oft auf der Baustelle und haben uns über jeden Fortschritt gefreut, ob es die Fenster waren oder der Gasanschluss. Für mich ist das hier wie eine große Wohngemeinschaft. Sie haben all die Jahre durchgehalten und unseren Vorhersagen vertraut. Ohne das Vertrauen der zukünftigen Bewohner wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen. Ihr Erfolg setzt ein Zeichen für die ganze Türkei. Die Baugemeinschaft musste den Staat damals verklagen, damit der ihnen, den Erdbebenopfern, ein Grundstück zur Verfügung stellt. Am Ende bekamen sie vor Gericht recht. Dem Gesetz nach hatten wir auch Anrecht auf einen günstigen staatlichen Baukredit. Den haben sie uns aber erst auch nicht geben wollen. Dagegen haben wir geklagt und auch diesen Prozess gewonnen. Ein paar Kilometer weiter kontrolliert der Bürgermeister von Düzce Hilfslieferungen für die Erdbebenregion im Osten. Seine Stadt will mobile Toiletten und Duschen dorthin schicken. Seine eigene Stadt sieht Faruk Özlü für das nächste große Beben gut gerüstet. In Düzce darf, ungewöhnlich für die Türkei, nur bis höchstens vier Stockwerke hochgebaut werden. Wir sind dabei, eine städtebauliche Erneuerung abzuschließen. Etwa 25 Prozent des alten, unsicheren Häuserbestandes sind noch geblieben. Den wollen wir in nächster Zeit erneuern. Faruk Özlü gehört zur Regierungspartei AKP. Für die widerspenstige Baugemeinschaft in seiner Stadt ist er aber voll des Lobes. Die haben mit ihren eigenen Kräften diese Wohnsiedlung bis zur Fertigstellung durchgesetzt. Das ist ein Erfolg, finde ich. Zuletzt im November vergangenen Jahres schwankte die Erde in Düzce. 5,9 wurde gemessen, aber alles verlief weitgehend glimpflich. Es gab nur Leichtverletzte und etliche Gebäudeschäden. Die Häuser der Hoffnung aber bestanden die harte Probe in Sachen Erdbebensicherheit völlig unbeschadet. Um die Gebäude hatte ich mir nicht so viel Sorgen gemacht. Wir sind trotzdem zur Baustelle geeilt, um nachzusehen. Ich hatte ja schon ein paar Möbel in die Wohnung gestellt, aber es war überhaupt nichts umgefallen. Für Yujak, Palak und die anderen der Baugemeinschaft geht ein jahrzehntelanger Kampf zu Ende. Ein Kampf um Erdbebensicheren und bezahlbaren Wohnraum. Ein ermutigendes Beispiel, so hoffen sie, gerade in diesen Wochen. Sie leben im Müll und arbeiten für einen Hungerlohn. In solchen Unterkünften ohne Heizung und sanitären Anlagen hausen tausende afrikanische Erntehelfer im Süden Italiens. Und schuften zu miserablen Konditionen. Ein Hilfsprojekt in San Ferdinando will diesen Menschen etwas von ihrer Würde zurückgeben und hat ein besonderes Wohnheim errichtet. Für die afrikanischen Wanderarbeiter ein wichtiger Schritt aus dem Elend. Sano auf dem Weg zur Arbeit. Der junge Mann möchte unerkannt bleiben, zum Schutz seiner Familie, sagt er. Sano lebt in Rosano, einem kleinen Ort in Kalabrien. Ursprünglich stammt er aus Guinea. Seit acht Jahren ist er schon in Italien und derzeit hilft er bei der Orangenernte. Wir begleiten Sano zur Plantage in der Ebene von Gioia Tauro. Hier arbeiten viele Saisonarbeiter, die wie Sano als Migranten aus Afrika gekommen sind. Wir arbeiten sieben Stunden und fangen um sieben Uhr dreißig morgens hier auf dem Feld an. Sein Lohn liege zwischen 50 und 60 Euro am Tag. Es sei gute Arbeit für guten Lohn. Aber auch das werde bald wieder vorbei sein. Wenn der Chef sagt, dass die Ernte vorbei ist, müssen wir uns einen anderen Chef suchen. Wir gehen immer dorthin, wo es Arbeit gibt. Sano zeigt uns, wo er noch bis vor kurzem gelebt hat. Ein Camp für Wanderarbeiter, nahe der Stadt Gioia Tauro. An die 500 Menschen leben hier in prekären Verhältnissen. Ein Mann rät uns, draußen zu bleiben. Das Camp stehe teilweise unter Wasser. Die Situation ist schwierig. Jetzt gibt es auch keinen Platz mehr zum Schlafen. Sie sagen, dass es bald ein neues Gebäude mit mehr Platz geben wird. Hier essen, kochen, das ist schwierig. Ich kann kochen, aber das Wasser aus dem Brunnen ist nicht trinkbar. Es ist nicht gut. Und wenn man es trinkt, wird man krank. Der Abfall zieht Ratten und wilde Hunde an. Zwischen den Zelten staut sich das Wasser der nächtlichen Regenfälle. Wir fahren zum Haus der Würde. Hier haben bis zu 20 Migranten ein sicheres Zuhause gefunden. Es heißt Haus der Würde, weil es für uns sehr wichtig ist, dass es keine passive Unterstützung ist, sondern der Arbeitnehmer beteiligt sich an den Kosten. Jeder entsprechend seinen Einkünften maximal 90 Euro. Die Unterbringung ist also nicht kostenlos. Und das ist wichtig, denn so können sie lernen, sich selbst zu organisieren. Sano teilt sich eine Wohnung mit vier anderen Männern. Es gibt ein Bad und zwei Schlafzimmer. Das ist mein Zimmer und das ist mein Bett. Mit meiner warmen Decke, sonst friere ich. Die habe ich mir für 40 Euro im Ort gekauft. Francesco hat Sano geholfen, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Ohne sie sind Migranten völlig rechtlos. Wir sind für die Menschen so eine Art Boot an Land. Diese Herberge ist ein Beispiel dafür. Mediterranean Hope setzt sich dafür ein, dass humanitäre Zugangswege gewährleistet werden. Und dann kümmern wir uns um den Schutz der Menschen, wenn sie hier sind. Hilfe bekommt Francesco auch von lokalen Erzeugern. Die Genossenschaft Mani y Terra kauft Orangen zu fair ausgehandelten Preisen und Bedingungen. Die Früchte gehen unter anderem nach Deutschland, an Kirchengemeinden und Privatpersonen. Mit dem Erlös werden die Migrationsprojekte in Kalabrien unterstützt. Was die herkömmlichen Lieferketten in unserer Landwirtschaft kennzeichnet, ist die grausame Ausbeutung von Menschen durch Menschen. In diesem Fall ist das schwächste Glied in der Kette der Nicht-EU-Arbeiter, also der Afrikaner mit Schwierigkeiten und Lebensbedingungen, die wir uns nicht einmal im Entferntesten vorstellen können. Was Hilfsorganisationen und Orangenbauern gemeinsam geschafft haben, ist ein Hoffnungsschimmer für rechtlose Saisonarbeiter. Wenn Sano abends nach Hause kommt, hat er ein festes Dach über dem Kopf und er darf zuversichtlicher als viele andere Erntearbeiter dem neuen Tag entgegensehen. Ein Toaster gehört wohl in jeden britischen Haushalt. Zum traditionellen Frühstück dürfen geröstetes Weißbrot mit Butter und Marmelade einfach nicht fehlen. Doch was tun, wenn der Toaster seinen Geist aufgibt? Viele Briten werfen das Gerät einfach weg. Das muss aber nicht sein. In einer Londoner Reparaturwerkstatt weiß man, dass es eben auch anders geht. Und dann ist das Wasser da rausgelaufen. Ja, und da kam was Schwarzes raus und es hat so komische Geräusche gemacht. Nach fünf Jahren funktioniert der Mixer von Rashid & Cartoon nicht mehr so, wie er soll. Statt das Gerät wegzuwerfen, setzt sie auf die Hilfe der Experten der Fixing Factory, einer Reparaturwerkstatt im Londoner Stadtteil Kempten. Reparieren statt Mülltonne und das Ganze kostenlos. Chef Dermot Jones und seine Ehrenamtler haben dem klimaschädlichen Elektroschott den Kampf angesagt. Großbritannien belegt weltweit Platz zwei der größten Elektromüllverursacher mit 55 Kilo pro Haushalt jährlich. Das muss sich ändern. Es ist einfach nicht nachhaltig. Es zerstört unseren Planeten. Dabei wäre es so einfach, Sachen so zu bauen, dass sie reparierbar sind oder dass es mehr Unterstützung der Hersteller gibt. Die Reparaturwerkstatt finanziert sich aus Spenden, wird zudem vom Nationalen Klimafonds unterstützt und lebt von dem Enthusiasmus seiner freiwilligen Mitarbeiter. Jamie Jones wurde durch seine Tochter inspiriert. Ja, ich denke, unsere Kinder gehen viel bewusster damit um als wir, als meine Generation. Sie machen viel mehr für die Umwelt und die Nachhaltigkeit. Außerdem schont Reparieren den Geldbeutel. Der Mixer von Rashid & Cartoon hat damals 100 Pfund gekostet. Das Ersatzteil aus dem Internet gibt es für rund vier Pfund. Jetzt stehen wir vor einer Krise. Es ist sehr hart für jeden. Inflation und Klimakrise, Reparaturwerkstätten boomen in Großbritannien. Die Erfolgsquote der Fixing Factory liegt laut Chef Dermit Jones übrigens bei 90 Prozent. Thank you very much. I'm delighted. Auch dem Mixer von Rashid & Cartoon steht einem zweiten Leben als elektronisches Haushaltsgerät nichts mehr im Weg, dank der Fixing Factory in London. Wir ziehen jetzt bei Fokus Europa den Stecker, aber nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Auweia! Gut, dass der erfahrene Jens beruhigend eingreifen kann. Da ist wichtig, Ruhe, aber auch bei Herzen da dran gehen. Nur mit Vorsicht, glaube ich. Dann kriegen die teilweise auch Oberwasser. Wenn man die zu vorsichtig anfasst. Ich habe keinen besseren Ausdruck dafür. Ich finde, die müssen griffig sein, dass die sich anfassen lassen. Das sieht man jetzt. Ich habe die Hand hier ein bisschen am Ohr. Ich massiere den da so ein bisschen. Mich hat das von Anfang an fasziniert. Es war aber schon so ein bisschen als Junge reiten gehen. Es hatte auch nicht so viele Jungs. Aber ich wollte nicht was anderes. Also meine Eltern wurden mit Pferden nicht so gut. Bevor er hier ankam, hatte er den großen Hof der Familie im Schwarzwald geführt. 30 Jahre lang. Kein unbekannter Ort, der Mönchhof. Das hier muss erst noch was werden. Da will ich jetzt so ein Fachwerk drauf setzen. Und dann verklinke ich zwischendrin. Dann sieht das original aus wie der Stall drüber. Das ist so eifrontisch hier rum. Die Kürze ist so und die Kürze ist so. Und dann hat die Kürze eine große Küche soll das werden. Noch ist nicht alles fertig. Super, ja? Ja, dann können wir. Zwei Monate sitzen wir hier drin. Machen wir Party, genau. Also macht es gut, gell? Fahrt gut, bis dann. Tschüss, tschüss. Schön, gut. Der Schmied geht's, die Kundschaft kommt. Alles gut? Ich will uns ankommen, war viel Verkehr. Hallo, alles gut. Pferde sind tippitoppi? Habe ich sie genommen. War wunderbar. Und damit verdient er sein Geld. Er bildet Pferde für ihre Besitzer aus, trainiert sie, ist der Bereiter. Na, guck mal, das habe ich aufgeregt. So, gucken wir jetzt mal um. Aus Amor soll er ein Turnierpferd machen. Oh, das sieht aber gut aus. Also erst mal ist im Sommer geplant, bis zur Deutschen Meisterschaft, dass er hier bleibt. Und dann, wenn es geht, Deutsche Meisterschaft reiten. Wenn das mit der Qualifikation in allem passt. Warte mal, der zappt ein bisschen. Oh, 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 oh. Hey. Ein echter Wilder, dazu noch voller Angst. Da braucht es Zeit, dass Vertrauen aufgebaut ist. Es war erst mal nur ein Versuch. Ich habe gesagt, ja gut, bring ihn mal. Ich gucke mir das mal an. Und so nach zwei Wochen habe ich dann wirklich so gedacht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das braucht viel Zeit. Und, naja, wir haben natürlich auch viele Besitzer, die uns in der Zeit auch einschränken. Die sagen, ja, mach mal in vier Wochen oder mach in zwei Wochen oder so. Wobei ich selber ungern solche Schnellschüsse mache und eigentlich heute gar nicht mehr. Sondern entweder wird es ein längerfristiges, nachhaltiges Projekt oder nicht. Ausprobieren, mal schauen. So einer wie Amor ist viel Geld wert. 35.000 Euro und mehr. Auch die Besitzerin möchte Amor auf dem Treppchen sehen. Ich freue mich ja dann, wenn ich ihn auf dem Turnier sehe, wenn er gut läuft. Wenn er ganz vorne mitläuft, freue ich mich natürlich noch mehr. Klappt nicht immer, aber doch sehr, sehr oft. Und das ist ja schon eine tolle Ausgangsbasis. Und wir haben Ziele mit ihm und es wäre natürlich schön, wenn man diesen Zielen näherkommt. Das ist aber gut beieinander so. Wenn ich ihn so laufen sehe, freue ich mich eigentlich drauf, den zu reiten. Weil der bewegt sich wirklich gut. Amor hat Talent, glaubt Jens. Das Problem, seine Nerven. Der Hengst ist super nervös, lässt sich leicht ablenken. Jens muss sehr konsequent sein. Er ist der Chef und hat die Zügel in der Hand. Ob das gelingt? Dann holt Jens noch sein Rennbaby aus dem Stall. Mit der dunkelbraunen Stute Runa war er schon international erfolgreich. Ein Islandpferd hat schließlich nicht nur drei Gänge, sondern gleich fünf. Der Isländer hat noch Tölt und Rennpass. Das ist auch das Suchtziel vom Islampferd, ein fünfgängiges Pferd. Und Tölt, haben wir ja schon was gesehen, werden wir auch noch ein bisschen sehen. Und Pass zeige ich euch jetzt nachher mal, dass ihr mal seht, was das so ist. Heute steht der erste Geschwindigkeits-Check nach der Winterpause an. Nein, 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 geht nicht. Den Rennpass reiten gar nicht so leicht. Oh, das ist ein Mistvieh. Wenn ich das jetzt mehr mache, dann merkt man schon, da ist noch nicht genügend Kraft und Kondition drin. Die muss schon noch mal mehr Kraft kriegen. Doch dann gibt Runa Gas. Und wie? Mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 50. Hat geklappt. Wie fliegen. Einfach wie fliegen. So in etwa muss man sich einen richtig guten Rennpass vorstellen. Das ist so ein Gefühl, das will man schon immer wieder haben. Und sie macht halt riesengroße Tritte. Und das macht schon richtig Spaß. Also so, die läuft ja, wir haben es ja schon so gemessen, so 50 Stundenkilometer geht die schon. Runa gehört zu den wenigen Pferden, die Jens vom elterlichen Hof mitnahm. Von seinem Alten in sein neues Leben. Jetzt soll das Pferd mit ihm durchstarten. Und als du Temporwechsel da geriet, dann ist der eine Übergang, der war wirklich gut. Und dann kommt noch ein ganz anderes Projekt auf Jens und Isabel zu. Das Kind. Das Schlimmste für meine Frau ist, dass sie nicht genau planen kann, wann es denn dann kommt. Weil sie ist so strukturiert, dass eigentlich Datum und Uhrzeit feststehen. Ja, die Meisterprüfung ist drumherum gelegt. Da bin ich gelassener und ich lasse es mir auf uns zukommen. Und es ist vielleicht auch so, sie hat immer mehr einen Plan und es muss alles durchgetaktet sein. Und ich bin so ein bisschen lockerer und ich glaube, das ergänzt sich gut. Und so sind wir jetzt auch ganz schön weit gekommen. Ah, du musst mich halten, Schatzi. Du musst dich auch noch halten. Ich muss, halt mich fest, bevor ich da, ja, bevor ich da hinfalle. Das sieht aus, als wäre ich so behalten. Ja, dann halte ich mich halt anders, wenn sie mich ja auch anders halten. Aber dass ich halt nicht hinfalle. Ich würde jetzt ein heißes Bad nehmen, weil meine Füße ganz kalt sind mit diesem Umstich. Es ist Frühling auf dem Pferdehof von Jens und die Familie ist nun zu dritt. Die ersten magischen Wochen nach der Geburt von Söhnchen Lenny. Als er dann plupp auf meinen Bauch geklatscht ist, das war so der Moment, ich glaube, das war der schönste Moment in meinem ganzen Leben. Ich habe nur geweint und habe gesagt, mein Baby, mein Baby. Und Jens hat geweint und was ich so schön fand. Und ich dachte ja, dass wenn das Baby da ist, dass es dann Baby, Baby, Baby heißt. Aber er war so, er hat mich dann auch, er hat dann mich angeguckt und gesagt, ich liebe dich. Und das war so als Einheit Baby und Mama und Papa und nicht so, jetzt ist nur das Baby da, sondern das war irgendwie so wir drei. Die Hebamme ist total zufrieden. Die meint, das ist ein Vorzeigemodell, ein Einsteigermodell, hat sie gesagt. Aber ist top. Aber ist halt immer mit dabei, weil muss ja. Und ich glaube, wir finden es auch gut. Isabel noch ganz beim Schwärmen, Jens dagegen schon beim Trainieren. Hallo Schatzi, du, ich wärme jetzt auf. Kommst du nachher hoch und filmst mich auf der Ovalbahn noch? Amor macht Fortschritte. Dennoch, Jens, der seit 40 Jahren im Sattel sitzt, geht lieber auf Nummer sicher. Turniere stehen an. Oh, hi. Guckt der Lenni zu? Hallo. Hallo. Oh je. Immer diese Pferde, ja? Auch Isabel ist eine erfahrene Reiterin. Heute mit Rollentausch. Sie wirft einen kritischen Blick auf ihren ehemaligen Trainer. Ich glaube, probiere mal Schrittgalopp. Ich fand nämlich, als ich dich letztes Mal geguckt habe, war nach Schrittgalopp der Galopp ein bisschen geschlossener. Hengst Amor ist langsam fit für die Turnierbahn. Der Reiter auch? Das ist ja auch in vielen Sportarten so, wann hörst du auf? Ich weiß nicht, wann ich aufhöre. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, glaube ich. Also nicht mehr, wenn ich nicht gewinne, aber wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Wenn ich merke, das würde mich anstrengen. Aber das ist Sascha in anderen Sportarten auch. Bei anderen Sportlern, wo man dann sagt, naja, hätte er mal früher aufgehört. Also dieses letzte Jahr, wo man dann sagt, naja, da hat er endlich mal aufgehört. Das möchte ich gerne vermeiden. Aber da habe ich ja meine Frau, die ist mein großer Kritiker. Die würde immer darauf aufpassen. Und würde dann sagen, jetzt bist du peinlich, hör auf. Und ich sage immer, sie sollten mir das bitte sagen, bevor ich peinlich werde. Der Hof ist längst noch nicht fertig. Zurück in die Reiterküche. Die Stube braucht einen neuen Schrank. Schatz, wie kommst du denn klar? Das passiert. Das ist noch nicht viel. Nein, guck mal, 98 steht doch hier. Und das ist auch 98. Das hier ist das Brett. Das wird nicht nix. Das sagt der, der hier Kars veranstaltet hat. Ich habe nur alles reingetragen und erst mal ausgepackt. Das geht nicht. Da ist ja der Nippel. Schatzi, ich muss doch mal gucken. Du kannst schon sagen, das funktioniert. Das ist das Brett und das ist das Brett. Hier ist eine Service-Hotline. Schatzi, hast du diese da reingemacht? Und die gehören da rein? Ich gehe davon aus, dass die da rein gehören. Okay, alles klar. Ich muss jetzt erst mal hier überlegen. Hier ist eine Service-Hotline. Da kann man anrufen. Dann soll die das aufbauen. Ich hasse Schränke aufbauen. Ich mache das jetzt hier. Jens kann viel, aber Schränke bauen? Das kann er nicht. Das werden seine Leute für ihn erlebigen müssen. Er packt lieber das Auto und kümmert sich um Söhnchen Lenny. Es geht zu Lennys Großeltern. Jens fährt mit seiner kleinen Familie nach längerer Zeit zurück in das alte Leben. Auf seinen elterlichen Hof im Schwarzwald. Den er vor einigen Jahren verlassen hat, um sich selbstständig zu machen. Ich habe da verschiedenste Erinnerungen. Natürlich auch Erinnerungen, dass es alles mit viel Arbeit verbunden war. Also es ist gute wie nicht so gute Erinnerungen. Hallo. Hallo. Hi, warte, ich komme so. Oh. Oh, was bringst du da tolles mehr? Hallo, grüß dich. Ja, mach ich viel damit verbraten. Willst du mal nehmen? Ich? Was mache ich da was falsch? Dann liebe die Oma. Du magst halt nicht kaputt. Also die nicht kaputt machen und die Oma gerne, ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen so grob, motorisch. Nein. Oh, 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 halt, 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 mach langsam. Oh, ich verliere dich. Er hält die Haare fest. Er hält die Haare fest. Oh Gott. Was mache ich jetzt? Einfach nicht fallen lassen, wäre gut. Nein, nicht fallen lassen, aber ich glaube, es gefällt ihm nicht so ganz arg. Warum verlässt jemand ein scheinbar gemachtes Nest nach 30 Jahren? In der alten Gaststube kommen die Erinnerungen hoch. Der Mönchhof im Schwarzwald ist riesig. Familie Füchtenschnieder baute ihn zusammen auf. Hier feierte Jens große Erfolge. Und dann klopfte auch noch das Fernsehen an die Türe. Acht Jahre lang drehte der SWR hier die Serie fest im Sattel. Berühmtheiten wie Dietmar Schönherr und Hans Klarin gingen am Mönchhof ein und aus. Doch die Hauptdarsteller, das waren für Jens immer die Pferde. Deshalb auch sein Neustart mit 50. Andere Schwerpunkte setzen. Ob ein Pferd von damals noch lebt? Ein paar Pferde natürlich so, ja, muss man schon sagen, Herzenspferde von mir, die damals mitgespielt haben. Die sind leider jetzt natürlich verstorben. Aber da gab es eine Fohlengeburt. Der Trittil, der lebt heute noch. Ich habe ihn gefunden. Ganz weiß ist er. Der hatte früher nur eine Blässe. Jetzt ist er ganz weiß, ist ein alter Herr. Und der ist 33 Jahre alt. Eins ist immer ganz klar, das, was man wissen muss, wenn man so ein Pferd hat, das beginnt zusammen und irgendwann endet es auch zusammen. Und dann hat man die und dann muss man sich vernünftig kümmern. Und ja, dann werden die alt. Und irgendwann gibt es ihn vielleicht nicht mehr, aber jetzt ist er noch da und er freut sich allerbester Gesundheit. Das waren rund 160 Hektar Grünland. Die vielen Pferde, der Ferienbetrieb, Reitschule. Ja, das war ein Riesenrad, was man da bewegt hat. Und am Ende war eigentlich so der Gedanke, dass so das, was ich eigentlich immer machen wollte, Pferde trainieren, dass das immer mehr so in den Hintergrund trat. Man hat nur noch dieses Business betrieben. Und das wollte er nicht mehr. Er wollte reiten, seinen eigenen Betrieb. Der ist viel kleiner, aber überschaubarer. Darauf hat er lange gewartet. In die Situation kommt, glaube ich, jeder mal, dass man so denkt, ja, es geht nicht weiter. Je älter ich werde, desto weniger Angst habe ich davor. Die Erfahrungen, die man gemacht hat, die machen einen ruhiger. Die machen einen schon ein bisschen stärker. Zukunftsangst habe ich heute weniger wie früher. Weil man auch, ja, man hat einfach schon mehr erlebt. Und es gibt wie in jedem Beruf und wie in jedem Alltag, den es gibt, auch Tage, wo es einem nicht gut geht. Aber solange die Tage überwiegen, wo es einem gut geht und man das macht, was einem gefällt, ist doch alles gut. Es ist Sommer geworden. Die Turniersaison beginnt. Die für Isländer typische schnelle Gangart, der sogenannte Rennpass, wird trainiert. Vor allem der Beginn. Die Pferde müssen in vollem Galopp aus einer Startmaschine herausschießen. Wer glaubt nur, Jens Füchtenschnieder übt und seine Frau hütet das Baby, der irrt. Isabel sitzt längst wieder auf ihren Pferden. Den Turniersport-Virus hat auch sie. Jens Imdels kümmert sich um die wahre Diva, seine Rennstute Runa. Wir haben mit der Jahre verbracht mit der Startbox, die war Startboxtraining, top. Also das, was wir jetzt hier machen, macht die top. Und du bist aufs Turnier gefahren und die ging nicht mehr in die Box. Einfach, jetzt ist Turnier, merke ich, ich habe ein paar Fahnen gesehen und ein bisschen Musik und da sind mehr Leute als sonst. Und dann bist du natürlich am Anfang auch am Überlegen, liegt das an einem selber, weil man vielleicht doch angespannter ist wie im Training. Merkt sie das? Heute kann es Runa allerdings kaum erwarten. Langsam, langsam. Darf steigen. Die geht mit der Tür. Die geht im Grunde, so wie die Tür aufgeht, hat die die Nase schon im Grunde durch. Also so, so in dem Bereich hier ist die dann schon vorne. So halten, guck so. Auf der Seite hast du. Sein ganzes Reiterleben verbringt Jens mit an der Weltspitze im Islandpferdesport. Doch selbst er hat heute Probleme mit der feurigen Stute. Islandpferde sind nicht groß, Temperament haben sie jedoch wie die Vulkane ihrer Heimat. Ne, okay. Reiten im Geschwindigkeitsrausch. Trotzdem, mit dem aktuellen Training ist Jens nur mäßig zufrieden. Und in einer Woche geht es zur Deutschen Islandpferdemeisterschaft. Runa erhält erstmal eine kalte Dusche. Im Moment habe ich so die zweitschnellste Zeit von den deutschen Pferden dieses Jahr. Und naja, wenn man die zweitschnellste Zeit hat, hätte man auch gern die schnellste. Oder würde natürlich gewinnen wollen. Letztendlich geht es darum, ich möchte eine gute Platzierung haben, ganz sicher. Und will, dass sie hoffentlich dort ihr Bestes gibt. Und alles weitere wird man sehen. Eine Zeltstadt im baden-württembergischen Neuler. Andi, 65.000 Islandpferde leben in Deutschland. Die Fangemeinde wächst stetig. Auf der Deutschen Islandpferdemeisterschaft treffen sich die besten Reiter. Frauen treten gegen Männer an, jung gegen alt. Jens bereitet sich auf seinen ersten Einsatz mit Amor vor. Wird das was werden? Gestern war er nicht so gut drauf. Da hat er ziemlich viel gescheut und ist immer aufs Grün. Und ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, was er tun wird. Immer wieder reitet er unter den strengen Augen seiner Frau. Kontrolliert die Ausrüstung. Und dann geht's los. Liebe Gäste, wir begrüßen unsere nächsten Starter. Das ist Jens Flüchtenschnieder. Er kommt vom Gestüt auch zu uns und präsentiert Amor Frau Holzmola. Amor Frau Holzmola, isländisch gezogener Hengst. Herzlich willkommen, Jens Flüchtenschnieder. Wenige Minuten volle Konzentration, dann ist auch schon alles vorbei. Amor bleibt etwas hinter den Erwartungen von Jens zurück. Seine Entscheidung als erfahrener Pferdemensch. Im Wettbewerb verlangte er nicht zu viel. Und weiter geht's. Jetzt ist Isabel dran. Sohnemann gestillt, jetzt weiter mit dem jungen Pferd Gandolfür. Super, beide behalten die Nerven. In einem großen Starterfeld ergattern Reiterin und Pferd den fünften Platz. Jens und Runa mit ihrer letzten Chance im Turnier. Der entscheidende Durchlauf im Passrennen. Bislang hat Runa jedoch ihre Bestleistung verweigert. Klappt es noch im Schlussspurt? So schöner wird sie nicht mehr. Aber sie muss jetzt auch nicht schön sein, sie muss nur schnell laufen. Das ist schwer zu sagen. Ich hatte natürlich fürs Rennen schon ein gutes Gefühl, weil ich habe ja Start trainiert und das ist sich nicht ausgedangen. Speedpass liefert sie eigentlich immer ab. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viel schnellere Pferde und dann kommt nochmal dazu, dass ich nicht gerade die leichteste Jockey bin. Und wenn ich da so kleine Mädchen habe, gegen die ich da reite und die haben schnelle Pferde, dann kann das sein, die sind schneller. Aber ich habe mit ihr auch schon Top-Zeiten geritten. Das Wetter stimmt. Sie ist gut drauf. Ich habe nichts zu verlieren. Jens will es aber auch wirklich wissen. Schon beim Warmreiten rast er über die Bahn. Der kommt jetzt noch ein zweites Mal. Und dann wächst Runa tatsächlich über sich hinaus. Am Ende reicht es für Jens aber nur für Bronze. Doch ein Profi wie der langjährige Reiter nimmt es gelassen. Zwei Mädchen haben ihn im Rennen geschlagen, die locker seine Töchter sein könnten. Dann ist der Jahreshöhepunkt geschafft. Durchatmen und Heimkommen. Durchatmen und Heimkommen. Als erstes gleich ein Hofrundgang. Nach dem rechten Seen. Die Mitarbeiter waren fleißig, die Küche steht. Es sieht gut aus im neuen Leben von Jens. Der Start in die Eigenständigkeit ist geglückt. Die letzten drei Jahre, die wir hier jetzt gemacht haben, die haben schon echt auch Kraft gekostet. Und was wir jetzt wollen, ist, dass es alles so ein bisschen geregelter geht. Dass man ein bisschen mehr normalen Alltag hat und auch mal Freizeit hat. Wir hatten jetzt die letzten drei Jahre eigentlich keine freien Tage. Mich treibt ganz sicher eins an, dass ich jetzt heute, der Tag war gut und ich habe schon für morgen einen Plan. Und da sieht man, es geht weiter. Die Fohlen werden groß. Ich wollte es eigentlich immer jetzt so haben, wie es jetzt ist. Wir haben beide noch genügend Pläne. Ich hoffe, dass wir beide speziell ich auch fit bleiben, um diese ganzen Pläne und Ideen noch zu verwirklichen. Die Fohlen werden groß. Das kannst du tun. In good shape. Jetzt auf DV. Das ist kein Bluff. Ruhm der Ukraine. Thementag Ukraine. Auf DV. Wenn der Luft fließt, hört man, wie er schirrt. Wenn der Mina fließt, hört man, wie sie schirrt. Wenn der Luft fließt, hört man, wie sie schirrt. Wir haben überhaupt nicht gedacht, wie sie starten, wie sie starten, dass die Häuser einfach schirrt. Es war das Gefühl, dass der Stadt von diesem Ort fließt. Mariupol. Tagebuch eines Krieges. In 30 Minuten auf DV. Deutschland hat elf Männer ins All geschickt. Elf. Und keine einzige Frau. Die Mission ist, die erste deutsche Astronautin ins All zu schicken. Gendergap in der Raumfahrt. Deutschlands erste Astronautin. Seit Jahren versucht eine private Initiative, sie endlich auf die Reise zu schicken. Auf ins All. Ab 8. März auf DW. Das wisst ihr bestimmt schon. Es gibt eine Impfung gegen Krebs. Wer sich vor dem ersten Sex gegen humane Papillom-Viren, kurz HPV, impfen lässt, schützt sich vor späteren Tumoren im Gebärmutterhals, Rachen oder am Penis. Doch es gibt über 300 Krebsarten. Und gegen die gibt es noch keine Impfung. Kann man sich trotzdem schützen? Leider nicht immer. Aber einige Risikofaktoren können wir selbst beeinflussen. Welche das sind, erfahrt ihr jetzt. Willkommen bei In Good Shape. Seit Jahren nehmen die Krebsfälle bei unter 50-Jährigen zu. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Eine Studie des Epidemiologen Shuji Ogino hat herausgefunden, von Generation zu Generation steigt das Risiko, schon im mittleren Erwachsenenalter eine Krebserkrankung zu entwickeln. In der Studie wurden Zahlen zu 14 Tumorarten ausgewertet. Unter anderem Speiseröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber und Nieren, Brust und Prostata. Auch Darmkrebs. Und der trifft immer häufiger auch junge Menschen. Cindy Schmidt, hier mit Freundin Bea, eine lebensfrohe junge Frau. Mutter einer kleinen Tochter, berufstätig, rundum glücklich. Vor einem Jahr ändert sich das aus heiterem Himmel. Ständig ist sie müde, gereizt, hat tagelang heftige Durchfälle. Nach jedem Essen brauchte ich eine Toilette in der Nähe. Also egal, auch was ich gegessen habe. Und ich musste laufen, nachts, morgens. Ob ich gegessen habe, ob ich getrunken habe, das spielte dann gar keine Rolle mehr. Sie geht zu ihrer Hausärztin. Die macht ein großes Blutbild, untersucht Urin, Schilddrüse, Herz. Es scheint alles in Ordnung. Doch in der Stuhlprobe entdeckt das Labor verstecktes Blut. Ein Hinweis auf einen Tumor im Darm. Kann das sein? Cindy ist erst 34. Darmspezialisten wie Thorsten Kuchaschick hören immer wieder solche Geschichten. Sie fordern ein Umdenken, wenn junge Menschen Darmbeschwerden haben. Bei den jungen Menschen denkt einfach niemand daran, dass Darmkrebs vorliegen könnte. Und deswegen werden Symptome auch nicht so ernst genommen. Und das führt letztendlich zu einer Verschleppung der Tumordiagnose. Und das ist natürlich im Resultat eine Katastrophe. Cindy Schmidt entschließt sich zu einer Darmspiegelung. Denn nur sie kann Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich Krebs vorliegt. Was die Ärzte entdecken, ist erschreckend. Im Dickdarm finden sie einen großen Tumor. Es ist klar, sie muss so schnell wie möglich operiert werden. Der Tumor hatte die Darmwand schon durchbrochen. Ich hatte nur eine Frage, tatsächlich. Und ich habe den Arzt gefragt, ob ich sterben muss. Das war wirklich mein einziger Gedanke in dem Moment erst mal. Und auch meine einzige Frage. Wenn wir die Diagnose rechtzeitig stellen, dann können diese Patienten auf jeden Fall geheilt werden. Und wir haben heute extrem gute Möglichkeiten, sowohl operativ, die Patienten, auch selbst wenn sie schon Metastasen gebildet haben, heute kann man auch oft die Patienten heilen. Auffällig ist, dass immer mehr junge Menschen an Darmkrebs erkranken, die nicht zur Risikogruppe gehören. Sie sind weder unsportlich noch übergewichtig und auch nicht genetisch vorbelastet. Das beobachtet auch die Ärztin Viola Andresen. Und da müssen wir alle umdenken, dass man auch bei jungen Menschen eigentlich immer als erstes schon gleich die Alarmglocke hat. Es könnte auch ein Darmkrebs sein. Es ist immer noch selten, aber es nimmt rasant zu. In Hamburg würde man jetzt sagen, ungefähr 200 Betroffene jedes Jahr. Das ist schon eine Größenordnung für Menschen, die noch das ganze Leben vor sich haben. Jede Tumorerkrankung unter 50 Jahren lässt auch Thorsten Kuchaschick aufhorchen. Sein Team sieht Fälle wie den von Cindy Schmidt seit gut zehn Jahren häufiger. Die 20- bis 30-Jährigen, da sehen wir eine 5- bis 10-prozentige Zunahme. Bei den 30- bis 40-Jährigen etwa 5-prozentige Zunahme. Das ist schon nicht unerheblich. Und wir fragen uns natürlich, was sind die Ursachen? Warum kriegen junge Menschen plötzlich vermehrt Dickdarmkrebs? In einer US-amerikanischen Studie, der Nurses' Health Study II, wurden seit 1991 über 95.000 Frauen untersucht und nachbeobachtet. Das Ergebnis? Frauen, die früh im Leben regelmäßig zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen, erkranken doppelt so häufig an Darmkrebs wie jene, die sie nie oder nur selten trinken. Ich halte die Studie für sehr relevant. Im Grunde haben wir schon immer gewusst, dass Ernährung eine wesentliche Rolle spielt, auch bei der Krebsentstehung. Und wir wussten auch, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die hier besonders verdächtig sind. Und da gehören eben auch Zuckerstoffe zu. Und jetzt mehren sich eben auch die Beweise dafür, dass das tatsächlich so ist. Die Medizin weiß, für den Darm ist gesunde Ernährung wichtig. Wenig Zucker, wenig Fleisch und wenig hochverarbeitete Lebensmittel. Aber noch sind die Ursachen nicht komplett erforscht. Das sind wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Ernährung ist bestimmt ein Thema. Und es gibt Erkenntnisse, dass ungesunde Ernährung, viel Süßigkeiten, wenig Ballaststoffe über das Darmmikrobiom da auch ein Faktor sein können. Aber es ist sicherlich nur ein Teilaspekt und auf gar keinen Fall die Erklärung für alles. Zuckrige Limonaden wie Cola hat Cindy Schmidt fast nie getrunken. Sie liebt Wasser, Kaffee und Tee. Aber bewusst ernährt hatte sie sich auch nicht. Was ihr erst jetzt klar wurde. Ja, dass ich bei meiner Tochter immer doll drauf geachtet habe. Ganz gesund und eben nicht so viel Zucker. Und bei einem selbst, das war ja fast unwichtig. Es ist eigentlich erschreckend, dass einem erst sowas widerfahren muss, bevor man auch mal an sich selber denkt und selbst überlegt, wie sollte ich mich ernähren. Zehn Zentimeter Dickdarm wurden weggeschnitten. Der Tumor war acht Zentimeter groß. Keine Metastasen. Sie hat jetzt keinen Krebs mehr. Wenn wieder eine Untersuchung ansteht im Rahmen der Nachsorge, dann kommt vieles nochmal hoch. Und man hofft natürlich, dass alles gut ist. Aber ich für mich sage, ich habe das geschafft. Wirklich. Gott sei Dank. Sindi Schmidt ist aber auch sich selbst und ihrem Bauchgefühl dankbar. Denn nur weil sie angesichts ihrer Beschwerden hartnäckig blieb, konnte der Tumor rechtzeitig entdeckt werden. Und auch bei Darmkrebs gilt, je früher die Diagnose, desto besser die Chancen auf Heilung. Wird Darmkrebs früh genug erkannt, sind die Heilungschancen sehr groß. Doch wie bemerkt man einen Tumor? Am sichersten ist eine Darmspiegelung. Alarmsignale findest du aber auch auf der Toilette. Du musst nur genau hingucken. Unser Stuhl kann Hinweise auf ernsthafte Krankheiten liefern. Fast schwarzer Stuhlgang wie dieser hier kann ein Hinweis auf Blut im Stuhl sein. Und das wiederum kann ein Zeichen für Darmkrebs sein. Darmkrebs ist der zweithäufigste Krebs des Magen-Darm-Trakts. Er ist gefährlich, weil er eher spät erkannt wird. Prof. Andreas Sturm, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Anzeichen wie schwarzer Stuhl oder Gewichtsverlust sind schon Spätsymptome von Darmkrebs. Es ist also wichtig, seinen Körper zu beobachten, bevor der Krebs sich ausbreitet. Daher geht kein Weg vorbei und darin ist auch gar nichts Anrüchiges. Ein regelmäßiger Blick ins, naja, Klo. Denn es kann dein Leben retten. Der Stuhlgang ist normalerweise braun. So wie dieser hier. Sieht er so aus, ist alles bestens. Aber wie oft auf die Toilette gehen ist denn gesund? Ein bis dreimal pro Tag oder ein bis dreimal die Woche ist alles normal. Jeder Mensch ist völlig anders. Wenn der Stuhl gelb ist und auch besonders unangenehm riecht, dann könnte eine Verdauungsstörung vorliegen. Wenn das länger dauert, bitte zum Arzt. Auch wenn ihr weißen, lehmartigen Stuhl entdeckt, lasst es untersuchen. Es kann ein Hinweis für Leber- oder Gallenwegserkrankungen sein. Wohingegen diese Farbe lediglich zeigt, was auf dem Speiseplan stand. Also bei grünem Stuhl ist alles normal. Wenn der Stuhl rot aussieht, kann es entweder am Essen liegen, also harmlos sein, oder aber es ist Blut mit im Stuhl. Genauso wie bei fast schwarzem Stuhl. Das könnte ein Hinweis für Darmkrebs sein. Je früher ihr es entdeckt, desto besser ist die Heilungschance. Behaltet euren Stuhlgang also im Blick. Geschätzte 40% aller Tumorerkrankungen gehen auf Faktoren zurück, die man beeinflussen und vermeiden kann, sagt das Deutsche Krebsforschungszentrum. Faktor Übergewicht. Tumorfördernde Entzündungen und gefährliche Hormoncocktails im Organismus sind die Folgen. Faktor Alkohol. Bereits eine Flasche Wein pro Woche erhöht das Krebsrisiko. Bei Männern wie 5 Zigaretten, bei Frauen sogar wie 10 Zigaretten. Faktor verarbeitete Lebensmittel. Fertiggerechte Soßen, Limonaden und Süßigkeiten steigern das Risiko deutlich. Zum Beispiel für Brustkrebs. Und Faktor Fleisch. In den letzten 20 Jahren ist der weltweite Fleischverbrauch um 45% gestiegen. Und auch diese Entwicklung ist ein Grund für die Zunahme der Krebsfälle. Grillen. Für Familie Hudsonlaub im Sommer ein festes Ritual. Und das am liebsten mehrmals die Woche. Ich mag das Feuer machen. Das ist halt eine Männergeschichte so ein bisschen. Und dann ein Stück Fleisch und ein Bier dazu. Das ist einfach toll. Ich mag das. Für Holger Hudsonlaub kommt wirklich nur Fleisch auf den Grill. Nichts anderes. Und auch Frau und Kinder mögen die tierischen Produkte sehr. Insbesondere rotes Fleisch von Schwein und Rind kommt auf den Rost. Dazu Produkte daraus. Wurst in jeder Form. Im Sommer steigt der Fleischkonsum der Familie rasant. Und mit dieser Vorliebe stehen sie nicht alleine da. Ein Kilo Fleisch isst jeder Deutsche im Schnitt pro Woche. Und damit doppelt so viel wie von der WHO empfohlen. Zu viel Fleisch, das kann zum Risiko werden, sagt der Wissenschaftler Pablo Steinberg. Eine etwas ungute Liebesgeschichte. Wir wissen seit einiger Zeit durch eine Vielzahl von epidemiologischen Studien, dass der Verzehr von großen Mengen an rotem Fleisch das Risiko an einem kolorektalen Karzinom zu erkranken erhöht. Darmkrebs durch rotes Fleisch. Die Gefahr wächst mit der Menge. Neben Übergewicht und Alkohol steigert rotes Fleisch das Risiko maßgeblich. Internationale Studien berichten von besorgniserregenden Steigerungszahlen weltweit. Allein in Europa sind es jedes Jahr fast 8 Prozent. Zum sogenannten roten Fleisch gehört zum Beispiel Fleisch von Rind, Schwein oder Lamm. Saftig und rosa. Und genau hier steckt die Gefahr. In einem Stoff, der dem Fleisch seine rote Farbe gibt. Dem Helmeisen. Das zeigt die Forschung. Auch die von Pablo Steinberg. Er untersucht Fleisch am staatlichen Max-Rubner-Institut in Karlsruhe. Das Hemmolekül, so heißt das, hat eine Bindung zu einem Eisenatom. Und man geht davon aus, dass diese Struktur dann für bestimmte krebsfördernde Ereignisse in Darmepithelzellen zuständig sein könnte. Was genau in unserem Darm passiert, wenn wir rotes Fleisch essen, das erforscht der Lebensmittelchemiker Jörg Fahrer. Fleisch findet man in seinem Labor nicht. Er forscht direkt auf Zellebene und will herausfinden, was macht das Helmeisen an den Darmzellen. Zum einen wurde gezeigt, dass Helmeisen unser Erbgut schädigt, also DNA-Schäden auslösen kann. Zum anderen gibt es Hinweise, dass Helmeisen die Zellteilung fördert, sodass sie die Zellen eben schneller teilen, was auch ein wichtiger Faktor für die Krebsentstehung ist. Unter einem speziellen Mikroskop zeigt Nina Seifert die Auswirkungen. Ein Teil der Darmzellen bekommt Helmeisen aus Fleisch, die Kontrollzellen bekommen Eisen aus Pflanzen. Hier sieht man Kontrollzellen, denen geht es gut, die haben keine Schäden. Aber durch Helmeisen werden diese Erbgutschäden ausgelöst und dann sieht man, dass Strangbrüche der DNA entstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen pflanzlichem und tierischem Eisen. Krebserregend ist nur das tierische Eisen, also das Helmeisen. Hier sollten wir uns einschränken. Man kann eben sehr schön sehen, dass das dosisabhängig auftritt. Das heißt eben, je höher die aufgenommene Menge an rotem Fleisch und damit an Helmeisen, umso stärker sind eben diese Effekte in der Darmschleimhaut und in den Darmzellen. Die Dosis macht das Gift. Und wer das Fleisch auf dem Grill verkohlt, riskiert zusätzliche Zellschäden. Maximal 600 Gramm Fleisch und Wurst sollten wir pro Woche essen. Das ist schnell erreicht. Wäre also nicht auch Pflanzenkost eine Alternative beim Grillen? Familie Hutzenlaub probiert es aus, der Familie schmeckt es. Auf jeden Fall könnte ich das Fleisch reduzieren. Man kann das gut als Beilage machen oder auch vielleicht das zweite Stück Fleisch mal überdenken und eine vegetarische Alternative finden. Das geht schon, wenn es ja lecker ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach auch Spaß macht, das so ein bisschen zu experimentieren und komplett in den Eimer grillen auf Fleisch zu verzichten. Denn sie wissen, weniger rotes Fleisch bedeutet ein geringeres Risiko für Darmkrebs. Rotes Fleisch, Zucker und Alkohol steigern also das Krebsrisiko. Kann man denn da jetzt gar nichts mehr essen? Doch! Denn ob die Ernährung deiner Gesundheit schadet, hängt ganz von deinem Einkaufszettel ab. Es gibt nämlich auch Nahrungsmittel, die das Krebsrisiko senken können. Diese drei Lebensmittel können dabei helfen, dein persönliches Krebsrisiko zu senken. Olivenöl. Die Auswertung von 45 Studien ergab, wer regelmäßig Olivenöl verspeist, kann das Risiko an Krebs zu erkranken um über 30 Prozent senken. Am deutlichsten waren die Ergebnisse in Bezug auf Brust- und Magen-Darmkrebs. Das Öl der Olive enthält verschiedene Polyphenole. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften. Sie schützen vor sogenannten freien Radikalen, die unsere Zellen angreifen und so Krebs auslösen können. Aber nicht alle Olivenöle sind gleich. Natives Olivenöl wird kalt gepresst und behält so seinen hohen Polyphenolgehalt. Andere Olivenöle werden raffiniert, also erhitzt. Dabei gehen auch Polyphenole verloren. Die meisten Studien zu Olivenöl beschränken sich auf Menschen im Mediterranen Raum. Ob die Ergebnisse für alle Regionen gelten, ist daher nicht sicher. Vollkornprodukte. Vollkornprodukte wie Brot, Naturreis oder Quinoa enthalten jede Menge Ballaststoffe. Diese Pflanzenfasern regen die Verdauung an und helfen, potenziell schädliche Stoffe aus dem Körper auszuscheiden. Die schützende Wirkung von Ballaststoffen ist vor allem bei Darmkrebs gut belegt. Eine Studie hat gezeigt, wird die Ballaststoffaufnahme von 10 auf 24 Gramm pro Tag erhöht, sinkt das Risiko an Darmkrebs zu erkranken um bis zu 30 Prozent. Rettiche. Rettiche und andere sogenannte Kreuzblütler sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Außerdem enthalten sie Glucosinolate. Die geben dem Rettich seinen bitteren Geschmack und helfen dabei, dass Krebszellen gar nicht erst entstehen. Das konnte zumindest in Studien an Tieren nachgewiesen werden. Im Labor konnten Forschende sogar nachweisen, dass Rettichextrakt den Zelltod bei Krebszellen von Menschen beschleunigt. Aber nicht vergessen, um Krebs vorzubeugen, sind neben diesen drei Lebensmitteln eine gesunde Ernährung und ein aktiver Lebensstil entscheidend. Das größte beeinflussbare Krebsrisiko ist Rauchen. Rund ein Drittel aller Krebserkrankungen geht auf das Konto von Tabakrauch. Bei Tumoren in Mundhöhle, Kehlkopf und Lunge sind es sogar 90 Prozent. Also gar nicht erst anfangen oder so schnell wie möglich damit aufhören. Seine letzte Zigarette rauchte er vor einem Jahr. Manuel Stawinski hat den Absprung geschafft und zwar mit Hypnose. Wenn es hilft, dann muss man einfach mal seinen Schatten umspringen und sich darauf einlassen, auf jeden Fall. Wer mit dem Rauchen aufhört, kann die Vorteile für seine Gesundheit gleich nach der letzten Zigarette spüren. Schon nach nur 20 Minuten sinken Herzfrequenz und Blutdruck. Der Hypnotherapeut versetzt Manuel in Trance und spricht sein Unterbewusstsein an. Dass das klappt, erkennt er an Manuils Armen. Die reagieren auf seine Fragen, heben oder senken sich. Das ist total irritierend, ich kriege es mit, aber ich kann nichts dagegen tun. Ja, genau. Sie merken, die linke Hand geht von ganz alleine nach unten. Prima, ja. Das ist wie wenn einer die Hand runterdrückt. Ja, so ist das. Wahnsinn. Die Anstrengung lohnt sich. Schon acht Stunden nach der letzten Zigarette ist der Kohlenmonoxidstoffwechsel wie bei einem Nichtraucher. Und man bekommt deutlich besser Luft. Unter Hypnose gibt sich Manuel selbst den Auftrag zum Rauchstopp. Manuel kann das Rauchen beenden und es war wirklich ein für alle Mal. Dieser Leitsatz wirkte bei ihm tatsächlich. Das ist heftig. Zwei Stunden dauert eine Hypnosesitzung. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht. Bei Manuel hat es funktioniert. Rund ein Jahr nach dem Rauchstopp ist Manuils Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen fast so niedrig wie bei einem Nichtraucher. Bekannt und beliebt zur Rauchentwöhnung sind Nikotintabletten oder Pflaster. Sie geben gleichmäßig Nikotin an den Körper ab, um die Entzugserscheinungen zu mindern. Was auch gut funktioniert, wie Suchtmediziner Tobias Rüther aus langjähriger Erfahrung weiß. Nikotinpräparate, gut dosiert und lange angewendet, ungefähr zwei Monate, verdoppeln die Chancen, rauchfrei zu sein. Die Investition in Nikotinpflaster lohnt sich also. Fünf Jahre nach dem Rauchstopp sinkt das Schlaganfallrisiko in etwa auf das von Nichtrauchern. Eine andere Hilfe bieten Apps. Hier geben Nutzer ihren bisherigen durchschnittlichen Zigarettenkonsum ein. Die meisten Apps setzen auf Motivation, zeigen, wie sich der Gesundheitszustand mit der Zeit verbessert und wie viel Geld man durch das Nichtrauchen spart. Im Chat können außerdem Entzugserfahrungen mit anderen geteilt werden. Wenn Sie 100 Leuten eine App geben, 100 Leuten eine Broschüre, dann sehen Sie, dass die mit der App einfach hochsignifikant, also sehr viel häufiger aufhören. Das ist eine ganz tolle Sache und da muss noch weiterentwickelt werden, aber ich setze sie jetzt auch schon sehr gerne ein. Ein Versuch, mit einer App das Rauchen aufzuhören, lohnt sich allemal. Nach zehn rauchfreien Jahren ist das Lungenkrebsrisiko nur noch halb so hoch wie bei Rauchern. Effektiv sind auch Nichtrauchergruppen. Studien zeigen, dass professionell begleitete Kurse gute Erfolgsaussichten bieten. Sie machen diesen Kurs und lassen sich professionell beraten und hören der Gruppe am besten gemeinsam auf. Das macht Spaß und bringt sehr viel Erfolg, nämlich fast 50 Prozent nach einem Jahr. Ob mit Hypnose, Likotinpflaster, Apps oder Nichtraucherkurs. Wer von den Zigaretten loskommt, gewinnt durchschnittlich zehn Jahre Lebenszeit. Warum also nicht gleich die letzte Zigarette ausdrücken? Es gibt etwas, das genauso gefährlich ist wie Zigarettenrauch. UV-Strahlung. UV-Strahlung ist vor allem für junge Menschen unter 30 gefährlich. Egal, ob sie aus dem Solarium kommt oder von der Sonne. Hautkrebs entwickelt sich über viele Jahre. Wenn du dich regelmäßig selbst untersuchst, kannst du frühe Hinweise vielleicht rechtzeitig erkennen. Wie das geht, zeigt eine weitere Folge aus unserer Reihe CheckUp. Wie erkenne ich, ob ich einen gesunden Hautfleck habe? Oder einen gefährlichen, der vielleicht sogar Hautkrebs ist? Ihr könnt die ABCDE-Regel anwenden. Also A wie asymmetrische Form. Entdeckt ihr einen Hautfleck, der nicht gleichmäßig geformt ist? Dann lasst das vom Hautarzt anschauen. B steht für Begrenzung. Sind da ausgefranste oder unregelmäßige Ränder? Hast du einen solchen Hautfleck? Dann auf zum Hautarzt. C steht für Koloration. Nicht gut wären schwarze, braune, graue, rote oder weiße Flächen oder viele Farben. Das könnte auch Hautkrebs sein. D steht für Durchmesser. Alles, was größer als ein halber Zentimeter ist, könnte ein Problem sein. All diese Flecken lasst bitte kontrollieren. Und E steht für Erhaben. Ist der Fleck erhöht oder verändert er sich? Also behaltet auch die Haut Hubbel im Blick. Denn bei solchen Symptomen solltet ihr zum Hautarzt gehen. Das Tückische an Hautkrebs ist, dass er lange keiner Schmerzen bereitet und deswegen unentdeckt bleibt. Also einmal im Monat die Haut anschauen. Mit der ABCDE-Regel ist das ganz einfach. Wichtig, auch Kinder regelmäßig untersuchen. Und beim Rücken hilft der Partner oder eine Freundin. Damit Hautkrebs erst gar nicht entsteht, die Sonne lieber meiden. Vor allem in der Mittagszeit. Denn ihre UV-Strahlen gelten als Hauptauslöser für Hautkrebs. Wer trotzdem in die Sonne muss, dem hilft lichtundurchlässige Kleidung und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Und jetzt noch unser Fitnesstipp. Aurelia Damann zeigt euch eine Massage ohne Masseurin. Lasst euch überraschen. Hallo und herzlich willkommen. Heute brauchst du eine Faszienrolle. Wir werden nämlich eine Übung machen, die deine Verspannungen im unteren Rücken, aber auch im Po super lösen. Setz dich auf die Faszienrolle. Hände auf den Boden. Dann den Knöchel auf das gegenüberliegende Knie legen. Und dann rollen wir den ganzen Po ab bis zum unteren Rücken. Und wieder zurück. Das Tempo kannst du selber bestimmen, aber du hast keine Eile. Wenn es dir an einer Stelle weh tut, dann bleib einen kleinen Moment da und dann wirst du dich danach viel wohler fühlen. Wechsel nach einer Minute das Bein. Wenn du möchtest, kannst du das auch mehrfach wiederholen. Na dann, viel Erfolg beim Üben. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 ein Angebot der Arbeitgebercode ab. Es sah fünf Prozent mehr Geld in zwei Stufen und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro für die 2,5 Millionen Beschäftigten vor. In den kommenden Wochen sind erneut Warnstreiks zu erwarten. Erfolge für die beiden Deutschen Fußballklubs in der Europa League. Union Berlin besiegte Ajax-Amsterdam mit 3-1 und steht damit im Achtelfinale. Auch Bayer Leverkusen ist 1 Runde weiter. Die Werks-Elf setzte sich im Elfmeterschießen mit 5 zu 3 gegen Monaco durch. Gegenwärtig sind weltweit mehr Menschen als je zuvor auf der Suche nach einem besseren Leben. Mehr über Olau Walees Geschichte gibt es hier, Info-Migrants. Unterwegs mit unseren Reise-Superhelden. Meine Mission ist also klar. Lukas Stege und Nicole Fröhlich erkunden Deutschland. Sie lassen nichts aus und nehmen alles mit. Das ist ja eine ganze Menge los. Deutschland im Selbsttest. Check-in. Auf DeWi. Die Jerusalemin Flämie. Die Jerusalemin Flämie. 24. Februar, 21.40 Uhr. Erster Kriegstag. Die Welt war turbulent, aber relativ friedlich, als wir schlafen gingen. Als wir aufwachten, befanden wir uns im Krieg. Da war es egal, was wir geträumt hatten oder was zuvor passiert war. Die plötzliche Wandlung, die sich an diesem noch dunklen Morgengrauen ereignete, war brutal. Von Zukunftsplänen und Hoffnungen in einen Abgrund der Angst und Verzweiflung. Als wäre ein warmer Sommer eisig kalt geworden. Ich lag wie vielleicht jeder andere im Bett, als es begann, bei meiner Mutter. Ich war bei ihr zu Besuch und hatte meinen Mann in unserer Wohnung am linken Flussufer zurückgelassen. Ich erwachte von den Schüssen um vier Uhr morgens. Mein Sohn weckte mich und sagte, es hat angefangen. Als der Krieg begann und sie anfingen, uns zu bombardieren, suchten wir nach Kellern als Verstecker. Ich war bereits im neunten Monat schwanger. Während der ersten drei Tage hörten wir nur Explosionen. Wir blieben mehr oder weniger ruhig, denn Mariupol war eine ukrainische Stadt nahe der Front. In 2014 sah es so aus, als würden die Russen Mariupol besetzen. Aber es gelang uns, es zu beschützen. Diesmal dachten wir, wir könnten es wieder schaffen. Wir erfuhren, dass sie die Stadt einkesselten, dass sie Volnavaca, eine kleine Stadt in der Nähe von Mariupol, zerstörten. Ebenso Sartana. Und dass die Stadt belagert ist. Als die Raketen einschlugen, konnten wir uns nicht vorstellen, dass es so schlimm kommen könnte. Dass die Häuser wie Tortenstücke in sich zusammenfallen würden. Der Eingang weg, keine Treppe. Deshalb blieben wir ruhig, besuchten unsere Nachbarn so wie immer und wir verfolgten die Nachrichten. Als die Sirenen zu heulen aufhörten, legten wir uns entspannt schlafen. Während dieser Tage hat mein Bug dann unser Haus befestigt. Er füllte Erde in Säcke ab und sicherte damit die Fenster. Für unsere Nachbarn hielt er Essen in unserem Kamin warm. Während der Bombardierung rannte er zum Nachbarn hinüber, um an dessen Generator die Telefone aufzuladen. Abends versammelten wir uns am Kamin und sangen Lieder. Er spielte auf seiner Gitarre. Vor allem spielte er viel Metallica. Das sangen wir natürlich nicht. Wir sangen Zoi. Jawohl. Der Kuckuck. Ein Stern namens Sonne. 27. Februar, 23.42 Uhr. Vierter Kriegstag. Wenn wir das alles endlich hinter uns haben, werde ich darüber schreiben, wie beängstigend es ist, in einem Krieg zu leben. Über verschiedene Leute und Situationen. Wie sich die Dinge in einem Bruchteil einer Sekunde verändern. Und wie kleine Probleme bedeutungslos werden. Nur die wichtigen Dinge bleiben. Davon scheint es nicht so viele zu geben. Es ist dein Leben, das Leben deiner Familie, deiner Freunde und der Menschen um dich herum. Dein Haus soll intakt bleiben. Deine Stadt nicht bombardiert werden. Dein Land nicht gequält und gefoltert werden. Heute Morgen hat unser Haus seinen ersten Schlag abbekommen. Mehrere Bomben. Die Autos vor dem Haus brannten. Mein Haus und andere wurden getroffen. Gasleitungen waren zerstört, alle Fensterscheiben zerplatzt, Trümmer überall. Ich begann, die Trümmer einzusammeln. Plötzlich eilte mein Sohn aus einem nahegelegenen Haus herbei, wo die schwangere Frau wohnt. Hol deine Sachen, Papa, und komm jetzt mit. Sie beschossen das Haus neben uns. Die Trümmer blockierten den Eingang zur Wohnung unseres Nachbarn. Mein Sohn Bogdan rannte dorthin, um die Leute durch das Fenster herauszuholen. Ich eilte ihm über die Straße hinterher. Das Bombenfeuer hörte nicht auf. Ich flehte ihn an. Bodja, bitte geh ins Haus hinein. Wenn dir etwas passiert, würde ich das nicht überleben. Er drehte sich um, legte seinen Arm auf meine Schulter und sagte, Mama, ich werde sie herausholen. Und er schaffte es. Er holte diese alten Frauen durch das Fenster heraus. 1. März, 16.42 Uhr. Am siebten Kriegstag tun wir immer noch so, als gäbe es ihn nicht. So als sei das Ganze eine Art Missverständnis. Und bald vorbei. Wir wurden bombardiert und beschossen. Trotzdem versuchen wir uns gegenseitig anzulächeln. Jeder hatte den gleichen Ausdruck in den Augen. Verwirrt und verängstigt. Wir verstanden nicht, wieso diese grauenvollen Dinge um uns herum passierten. Was hatten wir falsch gemacht? Als die ersten Bomben fielen, gingen alle Gespräche in Mariupol um die zerplatzten Fensterscheiben. Kannst du dir vorstellen, alle Fensterscheiben sind zerborsten. Es ist schrecklich, ein Albtraum. Man kann unmöglich ohne Glas in den Fenstern weiterleben. Nach drei bis fünf Tagen hatten sie alle die Fenster vergessen. Die Leute sagten, eine Bombe hat unser Haus getroffen. Zum Glück nicht unsere Wohnung. Aber es ist ein Albtraum. Stellt euch das doch vor. Bombentrümmer haben das Gebäude beschädigt. Der Eingang ist zerstört. Es ist so furchtbar. Nach einer Woche vergaßen die Leute, dass Bomben die Häuser getroffen hatten. Jeder sprach von den Menschen, die getötet wurden. Dann schalteten sie Internet und Mobilfunk ab. Das war der letzte Tag, an dem ich mit Nadja gesprochen hatte. Mein Mann war auf dem linken Flussufer. Ich dachte, er sei tot, hoffte aber, dass er noch lebte. Am entsetzlichsten war, dass ich nicht wusste, ob Nadja noch lebte. Ich hörte immer wieder, dass überall Menschen starben. Von Zeit zu Zeit weinte ich. Mama fragte, wieso. Mein Mann weiß auch nichts von uns. Und wir leben noch. Ich war in der Entbindungsklinik. Meine Wehen setzten wegen der Bomben aus. Ich hatte eine fünf Zentimeter große Öffnung. Doch zu dem Zeitpunkt hatten wir weder Wasser noch Licht. Es gab kein Internet und keine Telefonverbindung. Sie machten einen Kaiserschnitt. Sie sagten, sie müssten das machen, solange der Generator funktioniert. Ich dachte, sie würden nicht auf Geburtskliniken schießen, auf Wohngebäude. Aber sie taten es doch. Während die Bomben explodierten, wackelten die Wände. Unsere Kinder waren dort mit uns, in Laufstellen. Wir hatten solche Angst. Wir dachten, sie würden sterben. Die Temperatur fiel auf minus sieben Grad Celsius. Die Entbindungsklinik fror völlig ein. Am zweiten März habe ich schließlich entbunden. Am dritten war ich noch da. Am vierten bombardierten sie das Krankenhaus. Ärzte starben während der OP. Panik brach aus. Es war beängstigend, dort zu bleiben. Ich entschloss mich, die Klinik zu verlassen und mit meiner Familie zu sein. Als die Sirenen heulten, stiegen wir in den Keller hinab. Unsere ganze Familie. Wir blieben während der Angriffe dort. Irgendwann merkten wir nicht mehr, wann der Beschuss begann. Die Sirenen waren still. Wir lebten im Untergeschoss. Es war immer dunkel, außer wenn der Generator lief. Jedes Mal, wenn der sich einschaltete, beeilten sich die Leute, ihre Handys aufzuladen. Es gab nur wenige Steckdosen. Also benutzten wir Verlängerungskabel mit Mehrfachsteckdosen. Die verbanden wir mit anderen Verlängerungskabeln, mit noch mehr Steckdosen. Diese Konstruktion ersteckte sich über die Gänge wie die Tentakel eines riesigen Tintenfisches. Wieso benötigt ein Mensch ein Handy in einem Kellergeschoss, ohne Internet- und Mobilfunknetz? Ein, dann zwei, schließlich drei Wochen lang. Es war eine Art Instinkt. Das Gefühl, dass, wenn die Telefone einmal geladen sind, man mit der Familie verbunden ist. Ein nicht aufgeladenes Telefon war nicht nur eine Belastung, sondern auch eine ständige Erinnerung, dass man vielleicht nie wieder mit der Familie sprechen könnte. 5. März, 12 Uhr, Mittag. 10. Kriegstag. Eine Frau hat ihre Hand, ihr Bein und ihren Kopf verloren. Ich hoffe, die Teile meines Körpers bleiben dort, wo sie sein sollen. Selbst nach einer Bombenexplosion. Ich weiß nicht, warum, aber es ist mir wichtig. Andererseits werden keine Leute begraben, solange gekämpft wird. Das war die Antwort der Polizei, als wir fragten, was wir mit der toten Großmutter eines Freundes machen sollten. Sie sagten, wir sollten sie auf einen Balkon legen. Ich frage mich, wie viele Balkone Leichen lagern. Diese Leute liegen nicht nur auf Balkonen. Häuser wurden zerstört und abgebrannt. Manchmal haben sie die Toten in den Vorgärten der Häuser begraben. Mein Cousin ist gestorben und sie haben ihn im Garten beerdigt. Ich erinnere mich an ein kleines Mädchen. Es war vier. Sein Vater trug es in seinen Händen. Sie legten es auf das Sofa im Flur. Das Mädchen war am Keuchen und Röcheln. Nach rund 20 Minuten war es tot. Ihr Vater saß neben ihr. Er kniete vor seiner Tochter und heulte wie ein verletztes Tier. Er sagte immer wieder, wieso sie und nicht ich? Ich verstand, was er meinte. Mich quält immer noch dieselbe Frage. 6. März, 22.32 Uhr. Elfter Kriegstag. In den Pausen zwischen den Bombardierungen gehe ich hinaus. Ich muss meine Hündin spazieren führen. Sie winselt ständig, zittert und versteckt sich hinter meinen Beinen. Ich möchte eigentlich nur schlafen. Umgeben von hohen Wohngebäuden ist mein Hof still und tot. Ich habe keine Angst mehr, mich umzusehen. Auf der anderen Seite brennt Gebäude Nummer 105. Die Flammen haben fünf Stockwerke verschlungen. Das sechste verschwindet auch langsam. Durch das Fenster einer Wohnung brennt das Feuer fast heimelig, als wäre es in einem Kamin. Die scheibenlosen Fenster sind so schwarz wie Kohle. An jeder Seite hängen vom Feuer halb verbrannte Vorhänge. Ich betrachte alles ganz ruhig und fühle mich verloren. Wenn eine Phosphorbombe auf ein neunstöckiges Gebäude fällt, flammt es wie eine Kerze auf. Alle Menschen, die drinnen sind, entzünden sich. Sie verbrennen bei lebendigem Leib. Phosphor unterstützt den Brand. Sie setzten mehrfach Raketenwerfer-Systeme ein. Dazu zählten Iskander, TOS-Flammenwerfer. Es gab auch andere komplexe Waffensysteme. Alles, was Menschen entwickelt hatten, um andere zu töten. Als sie anfingen, die Bomben von den Flugzeugen zu werfen, hatte ich richtig Angst. Mir war klar, dass sie alle sterben werden. Zwei starke Explosionen. Ich ging hinaus. Ich redete mit den Nachbarn. Was könnte das sein? Sie sagten, es ist wahrscheinlich im Zentrum. Ich schnappte meine Kamera und rannte dorthin. Es stellte sich heraus, sie hatten zwei Druckluftbomben auf unser städtisches Krankenhaus fallen gelassen. Das Krankenhaus war sehr schön mit modernen Geräten. Und jetzt eine einzige Verwüstung. Alles zerstört. Keine Fensterscheiben in den umgebenden Gebäuden. Alles schwarz mit Staub bedeckt. Nahe des Krankenhauses gab es Verwundete. Vielleicht wollten die Russen sie treffen, aber hatten stattdessen die Geburtsklinik getroffen. Ich weiß es nicht. Frauen mit Neugeborenen waren in der Klinik. 9. März, 19 Uhr. 14. Kriegstag. Mein Hund beginnt zu jaulen. Ich weiß, dass sie jetzt zu schießen anfangen. Ich stehe auf der Straße. Es ist Tag, aber Grabestille umgibt mich. Keine Autos, keine Stimmen, keine Kinder, keine Babuschkas, die auf Bänken sitzen. Selbst der Wind bleibt aus. Aber ein paar Menschen gibt es noch. Sie liegen regungslos neben dem Haus oder auf dem Parkplatz. Mit abgelegter Kleidung oder mit Decken bedeckt. Ich möchte nicht hinschauen. Ich habe Angst, ich könnte jemanden entdecken, den ich kenne. 11. März. Wenn eine Rakete fliegt, dann rauscht es. Wenn eine Bombe fällt, dann pfeift es. Und wenn die einen trifft, hört man gar nichts. Wir hörten gar nichts. Ich hörte nur die Explosion. Sah den Rauch. Ich reagierte sofort. Ich drehte mich schnell um und rannte durch den Flur in die Küche. Meine Familie war dort. Mein Sohn lag auf der Seite. Auf der rechten. Ich erkannte sofort, dass seine Wunde tödlich war. Seine Augen waren halb geschlossen. Ich sah, wie sich seine untere Wange mit Blut füllte. Pflaumen flog durch die Luft. Denn er trug eine so coole Daunenjacke. Von North Face. Etwas Pflaumen fiel auf seine Lippe. Aus Gewohnheit versuchte ich, es zu entfernen. Er war am Hals und Hinterkopf verletzt. Ich nahm ihn bei den Armen und hielt ihn so. Entschuldigung, aber meine Hände zittern. Ich hielt ihn fest und es war so heiß wegen seines Blutes. Es war so heiß. Ich konnte das Blut riechen. Überall roch es nach süßem Blut. Überall im Haus. Der Geruch von Blut und Schießpulver. Und das Rauschen von Wasser, das von einem kaputten Rohr herkam. Das Wasser floss weiter. Meine Nichte schrie. Sie war 14 Jahre alt. Meine Schwester schrie auch. Und ich hörte keuchen. Der Mann meiner Schwester keuchte. Er hatte zwei durchbohrte Wunden in seiner Brust. Er hatte schreckliche Schmerzen. Wir ließen sie zurück, denn die Kämpfe gingen weiter. Wir mussten die retten, die noch am Leben waren. Wir vier waren verletzt. Später erfuhr ich, dass unser Haus mehrmals getroffen wurde und schließlich abbrannte. Ich weiß selbst heute nicht, ob mein Sohn jemals beerdigt wurde. Wahrscheinlich verbrannten alle Leichen zusammen mit dem Haus. 11. März 23 Uhr. 16. Kriegstag. Vor drei Tagen kam der Freund meines älteren Neffen vorbei. Er erzählte, die Feuerwache sei direkt getroffen worden. Feuerwehrleute starben. Sicherlich werde ich auch bald sterben. Es ist nur eine Frage von wenigen Tagen. Jeder erwartet seinen Tod. Ich hoffe nur, dass meiner nicht so schlimm sein wird. Tante Nadia, meine Patentante, hat einen Keller. Sie haben das Haus mit Sandsäcken verstärkt, damit die Fensterscheiben nicht zerplatzen. Dorthin bin ich dann mit meinem Baby gegangen. Sie sind alle dageblieben. Sie pflegten Nikita und behandelten seinen Nabel. Julia hatte einen Kaiserschnitt, also kümmerten sie sich auch um ihre Nabel. Nikita entwickelte sich gut, obwohl sie nicht mit ihm hinausgingen, nur einmal vielleicht. Er war so gelblich. Er sah die Sonne kaum. Aber wenn wir mit ihm sprachen, das haben wir sogar auf Video, dann beobachtete er genau und hörte zu. Ich erzählte Nikita, sein Vater käme zurück und würde stolz auf ihn sein. Sein Vater sei ein ukrainischer Krieger. Eines Tages wird er zurückkommen und sehen, wie stark Nikita ist, dass Nikita der Chef ist. Er hörte mir genau zu. Uns fiel auf, dass er immer kurz bevor die Kämpfe losgingen, anfing zu weinen. Mir war klar, dass der Wahrscheinlichkeitstheorie zufolge unser Haus als nächstes getroffen wird. Denn alles um uns herum hatten sie bereits getroffen. Jetzt werden sie unser Haus bombardieren und auch uns töten. Es gab eine beängstigende Stichflamme und dann knisterte es. Alle waren im ersten Stock. Wir waren im Kellergeschoss und verstanden nicht, was passierte. Es war chaotisch. Wie viele Leute und wer da war, war unklar. Ich erinnere mich, dass ich schrie, Mama, Mama, lebst du noch? Ich hörte, wie die Bombe einschlug. Panik über uns. Ich wusste nicht, was mit den Leuten passierte, die oben waren. Menschen rannten aus dem Haus. Mein neunjähriger Neffe Kirusha weinte und schrie bitterlich, Mami, ich will nicht. Wir dachten, er sei getroffen worden. Als sei das Haus um 45 Grad eingeknickt und hätte sich dann wieder begradigt. Ich rannte barfuß, ohne Mantel. Wir rannten mit meiner Mutter davon. Sie rannten zu ihrem neunstöckigen Gebäude. Es wurde ständig bombardiert. Raketen, Bomben, alles explodierte um sie herum. Sie rannten und wir wussten noch nicht einmal, ob sie es überlebten oder nicht. Ich war die einzige von uns, die gehen konnte. Vier von uns waren verletzt. Meine Nichte, meine Mama, meine Schwester und ich. Bogdan und Pavel waren bereits tot. Mein Sohn und der Mann meiner Schwester. Unsere Nachbarn trugen meine Schwester und meine Nichte aus dem Gebäude heraus und brachten sie in ein Krankenhaus. Im Krankenhaus entfernten die Ärzte ihre Kleidung. Der Pfleger trug die blutige Kleidung in den Flur neben dem Notausgang. Dort lag bereits ein riesiger Haufen blutiger Kleidung. Sie nähten meine Mutter ohne Betäubung. Sie schrie vor Schmerz und der Arzt lachte. Kommen Sie schon, schreien Sie nicht. Das ist nur eine Impfung. Ja, sie versuchten Witze zu machen. Die Verwundeten lagen in den Gängen, neben den Wänden, auf dem Boden. Beine abgetrennt, Arme abgetrennt. Sogar ein abgetrennter Kopf lag dort. An manchen Tagen stand das Blut so hoch in den Gängen, dass es unter den Füßen schwappte. Das sind Babys. Ich weiß es nicht. Dieses hier ist von gestern. Ich weiß es nicht. Die hier waren alle verletzt. Sie haben sie lebend gebracht, aber wir konnten sie nicht retten. So ein Baby. Man kann sich an alles gewöhnen, aber dann nachts. Man kriegt es nicht aus dem Kopf. Lass uns gehen, bevor sie zu schießen anfangen. Am vierten Tag im Krankenhaus sagten die Ärzte, da meine Mutter und ich Beine haben, müssten wir in den Keller zurück, um Platz für andere Verletzte zu machen. Unterwegs fragte mich ein Freiwilliger, ob wir im Theater oder in der Philharmonie untergebracht werden wollten. Ich sagte, in der Philharmonie. Das Theater wurde zwei Tage später zerbombt, nachdem man uns in die Philharmonie verlegte. Sehen Sie nur, hier stehen die Leute für Essen an. Zuerst die Kinder, dann Frauen, Senioren und schließlich die Männer. Alle sind hier gut organisiert. Sie haben angefangen, die Fenster mit Brettern zu vernageln. Wir hörten ein seltsames Geräusch, zwei seltsame Geräusche. Schwer, sehr schwer. Es fühlte sich so an, als würde die ganze Stadt wanken. So offen, so zynisch und so grausam. Die Flüchtlinge hielten sich im Theater versteckt. Mehr als 1000 tote Menschen liegen unter dem Schutt. Menschen, die aus den Außenbezirken in die Stadt gekommen waren, in der Hoffnung, sie seien sicherer hier. Dann schossen sie noch ein paar Mal. Zielgerichtet? Mit kleineren Patronen und es hat wieder gebrannt. Ich habe Angst. Filmen Sie? Ja. Leute, hier ist sie, die russische Welt. Sie bombardierten das Theater. Es waren keine Soldaten drinnen, nur Frauen mit Kindern und Schwangere. Kinder stand in Großbuchstaben auf der Straße vor dem Gebäude geschrieben. 1000 Leute starben. 200 überlebten. Sie hielten sich im Keller versteckt. Aber oberirdisch waren es fast 1000 Menschen. in der ersten zwei Tage schliefen meine Mama und ich im zweiten Stock der Konzerthalle. direkt auf dem Boden. In der dritten Nacht gingen starke Kämpfe los. Ich packte sie und schrie, wir gehen in den Keller. Fensterscheiben zerplatzten. In der Philharmonie von Mariupol gab es früher schöne Bleiglasfenster. Alles zerborsten. Als wir das Kellergeschoss erreichten, rannten alle hinein. Die Bombardierung in dieser Nacht war beispiellos. So einen Angriff hatte es noch nie gegeben. Man wollte uns einfach töten. Wir erreichten den Keller. An die 300 Menschen waren da. Ungefähr 60 von ihnen zwischen zwei Monate und acht Jahre alt. Die Toiletten lagen in der ersten Etage der Philharmonie. Manchmal waren die Angriffe so stark, dass die Leute im Keller für ihre Notdurft Eimer benutzten. Egal ob Frau oder Mann. Wir waren keine Menschen da unten. Wir waren Organismen. Ein Tag bevor wir herauskamen, wurde die Philharmonie von einem Panzer beschossen. Ich setzte meine Mama unter den tragenden Balken und umarmte sie von hinten. Ich hatte schreckliche Angst. So wollte ich nicht sterben. Ohne die Sonne. Ohne die Sonne. Schmutzig. Eine, die buchstäblich ihr Gesicht verloren hatte. Ganz zu schweigen von dem Verlust meiner moralischen Urteilsfähigkeit. Ich stehe also da und bete zu jedem einzelnen Gott in der Hoffnung, dass irgendeiner mich allmählich hört. Ich stehe also da und denke, Gott, verbiete, dass ich so sterbe, in diesem Loch. Ich stehe lieber direkt vor den Raketenwerfern, solange ich hier nicht sterben muss, in diesem Loch. Niemand würde es nämlich jemals erfahren. Ich war in der Hölle. Mir war so, als sei die Hölle überall auf der Welt. Mein Leben hing nicht mehr von mir selber ab. Es hing von Leuten ab, die einen einfach für nichts erschießen. Am schwierigsten war es, bei Verstand zu bleiben. Das war das Schwierigste. Ich wusste, dass, wenn wir noch einige Tage hierbleiben, jeder den anderen wegen Essen umbringen würde. Wegen Essen und Wasser. Mir wurde alles gleichgültig. Ich dachte, wenn wir wegfahren und unterwegs getötet würden, wäre es immer noch besser, als hier zu bleiben. Im Keller. Wenn sie uns nicht umbringen, drehe ich bestimmt durch. Wir hatten Angst, hinauszugehen. Denn sobald die Türen öffneten, fiel Glas und Beton auf uns hinab. Sie hatten die obersten Etagen der Philharmonie getroffen. Es gab Menschen, die drinnen bleiben wollten. Wie eine junge Familie aus Satana mit einem zwei Monate alten Kind. Sie blieben. Wir gingen unter Geschützfeuer weg. 19. März, 11.35 Uhr. 24. Kriegstag. Hätten wir die Stadt nicht verlassen, wären wir jetzt tot. Zumindest ich. In unserem Keller waren immer weniger Leute. Die Menschen gingen weg. Es gab Gerüchte, dass viele Leute Glück hatten und dieser Hölle entkamen. Aber es waren nur Gerüchte. Niemand konnte ihnen trauen. Ein Nachbar nach dem anderen verschwand aus dem Keller. Sobald jemand etwas Gas oder Freunde mit einem Auto gefunden hatte, war er weg. Keiner verabschiedete sich. Keiner packte seine Taschen. Sie ließen alles zurück und rannten. Mariupol ist jetzt ein Massengrab. Eine tote Stadt. Die Bürger von Mariupol wurden von allem beraubt. Früher haben sie alles gehabt. Vor dem Haus sind Gräber. Den Leuten fehlt der Platz, also beerdigen sie sie in den Vorgärten. Sie haben uns nicht einfach nur umgebracht. Sie ermordeten auch unsere Geschichte. Unsere Vergangenheit. Wir können noch nicht einmal dahin zurück, um die Fotos unserer Liebsten zu holen. Die Haare unserer Kinder. Fotoalben. Mariupol ist verbrannte Erde und die ist auch in mir. Als wir die russischen Kontrollstellen passierten, fragten sie uns, oh, Mariupol, wie geht es den Menschen dort? Ich wollte sagen, kommen Sie ruhig, besuchen Sie uns und sehen Sie sich um. Kurbeln Sie Ihr Fenster hoch. Aber es gab gar keine Fenster. Ihre Kinder werden sich verkühlen. Und ich denke, du H***ensohn, ihr tötet unsere Kinder in den Kellern von Mariupol und hier tut ihr so, als ob ihr euch um sie sorgt? Wir durchleuchten die Bevölkerung. Wir wollen Kämpfe auf der ukrainischen Seite finden. An den Checkpoints entkleiden sie die Männer und suchen nach Tattoos, die auf das Regiment Azov hindeuten. Was die Russen Hakenkreuz nennen, ist Kolowrat, ein uraltes, slawisches Symbol für die Sonne. Ich habe gesehen, wie sie Männer verprügelt und mit dem Tod bedroht haben. Wenn sie aus irgendeinem Grund entscheiden, dass du potenziell gefährlich bist, also wenn du zum Beispiel für das Fernsehen arbeitest, verhaften sie dich. Mein Freund ist jetzt in Donetsk. Er ist im Gefängnis auch im Keller genannt für seine pro-ukrainische Haltung. Den Beweis dafür hatten sie in seinem Handy gefunden. Ich schrieb, dass ich lebe und Mariupol verlassen hatte. Ich hatte für alle gepostet, die mich kannten, die um mich Angst hatten. Plötzlich riefen mich Menschen an und fragten nach einem Interview. Meine Posts waren in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht worden, auch auf mehreren Webseiten. Der Außenminister Gabrieles Landsbergis nahm am Rat auswärtige Angelegenheiten teil, wenn ich mich recht erinnere. Er sagte, das sei eine Inspiration für meine europäischen Kollegen. Er werde keine Rede halten oder sonst etwas zeigen. Sondern einfach Nadia Suchorukovas Brief vorlesen. Das war tatsächlich die beste Rede, der beste Beweis. Denn jeder verstand, dass es die Stimme eines Menschen war, der das durchlebt hatte. Das hat sehr geholfen, die Europäer endgültig zu überzeugen. in ihrem Kampf um Unabhängigkeit und Souveränität des Landes. Es ist unser Land. Wir haben nichts Falsches gemacht. Es ist einfach nur Putins Ehrgeiz. Als meine Posts in den sozialen Medien berühmt wurden, sagten mir die Leute, du hast uns verraten. Also ging ich mit meiner Mama weg. An den russischen Checkpoints verstand ich, wenn sie meinen Reisepass sehen, bringen sie die ganze Aufregung mit mir in Verbindung und es wird übel enden. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich Angst, dass die Dinge, die wir durchlebt haben, sich noch einmal ereignen könnten. Du bist hierher gekommen, um dich zu erholen. Aber du befürchtest, dir könnte das alles noch mal begegnen. Ich mache keine Pläne. Ich hoffe nur, dass wenn alles vorbei ist, wir in die Ukraine zurückkehren. Zurück nach Mariupol. Ich weiß nicht, in welchem Zustand es jetzt ist. Aber wir werden alles tun, um es wieder zum Leben zu erwecken. Ich lebe immer noch, weil ich diesen starken Hass und Schmerz in mir fühle. Dieser Hass hilft es mir zu atmen. Ich habe alle Varianten durchdacht, wie es mit mir weitergehen könnte. Ich konnte durchdrehen, sabbern, in der Ecke schaukeln. Zweitens, ich konnte mich selbst zerstören, bis ich einen Herzinfarkt bekomme. Drittens, ich begehe Selbstmord. Viertens, ich arbeite alles auf in einer Therapie und versuche zu einer Art normalen Leben zurückzukehren. Alle diese Varianten habe ich durchdacht. Dabei wurde mir klar, dass mein Sohn Bogdan keiner der ersten drei zugestimmt hätte. Hey, wie heißt das Dorf, wo wir leben werden? Wo wohnst du jetzt? Sie brachten ihn zu einem Häuschen nahe Kleipeda. Da ist die Natur wunderschön, Kiefernwald. Er sagt, es seien nur 500 Meter bis zum Meer, die Ostsee. Er geht dort spazieren. Er wartet dort auf mich. Ich möchte ihm sagen, dass wir gewinnen werden. Die Ukraine wird gewinnen. Hey! Hallo, du lebst. Ich habe immer davon geträumt, im Ausland zu leben. Wir sind viel gereist. Ich mag Ungarn, Prag, Tschechien. Aber jetzt möchte ich nirgendwo anders leben als in der Ukraine. Irgendwie seltsam. Vor allem jetzt mit all den Möglichkeiten, sich in der EU niederzulassen. Aber ich möchte nirgendwo hin. Ich möchte bleiben und in der Ukraine leben. Ich möchte in der Ukraine leben. 24. April, 1.20 Uhr. 60. Kriegstag. Es sind jetzt so viele Engel im Himmel, dass ihre Flügel die Wolken wegfegen. Dadurch wird der Himmel blau. Dies sind unsere ukrainischen Engel. Sie blasen die Wolken weg wie Vorhänge, die sich öffnen, um auf die Erde hinabzusehen. Da unten ist nicht alles gut. Etwas explodiert, fällt auseinander, brennt. Aber unsere Engel kennen keine Furcht. Jeder findet seine Leute. Die Nahestehenden. Diejenigen, die auf der Erde zurückgelassen wurden. Die, die Hilfe brauchen. Sie weinen mit uns und fühlen sich dann besser. Sie haben die Augen von Mitgliedern unserer Familien, unserer Freunde, unserer Krieger. Sie wissen nicht, wie man tröstet. Wie kann man also die trösten, die sich nicht trösten lassen können? Heute wurde bekannt, dass während der Blockade nur 40.000 Menschen die Stadt verlassen haben. Hunderttausende andere sind noch mitten in dieser Hölle. Mit jedem Tag wird es für sie schwerer und schwerer zu überleben. Bitte helfen Sie Ihnen. Erzählen Sie die Wahrheit über meine Stadt. Deine Herr wird es für sie schwerer und wiederholfen. Wie kann man auch noch mitten in der Hölle und wiederholfen, wie gewohnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vor zwölf Monaten begann ein Vernichtungskrieg in Europa. Seitdem bombardiert Russland in der Ukraine Wohnhäuser, tötet Menschen und reißt Familien auseinander. Es ist das Jahr 1 einer Zeitenwende. Die Welt ist zurückgefallen in sich bekämpfende Blöcke. Dialog, Diplomatie und Handel sind gescheitert. Der Krieg geht weiter und hinterlässt seine Spuren, auch in der Wirtschaft. Welche Umbrüche der Krieg erzeugt hat, ist heute Thema bei MADE, dem Wirtschaftsmagazin der Deutschen Welle. Dazu erstmal ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Am 24. Februar 2022 marschieren Putins Truppen von mehreren Seiten in die Ukraine ein. Nach ersten Erfolgen kommen sie kaum noch voran. Putin scheitert daran, die Hauptstadt Kiew einzunehmen. Ein Massaker an hunderten Zivilisten in Butscha sorgt im April für Entsetzen. Immer mehr Menschen fliehen vor den russischen Truppen. Seit Kriegsbeginn sind es 8 Millionen Ukrainer. Auch ukrainische Firmen verlegen Arbeitsplätze ins Ausland. Die Staatengemeinschaft reagiert mit Sanktionen, die noch nie so umfassend und hart waren. Sie sollen Russland entscheidend schwächen. Viele Firmen beenden daher ihre Geschäfte mit Moskau. Als Gegenzug reduziert Russland zunächst seine Gaslieferungen nach Deutschland und drosselt sie dann ganz. Der Konflikt weitet sich zu einem Energiekrieg aus. Die Kriegslage in der Ukraine ist währenddessen festgefahren. Im Januar 2023 sagen westliche Verbündete zu, die Ukraine mit Kampfpanzern zu unterstützen. Millionen von Ukrainern mussten seit Beginn des Kriegs ihre Heimatstädte verlassen. Dazu gehört auch die Stadt Kharkiv. Sie liegt nur eine Stunde entfernt von der russischen Grenze. Vor dem Krieg war sie Standort von 450 Tech-Firmen. Von Februar bis Mai war sie unter Dauerbeschuss. Und noch heute gehen in der IT-Hauptstadt der Ukraine alle paar Tage Raketen nieder. Wie sich die Tech-Branche auch ohne ihren Hauptsitz durchschlägt, hat Marta Guczynska für uns rausgefunden. Natalia Ziromacher müsste jetzt eigentlich in Kharkiv in der Ostukraine sein. Ein kleiner Teil ihres Teams von Programmierern und Softwareentwicklern ist noch immer dort. Aber wegen des Krieges arbeitet sie jetzt von Krakau im benachbarten Polen aus. Zu Beginn jedes Tages erkundigt sie sich, wie es ihren Kollegen in der Ukraine geht. Erst danach beginnt die Arbeit. Wir alle geben weiter unser Bestes. Wir wissen, dass wir überdurchschnittliche Leistungen erbringen müssen, um sicherzustellen, dass wir erfolgreich sind und unser Land unterstützen können. Ich will euch mal unseren besten Freund zeigen. Ich habe denselben. Ich habe im Moment keinen Strom, aber der Generator funktioniert und auch das Internet. Wir konnten auch ins Büro kommen und unsere Geräte wieder aufladen. Also die Arbeit geht fast normal weiter. In Kiew gibt es einige Probleme mit Strom und Wasser, zum Beispiel bei mir zu Hause. Aber im Büro ist alles okay. Viele sind gestern und heute hierher gekommen. Hier gibt es Licht, hier gibt es Kaffee. Wir machen also weiter. Und wir sind immer noch unverwüstlich und stark, wir alle in der Ukraine. Kharkiv kurz nach den ersten russischen Angriffen. Dies sind private Aufnahmen aus der Stadt. Vielerorts gibt es bis heute weder Strom noch Telefon. Aus dem Ausland versuchen Mitarbeiter der Telekom-Unternehmen, den Menschen in Kharkiv zu helfen. Das Hauptproblem, das wir heute haben, hängt mit fehlender Elektrizität und dem Mobilfunk zusammen, dass wir nicht immer eine Verbindung zu unseren Mitarbeitern haben. Die meisten unserer Leute arbeiten in Kharkiv und wir wissen nicht, ob sie in Sicherheit sind. Dreimal ist Allah Strutscheva bisher in die schwer zerstörte Stadt zurückgekehrt, um vor Ort zu helfen. Schon beim ersten Mal musste sie sehen, welche Zerstörungen die Russen hinterlassen. Die sind Aufnahmen von ihrem Haus in einem Vorort von Kharkiv im Mai letzten Jahres. Monate später im September kehrt sie erneut zurück. Nach letzten Kämpfen und dem Abzug der russischen Besatzer stehen von ihrem Haus gerade mal die Grundmauern. Ihre Kollegen reparieren derweil unter schwersten Arbeitsbedingungen immer wieder die zerstörten Internetleitungen. Vieles geht nur im Schein von Taschenlampen, weil es keinen Strom gibt. Internet heißt, einen Kontakt zur Außenwelt zu haben. Wichtig für die Bewohner der Stadt, aber auch für die verbliebenen Unternehmen. Schutzhelme und schusssichere Westen gehören heutzutage zur Grundausstattung der Techniker. Vor dem Krieg sah es so aus. Über 250.000 Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten im IT-Sektor. Die Branche ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Selbst im Kriegsjahr um 23 Prozent. Von den Gewinnen profitieren auch die Krankenhäuser des Landes. Wir aus der IT-Branche investieren auch in die Verteidigung des Landes. Allein wir aus Charkiv haben über 26 Millionen Euro gespendet und wir werden es weiterhin tun. Zurück in Krakau in Polen. Die Softwareentwicklerin Natalia Sierow-Macher hat eine Wohnung gefunden. Die Kinder gehen zur Schule, lernen Polnisch. Und doch sind sie Flüchtlinge. Mein Sohn verarbeitet alles eher schweigend. Ich habe bemerkt, dass er sehr schnell erwachsen geworden ist. Für meine Tochter war es sehr schlimm. Ihre Frage war immer, warum, warum, was haben wir falsch gemacht? Warum habe ich alles verloren? Warum musste ich meine Freunde verlassen? Wir alle sind jetzt so eine Art Schnecke geworden. Eine Schnecke hat immer ihr Zuhause auf dem Rücken. Wie wir. Wir alle haben ein kleines Stück der Ukraine von Charkiv bei uns, sozusagen auf dem Rücken. Auch wenn ich hier bin, bin ich immer noch in Charkiv. Nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen haben seit Beginn des Krieges ihre Beziehungen zu Russland überprüfen müssen. Der Boykottdruck von Investoren und Verbrauchern ist enorm. Und so haben einige westliche Konzerne Russland verlassen. Dazu gehört der amerikanische Elektroriese Apple oder Energieunternehmen wie Shell, BP und ExxonMobil. Auch Autohersteller wie Volkswagen und Mercedes haben sich vollständig aus Russland zurückgezogen. Sie exportieren keine Autos mehr dorthin und schließen ihre russischen Fabriken. Kurz nach Kriegsbeginn verabschiedete sich auch der Streamingdienst Netflix aus Russland. Aber bei Weitem nicht alle Unternehmen ziehen sich zurück. Die Körperpflegemarke Nivea verkauft dort immer noch. Sie sagt, die Menschen in Russland brauchen trotzdem Zugriff auf medizinische Produkte. Auf das gleiche moralische Dilemma verweisen Pharmakonzerne wie zum Beispiel Bayer. Manche internationale Ketten wie Burger King sind unfreiwillig in Russland geblieben. Sie sind vertraglich an das Land gebunden. An den Beispielen merkt man, der Boykott Russlands ist lange nicht selbstverständlich. Im Endeffekt haben nur knapp 9% aller westlichen Firmen Russland verlassen. Das zeigt eine Studie aus der Schweiz. Wir sind daher der Frage nachgegangen, sind die Sanktionen gegen Russland wirkungslos? Russland geht das Geld für den Krieg aus, weil die Sanktionen die russische Wirtschaft schwächen. Das war der Plan des Westens. Unter anderem wurden mehr als 1000 Russen mit Sanktionen belegt, das Land weitgehend vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Und wie steht Russlands Wirtschaft heute dar? Sie wird wohl dieses Jahr wachsen, sogar stärker als die Wirtschaft in Deutschland, sagt der Internationale Währungsfonds. Wirken die Sanktionen nicht? Experten sind uneins. Jetzt sind wir tatsächlich nach ungefähr einem Jahr oder knapp einem Jahr in dieser Phase, wo dieser Versuch, die Fähigkeit, den Krieg zu finanzieren, wirklich langsam greift. Insgesamt ist die Situation zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre für die russische Führung nicht kritisch. Eine Schlüsselrolle spielt China dabei, der bedeutendste Sanktionsverweigerer. Es hat ausgebliebene Importe aus dem Westen in großem Stil ersetzt. Ein Drittel aller russischen Importe stammt mittlerweile von dort. China war nie ein großer Investor in Russland, im Gegensatz zu den europäischen Staaten beispielsweise. Das heißt, die Chinesen würden gerne mehr nach Russland exportieren, aber ob sie dort eben jetzt in die Bresche springen und die Industrie in Russland aufbauen, da habe ich meine Zweifel. Das heißt, es ist eher eine Möglichkeit, jetzt diese unmittelbaren Auswirkungen zu begrenzen für Russland, aber es ist eben kein Zukunftsmodell und kein Ersatz für den Westen. Und dann gibt es Phänomene wie das armenische Elektronikwunder. Aus dem Land gehen unter anderem Smartphones nach Russland. Seit Beginn der Sanktionen hat sich der Export von Elektronikartikeln verdreifacht. Über Handelspartner, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen. Nicht illegal. Russland ist natürlich eingebunden in eine Welt, die letztlich auch noch größer ist als eben die Koalition der sanktionierenden Staaten. Die Sanktionen sind zwar die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts der Welt, also wirklich schon ein großer Teil der Weltwirtschaft, aber es gibt eben auch die andere Hälfte. Und die hat sich teilweise erst mal zurückgehalten, aber inzwischen wird doch relativ stark geschaut, welche Marktlücken es auch in Russland gibt, in die man stoßen kann. Hightech-Waren wie Mikrochips kommen allerdings kaum noch in Russland an. Es ist so, dass Bauteile fehlten. Bei Automobilherstellern standen beispielsweise monatelang die Bänder still. Jetzt werden zum Teil Autos ohne Airbags produziert. Aber es gibt auch einen großen Mangel an Chips und der scheint dazu zu führen, dass keine gute Munition mehr produziert werden kann, keine Präzisionsmunition. Und es wirkt sich auch auf den Bau von sehr modernen Kampfpanzern aus. Russlands Wirtschaft könnte langsam ausbluten. Auch durch neue Sanktionen wie den Ölpreisdeckel. Ein Höchstpreis für Ölexporte aus Russland, dem wichtigsten Exportgut. Das heißt, anstatt die Importe abzuschneiden, versucht man jetzt das Geld abzuschneiden, mit dem diese Importe bezahlt werden, egal wo sie herkommen. Und das ist langfristig die erfolgversprechendere Strategie. Allerdings muss man auch sagen langfristig. Denn Russland ist sehr gut aufgestellt in diesen Krieg gegangen, sowohl was die Handelsbilanz angeht, als auch was den Haushalt angeht. Und es wird eben einige Jahre dauern, bis man aus dieser sehr stabilen Situation eine geschaffen hat, in der Russland unter Druck steht. Doch wie lange wird der Westen seine Sanktionspolitik durchhalten, zumal er auch die Ukraine für Jahre mit Milliarden Euro und Dollar am Leben erhalten muss? Ist der Westen mittlerweile sanktionsmüde, angesichts hoher Inflationen in den eigenen Ländern? Ich glaube, die Sanktionsmüdigkeit hat zum Teil tatsächlich damit zu tun, dass anfangs überhöhte Erwartungen an dieses Instrument geweckt wurden. Und wenn sich dann diese scheinbar suggerierten Erfolge nicht einstellen, dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft in der Bevölkerung, den Preis für diese Sanktionen zu zahlen. Gleichzeitig muss man sagen, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen, die wir hier sehen, immer noch viel geringer sind, als das, womit die russische Bevölkerung umgehen muss. Wer ist nach einem Jahr Sanktionen bereit, Alterslinge durchzustehen? Russland oder der Westen? Europas Sanktionen gegen Russland sind tiefgreifender als je zuvor. Und das bedeutet, sie treffen lange nicht mehr nur Moskau. Auch Firmen in Europa bekommen die Handelsverbote zu spüren. Zum Beispiel der deutsche Maschinenbau. Bis vor kurzem war Russland ein Hauptkunde für Maschinenbauer. Im letzten Jahr sind die Geschäfte um die Hälfte eingebrochen. Wie und wo sich neuer Handelswege für die Branche Bahn hat Dan Hirschfeld untersucht. Sie bearbeiten Kurbelwellen für Autos oder Eisenbahnräder, manchmal anderthalb Tonnen schwer. Drehen, fräsen, bohren auf tausendstel Millimeter genau. Die riesigen Maschinen, die in der Werkhalle von Niles Simmons im ostdeutschen Chemnitz gebaut werden, kosten oft mehrere Millionen Euro. Geschäftsführer Klaus Kreher und sein Team verkaufen die Anlagen in alle Welt. Bis zum russischen Überfall auf die Ukraine kamen viele Aufträge aus Russland, vor allem im Eisenbahnbereich. Doch mit den Sanktionen der EU war das vorbei. Quasi über Nacht änderte sich die Situation und er musste für 350 Mitarbeiter woanders Arbeit besorgen. Wir reden hier ungefähr über einen Umsatzanteil zwischen 10 und 15 Prozent. Kurzfristig haben wir unsere Strategie komplett, ja, was heißt geändert, aber unsere Schwerpunktmärkte sind jetzt Nordamerika, Europa, viel stärker auch wieder in Deutschland. Früher waren wir mit 80 Prozent Export vom Umsatzanteil unterwegs. Das hat sich deutlich verlagert, eher zu 50-50. Die eigentliche Herausforderung aber sieht man draußen auf dem Betriebsgelände vor den Werkhallen. Kisten. Riesengroß. Es sind viele. Darin, wetterfest verpackt, fertige Maschinen für fast 10 Millionen Euro. Die zweite Hälfte eines russischen Auftrages. Drinnen überprüft der Geschäftsführer gerade weitere Kisten. Denn ob in absehbarer Zeit wieder irgendetwas nach Russland geliefert werden darf, ist mehr als fraglich. Wir hatten jetzt das Problem, dass die Maschinen für den Auftrag für Russland jetzt fast ein Jahr hier in der Montagehalle gestanden haben. Zur Abarbeitung unserer Umsätze für 23 brauchen wir aber den Platz. Deswegen müssen die Maschinen aus der Halle raus. Probleme, wie sie in der Region Chemnitz viele Unternehmen lösen mussten. Egal ob kleiner Mittelständler oder weltweit agierende Firma. Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, ist eine Maschinenbauregion. Und hat traditionell enge Wirtschaftsbeziehungen in die Länder der früheren Sowjetunion. Bei der Industrie- und Handelskammer sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Neuberg, dass es die meisten Firmen recht gut geschafft haben, weggebrochene russische Aufträge zu kompensieren. In der Außenhandelsstatistik gäbe es keinen großen Einbruch infolge der Sanktionen. Tatsächlich verbinden sich damit natürlich enorme Anstrengungen seitens der einzelnen Unternehmen. Neue Märkte zu erschließen, neue Kunden aufzubauen. Und insofern ist es tatsächlich so, statistisch sieht alles gut aus. Auf der einzelbetrieblichen Ebene ist es natürlich dann mitunter viel, viel schwerer. Und noch etwas hat Neuberg beobachtet. Auch den Wiederaufbau in der Ukraine sehen zumindest einige Unternehmen schon heute als Chance. Auch wenn noch niemand weiß, wann der Krieg zu Ende sein wird. Schon jetzt ist die Ukraine insofern interessant, weil tatsächlich sehr viele westliche Hilfs- und Wiederaufbaugelder in die Ukraine gehen. Sei es im Bausektor, um die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen oder auszubessern. Aber eben auch im Gesundheitssektor oder auch anderen Bereichen der allgemeinen Daseinsfürsorge finden gerade erhebliche Investitionen statt. Auch für den Spezialmaschinenbauer Kieselstein ist die Ukraine interessant. Aber solange geschossen wird, will Chef Jens Kieselstein keinen seiner 45 Mitarbeiter ins Kriegsgebiet schicken. Auf den Anlagen von Kieselstein können auf den Hundertstel Millimeter genaue Drähte hergestellt werden. Die Firma ist Weltmarktführer. Als vor knapp einem Jahr die Sanktionen ausgeweitet wurden, hatte Jens Kieselstein gerade einen Auftrag über eine halbe Million Euro für einen russischen Kunden in Arbeit. Auf 100.000 Euro Stornokosten blieb er sitzen. Kieselstein hat seitdem neue Geschäftsverbindungen nach Brasilien geknüpft. Für das kleine Unternehmen ein Kraftakt. Wenn Sie auf einen neuen Markt gehen wollen, müssen Sie die Voraussetzungen haben, um den Markt zu bedienen zu können. Das geht natürlich auch um das Thema Sprache. Das spielt ja eine wichtige Rolle. Wir haben im Moment niemanden, der portugiesisch im Hause spricht. Und Sie brauchen jemanden vor Ort, Sie brauchen einen Partner. Diese Kontakte müssen angebahnt werden. Da müssen Sie komplett neu investieren. Schulungen, gegebenenfalls Reisen, vor Ort Erkundungsreisen, Kundengespräche, Kunden einladen. Wir hatten das Glück, im letzten Sommer eine internationale Messe in Düsseldorf abhalten. Sie können unsere Branchenmesse, sodass wir dort auch direkt mit brasilianischen Kunden in Kontakt treten konnten. Woraus dann eben diese Geschäftsanbahnungen entstanden sind. Bei Niles Simmons wollen sie jetzt versuchen, die millionenteuren Maschinen, die nicht mehr nach Russland geliefert werden können, umzubauen. Damit sie für andere Anwendungen genutzt werden können. Zum Beispiel bei Kunden in der Luftfahrtindustrie. Während Europa auf Sanktionen setzt, hat Russland Erdgas und Erdöl zu seinen Waffen gemacht. Ein Energiekrieg sollte den Westen unter Druck setzen. Im August stellte Putin daher Erdgaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 ein. Fast 350 Euro kostete damals die Megawattstunde Gas in Deutschland. Vor dem Krieg lag der Preis zwischen 10 und 20 Euro. Mittlerweile haben sich die Kosten auch dank eines milden Winters wieder erholt. 50 Euro kostet die Megawattstunde Gas zurzeit. Für energieintensive Unternehmen ist das immer noch eine enorme Belastung. Wenn der Preis für Strom, für Energie die Existenz einer Firma bedroht. Das ist eine sehr anspruchsvolle Zeit, in der wir uns bewegen. Wir befinden uns im permanenten Kampfmodus. Dann müssen Unternehmen neue Wege gehen, um zu überleben. Wir sind noch immer inmitten eines fossilen Energiekriegs und die Preise sind sehr, sehr hoch. Diesen Unternehmer belasten die hohen Energiepreise enorm. Mehr als 15 Prozent seiner gesamten Ausgaben gehen für Energie drauf. Im Jahr mehrere Millionen Euro. Wir hatten schon vor der Energiekrise die höchsten Energiepreise in Europa und die haben sich jetzt noch mal vervielfacht. Wir hatten in der Spitze eine Versechfachung unserer Energiebezugspreise. Inzwischen hat sich der Markt wieder etwas beruhigt, sodass wir bei den dreieinhalbfachen ungefähr jetzt angelangt sind. Immer noch sehr hoch und eine Belastung für den Betrieb. Der produziert Stoffe, die von der Chemie und der Kosmetikindustrie verarbeitet werden. Unter anderem Kügelchen für den Peeling-Effekt in Kosmetika. Auch andere Stoffe von Wolle werden in bekannten Marken genutzt. Um kleine und mittelgroße Firmen wie Wolle zu entlasten, übernimmt der Staat ab März einen Teil der Stromrechnung. Bei Wolle circa 40 Prozent. Wenn dieses Programm 2024 aufläuft, wird sich die Bundesregierung kaum leisten können, noch mal so ein Milliardenpaket auf den Weg zu bringen. Deshalb hoffen wir, dass sich die Energiepreise bis dahin wieder beruhigt haben. Bringt das Entlastungspaket der Regierung nur eine Atempause? Es ist sehr schwer zu sagen, wie sich die Energiepreise insgesamt entwickeln. Claudia Kempfert gehört zu den führenden Energieexperten in Deutschland. Sie meint, die Energiepreise würden weiterhin vom Ukraine-Krieg beeinflusst. Solange wir da inmitten drin sind, ist nicht mit einer Entspannung zu rechnen. Deswegen muss man immer deutlich unterscheiden. Fossile Preise sind hoch, davon müssen wir weg. Andere Energien sind sehr viel billiger und dann kann es auch perspektivisch preiswerter werden. Andere Energiequellen wie beispielsweise Biogas, das aus Gülle gewonnen wird. Solch eine Anlage hat sich Wolle bauen lassen. Dort produziert die Firma ihren eigenen, günstigen Strom. Wir haben in eine Biogasanlage investiert, wo wir 50 Prozent unseres Stroms selber produzieren können. Die wollen wir ausbauen. Wir werden aber auch in Photovoltaik und Holzschützelheizung investieren, um uns auf die Energieversorgung klimaneutral vorzubereiten. Die Firma entkeimt auch Lebensmittel wie Kürbiskerne. Auch mit viel Energieaufwand verbunden, denn dafür wird Dampf benötigt. Bis die Energiekosten wieder niedrig sind, heißt es nun erst einmal, Kosten sparen. So viel wie möglich. Wir haben unser Schichtsystem umgestellt von einem 7-Tage-System auf einem 5-Tage-System. Wir haben überall Energie eingespart, wo es möglich ist. Wir haben die Heizung in den Büros runtergedreht. Und wir haben alle Maßnahmen getroffen, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und gleichzeitig auch alle Maßnahmen getroffen, um unsere Mitarbeiter zu schulen, hier sorgsam mit Energieverbrauchern, nicht nur bei uns in der Firma, sondern auch privat umzugehen. Das Unternehmen muss zusätzlich, so der Inhaber, günstiger produzieren mit weniger Mitarbeitern. Nur so kann es dauerhaft gegen die Konkurrenz aus dem Ausland bestehen, denn die zahlt meist deutlich weniger für Energie. Die Energiekrise zeigt, der russische Krieg gegen die Ukraine findet nicht nur auf dem Schlachtfeld statt. Moskau setzt eben Raketen auch auf Erdöl und auf Hacker. Cyberangriffe wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal im großen Stil zur Waffe. Laut Microsoft befinden wir uns in einem neuen Zeitalter internationaler Konflikte. Aber was ist das eigentlich, ein Cyberkrieg? Was ist ein Cyberkrieg? Cyberkrieg ist eine virtuelle Kriegsführung. Die Waffen sind digital, die Soldaten sitzen vor dem Computer. Sie können im Auftrag eines Landes unbemerkt in fremde Netzwerke eindringen. Dort können sie die kritische Infrastruktur wie etwa Strom oder Telekommunikationsnetze manipulieren. Die Folge? Millionen Menschen sitzen im Dunkeln. Betriebe können nicht mehr produzieren, ganze Industriezweige brechen zusammen. Nach Land, Wasser, Luft und Weltraum wird der virtuelle Raum der Cyberspace zur fünften Dimension in der Kriege geführt werden können. In Form von Spionage, Sabotage oder Terrorismus. So stiegen in den ersten drei Tagen nach Russlands Einmarsch in die Ukraine die Cyberangriffe auf das Land um 196 Prozent. Im Gegenzug hat die Hackergruppe Anonymous der russischen Regierung den Cyberkrieg erklärt. Sie stören russische Propaganda, stehlen Daten, legen Technik lahm. Spionage und das Sammeln von Informationen waren schon immer fester Bestandteil internationaler Konflikte. Cyber-Spionage ist deshalb eine wichtige Strategie für Regierungen, die einen verdeckten Krieg führen. Dazu gehört auch das Infiltrieren von Netzinfrastruktur mithilfe von Schadstoffsoftware, wie Viren, Würmern oder Trojanern. Der chinesische Geheimdienst wird regelmäßig als Schuldiger für solche Operationen genannt, obwohl er diese Anschuldigungen stets bestreitet. Eine fast vollständig digital vernetzte Welt macht es Hackern leicht, ihr Ziel zu treffen. Terroristen können von überall in der Welt zivile Infrastrukturen angreifen, ohne selbst vor Ort zu sein. Experten gehen davon aus, dass der Kriegsschauplatz globaler Supermächte zukünftig immer mehr im Virtuellen stattfinden wird. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie er die Welt und die Wirtschaft verändert hat. Das war eine weitere Folge von MADE, dem Wirtschaftsmagazin der Deutschen Welle. Ich bin Marisina, bis bald. Das ist kein Bluff. Ruhm der Ukraine. Thementag Ukraine. Auf DW. Tbilisi, die georgische Hauptstadt. Russlands Krieg gegen die Ukraine hat das südkaukaisische Land verändert. Die Spuren der Proteste gegen Putins Aggression sind überall. Die Solidarität mit der Ukraine ist groß. Mittendrin junge Männer, die Russland verlassen haben, aus Angst in den Angriffskrieg ziehen zu müssen, den ihr Heimatstaat gegen die Ukraine führt. Jemand hält mich für einen Verräter. Ich denke aber, dass es die sind, die in den Krieg gehen. Sie verraten ihre Heimat, die Humanität, die Menschheit. Wen verrate ich denn? Putin? Ja, ich verrate ihn. Und jetzt bin ich von ihm abgehauen. Ich bin gegen diesen Krieg. In diesem Konflikt bin ich für die Ukraine. Ich sage es ehrlich und offen. Sie wollen mich für Putins Ambition, für diese berüchtigte russische Welt, die mir so fremd ist, in den Tod schicken. Wenn sie wollen, können sie mich so oder so finden. Ich habe nicht vor, mich zu verstecken. Sie wissen, wie sie Menschen einschüchtern, die gegen den Krieg sind. Ich heiße Alexander. Ich komme aus St. Petersburg und bin 26. Alexander hat in St. Petersburg als Dreher gearbeitet. Als Russland im Februar die Ukraine überfällt, protestiert er, wird festgenommen. Als Putin Ende September die Mobilmachung verkündet, will er nicht mehr in Russland bleiben. Er packt seine Sachen und ergreift die Flucht. Hier wohne ich. Hier ist unsere Hippie-Community. Und das ist mein Fahrrad. Mit dem bin ich über die Grenze gekommen. Zwei Tage lang muss er an der Grenze anstehen. Ich hatte Angst, dass sie mich aus Russland nicht rauslassen. Auf dem Weg durch den Stau haben Polizisten Papiere kontrolliert und uns gedroht, dass sie uns die Einberufungsbescheide geben. Aber mir war es egal. Ich wollte nur zu meinem Ziel. Als wir die Grenze überquerten, ging die Sonne auf. Diese Berge. Und Freiheit. Freiheit. In Tbilisi hat Alexander Glück. Das ist Onkel Enrique. Er hat uns bei sich aufgenommen. Meine Kleidung habe ich von ihm gekriegt. Sie tun mir leid. Sie wollen nicht kämpfen. Sie wollen nicht für Putin sterben. Ohne Mobilisierung wären sie nicht hierher gekommen. Sie ahnten nicht, dass es dazu kommt, dass sie wie Ratten vom sinkenden Schiff wegrennen werden. Sie sind alle klug, alle sehr nett. Wer bleibt in Russland? Ich weiß es nicht. Außer Alexander leben noch 20 andere junge Russen bei Enrique. 300 Lari zahlen sie für ein Bett. Knapp über 100 Euro im Monat. Kaum jemand hat jetzt vor, nach Russland zurückzukehren. Ist ein Schwebezustand. Ich will hierbleiben und auf meine Freundin warten. Irgendwie leben. Lieber in Unklarheit leben, als zu riskieren, in Putins Krieg geschickt zu werden. Ein Schicksal von vielen russischen Deserteuren in Georgien. Anders als die baltischen Länder oder Finnland hat Georgien seine Grenzen für Russen nicht geschlossen. Viele Georgier sehen das skeptisch. Was, wenn neben Regimekritikern auch Putin-Anhänger unkontrolliert ins Land kommen? Oder gar Spione? Das Leid der Ukrainer weckt Erinnerungen an den russisch-georgischen Krieg. 20 Prozent des Landes sind von Russland besetzt. Vor allem junge Menschen suchen die Nähe zum Westen und befürchten, dass Georgien erneut Opfer des russischen Imperialismus werden könnte. Ich sehe so drastische Veränderungen. So viele Leute. Von überall höre ich ständig russisch und das ist wirklich unangenehm. Wir waren im gleichen Krieg wie jetzt die Ukraine. Zweimal. Zuerst war es Abkhazien, dann war es 2008. Sie sind in zwei Gebiete Georgiens eingedrungen. Ich kann diesen Menschen gegenüber nicht warmherzig sein. Zuerst fangen sie an, auf Russisch mit dir zu sprechen. Bruder, es ist Georgien. Warum sollten wir mit ihnen Russisch sprechen? Wir können Englisch sprechen. Oder? Es ist so respektlos. So unhöflich. Es gibt nur eine Antwort. Russland ist ein Besatzer und verhält sich wie ein Terrorist. In der Ukraine ist das so. Und in Georgien ist es dasselbe. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass ich hier ein Gast bin und mein Land sich auch Georgien gegenüber schuldig gemacht hat und dass es für manche Georgier ein Trigger sein könnte und sie mich deswegen schief anschauen könnten. Aber bis jetzt, toi toi toi, waren alle freundlich zu mir. Ein Mahnmal für gefallene Soldaten der Georgischen Legion, die an der Seite der Ukraine gegen Russland kämpft. Für mich ist dieser Krieg keine Spezialoperation. Ein Krieg zwischen Freiheit und Sklaverei. Ukrainer verteidigen ihr Land und damit kämpfen sie für die Freiheit vieler anderer Länder. Für die Freiheit von Kasachstan, Moldau, Georgien. Ich heiße Alexey, ich bin 32 Jahre alt. Ich komme aus Tschiboksari in der Tschiboksian-Republik. Nachdem Putin die Mobilmachung ausgerufen hat, kündigt Alexey sofort und hebt seine gesamten Ersparnisse in Tschiboksari ab. Er muss so schnell wie möglich raus und fährt mit einem Minibus mit anderen Männern Richtung Kasachstan. Bis zur Grenze sind es 800 Kilometer. An der Grenze sagte mir der russische Grenzbeamte, nimm deine Mütze ab. Er schaute mich an, guckte sich mein Passbild an. Ich war früher vier Jahre in der Armee. Ich war ein Vertragssoldat. Okay, geh weiter. Ich hatte Glück, vielleicht wegen ihrer Stamperei. Bis 2016 war Alexey Berufssoldat. Als erfahrener Richtschütze sollte er an die Front. Ich war erstaunt, dass mir der Einberufungsbescheid nicht sofort geschickt wurde. Er kam bei mir zu Hause an, als ich schon hier war. Meine Schwester schickte mir ein Foto per Telegram. Ich war glücklich. Sie waren zu spät. Mich kriegt er nicht. Seit ein paar Wochen versuchte er nun sein Glück in Georgien. Hier wohne ich. Hier ist die Küche. Das Geschirr darf jeder benutzen. Ja, ich hatte Glück. Es ist das günstigste Hostel, das ich gefunden habe. Ja, es ist nicht schick, aber dafür mit einem gewissen Shabby-Flair. Alles ist teurer geworden wegen der Mobilisierung. Unser Hostel-Manager hat den Preis so gelassen, wie er war, aus Prinzip. Nach der Militärzeit wollte Alexey mit der russischen Armee nichts mehr zu tun haben. Lieber wurde er Wanderarbeiter. Seine Landsleute, die sich nicht gegen die Mobilisierung wehren, versteht er nicht. Sie können sich das nicht vorstellen, was sie im Krieg erwartet. Dass sie dort bloß wie eine Herde sind. Verrostete Waffen, Safareien, Brügeleien. Da kommen einem die Tränen. Wenn sie mich an die Front geschickt hätten, wäre mir nur ein Ausweg geblieben, die Gefangenschaft. Seine Mutter wünscht sich, er wäre lieber an die Front gegangen. Warum wäre meine Mutter an meiner Stelle in den Krieg gegangen? Sie denkt fürs Vaterland. Die NATO will uns doch erobern, die USA. Ich meinte zu ihr, was du sagst, ist so eine große Lüge. Alles aus dem Fernsehen. In Georgien fühlt er sich mit seiner politischen Haltung in Sicherheit. Zurück nach Russland will Alexei nur nach Kriegsende und einem Regime wechseln. Nicht alle schaffen es, in Georgien Fuß zu fassen. Nach einem Monat in Belizeh entscheidet sich German zurückzukehren zu seiner Familie. Seine Frau will in Russland bleiben, will nicht weg. Alle hier raten mir davon ab. Hast du keine Angst, einberufen zu werden? Es ist besser, nicht daran zu denken. Ich hoffe, sie werden mich nicht dazu zwingen, gegen die Ukraine kämpfen zu müssen. Von einer Beratungsstelle hat German erfahren, dass er sich gegen eine mögliche Einberufung wehren kann. Dass Russland die Ukraine angegriffen hat, ist für ihn eine persönliche Tragödie. Ich bin in Kriverir geboren. Meine Verwandtschaft mütterlicherseits lebt in der Ukraine. Die Rückkehr nach Russland bleibt für ihn, wie für viele andere russische Männer, ein Risiko. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. German macht sich auf den Weg zum Busbahnhof. Seine Kinder warten in Moskau auf ihn. Er versucht, sich Mut zu machen. Wie ich sehe, fahren wenige Menschen meines Alters Richtung Russland. Lässt man ihn überhaupt nach Russland einreisen? Wenn sie wollen, können sie mich so oder so finden. Ich habe nicht vor, mich zu verstecken. Sie wissen, wie sie Kriegsgegner einschüchtern. In Russland hat er kaum Gleichgesinnte, sagt er. Er fühlt sich wie fremd im eigenen Land. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Russen hier und denen, die in Russland sind. Hier verstehen und unterstützen dich die meisten. In Russland nicht. Fünf Stunden dauert die Fahrt bis ins russische Blatikavkaz. Von dort aus will German mit dem Flugzeug weiter nach Moskau. So viele leiden wegen einer Person. Hoffentlich endet das alles bald. Alexander hat mittlerweile viele Gleichgesinnte in Belize getroffen. Er lebt weiter bei Onkel Enrique und sucht Arbeit. Seine Freundin kommt bald nach. Alexei sucht in Belize eine neue Unterkunft und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Seine Mutter hat inzwischen seine Entscheidung, Russland zu verlassen, akzeptiert. Sie reden miteinander, aber nicht über den Krieg. German ist in Moskau angekommen. Er bereitet jetzt alles dafür vor, Russland endgültig zu verlassen. zombie ist in Moskau, Sprach advisors und transmiss jogger von Vorg kg-endert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schloss Bellevue, zwei Seele entfernt von dem Ort, an dem wir stehen, wird heute an den Beginn des russischen Angriffs erinnert. Denn genau vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, startete Putins Russland seinen Überfall auf die Ukraine. Menschen leiden, fliehen und sterben seither täglich, mitten in Europa. Den Jahrestag hat Bundespräsident Steinmeier zum Anlass genommen, um daran zu erinnern. Dafür sind die Vertreter der Verfassungsorgane ins Schloss Bellevue eingeladen worden, unter ihnen Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch Präsident Zelensky hat eine Videobotschaft geschickt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Schicksal Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer. Ihr Widerstandsgeist hat viele überrascht, auch im Westen. Der steht geschlossen an der Seite der Ukraine, bekundet Solidarität und liefert Waffen. Und will das weiter tun. Um Unterstützung und die Zukunft der Ukraine geht es gleich in einem Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter. Zunächst zeigt Matthias Kubica, welcher er erinnert.